So ihr Lieben, das klappt ja schon mal super. Vielen Dank. Ganz, ganz herzliches Willkommen. Schönen guten Morgen von Werner und mir. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Wir begrüßen natürlich alle, alle Mitglieder, alle Delegierten und wir möchten ein paar Leute nochmal ganz besonders begrüßen, damit ihr wisst, dass die da sind und dann noch ein paar organisatorische Hinweise für euch. Also, ich möchte ganz besonders begrüßen, auch die anwesenden Mandatsträgerinnen und Senatorinnen. Wir haben Bundestagsabgeordnete, Lisa Paus habe ich gesehen und sonst hoffentlich niemanden übersehen, die kommen vielleicht noch. Unser Europaabgeordneter AD, Micha Kramer ist schon da, herzlich willkommen. So, für Micha dürft ihr das machen, wenn ihr alle anderen Abgeordneten einzeln begrüßt, dauert es zu lange. Hanna Neumann ist auch da aus dem Europaparlament. Und wenn ihr so weitermacht, zähle ich jetzt alle Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die ich auch herzlich begrüßen möchte, auch noch einzeln auf. Das mache ich nicht. Bezirksbürgermeisterin aus Mitte und Kreuzberg, viele Stadträtinnen habe ich schon gesehen, die Senatorinnen sind schon da, Antje ist schon da, Silke kommt mit Sicherheit gleich. Euch allen ganz, ganz herzlich willkommen. Wir begrüßen auch schon die Personen aus der Stadtgesellschaft, die sich heute wieder sehr teilreich angemeldet haben. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, aber ich begrüße mal alle, die sich angemeldet haben. Sonja Stark vom stellvertretenden Vorsitzenden des DGB in Berlin-Brandenburg, herzlich willkommen. Ayşe Demir ist schon hier, die habe ich schon gesehen, Vorstandssprecherin vom türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Remsi Uiguna, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Kassenwart vom türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Linda Candelosso Okur, stellvertretende Leiter des katholischen Büros hier in Berlin-Brandenburg. Wir begrüßen außerdem Heiner von Marschall, Landesvorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland Nordost. Erik Heublein, Sprecher des Berliner Energietischs. Markus Daschner, Sprecher von Greenpeace Berlin. Michael Matthei, Präsident der Gartenfreunde e.V. Und Manfred Hopp, Vizepräsident der Gartenfreunde e.V. Wir begrüßen auch Frank Wolf, Landesleiter von Verdi. Katja Brendel, Landeskoordinatorin von Wellcome. Heike Siedel, Leiterin von Mutter, Vater, Kind, Wummen, Domus. Sibylle Möller, Vorstandsvorsitzende von Mütterinitiative für Alleinerziehende e.V. Außerdem ist von derselben Initiative Dr. Steffen Beilke da und außerdem vom BBU Mario Hilgenfeld. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch, dass wir aus anderen Parteien Gäste begrüßen dürfen. Ganz herzlich willkommen Katina Schubert von den Linken. Schön, dass du da bist. Und Reitzallee wollte kommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber falls ihr ihn seht, sagt ihm auch ihn begrüßen wir ganz herzlich. Wir begrüßen natürlich auch die vielen Demonstrantinnen und Demonstranten vor der Tür. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr kommt auch gut ins Gespräch mit einigen Delegierten und Delegierten. Wir freuen uns auch, dass Tito Schopf gegen uns mit demonstriert. Er ist SPD-Abgeordnete. Das sind ja jetzt so neue Tendenzen. Er steht an der Seite von den Taxi-Unternehmen. Wir unterstützen die Taxi-Unternehmen auch. Ich fände es aber besser, wenn Tito Schopf mal zum SPD-Bundesparteitag gehen würde, weil da hat Uber einen Stand. Da wäre er besser aufgehoben. Also es ist da die Bürgerinitiative zum Erhalt von lebenswerten grünen Kiez Friedrichshain. Die Mieterinitiative erhaltet unser grünes Friedrichshain-Innenhöfe, Aktionsbündnis lebenswertes Wohnen und Friedrichshain-West, Verein für Lebensqualität an Michael-Andro-Straße, Schöne Bürger Bürger gegen Nachverdichtung, Mühlenberger Initiative, Initiative Johannesthal-Landfliegerstraße, Bürgerinitiative Kieferwald-Adlershof, Bürgerinitiative Kiezerfeld-Wendenschloss, Bürgerinitiative rettet den Ilse-Kiez-Karlhorst, Bürgerinitiative klimafreundliches Pankow, Bürgerinitiative grüner Kiez-Pankow und natürlich, wie schon erwähnt, die Bürger, die Innung der Berliner Taxi-Unternehmen. So, wir freuen uns, dass es so breites zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Deswegen ganz, ganz herzliches Willkommen. Wir begrüßen natürlich auch... Wir begrüßen außerdem auch alle anwesenden Journalistinnen und Journalisten ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind, um heute wieder kritisch über uns zu berichten. Das freut uns sehr. Und für alle, die heute nicht hier sein können und trotzdem mitbekommen wollen, was passiert, ist auch das Stream-Team hier. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder ehrenamtlich uns unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sebastian. Ich habe gehört, Sebastian war heute Morgen um fünf hier. Also, wer das toppen kann, ganz, ganz herzlichen Dank, Sebastian. Der sitzt übrigens auch da hinten. Wenn jemand im Stream nicht gesehen werden möchte, dann geht bitte dorthin und teilt ihm das mit, denn diese Veranstaltung wird gestreamt und wenn ihr nicht gesehen werden möchtet, dann kann er darauf achten. So, wir begrüßen euch natürlich auch herzlich in diesem Saal. Diesmal erstmals im Park Inn. Es ist auch wieder schnuckelig eng. Wir suchen immer nach neuen Räumen, aber das ist nicht, gar nicht so einfach, wie ihr das immer wieder merkt. Wir haben hier aber dafür euch eine wunderschöne Terrasse mit aufgebaut, wo ihr ein bisschen den Alexanderplatz auch mitbekommen könnt. Und ihr könnt noch in den 120. Stock fahren, nach der WLDK natürlich, und dort das Panorama über Berlin genießen. Es wird auch extra dafür gesorgt sein, dass es vegetarisches und veganes Snacks hier gibt. Es ist natürlich wie immer, bei solchen Messen oder Park-Sachen sind wir an das Catering gebunden. Aber ihr könnt auch von 12 bis 15 Uhr im Restaurant noch am Buffet teilnehmen. Aber ihr müsst dafür zahlen, also nicht umsonst. Aber es gibt hier auch draußen sonst einiges. Also ich glaube, ihr werdet nicht verhungern. Aber wir freuen uns sehr, dass es die vegetarisch-vegane Snacks auch hier gibt. Außerdem gibt es für die angemeldeten Kinder, das ist bitte wirklich wichtig, für die angemeldeten Kinder, eine professionelle Kinderbetreuung durch Agentur Pünktchen. Die ist ein Stockwerk weiter unten. Ich habe den Namen des Saals vergessen. Fragt mich gerne gleich nochmal. Und dann würden wir jetzt schon übergehen zur Vorstellung des Präsidiums. Achso, wir müssen, Werner weiß wieder mehr als ich. Wir sind beschlussfähig und zwar... Wie viele sind da? Es sind über 80 da, das ist gut. Wir hätten über 75 sein müssen. Sehr schön. Das heißt, wir sind beschlussfähig und damit können wir euch dann auch das Präsidium vorschlagen. Wir schlagen euch vor, Golale Amadi, Philipp Ahrens, Jochen Biedermann, Jana Briggs, Daniel Wesener, Bene Lux, Eva-Marie Plonske und Paula Riester. Wer diesem Präsidium die Zustimmung geben möchte, den oder die bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ich danke euch. Dann Gegenstimmen gegen dieses Präsidium und Enthaltungen. Damit ist das Präsidium gewählt. Vielen Dank und ich übergebe an euch. Vielen Dank. Guten Morgen erst mal von uns. Wie ihr sehen könnt, sind von links Bene, Jana, Philipp und ich jetzt für die erste Schicht des Präsidiums hier und mit euch diese Sitzung gestalten zu können. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für euer Vertrauen. Wir haben jetzt vorab natürlich ein paar Formalien erst mal zu klären für die Sitzung, für die erfolgreiche Sitzung. Und wir wurden gebeten, noch eine Ansage vorab zu machen. Wir möchten darum bitten, dass möglichst keine Flyer oder andere Wärmematerialien im Raum verteilt werden. Einfach der Fairness halber. Wenn tatsächlich ein solcher Austausch geschehen soll, bitte verteilt sie draußen hier im Raum, bitte nicht. Ja, ansonsten würden wir jetzt einfach in die Tagesordnung einsteigen. Und zwar haben wir tatsächlich jetzt erst mal die Protokollführung, die wir euch vorstellen möchten. Und wir möchten euch vorschlagen, Britta Büsio und Lara Miek für die Protokollführung zu wählen. Seid ihr im Raum? Könnt ihr kurz einmal kurz aufstehen? Da vorne sind sie. Ah, wunderbar. In meinem toten Winkel. Das heißt, wer die beiden zur Protokollführung bestätigen möchte, bitte einmal mit Ja die Hand heben. Sich jetzt melden. Wunderbar. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist das einstimmig. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, für die Antragskommission schlagen wir euch einmal Daniela Billig, Hanna Steinmüller und Lukas Bude vor. Wer stimmt für diesen Vorschlag zur Antragskommission? Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann haben wir diese Antragskommission beschlossen. Wunderbar. Als nächstes kommt die C-Kommission. Dort schlagen wir euch Philipp Bles und Lea Belzner vor. Auch im Raum. Wer dem zustimmen möchte, bitte jetzt die Karte hochheben. Wunderbar. Wer dagegen stimmt, bitte jetzt. Enthaltungen? Dann ist auch das einstimmig. Für die Beschlusskommission schlagen wir euch einmal vor Ina Rosenthal und Daniela Billig. Wer stimmt für diesen Vorschlag? Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann haben wir jetzt eine Beschlusskommission. Wunderbar. Dann haben wir natürlich auch noch die Mandatsprüfungskommission. Und dort schlagen wir Lars Büte und Giselle Orlowski vor. Wer dem zustimmen möchte, bitte jetzt das Handzeichen. Gegenstimmen, bitte. Enthaltungen, bitte. Auch dies ist einstimmig. Herzlichen Dank. Dann haben wir tatsächlich für alle jetzt die notwendigen Personen benannt. Und ich bitte euch einmal für diesen Einsatz um einen Applaus, dass die Leute sich hier alle so einsetzen. Herzlichen Dank, dass ihr das übernehmt. Wir haben dann ja auch noch eine Geschäfts- und Wahlordnung, nach der wir diese Sitzung hier gestalten. Aber auch die müssen wir einmal abstimmen. Und die liegt bei euch aus, beziehungsweise ist auch in den Unterlagen. Dann, bitte. Wer dieser Geschäfts- und Wahlordnung zustimmt, bitte einmal die Karte heben. Wunderbar. Nein, abgegenstimmen. Enthaltungen. Auch dies ist einstimmig angenommen. Wunderbar. Dann kommen wir laut Tagesordnung zu dem nächsten formalen Punkt, nämlich die Verfahrensvorschlag zur Behandlung der Dringlichkeitsanträge. Dazu hätten wir die Antragskommission, die uns das vorstellt. Ja, sorry. Es wurde gesagt, wir sollen heute für den schnellen Ablauf sorgen, damit auch alles noch behandelt werden kann. Im Namen der gesamten Antragskommission, wir sehen bei allen vier Dringlichkeitsanträgen die Dringlichkeit gegeben. Das heißt, wir müssten trotzdem einmal darüber abstimmen. Wer diese Dringlichkeit gegeben sieht und diese Anträge behandeln möchte im Laufe dieser Tagesordnung, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ein bisschen deutlicher. Ah, dann bitte Gegenstimmen. Enthaltungen. Dann ist das die Mehrheit. Die Dringlichkeitsanträge werden nach den V-Anträgen. Hinweis organisatorischer Art. Die Dringlichkeitsanträge werden nach den V-Anträgen auf der Tagesordnung eingeführt. Nach meiner Information in der Reihenfolge, wie sie hier stehen. Also es kommen erst die V-Anträge und dann die Dringlichkeitsanträge. Änderungsanträge zu den Dringlichkeitsanträgen können bitte schriftlich bis zur Schlussabstimmung des Leitantrags 2 abgegeben werden, und zwar bei der Technischen Antragskommission bei Jana und Christine, vorne neben der Bühne hier, dort in meinem toten Winkel. Bitte, wenn ihr Änderungsanträge habt, bitte macht es wirklich bis zum Ende des Leitantrags 2. Das ist noch einiges an Zeit, aber bitte gebt sie vorne dann schriftlich ab. Gut. Dann würden wir einmal noch über die Tagesordnung abstimmen, die euch vorliegt. Wer stimmt für diese vorliegende Tagesordnung? Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Tagesordnung beschlossen. Dann. Dann, genau. Begrüße ich Werner und bitte Werner auf die Bühne für die politische Rede. Liebe Freundinnen und Freunde, was für eine Partei. Wow. Über 9.000 Mitglieder jetzt hier in Berlin. 507 Änderungsanträge bei einem ganz normalen Landesparteitag. Beim letzten waren es 170. Und Diskussionen bei dem Antragstellendentreffen bis 1 Uhr in der Nacht. Ich danke allen, die so diszipliniert, so konstruktiv und so gut mitverhandelt haben. Wirklich herzlichen Dank. Wer heute wissen will, wo die wichtigen Zukunftsfragen behandelt werden, dem habt ihr damit die Antwort gegeben. Nämlich hier bei Bündnis 90 Die Grünen. Ganz konkret hier in diesem Saal. Und ich finde, wir können das auch zu Recht behaupten. Denn hier finden die Diskussionen der Zukunft statt. Wir diskutieren, wie wir unserer Verantwortung auch wirklich gerecht werden. Wie wir in und aus Berlin unseren Teil dazu beitragen, die Klimakrise noch abzuwenden. Wie wir Berlin ökologisch und sozial umbauen. Wie wir Armut bekämpfen und dafür sorgen, dass wirklich alle Kinder die gleichen Chancen haben. Wir bringen hier zusammen, was zusammengehört. Nämlich das Ökologische und das Soziale. Und wir führen hier die Debatten darüber, was noch zu tun ist, dass es das Morgen überhaupt noch gibt. Und dazu haben wir auch den Mut, noch das anzupacken, was in Zeiten der Klimakrise wirklich das einzig Richtige ist. Nämlich Berlin komplett umzubauen. Und zwar ökologisch und sozial. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, wer heute vernünftig ist, muss radikal handeln. Und nein, das meinen wir nicht als Drohung. Das meinen wir als Versprechen. Ein Versprechen auf eine gute, auf eine lebenswerte Zukunft. Denn eines ist auch klar. Hätte man auf uns Grünen vor 10, vor 20 oder vor 30 Jahren gehört, hätte man uns nicht ausgelacht. Hätte man uns nicht als Ökospinner abgetan. Wir müssten heute das Ruder nicht so hart herumreißen. Ja, ja, wunderbar. Hinterher weiß man immer mehr. Aber ehrlich, vielleicht fragen sich die anderen Parteien auch einmal, warum heute breite gesellschaftliche Schichten das einfordern, wofür wir seit 30, seit 40 Jahren kämpfen. Oder noch besser, vielleicht fragen Sie sich es nicht einfach. Vielleicht kommen Sie einfach herein und treten ein. Und wenn ich sage, dass hier heute die Zukunft besprochen wird, dann weiß ich, dass hier heute der heiße Scheiß passiert, dann sage ich das auch mit dem Wissen, dass nicht weit von uns entfernt der SPD-Parteitag ist. Ich sage das mit dem Wissen, dass Sie nicht ein einfaches Weiter so beschlossen haben. Aber ich sage das auch mit dem Wissen, dass Sie ganz schön lange die Zukunft verpennt haben. Und dass es auch nichts hilft, wenn man mal kurz ein paar gute grüne Ideen schlecht kopiert. Klimaschutz, Green New Deal, Feminismus, eine offene Gesellschaft, das können wir am besten. Und das ist grüne DNA. Liebe Freunde und Freunde, aber es geht nicht nur darum, radikal vernünftig zu handeln. Es geht eben auch darum, dass wir keine Angst davor haben, die wichtigen und entscheidenden Fragen auch anzupacken. Was wurden wir nicht geteert und gefedert für den Fünf-Mark-Beschluss? Was wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht als Subventionsprogramm für die erneuerbaren Energien abgetan? Was mussten wir uns anhören, als wir höhere Abgaswerte bei den Autos einführen wollten? Das würde die Industrie belasten. Heute wissen wir, wir hatten Recht. Aber davon können wir uns auch nichts kaufen. Die Solarindustrie ist schon aus Deutschland abgewandert. Und die deutsche Autoindustrie ist in einer tiefen Krise, weil sie die Neuzeit verpennt hat. Und wenn jetzt die Autoindustrie zu uns daherkommt und ihre steinzeitliche Frankfurter Leistungsschau mit ein wenig Greenwashing und nur mit ein wenig schönen Parolen von uns aufmotzen will, dann müssen wir sagen, wenn Sie von unserer Mobilitätswende, von unserem Kampf für die Flächengerechtigkeit, für unseren Kampf für eine bessere Radinfrastruktur und für einen modernen ÖPNV, wenn Sie davon profitieren wollen, dann müssen Sie sich grundlegend ändern. Wir wollen keinen alten, keinen neuen Wein in alten Schläuchen. Wir wollen Bio-Wein, vegan produziert, in Mehrwegflaschen. Und deshalb bauen wir Berlin auch um. Und wir haben damit erst begonnen, liebe Freundinnen und Freunde. Unser Ziel ist klar, wir wollen den öffentlichen Raum wieder für die Menschen zurückerobern. Es muss Schluss sein mit dem Recht des Stärkeren im Straßenverkehr. Gerade mal ein Drittel der Wege wird in Berlin mit dem Auto zurückgelegt. Aber im öffentlichen Raum nehmen Sie fast alles ein. Da geht uns ein Licht auf und darum werden wir das auch ändern. Die Frage ist nicht, ob die Autos weniger Platz bekommen. Die Frage der Zukunft ist, was wir mit diesem Platz tun. Wo pflanzen wir Bäume? Wo schaffen wir neue Grünflächen? Wo neue Erholungsflächen? Wo Abstellflächen für die neuen Leihangebote? Wo sollen Radschreifen entstehen? Wo ein Fußgängerweg? Und wo wollen wir neue Stadtplätze? Die anderen diskutieren das ob. Sollen sie? Wir sind da schon weiter. Wir diskutieren das wie. Weniger Autos, eine City-Maut, mehr Investitionen in Bus und Bahn. Ja, auch die Abgabe von Touristinnen. Und Parkplätze zu lebenswertem Lebensraum zu gestalten. Das mag für den einen oder anderen radikal klingen. Aber für uns ist das nur vernünftig. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir weniger Autos in unseren Städten wollen, dann brauchen wir aber auch eine verlässliche und bezahlbare S-Bahn für die Menschen in Berlin und Brandenburg. Und wir brauchen keine privatrechtlich organisierte S-Bahn, der es in erster Linie nur darum geht, möglichst hohe Gewinne an die Deutsche Bahn zu überweisen. Auf Kosten der Qualität und auf Kosten der Fahrgäste. Deshalb ist es auch richtig, dass Berlin neue Wägen anschafft und diese Wägen auch selber besitzt. Und um das hier einmal ganz klar und deutlich zu sagen. Wir haben nichts gegen die Deutsche Bahn. Sie hat sogar gute Chancen. Sie hat gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen, wenn sie ein Angebot formuliert, das im Interesse der Berliner Fahrgäste ist und im Interesse des Berliner Landeshaushaltes und nicht für Millionengelder für die Deutsche Bahn. Und deshalb werden wir auch keine Ausschreibung mehr machen, die nur auf einen einzelnen Anbieter zugeschnitten wurde, auf die sich sonst niemand bewerben kann. Ja, wie sieht das dann aus? Dann sitzt man am Tisch und verhandelt über den Preis. So holt man doch nicht das Beste für Berlin heraus. Und so verhindert man auch keine neue S-Bahn-Krise, die wir doch 2019 schon hatten. Wir müssen Berlin hier wieder handlungsfähig machen. Und genau das stellen wir auch wieder her. Und dafür auch mal einen Riesendank an Regine Günther, denn du hast hier viel aushalten müssen in letzter Zeit, dass du Berlin hier wieder fit machst. Danke sehr. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich sage, wir diskutieren hier die harten Fragen der Zukunft, dann heißt das auch, dass wir das heiße Eisen BER mal anfassen. Und da kann es als Grüne Antwort, als eine Antwort für die Zukunft nur eine Antwort geben. Wir wollen nicht mehr Flugverkehr. Wir wollen weniger. Wir wollen vor allem Kurzstreckenflüge und Inlandsflüge unnötig machen. Wir wollen, dass das Fliegen nicht mehr staatlich subventioniert wird. Wer fliegt, muss endlich den wahren ökologischen Preis zahlen. Und das darf kein Goodwill sein. Kein gönnerhaftes ökologisches Gewissensgut machen. Sondern das muss verbindlich werden. Und wenn wir sagen, wir wollen weniger Flugverkehr, dann heißt das auch, dass wir die Flughäfen nicht immer weiter ausbauen dürfen. Wir müssen hier die Kapazitäten begrenzen. Und das werden wir in Berlin auch weiter forcieren. Und natürlich müssen wir auch Alternativen zum Flugverkehr stärken und ausbauen. Dass es bis heute keine Nachtzüge mehr gibt von Berlin nach Paris, nach Wien oder nach Kopenhagen, das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich will endlich meine Augen schließen, ein Schläfchen halten und wenn ich dann aufwache, mich recke und strecke, mir denken, huch, der Eiffelturm, schon da. Liebe Freunde und Freunde, und ich weiß, jetzt kommt meist der Vorwurf, das ist so ungerecht, dann können doch nur noch die Reichen fliegen, nur noch die Reichen Autofahren, nur noch die Reichen das Schnitzel essen. Aber das ist doch vollkommen absurd. Das tut ja so, als ob der Klimawandel keine negativen sozialen Folgen hätte. Das tut doch so, als ob man nur eine Frage auf einmal lösen kann. Ja, wir sind doch hier nicht beim Glücksrat. Das ist vollkommener Quatsch. Denn gerade der Klimawandel ist zutiefst unsozial. Der Klimawandel beeinträchtigt das Leben der zukünftigen Generationen. Und die Menschen im globalen Süden spüren Klimawandel schon täglich hautnah. Und wer wohnt denn an den Schlimmsten mit Feinstaub, mit Giftgas, belasteten Straßen? Das sind doch die Menschen mit dem kleinen Geldbeutel. Ja, der Kampf gegen den Klimawandel kostet Geld. Das stellt keiner in Frage. Aber die Frage, die wir stellen müssen, ist, wer soll das bezahlen? Und wie wollen wir das einnehmen? Das ist die Zukunftsfrage. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schnellstmöglich einen wirklich wirkungsmächtigen CO2-Preis einführen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir die soziale Frage und die Frage auch mit der Klimafrage beantworten. Und dass wir die Frage der Umverteilung von oben nach unten gleichzeitig mit anpacken. Und das tun nur wir im Augenblick. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wir in Berlin müssen dazu unseren Beitrag leisten. Und auch das tun wir bereits. Wir haben das Sozialticket für den öffentlichen Personennahverkehr erheblich gesenkt. Die Schülerinnen und Schüler fahren jetzt bereits kostenlos. Und es ist auch eine grüne Wirtschaftssenatorin, die den Landesmindestlohn auf 12,51 angehoben hat. Danke. Es ist eben vernünftig, das Soziale und das Ökologische gemeinsam anzugehen. Und es ist nur noch traurig, dass andere das sogar als radikal ansehen. Liebe Freundinnen und Freunde, weil wir das tun, das Ökologische und das Soziale zusammen, deshalb haben wir auch für den Mietendeckel gekämpft. Wir stehen geeint und wir stehen auch gegen dahinter das geeinten Modell, weil wir es gut sind für die Menschen. Und wir greifen hier auch bewusst in den Markt ein, weil ein immer höher, immer schneller und immer weiter nur zu einer Blase führt. Weil es vernünftig ist einzugreifen, wenn der Markt radikal durchdreht. Liebe Freundinnen und Freunde, Wohnungen sind eben nicht für Aktiengesellschaften, nicht für Hedgefonds und nicht für Briefkastenfirmen da, sondern für die Berlinerinnen und Berliner Mieter. Und dafür müssen wir kämpfen. Aber die Wahrheit ist auch, ein grüner Mietendeckel würde ein bisschen anders aussehen. Darum haben wir ja auch so viele Tage verhandelt. Und ja, wir haben bei dem Spiel Werpo Sound immer die härtesten Forderungen während den Verhandlungen nach außen nicht mitgespielt. Und ich fand das und finde das nach wie vor richtig. Denn wenn alle ganz oben auf dem Baum sind, dann braucht es auch eine Stimme der Vernunft, die alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und das waren wir, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben gekämpft, dass der Mietendeckel die gemeinwohlorientierten Vermieter nicht bestraft, aber denen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten jeden Cent aus den Mietern herausgepresst haben, einen Riegel vorschiebt. Deshalb haben wir für den Inflationsausgleich gekämpft, den sogenannten da atmenden Deckel von unten. Und wäre es nach uns gegangen, ja, dann hätte dieser Inflationsausgleich auch schon früher kommen können. Und wir haben besonders auch für die Genossenschaften gekämpft. Denn für uns, für uns sind die Genossenschaften ein Garant für den gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt. Deshalb wollen wir sie auch weiter vom Deckel ausnehmen. Und deshalb werden wir auch weiter nach Lösungen suchen, wie das funktionieren kann. Denn wir sind überzeugt, wir brauchen die Genossenschaften. Und wir brauchen alle anderen gemeinwohlorientierten Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Wir wollen, dass gerade Sie es sind, die die neuen Wohnungen bauen. Und dafür brauchen Sie auch Grundstücke zu leistbaren Konditionen. Und dafür müssen wir das Förderprogramm für Sie auch umstricken, dass es wirklich nutzbar wird. Denn wir wollen eben nicht nur den Anteil des öffentlichen Eigentums am Wohnungsmarkt steigern. Nein, für uns ist es entscheidend, dass auch der Anteil der gemeinwohlorientierten Vermieter deutlich steigt in nächster Zeit. Wien ist da für uns ein schillerndes Vorbild. Und keine Angst, ihr müsst nicht gleich wienerisch sprechen. Aber wienerisch wohnen, das wollen wir schon. Liebe Freunde und Freunde, der Mietendeckel kann zwar nicht die Klimawende im Gebäudesektor bringen. Das zu verlangen, wäre auch unfair. Aber wir haben dafür gekämpft, dass die ökologische Modernisierung weitergeht. Aber gleichzeitig das Herausmodernisieren von Mieterinnen beendet wird. Und dass vor allem in Zukunft nur noch Maßnahmen ergriffen werden, die wirklich ökologisch sinnvoll sind. Wer das Fischpaket rausreißt, wer goldene Klingelknöpfe anbringt, oder wer Video-Gegensprechanlagen einbaut, der tut nichts für die Umwelt. Und deshalb muss das auch nicht weiter gefördert werden. Und deshalb ist es richtig, dass wir die Positivliste nun erarbeiten. Doch wir brauchen auch mehr Fördergeld für die ökologische Sanierung. Wir müssen hier draufpacken, damit eben nicht nur der Mieter weiter zahlt, damit wir eine faire Verteilung der Kosten bekommen. Denn nur so geht das ökologisch und sozial zusammen. Und noch was, ganz ehrlich, uns muss in der Wohnungspolitik keiner etwas vormachen. Wir Grüne hatten den Mut, das Vorkaufsrecht als starkes Instrument zu installieren. Und wir werden dafür kämpfen, dass wir dieses Vorkaufsrecht auch weiterhin nutzen und damit Stück für Stück unsere Stadt zurückbekommen. Und da danke ich ganz explizit unseren Stadträten, Dass sie so viel Mut haben, hier immer wieder voranzugehen und aufs Neue immer wieder neue Wege ausprobieren. Dass sie auch versuchen, die Genossenschaften mit einzubringen. Und ja, das ist nicht immer einfach. Das ist auch mal riskant. Aber wer, wenn nicht wir, sollte den Mut haben, auch diese Wege mal zu gehen. Und auch Robin Hood. Robin Hood war nicht beliebt bei den englischen Königen. Aber wenn wir nicht ein bisschen Rebellentum haben, dann bringen wir die Verhältnisse nie zum Tanzen. Liebe Freundinnen und Freunde, eine Sache noch, die mir sehr persönlich am Herzen liegt. Vor kurzem wurde der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes die Gemeinnützigkeit durch ein Berliner Finanzamt entzogen. Es wurde ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen, weil sie in einem Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes vorkam. Ich will das so nicht hinnehmen. Es darf nicht sein. Geheimdienste und Finanzämter dürfen nicht entscheiden, wer sich politisch engagiert. Wir müssen hier aus Berlin heraus die Regeln ändern. Und da erwarte ich von dem Senat eine Bundesratsinitiative. Das ist meine Forderung. Denn der Kampf gegen Faschismus ist ein Kampf für das Allgemeinwohl. Wir dürfen es wirklich nicht zulassen, dass die Gemeinnützigkeit zu einem Schwert wird, das gegen politisch Aktive instrumentalisiert wird. Was ist denn das für eine Logik, wenn Attac die Gemeinnützigkeit entzogen bekommt, weil sie zu politisch sind? Was ist das für eine Logik, wenn die CDU fordert, der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, weil sie Recht und Gesetz einklagt? Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir diesen notwendigen Organisationen jetzt mundtot machen? Das ist doch nur der feuchte Traum der AfD. Aber da träumen wir nicht mit. Und ich bin wirklich froh, dass Dirk, unser Antidiskriminierungssenator, hier einen ganz anderen Weg geht und auch die Fraktion da dabei ist. Wir haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus aufgelegt. Wir stärken die Quere Community. Wir fördern lesbische Sichtbarkeit. Wir setzen die Initiative für sexuelle Vielfalt um. Berlin wird auch Vorreiterin bei der Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, um wirkungsvoll Antischwarzen Rassismus zurückzuweisen. Und wir wollen, dass das Landesantidiskriminierungsgesetz endlich kommt. Wir wollen hier keine Ausreden mehr hören. Wir wollen es endlich beschließen. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, zurzeit sind wir da medial der heiße Scheiß. Aber das ist nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass wir die Kraft sind, die die wichtigen Fragen der Zukunft anpackt. Dass wir es uns trauen, Lösungen vorzuschlagen, die auch mal wehtun, aber bitter nötig sind. Für den einen, für den einen mag das radikal sein. Für die anderen ist das vernünftig. Für mich, für mich ist es beides. Und genau, weil wir uns beides trauen, deshalb spielt in Wirklichkeit heute hier die Musik. Danke. Applaus Applaus Vielen Dank, Werner. Wir wollten der Transparenz halber noch mal darauf hinweisen, es gab einen Einwurf in die Boxen. Für die politische Rede sind aber keine Rückfragen vorgesehen. Wir sagen euch dann noch rechtzeitig Bescheid, wenn ihr euch für die Debatte hier einwerfen könnt. Damit kommen wir auch zu Top 3, dem Leitantrag L01 zum Thema Kinderarmut. Ich würde euch einmal das Verfahren für die Debatte vorstellen. Und zwar soll es 16 geloste Redebeiträge geben, a 3 Minuten, und 3 gesetzte Redebeiträge, a 5 Minuten. Und dann haben wir einmal noch die Einbringung, a 10 Minuten. Seid ihr mit diesem vorgeschlagenen Verfahren so einverstanden? Dann würde ich euch einmal um das Handzeichen bitten. Ja, vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Da gibt es ein paar Enthaltungen. Vielen Dank. Natürlich werden die Debattenbeiträge, die Redebeiträge quotiert, selbstverständlich. Genau, dann könnt ihr euch ab jetzt in diese Boxen einwerfen. Wir haben einmal eine Box für Frauen und einmal eine offene Box. Und genau, die Antragskommission wird dann nach der Debatte noch das Verfahren für die Änderungsanträge vorstellen. Und jetzt würde ich Nina einmal auf die Bühne bitten, zur Einbringung dieses Leitantrags. Danke, Philipp. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn man so eine Einbringungsrede hält, dann möchte man gerne die Leute überzeugen. Ich möchte euch mitnehmen. Und so etwas gelingt ja besonders gut, wenn man eine persönliche Geschichte erzählt, eine Geschichte, die irgendwie außergewöhnlich ist, die lustig ist, eine Geschichte, die betroffen macht. Ich habe 15 Jahre lang ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Ich habe als Lehrerin einiges erlebt. Und diesen Sommer haben wir eine Tour zum Thema Kinderarmut gemacht. Ich kann euch da wirklich eine Menge Geschichten erzählen. Und ich sage euch, jede einzelne macht betroffen. Und trotzdem werde ich euch heute keine davon erzählen. Denn heute geht es hier nicht darum, dass ich eine gute Rede halte. Heute geht es hier nicht darum, dass irgendwie ihr dolle betroffen seid. Heute geht es darum, dass wir endlich, endlich etwas ändern. Am 20. November vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Seit 30 Jahren haben Kinder verbrieft von der UN das Recht auf Teilhabe und Selbstverwirklichung, auf Bildung, auf beste Gesundheitsversorgung, auf eine sichere Wohnung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und auch heute, 30 Jahre danach, werden viele dieser Rechte hier in Deutschland immer noch missachtet. Das ist wirklich eine traurige Bilanz. Und eines der größten Hindernisse, das ist eben die Kinderarmut. Ich will euch das an ein paar Beispielen deutlich machen. Beispiel Bildung. Ausgerechnet in den Stadtteilen, wo besonders viele arme Menschen wohnen, arme Familien. Ausgerechnet hier sind die Schulabschlüsse schlechter. Ausgerechnet hier ist die Schulabbrecherinnenquote besonders hoch. Aber liebe Leute, das liegt doch nicht daran, dass die Kinder hier dümmer sind. Nein. Das ist so, weil ausgerechnet hier die Bildungsqualität schlechter ist. Weil ausgerechnet hier die meisten Quereinsteigerinnen in den Schulen sind. Und weil ausgerechnet hier der Unterricht häufiger ausfällt. Liebe Leute, wie sollen die Kinder denn sonst so zu einer guten Ausbildung kommen, zu einem Studium, um sich selbst den Weg aus der Armut zu eröffnen? In welche Familie hinein du geboren bist, das entscheidet noch viel zu sehr, wie dein Lebensweg aussehen wird. Armut setzt sich über Generationen fort. Liebe Freundinnen und Freunde, das müssen wir ändern. Oder Beispiel Gesundheit. Wenn wir gleich über den Klimaantrag reden, da wird es auch um Verkehr gehen. Aber bei Verkehr geht es eben nicht nur ums Klima. Bei Verkehr geht es auch um Kinderrechte. Werner hat das eben schon gesagt. An den Straßen, da wo besonders viel Feinstaub ist, da wohnen natürlich die Familien, die sich nichts anderes leisten können. Wer wenig Geld für Miete hat, der bekommt die chronische Lungenerkrankung noch kostenlos obendrauf. Das kann doch wohl nicht wahr sein, liebe Leute. Deshalb kämpfen wir für weniger Verkehr und dafür, dass alle genug für eine anständige Wohnung haben. Und überhaupt, das Beispiel Wohnen. Jedes Kind hat das Recht auf eine sichere Wohnung. Und trotzdem werden in Berlin pro Jahr 5000 Wohnungen zwangsgeräumt. Darunter auch verdammt viele Familien. Es gibt in Berlin eine einzige, eine einzige Notunterkunft für wohnungslose Familien. Dass so eine Unterkunft überhaupt notwendig ist, das ist schon ein Armutszeugnis an sich. Aber dass sie bei weitem nicht ausreicht und immer wieder Familien abgewiesen werden, das macht mich wirklich sprachlos. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Familien ihre Wohnung nicht mehr verlieren und rechtzeitig die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Liebe Freundinnen und Freunde, in unserem Leitantrag zeigen wir auf, wie wir der Kinderarmut begegnen und sie beenden können. Dazu setzen wir auf drei Ebenen an. Wir wollen Kinder materiell besser eigenständig absichern. Wir wollen die institutionelle Förderung und Begleitung von Familien verbessern. Und wir wollen drittens die bürokratischen Hürden abbauen. Familienförderung in Deutschland braucht dringend eine Reform. Zu viele unterschiedliche Leistungen, zu unübersichtlich und vor allem zutiefst ungerecht. Ausgerechnet die, die am wenigsten Geld haben, profitieren auch am wenigsten von diesen staatlichen Leistungen. Ich kann nicht akzeptieren, dass Familien, die von Hartz IV leben, faktisch vom Kindergeld ausgeschlossen sind. Das geht so nicht weiter, liebe Leute. Mit dem Konzept der grünen Kindergrundsicherung wollen wir all diese unterschiedlichen Leistungen zusammenfassen und dafür sorgen, dass alle Kinder genug zum Leben haben. Sie hilft allen Familien und deshalb bin ich froh, dass unsere Bundestagsfraktion das vorgelegt hat. Und jetzt ist es an der GroKo endlich mal zu zeigen, ob sie es ernst meinen mit der Unterstützung für Familien oder ob das nur Sonntagsreden sind. Aber weil das die Bundesebene ist und wir sind hier in Berlin. Rot-Rot-Grün hat mit dem kostenlosen Schulessen, mit der kostenlosen Kita, dem kostenlosen ÖPNV dafür gesorgt, dass alle Familien entlastet werden. Dass die Qualität darunter nicht leiden darf. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und davon profitieren natürlich auch die Familien, die von Armut betroffen sind. Gerade bei denen, wo die Hürden für das Bildungs- und Teilhabepaket zu hoch sind, oder bei den Familien, die in verdeckter Armut leben, helfen wir hier direkt und unbürokratisch. Für schnelle und unbürokratische Hilfe, das wollen wir insgesamt in der Verwaltung. Daran arbeiten wir weiter und besonders für Familien, die in Armut leben, ist das besonders wichtig. Sie sind auf staatliche Leistungen oft angewiesen und dann müssen Sie die auch schnell bekommen. Und damit Eltern nicht mehr von Pontius zu Pilatus rennen müssen, um das Kindergeld hier, das Wohngeld dort und dann das Elterngeld an der dritten Stelle zu beantragen, wollen wir Familienbüros in allen Bezirken, wo man das gebündelt machen kann und am besten dann noch mit einem Antrag. Und um Kinderarmut wirklich wirksam zu bekämpfen, ist Prävention das entscheidende Mittel. Deshalb freue ich mich, dass wir hier mehr investieren, dass die Fraktion beispielsweise das Flexi-Budget schon durchgesetzt hat, womit Kindern und Jugendlichen... Danke, Antje. Habt ihr gut gemacht. Womit... Da wird Kindern und Jugendlichen den Zugang frühzeitig zu gezielten Hilfen ermöglicht, bevor überhaupt die formalen Hilfen zur Erziehung nötig werden. Und wir brauchen eine Unterstützung bereits in der Schwangerschaft und von Geburt an. Dann können Krisen verhindert werden, bevor sie entstehen. Und wir wollen dringend die aufsuchende Familienarbeit wieder ausbauen, weil das ein großer Schritt Richtung präventiver Familienhilfe wäre. Und es ist kein Geheimnis, Kinder sind da arm, wo die Eltern arm sind. Deshalb brauchen Eltern Arbeit, von der sie leben können. Und deshalb muss sich auch die Arbeitswelt ändern. Wir brauchen Ausbildungsmöglichkeiten in Teilzeit und wir müssen es möglich machen, dass Eltern begrenzt in Teilzeit gehen, ohne Angst zu haben, deshalb ewig in der Teilzeitfalle zu sitzen. Stichwort Rückkehrrecht in Vollzeit, das brauchen wir jetzt wirklich dringend. Und wer arbeitet, der braucht eine Kita mit Öffnungszeiten, die auch zum Job passen. Eltern, die im Schichtdienst bis 20 Uhr arbeiten, denen nützt die Kita, die um 17 Uhr schließt, relativ wenig. Verlängerte Kita-Öffnungszeiten sind aber nur ein Baustein. Denn die alleinerziehende Krankenschwester wird ihr Kind sicher nicht während der Nachtschicht über Nacht in der Kita lassen wollen. Berlin hat dafür den mobilen Kinderbetreuungsservice, aber kaum einer kennt den. Wir müssen ihn dringend bekannter machen und viel, viel leichter zugänglich. Und viele Kinder- und Jugendeinrichtungen, Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser leisten jetzt schon einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen Kinderarmut. Wir haben einige dieser Einrichtungen besucht im Rahmen der Sommertour und es war wirklich beeindruckend, mit wie viel Herzblut die Menschen, die dort arbeiten, sich für Kinder und Jugendliche engagieren. Einer von Ihnen ist auch hier, ich habe ihn schon gesehen, Eckart Baumann, schön, dass du da bist. Der wird uns da gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Herzlich willkommen. Aber ich habe viel zu oft gespürt, dass die Menschen, die hier arbeiten, die sich wirklich aufopfern für diese Kinder, selber auf dem Zahnfleisch gehen. Unsichere Finanzierung der Einrichtungen, immer nur ein Projektvertrag nach dem nächsten, das führt zu Unsicherheit und Frust. Und deshalb müssen wir hier endlich für längerfristige Finanzierung dieser Einrichtung und ihrer Mitarbeiterinnen sorgen. Liebe Leute, ihr seht, es braucht ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um die Kinderarmut wirklich wirksam zu bekämpfen. Ich danke ausdrücklich allen, die geholfen haben, an diesem Antrag mitzuarbeiten und die Ideen zu entwickeln. Aber es braucht noch mehr als das, was wir hier aufgeschrieben haben. Ihr habt es vielleicht an der Vorberichterstattung gesehen oder generell, wenn ihr mal in die Medien guckt. Das Thema Kinderarmut spielt nicht wirklich eine wichtige Rolle. Und wenn ich einmal kritisch anmerken darf, so sehr ich mich darüber freue, dass Werner sehr viel mehr Änderungsanträge hatte, als ich meinen Abend war Montag schon um halb zwölf vorbei, aber auch bei uns, verglichen, wie viele Änderungsanträge es zum Klimaantrag gab und wie viele hier zum Kinderarmutsantrag, dann heißt das, bei uns ist scheinbar auch dieses Thema nicht ganz so wichtig. Ich will diese Themen nicht gegeneinander ausspielen, denn Werner hat es gesagt, eines geht nicht ohne das andere. Wir brauchen beides. Und deshalb wünsche ich mir, dass auch bei uns dieses Thema endlich noch mehr Relevanz bekommt. Dafür können wir heute den Start machen. 180.000 Kinder in Berlin, das können und das dürfen wir nicht ignorieren. Nicht nur, weil diese Kinder ein Recht auf Teilhabe haben, sondern auch, weil wir als Gesellschaft diese Kinder nicht verloren geben dürfen. Wenn Kinder von klein auf das Gefühl vermittelt bekommen, du gehörst hier nicht dazu. Was denkt ihr eigentlich, wie die später zu Demokratie und Teilhabe stehen? Es ist unsere Verantwortung, all diesen Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ihr Lieben, ich habe vorhin gesagt, die Geschichten zu Kinderarmut machen Betroffenen. Ich will eure Betroffenheit nicht. Und die Kinder da draußen, die wollen eure Betroffenheit auch nicht. Betroffenheit hilft uns nicht. Was uns hilft, das will ich. Ich will, dass wir alle, genau wie wir das fürs Klima schaffen, dass wir alle endlich unseren Arsch hochkriegen, dass wir heute hier rausgehen, dass wir nicht mehr einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir mit Nachdruck da draußen dafür kämpfen, dass wir endlich dafür sorgen, dass alle, alle Kinder das bekommen, was sie brauchen, nämlich endlich für alle gute Startchancen in ihr Leben. Vielen Dank, Nina, für die Einbringung. Ich begrüße noch ganz herzlich Rahel Zalé, Fraktionsvorsitzender der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen. Und dann machen wir weiter mit den gelosten Redebeiträgen. Wir haben jetzt den ersten Block von vier gelosten Redebeiträgen gelost. Und zwar können sich bereit machen André Schulze aus dem KV Neukölln, Stefanie Remlinger aus dem KV Pankow, Taylan Kurt aus dem KV Mitte und Petra Vandrey aus dem KV Charlottenbock-Wilmersdorf. Genau, ihr könnt euch auch gerne noch in die Boxen einwerfen. Wir ziehen dann gleich noch weitere. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Nina hat es gerade gesagt, manchmal fliegt das Thema Kinderarmut ein wenig unter dem Radar. Und deswegen bin ich dem Landesvorstand auch sehr dankbar, dass er das hier heute direkt als erstes Thema auf der Landesdelegiertenkonferenz gesetzt hat. Und von den guten und vielfältigen Forderungen, die in diesem Antrag genannt sind, will ich mir einen Bereich rausnehmen, nämlich die Arbeit der Nachbarschaftsheime und Familienzentren vor Ort in den Kiezen. Diese Arbeit ist ganz elementar dafür, dass es Zusammenhalt und ein gemeinschaftliches Kennenlernen in der Nachbarschaft gibt. Und eben gerade auch, um allen Kindern in der Stadt eine Chance auf Teilhabe zu bieten, da sie dort Angebote begegnen, die sie sonst in ihrem Lebensalltag und vielleicht von ihrem Elternhaus nicht die Möglichkeiten zu haben. Und über diese Kinder erreichen wir gerade häufig auch die Eltern und können dort Unterstützung und Angebote geben, wo sie benötigt werden. Sei es Miet- oder Sozialberatung, Familienbildung oder einfach durch regelmäßigen Austausch mit anderen Eltern im Kiezcafé. An vielen Standorten finden diese Angebote bereits heute vernetzt statt. Und durch die Mittel des Förderprogramms Stadtteilzentren konnte diese Vernetzung auch weiter ausgebaut werden. Aber es gibt deutliche Probleme in der Finanzierung der Einrichtungen, die eine nachhaltige Arbeit erschweren. Hier setzt der Leitantrag mehrere wichtige Aspekte, wo ich auf zwei eingehen will. Erstens ist es die starke Abhängigkeit vieler Einrichtungen von kurzfristiger Projektfinanzierung, die eine Vielzahl von Problemen schafft. Mitarbeiterinnen wissen teilweise bis in den Januar hinein nicht, ob ihre Verträge verlängert werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind heute am 7. Dezember und Menschen, die eigentlich über Jahre in derselben Einrichtung arbeiten, wissen gerade noch nicht, wie ihr Arbeitsvertrag für den Januar aussieht und ob sie dort weiterarbeiten können. Dies schürt natürlich Unsicherheit unter den Mitarbeiterinnen und führt häufig auch zu einer hohen Personalfluktuation. Sobald ein anderes Angebot vorliegt, verlassen die Mitarbeiterinnen die Einrichtungen. Außerdem die ständige Notwendigkeit der Beantragung neuer Projekte mit neuen Projektansätzen, die Innovationen enthalten sollen, bindet Arbeitszeit, die nicht für die eigentliche pädagogische Arbeit zur Verfügung steht. Langfristige Regelarbeit muss auch langfristig finanziert werden, denn nur so können wir dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen die notwendige Sicherheit haben, um gute Arbeit zu leisten. Zweitens ist es aber auch notwendig, da, wo Gelder fließen, einen ausreichenden Anteil an Verwaltungskosten für die Träger vorzusehen. Denn jedes Angebot, egal ob im Kinder- und Jugendbereich oder der Nachbarschaftsarbeit, braucht dieses Geld, um nachhaltig die Trägerinfrastruktur aufrechtzuerhalten. Eine Umfrage unter freien Trägern hat ergeben, dass die Kosten bei 12 bis 15 Prozent der Projektkosten liegen. Finanziert wird heute nicht einmal die Hälfte. Und diese Diskrepanz geht wieder auf die Kosten der Mitarbeitenden, in dem Teil beispielsweise die Bezahlung unterhalb des TVLs liegt. Kurz gesagt, wer gute und nachhaltige Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit will, von der insbesondere Kinder und Jugendliche profitieren, braucht auskömmliche und nachhaltige Finanzierung. Vielen Dank, André. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Gespräche gerne auf der Terrasse oder im Vorraum geführt werden können, aber nicht in dieser Lautstärke hier in diesem Saal. Das wäre einfach nett für alle Rednerinnen, die hier vorne eine Rede vorbereitet haben und die halten. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten gelosten Redebeitrag von Stefanie. Liebe Freundinnen und Freunde, also Rede vorbereitet ist ein bisschen übertrieben, aber einen Punkt wollte ich rüberbringen. Kinderarmut ist auch Bildungsarmut. Und Ziel unserer grünen Kinder- und Jugend- und Bildungspolitik war immer, dass Kinder sich gut entwickeln können in ihren Familien, dass sie ihren Weg gehen können. Grüne Kinder- und Jugend- und Bildungspolitik ist Empowerment-Politik. Und zu diesem Empowerment gehört eben, dass man irgendwann zum Beispiel so weit ist, sich zu ertrauen, sich hochzugehen und eine Rede zu halten, sich ausdrücken zu können. Aber ihr Lieben, ich sage euch, dass die Wissenschaft uns sagt, dass ein Kind in benachteiligten Familien bis zum Alter von drei oder bis vier Jahren zwischen vier und 30 Millionen Wörter weniger gehört hat als Kinder aus Bildungsfamilien. Und ich muss euch nicht sagen, was das für eine gravierende Benachteiligung ist, wenn man daran denkt, wie man seinen weiteren Weg geht, wie man auch Konflikte austrägt, wie man für sich einstehen kann und wie man auch bildungstechnisch erfolgreich sein kann. Und ich will, dass jedes Kind in dieser Stadt mindestens drei Sprachen spricht. Seine eigene, die Bildungs- und die Verkehrssprache. Ich will, dass sie ihre Herkunftssprachen sprechen oder sonst eine der vielen schönen Sprachen in der Welt. Und ich will, dass sie eine nonverbale Sprache sprechen können, dass wir kulturelle, literarische, musische Ausdruckssprachen zum Leben bringen, gerade auch bei diesen benachteiligten Kindern und Familien. Und ihr Lieben, weil ich das will, weil ich weiß, dass wir das wollen, haben wir über eineinhalb Jahre dieses schöne, unhandbare Wort Flexi-Budget entwickelt. Denn wir brauchen neue Instrumente, kreativere, neue Finanzierungsinstrumente, um neue Wege aufzubauen. Wir brauchen Umgangscafés, wir brauchen mehr aufsuchende Arbeit. Aber ich habe das auch mit an den Start gebracht, um diese Empowerment-Politik voranzubringen. Und ihr Lieben, wenn wir heute diesen Leitantrag beschließen, dann könnt ihr des guten Gewissens tun. Denn wenn wir nächsten Donnerstag den Haushalt beschließen, stehen für diese flexiblen Finanzierungsinstrumente 10 Millionen Euro im Haushalt. Und das will ich dann mit euch in den Bezirken konzeptionell entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Dann ist jetzt Teil an dran. Liebe Freundinnen und Freunde, meine erste Begegnung mit einem entfernten Verwandten von uns Grünen hatte ich im Alter von vier Jahren. Ich wollte ein Eisbären als Kuscheltier, aber meine Mutter hatte das Geld nicht. Denn das Geld, das war immer knapp bei uns. Und ich bewundere meine Mutter noch bis heute, wie sie es geschafft hat, als Alleinerziehende zwei Kinder über die Runden zu bringen, für ihre Hartnäckigkeit und für ihr Talent. Das sind Vorbilder in unserer Gesellschaft. Wer als Kind in Armut aufwächst, lernt vor allen Dingen zu verzichten. Und wer permanent verzichtet, stellt nicht mehr die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt, sondern wird entmutigt. Wer aber entmutigt wird, kann sich nicht in unserer Gesellschaft frei entfalten und Teil von ihr sein. Aus diesen einfachen Verhältnissen den eigenen Weg im Leben zu gehen, erfordert Mut, Anstrengung und Kraft, weil dieser Weg steinig ist. Die, die diesen Weg aber nicht gehen konnten, das wagen viele meiner Altersgenossen aus meinem Kiez. Und die, die vergesse ich nicht. Es sind insbesondere Kinder, die und deren Eltern einen sogenannten Migrationshintergrund haben und oder deren Eltern Alleinerziehende sind, die in Armut leben in unserer Stadt. Denn wer einen Migrationshintergrund hat und arm ist, beziehungsweise eine Alleinerziehende Mutter oder einen Alleinerziehenden Vater hat, bei dem explodiert das Armutsrisiko, weil es sich potenziert. Und diese Menschen, diese jungen Leute, diese Kinder, die laufen den Marathon des Lebens aus einer schlechteren Startposition heraus. In Morbid, da wo ich herkomme, sind bis zu 70 Prozent aller Kinder arm. In Wedding, in Gesundbrunnen, in Kreuzberg, in Neukölln, in Spandau, in Lichtenberg, in Marzahn-Hellersdorf sieht es in vielen Ecken nicht anders aus. Die Kinder an diesen Kiezen, sie wachsen in Armut auf, weil ihre Eltern kein Geld haben. Aber auch, weil ihre Eltern nicht über das kulturelle und soziale Kapital verfügen, die formellen und die informellen Zugänge in unserem Bildungswesen zu kennen. Und, weil diese Kinder oftmals auch alltäglichen Diskriminierung ausgesetzt sind. Und deshalb dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass wir den Kampf gegen Armut nur dann erfolgreich führen können, wenn wir auch zeitgleich immer den Kampf gegen Rassismus und strukturelle Diskriminierung mit den People of Color zusammenführen. Lass mich abschließend die Zeit rennt noch eine Sache sagen. Nina hat es schon gesagt, nicht die Kinder sind arm, sondern die Eltern. Und deshalb ist es nicht nur die Aufgabe, eine Kindergrundsicherung einzuführen, es ist auch die Aufgabe, gegen die soziale Ungleichheit in dieser Gesellschaft zu kämpfen. Denn es kann nicht sein, dass es Kinder gibt, die reich geboren werden und die soziale Herkunft darüber entscheidet, welchen Lebensweg man geht. Da muss mehr passieren. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Thailan. Während des nächsten Redebeitrags würden wir die nächsten Fragen ziehen. Ja, Redebeiträge. Ja, sorry, genau. Redebeiträge ziehen. Genau, und jetzt ist erstmal Petra dran. Liebe Freundinnen und Freunde, zunächst einmal freue ich mich sehr, dass ich heute hier auf unserem grünen Parteitag das erste Mal sprechen kann in meiner neuen Funktion als rechtspolitische Sprecherin unserer grünen Abgeordnetenhausfraktion. Zu diesem Thema Kinderarmut spreche ich aber als Sprecherin der Arbeitsgruppe Kinder, Jugend und Familie und freue mich als solche ganz besonders, dass dieses wichtige Thema Kinderarmut hier so einen prominenten Platz auf unserem Parteitag hat. Zunächst herzlichen Dank an meine Vorrednerinnen, die das wichtige Instrument im Kampf gegen Kinderarmut bereits dargestellt haben, die Kindergrundsicherung. Das Konzept der Kindergrundsicherung ist so wichtig wie richtig, denn nur so packen wir das Kinderarmutsthema an den Wurzeln an. Aber Armut umfasst nicht nur die monetäre Perspektive. Armut ist eben nicht nur Abwesenheit von Geld, Armut ist vor allem die soziale Benachteiligung. Im Sommer habe ich gemeinsam mit Nina an einigen Terminen ihrer Kinderarmutstour teilgenommen. Davon ist mir einer der Termine besonders im Gedächtnis geblieben. Wir haben nämlich in Charlottenburg besichtigt die Geschäftsstelle des FAMF, dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Dieser Besuch hat mir noch mal ganz deutlich vor Augen geführt, wie wichtig und richtig es ist, dass wir als Grüne die Alleinerziehenden besonders im Blick behalten, wenn wir gegen Kinderarmut kämpfen. Auch aus meinem Berufsalltag als Anwältin für Familienrecht weiß ich nur zu gut, wie prekär die Lage ist, und zwar auch die finanzielle Lage von Eltern, die sich trennen und für ihre Kinder. Ich weiß, wie sich das für diese Kinder anfühlt. Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden ist besonders hoch, selbst wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen, meist nur in Teilzeit. Wir müssen also als Grüne eine Infrastruktur schaffen, die die Bedürfnisse Alleinerziehende besser berücksichtigt. Von flexibler Kinderbetreuung über verbesserte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, besonders auch zu bezahlbarem Wohnraum. Daher auch der Mietendeckel. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Kind nach Trennung seiner Eltern auch noch aus der gewohnten Kita oder Schule gerissen werden muss, weil sich die Eltern nach der Trennung zwei Wohnungen in dem gewohnten Kiez nicht mehr leisten können. Ob Regenbogenfamilie, gleichgeschlechtliche Paare, unverheiratete Paare, Alleinerziehende oder Großfamilie, sie alle haben ein Recht auf gute Lebensbedingungen. So vielfältig wie die Berliner Familien selber muss auch das Unterstützungsangebot für Berliner Familien sein. Deswegen braucht Berlin dringend ein Familienfördergesetz. Ein Gesetz, das unter anderem Familienservicebüros in allen Bezirken etabliert, damit Leistungen bei Familien gebündelt beantragt werden und auch ankommen. Wir wollen das im Koalitionsvertrag schon vor drei Jahren vereinbarte Berliner Familienfördergesetz nun endlich auf den Weg bringen. Es ist ein wichtiger Baustein neben der Kindergrundsicherung, die ja schließlich auf Bundesebene zu beschließen ist, sofort mit dem Familienfördergesetz in Berlin, können wir als Berliner Gesetzgeber etwas für Berliner Familien tun und Kinderarmut in unserer Stadt wirksam begegnen. Das haben wir hier in Berlin in der Hand. Vielen Dank. Bitte noch mal die Aufforderung, dass wenn ihr euch unterhalten möchtet, geht bitte raus, entweder dort oder dort, weil hier vorne hört man es ansonsten wirklich sehr stark, was ihr hinten redet und nicht mehr so gut die Redenden. Ich vermute im Rest des Raumes auch nicht, aber es ist wirklich unfair, wenn ihr mit euren Nebengesprächen diese Reden einfach behindert. Insbesondere die letzte Reihe sollte ich noch mal erwähnen, die da hinten stehen. Daher bitte seid so höflich und geht hinaus, wenn ihr euch unterhalten möchtet. Also Bene wird das nächste Mal Namen nennen. Wir haben jetzt drei weitere Redebeiträge los, die nach dem gesetzten Redebeitrag kommen. Das sind nur drei, weil wir haben danach noch einen gesetzten Redebeitrag von einer Frau, die aber noch nicht da ist. Deshalb schlagen wir euch vor, dass wir einfach auf den offenen Platz jetzt danach einen der gesetzten offenen Beiträge, in dem Fall von Bernd Schwarz, vorziehen und demzufolge tauschen und bleiben dann weiterhin in der Quotierung. Es geht kein, bislang kein geloster Redebeitrag vorbei. Ihr dürft euch auch noch einwerfen. Es sind auch noch nicht 16 Zettel insgesamt vorhanden, aber wir würden dann einfach gleich in dem Fall mit drei Gelosten und dann Bernd Schwarz weitermachen. Die drei Gelosten wären in dem Fall Bereitheiten, dürfen sich Lisa Paus, HV Scharlöppenburg, Wilmersdorf, Andreas Audretsch, das ist Neukölln, richtig, und Silke Gebel aus Mitte. Und jetzt dürfen wir als gesetzten Redebeitrag Eckhard Baumann begrüßen, ganz herzlich. Der gründete Straßenkinder e.V. vor 20 Jahren und seitdem wuchs das Projekt stetig und hat mittlerweile tatsächlich 25 Festangestellte sowie weitere Ehrenamtliche und Honorarkräfte. Er ist außerdem Leiter des zugehörigen Kinder- und Jugendhauses Bolle, das Nina im Rahmen ihrer Sommertour zum Thema Kinderarmut besuchen durfte. Und dort wird durch gemeinsame Spielen, Lernen und auch Ausflüge die soziale Ausgrenzung kompensiert, die die Kinder aufgrund ihrer Armut teilweise erfahren. Die rund 130 Kinder und Jugendlichen, die das Haus täglich besuchen, bezeichnet Eckhardt als Familie. Und für sein soziales Engagement gegen Kinderarmut, soziale Ausgrenzung und für die soziale Integration benachteiligter Menschen erhielt Eckhardt 2010 das Bundesverdienstkreuz. Wir freuen uns sehr, dass du uns heute einen Input zu unserem Leidantrag gibst. Ja, liebe Teilnehmende an der Landesdelegiertenkonferenz, ich freue mich richtig toll, hier zu sein. Mittlerweile sind wir sogar mehr als 25 Mitarbeitende bei uns, bei Straßenkinder.fv. Wir sind momentan sogar 35. Und ja, und unser Verein finanziert sich zu fast 100 Prozent aus Spenden. Also wir, also genauer gesagt, kriegen wir 60.000 öffentliche Gelder und der Rest ist frei finanziert durch Unternehmen und Spenden, Kleinspenderinnen. und das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Und dennoch tun wir diese Arbeit seit 20 Jahren und wir tun sie mit großem Herzblut. Ich bin, ja, Vorsitzender und Initiator des Straßenkinder.f. kümmert sich seit über 20 Jahren um Straßenkinder, um Straßenjugendliche in zwei Anlaufstellen in Berlin. Und aktuell planen wir auch ein Straßenkinderhaus, genannt Butze, haben Sie vielleicht schon, oder habt ihr vielleicht schon davon gehört. Und wir kümmern uns im Kinder- und Jugendhaus Bolle auch um Kinder, die von Kinder- und Bildungsarmut betroffen sind, sowie um Kinder mit Fluchterfahrung. Bolle ist für viele eine Art Ersatzfamilie mit tollen Freizeitangeboten, einem offenen Ohr und Mitarbeitenden, die die Kinder einfach so annehmen, wie sie sind. Eigentlich sind wir auch sowas wie Motivationscoaches und Ermutigerinnen. Kinder, die von Armut betroffen sind, haben eine Vielzahl von gesellschaftlichen Nachteilen. Sie können nicht die gleichen Dinge tun und machen wie Kinder aus wohlhabenden Familien. Sie können zum Beispiel nicht ins Kino gehen, können teilweise keine Nachhilfe erhalten, weil es niemand bezahlen kann. Sie können kein Instrument erlernen. Ein Familienurlaub zu machen ist eher selten. Unser Ansatz bei Bolle ist, dass es kein Kind merkt, dass es überhaupt arm ist. Wir machen mit ihnen Ausflüge, wir gehen ins Kino oder ins Schwimmbad. Gesellschaftliche Teilhabe findet ganz natürlich statt. Wir fördern auch in Bezug auf Bildung mit einem sehr guten Personalschlüssel. 120 bis 130 Grundschulkinder pro Woche und 30 bis 50 Jugendliche von weiterführenden Schulen fördern wir allein im Bildungsbereich. Insgesamt betreuen wir 200 Kinder, ca. 80 in der Straßensozialarbeit und 120 bei Bolle. Wir helfen beim Schulabschluss, bei Klassenarbeitsvorbereitung, Hausaufgaben, Nachhilfe, Bewerbung und so weiter und beim Übergang in die Arbeitswelt. Bildung ist für uns als Bolle, als Kind- und Jugendhaus Bolle, ein ganz wesentlicher Schlüssel aus Armut. Um zu illustrieren, was wir so, wie das um einzelne Kind geht, würde ich euch gerne oder Ihnen gerne mal so eine Geschichte aus unserem letzten Newsletter kurz vorlesen. Und zwar geht es halt um Bolexa. Das ist unsere Kleiderkammer. Bolexa, so heißt unsere Kleiderkammer, die wir in Anlehnung an das Kaufhaus Alexa so genannt haben. Bolexa ist jedoch weit mehr als eine Kleiderkammer. Wir alles bei Bolle hat selbst die Kleiderkammer eine pädagogische Bedeutung. So ist es auch bei Estefania, der Name ist geändert, die uns schon seit einiger Zeit besucht. Sie ist sieben Jahre alt und seit Leider zeigt sie Anzeichen von starker Vernachlässigung. Es gibt kaum eine Phase, in der sie keine Läuse hat und unter anderem läuft sie seit einiger Zeit in viel zu engen Winterschuhen rum. Einmal in der Woche ist im Kinderbereich Bolexa Zeit, in der die Kinder sich in der Kleiderkammer nach Kleidung umschauen können. Neben Secondhand-Gleidung von Privatpersonen gibt es dort auch Spenden nagelneuer Produkte. Die ganz neuen Artikel können die Kinder gegen Bildungspunkte eintauschen. Als neulich wieder Bolexa Zeit war, begab sich Estefania auf die Suche nach Schuhen, die ihr passen. Strahlen und dankbar löste sie ohne zu zögern zehn Lernpunkte für ein paar nagelneue Winterstiefel ein. Ein Lernpunkt entspricht so circa 20 Minuten Lernen im Bildungsbereich bei uns und die Winterstiefel zog sie sofort und mit sichtlich großer Erleichterung an. Hierbei wurde Estefania nicht nur ein paar warme Winterstiefel gegeben oder geschenkt, um gut durch den Winter zu kommen, sondern sie lernte auch, dass es sich lohnt, Bildungspunkte zu machen, um etwas, was sie von Herzen wollte, zu bekommen. Genau dieser Ansatz wie der bei der Entwicklung eines eigenständigen und selbstbestimmten und selbstfinanzierten Leben auch helfen. Also das ist eine Geschichte, die ist nicht selten bei uns. Und unsere Forderung als Straßenkinder e.V., als Kinder- und Jugendhausbolle an die Politik ist folgende. Es ist von absoluter Dringlichkeit, finden wir, dass sich eure Landesdelegiertenkonferenz mit diesem Thema befasst und wir von Straßenkinder e.V. wir hatten auch das Gefühl, wirklich das Gefühl und dass die Delegation, die von euch bei Bolle war, dass ihr wirklich neue Wege beschreiten wollt und dass ihr das auch schaffen werdet. Und mein Anliegen ist, es gibt viele freie Träger, auch ganz frei finanziert, so wie wir, Initiativen und Projekte in der Stadt, die sich dafür einsetzen. Viele Arbeiten wie wir, die mit viel Idealismus und Engagement, diese Arbeit betreiben. Und wie vorhin schon gesagt wurde, am Beginn des Jahres ist oft nicht klar, ob die Mittel für das ganze Jahr reichen. Und wer nicht weiß, ob er für das nächste Jahr noch eine Arbeit hat, für den ist es schwierig, also für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist es schwierig, dass sie sich dann so voll konzentrieren können auf das, was sie eigentlich machen wollen, nämlich die Kinder fördern. Und unsere Meinung ist, Sozialarbeit und soziale Träger, auch wie wir einer sind, braucht gute Entlohnung und braucht Förderung. Im Leitantrag, in eurem Leitantrag steht, da Arbeit mit Kindern und Familien immer auch Beziehungsarbeit ist, die nur langfristig funktionieren kann, wollen wir mehr Einrichtungen langfristig fördern. Das ist gut so. Und wir brauchen auch finanzielle Absicherung von Kindern durch ausreichend Einkommen, geeignete Strategien, dass die Gelder bei den Kindern und bei den Familien dann auch ankommen. Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung, vor allem in Pädagoginnen und Pädagogen und Sozialarbeiterinnen, damit die Kinder aus benachteiligten Familien bessere Zukunftschancen haben. Wir brauchen mehr und bessere Zusammenarbeit in den Bereichen von Schulen, freier Jugendhilfe sowie Bildungseinrichtungen. Nachhaltige Finanzierungsstrategien für freie Träger, Projekte, Zentren und von präventiver Arbeit, die sich der Themen Kinder- und Bildungsarmut annehmen. Vielen Dank, dass ich zu Ihnen, dass ich zu euch sprechen durfte heute. Applaus Dankeschön, danke, danke. Eckart, vielen, ich bleibe noch ganz kurz hier, dass ich nochmal richtig Danke sagen kann. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das ist tatsächlich immer nochmal sehr eindrücklich von jemandem zu hören, der live vor Ort das jeden Tag erlebt. und deswegen danke, dass du da warst, aber nochmal viel mehr Danke für eure Arbeit, die ihr da macht. Kannst du gerne auch deinem ganzen Team nochmal ausrichten. Es hat uns wirklich sehr beeindruckt, als wir da waren, mit wie viel Liebe ihr da vor Ort unterwegs seid und Zugewandtheit den Kindern gegenüber. Ich glaube, das ist genau das, was sie brauchen. Deswegen herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank. Lisa Paus, bitte. Und da jetzt alle da sind, die auch einen gesetzten Redebeitrag haben, sind wir zum ursprünglichen Verfahren zurückgekehrt und haben Stefan Ziller nachgelost. Also die Reihenfolge ist es Lisa Paus, André Audretsch, Silke Gebel und Stefan Ziller. Ja, lieber Eckart Baumann, auch von meiner Seite ganz, ganz großes Dankeschön für die Arbeit, die ihr macht, die letzten 20 Jahre seid total wichtig und leider ist es ja so, dass ihr momentan auch noch wichtiger werdet, weil es ja immer noch mehr Straßenkinder gibt und leider auch immer noch mehr wohnungslose Mütter und Familien und das ist auch ein Punkt meiner Rede, zu dem ich kommen wollte. Aber am Anfang wollte ich noch mal sagen, ganz, ganz großes Dankeschön vor allen Dingen an Nina für die Arbeit, für diesen Antrag. dass du auch eine sehr viel Zeit sozusagen deiner Zeit auf dieses Thema legst und damit ihm den Schwerpunkt gibst, dem das Thema auch tatsächlich gebührt. Einen zweiten Dank möchte ich hier heute, auch wenn sie nicht da ist, noch mal an Annalena Baerbock senden, weil wie ihr alle wisst, streite ich seit Jahren für die Kindergrundsicherung. Sie ist auch seit über 15 Jahren im Programm. Ich habe mit erreicht in der letzten Legislaturperiode, dass wir ein Konzept haben zur Kindergrundsicherung, was auch umsetzbar ist und dank Annalena Baerbock, die jetzt Bundesvorsitzende ist und im Bundestag aber auch für das Thema zuständig ist, hat es jetzt auch noch mal die ganz, ganz breite und sichere Unterstützung in unserer Partei, die dieses Thema braucht und deswegen bin ich jetzt ganz sicher, sollten wir in der nächsten Zeit die Gelegenheit bekommen, verhandeln zu dürfen für irgendwelche Koalitionsverhandlungen früher oder später, die Kindergrundsicherung auf Bundesebene wird ein zentrales Projekt sein und darauf freue ich mich schon, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Weil Nina hat völlig recht, es reicht nicht immer nur betroffen zu sein, das wissen wir seit Jahren, wir müssen es einfach immer tun und es ist schlichtweg so, Kinderarmut ist für mich nach wie vor die größte Ungerechtigkeit in diesem Land, die wir uns leisten, aber nicht mehr leisten dürfen und deswegen, Bündnis 90 die Grünen ist völlig klar, mit uns wird es auf jeden Fall eine Kindergrundsicherung geben, sobald wir die Gelegenheit bekommen, haben auf Bundesebene da etwas zu tun. Applaus So, es sind schon viele Probleme angesprochen worden, Herausforderungen, die hier im Land Berlin anstehen, eine weitere, die wir alle miteinander wissen, ist das Thema Wohnungen und das gilt natürlich insbesondere auch für Familien mit wenig Geld, für Kinder, die in Armut leben und insbesondere auch natürlich für Alleinerziehende oder für Eltern, die sich trennen und in Trennung leben und das wird eben auch immer dramatischer. So, und da geht es mir auch nicht um Betroffenheit, sondern einfach es nochmal deutlich zu machen, wenn Eltern sich trennen und wenn sie eben nicht mehr im gleichen Kies gemeint, also zwei Wohnungen bekommen können, dann bedeutet das eben für das Kind eine radikale Änderung ihrer Situation. Mein Sohn ist in, ich wohne in Wilmersdorf, ist in Wilmersdorf in der Schule, seit der zweiten Klasse einer seiner besten Freunde musste in den Wedding ziehen, ist weiter in Wilmersdorf zur Schule, seit der zweiten Klasse fährt er jeden Morgen mindestens über eine halbe Stunde zur Schule. Es gibt andere Kinder, 10. und 12. Klasse, der eine Elternteil lebt in Friedrichshain, der andere Elternteil lebt in Wilmersdorf, weil sie halt da noch Wohnungen gefunden haben, andere haben es noch schwerer. Eigentlich kann man in Wilmersdorf in Friedrichshain-Kreuzberg schon gar nicht mehr leben, sondern es geht um Marzahn, es geht um Spandau. Kinder, deren eine Elternteil in Marzahn lebt, der andere in Spandau, wie sollen die das bewältigen? Wie sollen die das bewältigen? Die werden nicht nur aus ihrem eigenen Kies rausgeholt, sondern die haben noch viel, viel größere Probleme, geschweige denn, irgendwie wenn sie dann einen Antrag stellen müssen, noch Bildungs- und Teilhabepaket, sich in zwei Sportvereinen, Musikschulen und so weiter anzumelden, wie soll das denn entsprechend gehen? Das funktioniert alles überhaupt nicht und deswegen muss auch beim Thema Kinderarmut ein ganz zentraler Schwerpunkt auch auf das Thema Wohnungen gelegt werden. Da haben wir auch was zu im Antrag. Ich komme zum Schluss. Da steht auch was zum Antrag drin. Auf jeden Fall die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften müssen da mehr tun und auch da sollten wir mehr Druck drauf leben. Auf Bundesebene haben wir das Recht auf Wohnungstausch nochmal beschlossen und auch das sollten wir hier in Berlin leben. Und ein letzter Satz. Thailand-Kurt hat völlig recht. Wer von Armut redet, darf von Reichtum nicht schweigen. In der letzten Woche wurde nochmal deutlich, 26 Bürger in Deutschland haben 100 Millionen Euro im letzten Jahr geerbt, ohne einen Euro Steuern zu zahlen und auch da werden wir Grünen jedenfalls rangehen. Danke. Jetzt haben wir André Audretsch. Und ich darf außerdem, mir wurde zugetragen, dass Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW Berlin, auch mittlerweile hier ist. Herzlich willkommen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir von Kinderarmut sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir jedes dritte Kind in Berlin in Transferleistungsbezug haben. Und damit sprechen wir auch über die Zukunft von jedem dritten Kind in Berlin. Und was mich dabei am meisten ärgert, ist, dass ganz, ganz viele Kinder in dieser Stadt Anspruch auf Leistungen haben, Anspruch auf etwas haben, was sie unterstützt, und sie bekommen es einfach nicht. Sie haben Anspruch darauf, Kinderzuschlag zu bekommen, und sie bekommen es nicht, weil der Antrag nicht gestellt wird. Sie haben Anspruch darauf, dass sie Unterstützung bekommen bei der Klassenfahrt, dass sie Unterstützung bekommen beim Musikunterricht. Lisa hat das genannt, auch was die Sportvereine angeht, und all das bekommen sie nicht, weil die Anträge nicht gestellt werden. Das Geld kommt nicht an, weil der Antrag fehlt, weil die Bürokratie so hoch ist, weil ganz viele Kinder auch nicht die Eltern haben, die sich im Dickicht dieser Bürokratie so zurechtfinden können, dass sie wissen, wie sie das Beste für ihr Kind rausholen können. Und wenn wir etwas ändern wollen an der Kinderarmut in Berlin, dann ist das eines der zentralen Punkte, eine der zentralen Fragen, die wir angehen müssen gemeinsam. Wir haben mit der rot-rot-grünen Koalition in Berlin große Schritte, Meilensteine geschafft, auf dem Weg genau in diese Richtung. Schülerinnen und Schüler fahren jetzt kostenlos mit Bus und Bahn in ganz Berlin. Das ist ein Riesenfortschritt. Wir machen keine Unterschiede mehr. Wir machen keine Unterschiede mehr zwischen den Kindern, wenn im Bus oder in der Bahn das Ticket vorgezeigt werden muss und es einige nicht haben. Die Kinder, deren Eltern in der Lage sind, Anträge zu stellen, für die ist das kein Problem, aber bei denen das nicht der Fall ist, für die ist das ein Riesenfortschritt und den können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Ein zweites Beispiel ist das Schulessen. Wir haben dafür gesorgt mit dieser Koalition, dass das Schulessen in den Schulen für alle Kinder kostenlos ist. Das ist ein Riesenfortschritt. Wisst ihr, wie das vorher gelaufen ist? Wisst ihr, wie das war? Die Kinder, deren Eltern in der Lage waren, einen Antrag zu stellen, die Kinder, die hatten dann Essen und bei den Eltern, die nicht in der Lage waren, dann waren dann die Kinder in der Schule am nächsten Tag und sie mussten abdrehen, wenn sie an der Ausgabe stehen, weil sie keine Marke hatten, kein Antrag gestellt wurde, der eine Euro nicht gezahlt war. Was für eine Demütigung, in dem Moment dazustehen, alle kriegen was zu essen, man selbst kriegt nichts zu essen und man geht im Zweifel hungrig in den Nachmittag. Das haben wir beendet und das ist ein Riesenfortschritt. Mit dem Antrag, den wir hier heute beschließen, und das ist mir wichtig, mit dem Antrag, den wir heute beschließen, schreiben wir fest, dass wir genau diesen Weg weitergehen wollen. Und ich sage euch sehr ernsthaft, das ist nicht etwas, was mit dem Begriff kostenlos-Mentalität in irgendeiner Form zusammenhängt. Ich sage das, weil ich das hier in dieser Partei immer mal wieder gehört habe. Es geht nicht um kostenlos-Mentalität, sondern es geht um einen Anspruch, den wir haben, dass jedes Kind in dieser Stadt mitgenommen wird, ganz egal, wie die Eltern unterwegs sind, ob die Eltern in der Lage sind, sich im Dickicht der Bürokratie zurechtzufinden, ob die Eltern in der Lage sind, in den Finessen, die man da braucht, das Beste für das Kind herauszuholen. Das sind nicht unsere Kriterien. Unser Kriterium ist, dass jedes Kind mitkommt, und das haben wir in dieser Koalition mit großen Schritten vorangetragen. Das machen wir weiter so, und darauf können wir stolz sein. Applaus Silke Briebel, bitte. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen. Ich war neulich an einer Schule von der ISS im Wedding. Das ist eine der Schulen, von denen habe ich euch hier schon mal erzählt, das ist eine von den Schulen, wo 38 Prozent der Kinder ohne Abschluss die Schule verlassen. Die Lehrerin, die Direktorin hat mir dann erzählt, dass sie selbst in der achten Klasse die Situation hat, dass nur vier Kinder regelmäßig den Unterricht besuchen. Der LNB-Anteil, der liegt weit über 80 Prozent. Und das heißt, wenn wir heute über Kinderarmut reden, dann reden wir über diese Schulen, die sogenannten Problemschulen, die eigentlich zu Lösungsschulen werden müssen, damit wir den Armutskreislauf durchbrechen. Und da müssen wir ansetzen. Und ich sage euch, genau diese Schulen müssen wir zu Palästen unserer Zeit machen. Und natürlich geht es mir bei der Schulbauoffensive um alle Kinder. Aber wenn ich an diese Schule, wenn ich an diese Schule, die gerade aus der Schulbauoffensive rausfliegt, denke, und wenn ich an diese Kids im Wedding denke, dann geht es mir vor allen Dingen um sie. Denn der einzige Reichtum, den Sie in Ihrem Leben erleben aktuell, ist der Reichtum durch Bildung. Nur wenn wir es schaffen, dass die Schule der sichere Hafen ist, werden diese Kids selbstbestimmt und empowert durchs Leben gehen. Und das muss unsere politische Aufgabe sein. Und weil wir diese politische Aufgabe annehmen, kämpfen wir für starke Familien, für starke Kinder und für starke Institutionen. Und mit dem, was wir als Parlament haben, haben wir da auch ordentlich was auf den Weg gebracht, nämlich mit Geld und mit Gesetzen. Wir haben ein Milliardenpaket für neue und für schöne Schulen geschnürt. Und wir suchen jeden Tag nach neuen Wegen, wie dieses Geld auch wirklich bei den Kindern und bei den Schulen ankommt. Wir haben das Flexi-Budget eingeführt. Das hat Steffi eben schon gesagt. Das hört sich total kompliziert an, aber das wird wirklich eine Revolution auslösen. Wir haben das Schülerticket kostenlos gemacht, weil wir gesagt haben, Teilhabe findet nämlich auch nach der Schule statt. Und jedes Kind soll überall hinkommen können. Wir haben Kinderrechte in die Gesetze geschrieben. Mit dem Jugendfördergesetz zum Beispiel schaffen wir einen klaren Rahmen, dass wir Jugendfreizeiteinrichtungen und außerschulische Lernorte schaffen. Da wird Marianne bestimmt gleich noch was zu sagen. Und aktuell arbeiten wir an einem Familienfördergesetz, um einen ähnlichen rechtlichen Rahmen für die Stärkung von Familien zu setzen. Denn wenn wir das nicht machen, sind all diese Institutionen, dieses feine Netz, was aus Kindern selbstbestimmte Erwachsenen macht, das Erste, was bei der nächsten Sparrunde unter die Räder kommt. Und es ist doch klar, der Kampf gegen Kinderarmut, den müssen wir nicht nur aus Partei, sondern auch mit den Betroffenen aus Zivilgesellschaft und Co. zusammenführen. Klar ist aber auch, wir brauchen einen Wechsel auch im Bund. Für soziale Gerechtigkeit einzutreten und Kinderarmut zu bekämpfen, erfordert Mut, Ausdauer und Solidarität. Denn zu oft haben bisher immer die gewonnen, die am Status quo festhalten wollten. Und deshalb hat mich auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo gesagt wurde, dass Hartz-IV-Sanktionen verfassungswidrig sind, sehr, sehr glücklich gemacht. Denn das zeigt, der Kampf lohnt sich. Lasst uns deshalb für gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen, für unser Konzept der grünen Kindergrundsicherung und für ein gutes Leben für alle. Lasst uns in die Kieze gehen, denn ich werde mich nicht damit abfinden, dass 180.000 Kinder in Berlin in Armut aufwachsen. Es ist Zeit für eine Veränderung. Stefan Ziller und danach kommt Marianne Burkhardt-Eulitz. Liebe Freundinnen und Freunde, vieles ist schon gesagt. Ich will mit einem Punkt beginnen, der mir in der Debatte ein bisschen zu kurz kommt. Wir reden ganz viel von Kinderarmut, aber wenn wir ehrlich sind, das ist ja oft Kinder- und Familienarmut. Die Kinder dürfen nicht isoliert betrachten, werden sie brauchen eine Familie. Das kann eine Familie wie im Haus Bolle sein, das kann die eigene Familie sein, das kann Freunde, das kann ein soziales Umfeld sein. Wir hatten am Donnerstag eine Anhörung im Sozialausschuss zur Kinderarmut. Da haben wir auch noch mal sehr deutlich gelernt, wie wichtig Personen für Kinder sind. Personen, Bezugssystem, auch eine gewisse Kontinuität. Das ist entscheidend. Die Institution, wie das dann heißt, ist am Ende zweitrangig. Und das müssen wir sicherstellen. Wir haben eines vorhin gelernt. Ich weiß nicht, Eckart Baumann hat es gesagt, 60.000 Euro öffentliche Förderung, 35 Mitarbeiterinnen, die für die Kinder da sind. Wenn ihr genau nachrechnet, von den 60.000 öffentlicher Förderung werden die 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht bezahlt. Wenn wir uns öffentliche Jugendeinrichtungen besuchen, die irgendwie drei Stellen haben, die irgendwie zwei Drittelstellen, 60 Prozent, 80 Prozent sind, dann wissen wir, die öffentlichen Jugendeinrichtungen können nicht das leisten, was Wolle an der Stelle mit Spendengeldern erfüllt. Ich finde, das muss man sich auch noch mal angucken, dass ein Großteil der, oder ein Teil der Arbeit gegen Kinderarmut in Berlin von Spendengeldern und sozusagen privat finanziert wird und nicht für eine öffentliche Hand. Ich glaube, dass wir mit dem Familienfördergesetz da die Grundlagen ein bisschen verschieben können. Aber klar ist, die öffentliche Hand macht sich da ein bisschen zu viel aus dem Staub und wir müssen da nachlegen. Wir haben in der Koalition zu Beginn mit der Landeskommission gegen Kinder- und Familienarmut sozusagen uns auf den Weg gemacht, dass tatsächlich alle Ressorts zusammengehen. Weil, wie gesagt, das Kind interessiert die Bezugspersonen und nicht aus welchem Ressort, aus welcher Beteiligung und wie auch immer aus welchem Programm das finanziert wird. Die soll jetzt Ende nächsten Jahres die Ergebnisse vorlegen. Eigentlich sollten die Ergebnisse schon vorliegen. Es verzögert sich in so einer Koalition immer alles ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen in dem nächsten Jahr dafür sorgen, dass die Vorschläge so substanziell sind, dass wir vorankommen. Weil das haben wir im Donnerstag in der Anhörung auch gemerkt oder gelernt. Beim Klimaschutz können wir sagen, wir haben jetzt noch zehn Jahre Zeit, die Welt zu retten. Bei Kinderarmut haben wir nicht zehn Jahre Zeit. Wir müssen eigentlich sofort Stück für Stück anfangen, weil zehn Jahre ist für ein Kind eine so lange Zeit, dass einfach zu viel verloren gegangen ist. Deswegen lasst uns auch den Impuls von diesem Parteitag nutzen, im nächsten Jahr das Thema voranzubringen, dann mit der Landeskommission auch für die Koalition verbindliche Handlungen auf den Weg zu bringen und dann tatsächlich immer mehr Kinder in dieser Stadt aus der Armut zu holen, ihnen eine Perspektive zu geben. Und das sei auch mal gesagt ganz eigennützig. Wir brauchen all diese Kinder, weil wenn wir uns die Fachkräftesituation heute angucken, wer soll die ganzen Jobs machen? Wir brauchen jedes Kind. Insofern lasst uns den Antrag so beschließen und dann daran arbeiten. Danke. Ja, dann herzlich willkommen Marianne, Sprecherin für Familie und Bildung der Grünen im Abgeordnetenhaus von Fraktionen. Äh, Abgeordnetenhaus, Fraktionen, genau. Liebe Freundinnen und Freunde, in unserem Chorvertrag bekennen wir uns zu einer kinder- und familienfreundlichen Metropole. Es sind Maßnahmen getroffen worden, um Familien zu entlasten. Das haben wir schon gehört. Aber allein alle monetären Verbesserungen von Familien dürfen wir die familienfördernden Infrastrukturen nicht außer Acht lassen, vor allem für belastete Familien. Diese auszubauen und zu verbessern, haben wir Grünen uns auf die Fahnen geschrieben und es ist auch im Chorvertrag festgeschrieben. Die Koalition wird umgehend im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses sein Familienfördergesetz auf den Weg bringen. Nach dem Zeitplan des Hauses Scheres soll erst im Juni 2021 ein Senatsbeschluss gefasst werden. Rahet, da haben wir noch genug zu tun, um das zu ändern. Das heißt nämlich, dass das Gesetz nicht mehr in Kraft treten wird, denn das Abgeordnetenhaus hätte für eine Befassung und eine Beschlussfassung in dieser Legislatur keinerlei Zeit mehr. So geht das nicht. Frau Scheres. Umgehend heißt, auf schnellstem Wege. Wir machen Druck und ihr hoffentlich mit. Die Berliner Familien dürfen erwarten, dass wir als Chor unsere Zusagen einhalten. Für die Erarbeitung des Gesetzes haben wir mehrere Hunderttausende Euro eingestellt. Es kann also nicht der Mangel an Ressourcen die Begründung für die Hinhaltetaktik sein. Warum braucht Berlin so dringend ein Familienfördergesetz? Beim Aufwachsen von kleinen und großen Kindern in der Pubertät und darüber hinaus in Krisenzeiten und bei Veränderungen müssen sich Familien vielen Herausforderungen stellen. Und dabei brauchen sie Unterstützung, Begleitung und gegenseitigen Austausch. Aber auch Orte, an denen sie gemeinsam mit ihren Kindern eine gute Zeit verbringen können. Dieser Bedarf wächst. Die Fragen und Herausforderungen, denen sich Familien stellen müssen, werden komplexer. Familienförderung stellt die individuelle Familie und das Kind in ihrer Vielseitigkeit mit ihren Fragen, Problemen und Bedarfen in den Mittelpunkt. Im zuständigen Bundesrecht gibt es für die Familienförderung keine Konkretisierung und keinen Rechtsanspruch. Das wollen wir ändern. Wir wollen ein Gesetz etablieren, das genau auf Berlin zugeschnittene Angebote medent, Strukturen in den Bezirken vorschreibt, einheitliche Standards setzt und die Finanzierung für diese Angebote dauerhaft sichert. Auch sind die Angebote oft nicht dauerhaft abgesichert, finanzieren sich aus den verschiedensten Töpfen. Die Bezirke brauchen eine solide Badesitzausstattung an Angeboten, die zuverlässig finanziert werden. Festzuschreiben sind die stadtweit dauerhafte Absicherungen der Familienzentren und ihr Ausbau in den Bezirken. Den Ausbau von Patenschaften, Eltern- und Bildungswegbegleitern, Gesundheitsförderung, viele Dinge mehr wollen wir fördern. Diese Angebote werden überall benötigt. Denn die Frage, wie ernähre ich mein neugeborenes Kind, wie gehe ich mit der Pubertät meines Kindes um und wie ermögliche ich in Trennungssituationen meinem Kind möglichst wenig Leid, sind Fragen, mit denen sich alle Familien in dieser Stadt auseinandersetzen. Besonders von armutsgeprägte Familien brauchen diese Unterstützung vor allem. Mit dem Haushalt 2021 haben wir als Grüne erste Akzente für das kommende Familienfördergesetz gesetzt. Für Familienservicebüros in jedem Bezirk wird es eine Anschubfinanzierung von 2 und 4 Millionen Euro geben. Wir etablieren ein zweckgebundenes Präventionsbudget. Steffi hat das vorhin schon ausgeführt. Mit unserem Modellprojekt Elternbildungsbegleiter wollen wir niedrigschwellige bildungsbegleitende und beratende Angebote für Familiengrundschulen etablieren, damit eben gerade die Herkunft nicht abhängig ist für einen Bildungsabschluss. Wir wollen es damit durchbrechen. Das Projekt soll in zwei Bezirken in Kooperation für immerhin 600.000 Euro etabliert werden. Bitte unterstützt uns, damit das Berliner Familienfördergesetz noch in dieser Legislatur das Licht der Welt erblickt. Das haben wir als R2G den Berliner Familien zugesagt und Zusagen sind einzuhalten. Vielen Dank. Vielen Dank an Marianne. Sie hat auch Zeit aufgeholt, tatsächlich. Ich bitte noch mal darum, dass bitte die Nebengespräche eingestellt werden oder nach draußen verlagert. Als nächstes sind auf der Rednerinnenliste Ario, ich hoffe, ich sage den Nachnamen richtig, Mietzei aus Mitte, dann Christa Markel-Jeto aus Stegle-Zehendorf, Ötjan Mutlu, Mitte, Antje Kappek, Friedrichshain-Kreuzberg und unsere Fraktionsvorsitzende auch. Danach darf sich Bernd Schwarz bereit halten. Ario, bitte nach vorne. Wunderbar. Ja, wisst ihr, welche Form von Kinderarmut, liebe Freundinnen und Freunde, ich besonders zynisch finde? Die Form von Kinderarmut, bei der Kinder aufgrund von struktureller Diskriminierung dazu verdonnert werden, in ihrer Armut zu verharren und nicht aus dieser Armut herauszubrechen. Das, finde ich, ist ein großer Skandal. Und wenn man über diese strukturelle Diskriminierung redet, muss man, glaube ich, als erstes mal einen Blick auf unser Bildungssystem werfen. Wir haben als Kreisverband Mitte gemeinsam mit Bettina und Sebastian einen Auftakt für eine Reihe starten können, die die Abgeordnetenhausfraktion macht, nämlich Empörung reicht nicht, Antidiskriminierung an Schulen. Und das ist ein total wichtiger Hebel, denn die Forschung und Wissenschaft zeigt, es gibt diese Diskriminierung an Schulen. Das ist nicht bloß irgendein Märchen oder irgendeine Übertreibung von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern diese Diskriminierung ist real. Und wer sich dazu mal Forschung angucken will, kann zum Beispiel die tolle Abschlussarbeit von Eileen Karabulut von der Universität Duisburg-Essen durchlesen, die in ihrer Abschlussarbeit deutlich gemacht hat, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationsbiografie sehr, sehr stark von Diskriminierung betroffen sind. Und dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Und ehrlich gesagt bin ich zutiefst schockiert, wenn ich gucke, wie ruchlos sich heutzutage Rassismus und Diskriminierung auch gegenüber Kindern äußert. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeitung, die Medienberichte verfolgt, ich bin schockiert. Da werden Kinder bespuckt, da wird Kindern das Kopftuch runtergerissen, da werden Kinder aus der U-Bahn geschubst. Ich frage mich, in was für einer Gesellschaft leben wir, in der Kinder solch einer Form von Ausgrenzung und Rassismus ausgesetzt sind? Aber es gibt ja auch gute Nachrichten. Es gibt auch gute Nachrichten, denn viele Schulen, die Politik in Berlin, alle gehen voran und versuchen, diese Diskriminierung abzubauen. Das bedeutet, dass wir auch hingehen und gucken, wie sind die Bildungschancen verteilt. Und da habe ich doch neulich tatsächlich, ihr glaubt es nicht, einen Artikel gelesen, wo es um das IFO-Institut geht. Das IFO-Institut, mögt ihr vielleicht denken, nicht gerade dafür bekannt, eine progressive Gesellschaftspolitik zu machen. Aber die haben festgestellt, dass durch die frühzeitige Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft Bildungsgerechtigkeit hergestellt wird im Bildungssystem und Kinder mit Migrationsbiografie wesentlich weniger von Bildungsungerechtigkeit und Armut betroffen sind, wenn sie frühzeitig die Staatsbürgerschaft bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Grüne auch sagen, deutsche Staatsbürgerschaft für alle, auch keine Ausgrenzung in diesem Bereich. Denn, um zum Schluss zu kommen, das Wichtigste ist Teilhabe. Nur wer sich von Anfang an als Teil dieser Gesellschaft fühlt, wird die Armutskreisläufe durchbrechen können. Und deswegen müssen wir sagen, es sind nicht die türkischen, die arabischen oder die iranischen Kinder, es sind die Berliner Kinder, die deutschen Kinder und alle sollen dieselben Chancen bekommen. Vielen Dank. Christa, bitte. Ja, hallo. Ich möchte die Gelegenheit eigentlich vor allem nutzen, um zu danken, und zwar vor allem, wie gesagt, Nina und auch Marianne. Ich kann sagen, Marianne hat fast alles gesagt, was richtig ist, und ich unterstütze das in vollem Umfang, aber auch der LAG Jugend und Kinder und da Bernd und Petra, wir haben uns wirklich dort und die beiden in aller vorderst wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Ich danke euch dafür, das war eine produktive Arbeit. Ja, finde ich auch angemessen. Ich würde sagen, ich mache mal noch mal einen ganz kleinen Einwurf aus der Praxis. Ich habe in fünf Jahren Jugendstadträtin im reichen Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Man glaubt es gar nicht, es gibt wahnsinnig viele Probleme da. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Unterschied reich-arm, das ist nicht der Punkt. Natürlich ist Armut ein zusätzliches Risiko, überhaupt gar keine Frage. Aber Kinder sind grundsätzlich in der Gefahr zu kurz zu kommen und nicht nur materiell, auch psychisch, emotional und in jeder Beziehung. Sie sind einfach Kinder und deswegen brauchen sie unsere Unterstützung in allen Bereichen. Deswegen freue ich mich über den Antrag und ich hoffe, dass wir uns nicht zu lange aufhalten über das eine oder andere Wort, denn darum geht es nicht. Es geht darum, dass auch wir Grüne Kinder und ihre Bedarfe viel mehr noch in den Fokus nehmen, als wir das bisher getan haben. Es ist nicht attraktiv, sich mit dem Kindernotdienst zu beschäftigen und auch die ganze Inobhutnahme und alles, was dazugehört. Das ist nicht werbewirksam, es ist nichts geeignetes für Wahlen, aber diese Kinder brauchen unsere Unterstützung und ich glaube, wir Grüne sind da die Einzigen, die wirklich 100% hinter den Kindern stehen, keine weiteren Motive haben und deswegen freue ich mich, dass von uns dieses Zeichen ausgeht und ich hoffe, dass es in der Praxis eine Unmenge von Aktivitäten auslöst. Vielen Dank. Herr Can. Und danach darf sich Antje bereit halten. Danke dir. Liebe Freundinnen und Freunde, vergangenen Dienstag war ich bei der OECD zur Vorstellung der neuen PISA-Studie. Ihr kennt die Ergebnisse aus der Presse. Der mediale Schock blieb zwar aus, weil wir leicht über den OECD-Durchschnitt sind, aber wir haben in allen getesteten Punkten schlechter abgeschnitten als letztes Mal. In einem Punkt sind wir weiterhin Weltmeister und das ist das Thema Bildungsungerechtigkeit. Es gibt kein Land in dieser Welt, wo die Abhängigkeit des Bildungserfolgs derart von dem sozialen Status der Eltern abhängig ist und das ist eine Schande, finde ich und da müssen wir tatsächlich mehr machen. Kinderarmut ist in unserem Land Bildungsarmut und da ist wirklich noch viel zu tun. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass an diesem Zustand sich nichts ändert. Es ist ein Skandal, dass in unserem Land, Nina hat es vorhin auch gesagt, inzwischen Armut sogar vererbt wird. Kinder wachsen in Familien auf, wo die Eltern, sogar die Großeltern nichts anderes kennen und Hartz IV wie eine Berufsbezeichnung angesehen wird und das ist, finde ich, eine Schande und da müssen wir mehr tun. Wir haben auf der letzten LDK einen sehr umfangreichen Bildungsantrag gestellt, auch der wurde hier mehrfach schon zitiert. Es ist unsere Aufgabe, nachdem wir diesen guten Antrag zur Kinderarmut, bei der Gelegenheit danke ich allen Antragstellern natürlich, dass wirklich gute Arbeit geleistet wurde, wir müssen diese beiden Anträge verzahnen und gemeinsam in Politik gießen, die greifbar ist. Also Konzepte auf Papier, Maßnahmen auf gedrucktem Papier sind immer schön, aber wichtig ist es, dass die auch umgesetzt werden und da kommt es auf uns Grüne an, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben zwar viel auf den Weg gebracht, ohne Frage, aber wie schon gesagt, es ist noch sehr viel zu tun. Ich möchte noch einen anderen Aspekt hier unterstreichen, der mir sehr wichtig ist und das sind die Familien mit Zuwanderungsgeschichte oder Geflüchtete, die bei uns Zuflucht gefunden haben. Diese Familien sind überproportional von Armut betroffen, von Kinderarmut betroffen und von Altersarmut betroffen und sie sind mehr minder die Verlierer unserer Gesellschaft. Und aus dem Grunde ist es wichtig, dass alle unsere Konzepte inklusiv sind und alle Betroffenen mitnehmen, vor allem aber auch auf die Bedürfnisse dieser Gruppen auch geeicht sein. Heißt, wir brauchen muttersprachliches Personal, heißt, wir brauchen auch mittersprachliche Konzepte und Aufklärung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil all diese bürokratischen Hürden, die hier bereits genannt worden sind, treffen vor allem diese Gruppen und zwar im doppelten Sinne. In dem Sinne, ich muss zum Schluss kommen, danke ich ganz herzlich für diesen Antrag und hoffe, dass wir vieles von dem in den verbleibenden zwei Jahren noch umsetzen in dieser Koalition. Danke sehr. Dankeschön, Özcan. Ante, korrekt. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Nina, es tut mir leid, du hast vorhin gesagt, wir sollen keine Betroffenheitsreden halten und du hast vollkommen recht, aber ich finde, dass beim Thema Armut gerade für Bündnis 90 die Grünen es manchmal wichtig ist, auch zu betonen, dass auch wir betroffen sind, dass wir mitnichten nur eine Partei der Besserverdiener sind, die sich für das, was es an sozialen Schwierigkeiten, an Elend und Armut in dieser Stadt und in diesem Land gibt, nicht interessieren würden. Dem ist nicht so und das zeigt nicht nur der Leitantrag. Es gibt in dieser Stadt richtig viel Kinderarmut und ich muss sagen, als Stadt die Bundeshauptstadt eines der reichsten Länder der Welt ist, muss man sich dafür schämen und zwar jeden Tag. Wie kann es sein, dass in einer Stadt reich wie Berlin, in einem Land reich wie Deutschland, Kinder in Armut leben und sich Winterstiefel, die passen, nicht leisten können? Applaus Aber ich möchte jetzt gleich meinen Finger in die Wunde legen und deshalb fange ich bei mir an. Ich bin heute eine gutverdienende Abgeordnete, aber aufgewachsen bin ich persönlich in bitterer Armut. Ich weiß, was Hunger ist, ich weiß, was es heißt, mit einer alleinerziehenden Mutter und Kohleofen und Sozialhilfe aufzuwachsen. Auch ich hatte oft keine Winterstiefel und deshalb mache ich Politik und das sage ich an vielen Stellen für die Schwächsten in dieser Gesellschaft. Ich mache eine ökologische und eine soziale Politik und ich mache eine Politik für morgen, weil es darum geht, auch denen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben und es geht vor allem auch darum, die Verhältnisse zu verändern und deshalb es tut mir leid, ich weiß, es ist ein Streitpunkt auch in dieser Partei, aber deshalb verstehe ich nicht, warum ich mit einer Gießkannen kostenlos Politik als Abgeordnete entlastet werden muss. Ich habe zwei Kinder und ich hätte mit Freude für sie Kita-Beiträge, Hort-Beiträge oder auch das Schulessen bezahlt, wenn es dazu geführt hätte, wenn es dazu geführt hätte, dass dieses Geld benutzt wird, um Menschen zu bezahlen, die den Kindern die Hilfe brauchen, die Anträge auszufüllen, wenn es dazu genutzt werden würde, damit es mehr Menschen gibt, die Beziehungsarbeit leisten können, wenn es Menschen gibt, die diese Kinder aus der Armut retten. Ich wurde aus der Armut gerettet, weil es diese Menschen gab. Und deshalb finde ich es wichtig, Strukturen zu schaffen, die es wieder möglich machen, dass wir in wenigen Jahren sagen können, es gibt keine Kinder Armut mehr. Und deshalb finde ich es ungeheuerlich, wenn ehrenamtliche und spendenfinanzierte Institutionen sogar bekämpft werden, weil es an vielen Orten in dieser Stadt die Behauptung gäbe, nein, Armut, das haben wir doch nicht. Wir haben sie. Und deshalb Dankeschön, danke all denjenigen, die jeden Tag nicht nur dagegen kämpfen, sondern diesen Kindern helfen und etwas dagegen tun. Und auch ihr könnt was tun, damit will ich einmal kurz abschließen. Wir haben am 29. Januar die lange Nacht der Solidarität. Jeder Einzelne von euch kann sich noch melden, um Obdachlose, Wohnungslose zu zählen. Auch das ist ein Beitrag, den jeder hier leisten kann, gegen Armut in dieser Stadt. Danke. Applaus Als nächstes kann sich Bernd schon mal bereit machen für den gesetzten Redebeitrag. Nach Bernd haben wir noch bisher drei geloste Redebeiträge und zwar von Mariella Perner aus dem KV Steglitz-Zehlendorf von Ina Rosenthal von der LAG Queer und dem KV Kreisfrei und von Hanna Steinmüller aus dem KV Mitte. Wer sich noch einwerfen möchte, bitte bis Nachbärns Rede, dann würden wir die Redeliste schließen. Redeliste. Redner 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 Sagt Bescheid Du hast das Wort Bernd Ja, erst einmal ich habe auf der LDK im Frühjahr eine Rede gehalten zu dem Thema Kindergrundsicherung und Kinderarmut Ich habe sie sehr persönlich angelegt und ich merke schon wieder, ich komme über diesen Punkt immer noch nicht so ganz drüber Von daher möchte ich mit einer Dank Sagung anfangen Vielen Dank Nina Herzlich von ganzem Herzen vielen Dank dass du dieses Thema hier auf diese LDK gebracht hast Du ganz persönlich mit einer vorbereitenden Kinderarmutstour durch ganz Berlin durch die Institutionen und mit mit der Partei gemeinsam Vielen lieben Dank dafür und trotzdem kassierst du gleich einen Widerspruch und ich glaube das haben wir hier heute Morgen auch gehört es gibt keinen Widerspruch zwischen eigener Betroffenheit und dem Engagement für das gleiche Thema wo wären wir denn wenn die Frauen nicht aus eigener Betroffenheit feministische Politik machen würden wo wären wir denn wenn die Migranten Selbstorganisationen nicht aus eigener Betroffenheit Politik machen würden Wo wären wir denn wenn unsere Queers nicht auch aus eigener Betroffenheit Politik machen würden und deshalb bin ich dankbar für die Beiträge von Antje von Thailand die eben zeigen die eigenen Überzeugungen können auch gestärkt werden aus der eigenen Betroffenheit heraus und so geht es mir auch der Landesvorstand hat uns heute aufgefordert radikal zu sein ja wir sind eine radikale Partei wir sind radikal ökologisch wir sind radikal divers wir sind radikal feministisch und jetzt lasst uns eben auch in weiten Bereichen radikal sozial sein und diese Radikalität die kommt nicht von irgendwoher die haben wir uns nicht ausgedacht sie steht verdammt noch mal im Grundgesetz und es ist nicht nur die Würde des Menschen es ist nicht nur die Freiheit des Menschen jeder Mensch in Artikel 2 Punkt 1 jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das wird den Kindern genommen die in Armut leben und das müssen wir beenden lasst uns radikal sein und der Kinderarmut auf allen Ebenen den Kampf ansagen es ist viel gesprochen worden heute von der Kindergrundsicherung ich werde sie eigentlich jetzt nicht nochmal erklären weil das andere auch schon getan haben man muss sich in Reden nicht wiederholen wir wollen die Kinderfreibeträge zusammenfassen wir wollen dass das automatisch ausgezahlt wird wir wollen vor allen Dingen aber das Existenzminimum neu berechnen denn das ist der große Kasus Knacktus in Hartz IV sind die Familien die Hartz IV bekommen mit eingerechnet und das muss enden es gibt aber und das ist der Punkt den ich eigentlich noch viel stärker machen würde danke Ario für deine Rede wir gehen wir wischen eine Sache immer ganz schnell weg auch in unserer Partei hin und wieder und das ist Klassismus Klassismus ist nicht irgendetwas was so ein Stiefkind gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist Klassismus gehört historisch und gesellschaftlich neben Sexismus und Rassismus zu den Grundübeln von einer Gesellschaft die auf Ausgrenzung aufbaut vieles ist davon abgeleitet und deshalb lasst uns unsere Stärke auch aus Betroffenheit herausziehen aber vor allen Dingen dadurch dass wir auf allen Ebenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit den Kampf Ansagen und dazu gehört der Kampf gegen Kinderarmut ums Verrecken eben auch und es kann einfach nicht sein dass wir anderthalb Jahrzehnte Umverteilung hinter uns haben so ein Abklatsch des Neoliberalismus dem wir eben auch auf den Leim gegangen sind lasst uns gemeinsam mit der Bundestagsfraktion mit dem mit Bayern mit den anderen Bundesländern mit dem Bundesverband die Kindergrundsicherung auch aufs Tableau heben lasst uns Kinderarmut beenden lasst uns den Kindern empowernd uns zuwenden mit Zuversicht und lasst uns der Entmutigung Einhalt gebieten unter der viele dieser Kinder leiden vielen lieben Dank Vielen vielen Dank Bernd jetzt ist Maria dran genau Liebe Freundinnen Freunde ich bin durch meine Heirat habe ich eine Großfamilie geheiratet und bin jetzt zwölffache Oma und dreifache Uroma in meinem Alter danke meine Schwiegertochter kam letztens zu mir und sagte du es ist unheimlich schön gewesen was erreicht worden ist denn ich brauche jetzt keine Kita Gebühren mehr bezahlen und meine Kinder können BVG frei fahren das erspart mir im Monat über 100 Euro fast da sagt sie das habt ihr echt toll gemacht und dafür möchte ich euch auch noch mal ganz herzlich danken für diesen Einsatz das ist eben es hilft ja es hilft tatsächlich den Familien und es hilft den Menschen die nicht so viel Geld haben und ich kann nur sagen Nina vielen Dank dass du das so reingekriegt hast in den ganzen Antrag dass du ihn hier wichtig gemacht hast und ich sage ja ist wichtig es ist nicht nur entscheidend darüber wie viel Änderungsanträge dann letzten Endes dazu gestellt werden es könnte für dich auch was Positives sein dass du den Antrag schon so gut gestellt hast dass kaum noch was zu ändern ist ja wir müssen aber weitermachen das reicht noch nicht wir müssen noch mehr kämpfen und ich möchte ganz gerne dass wir uns alle so stark machen dafür für die Grundsicherung fürs Familienförderprogramm dass wir diese Themen nicht als dritte oder vierte Themen nehmen sondern dass wir diese Themen ganz nach oben setzen denn wenn wir die Kinder nicht fördern und wenn die Kinder nicht von uns aus der Armut herausgeholt werden sodass sie sich entwickeln können sodass sie frei entfalten können in der Bildung dann haben wir gar nichts gewonnen dann können wir so viel Klima machen wie wir wollen wenn wir die Kinder nicht aus der Armut herausholen und ihnen die gleichen Bildungschancen wie alle geben egal ob welche Rasse welche Sprache welche Hautfarbe dann haben wir verloren also müssen wir und das ist meine Überzeugung den Antrag unterstützen und deswegen danke für diesen Antrag und danke für eure Aufmerksamkeit Vielen Dank Ina du bist dran Ja liebe Freundinnen und Freunde wenn wir über Kinderarmut sprechen dann müssen wir auch über Frauen sprechen denn das höchste Armutsrisiko das eine Frau haben kann ist sich für ein Kind zu entscheiden und liebe Freundinnen und Freunde Kinder sind unsere Zukunft und sollten kein Risiko darstellen deswegen müssen wir auch Frauen stärken indem wir sie beraten unterstützen Familienzentren aufbauen all das was meine Vorrednerinnen als Maßnahmen auch schon bestritten haben Chancen und Teilhabegerechtigkeit ist aber auch ein wichtiges Thema in Bezug auf Frauenförderung denn nur wenn wir eine echte Teilhabegerechtigkeit haben auf dem Arbeitsmarkt dann haben wir auch eine Chance Altersarmut auch Kinderarmut etwas entgegen zu setzen das bedeutet dass wir annehmen müssen dass Erziehung und soziale Arbeit aber auch Sorgearbeit ein wichtiger Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist und aufgewertet werden muss Kinderarmut etwas entgegen zu setzen heißt eben auch Arbeitsmarkt Politik zielstrebig frauenfreundlich und radikal sozial zu gestalten soziale Arbeit wird nämlich heute immer noch überwiegend von Frauen geleistet und soziale Arbeit oder Sorgearbeit wird auch heute noch sehr radikal schlecht bezahlt das heißt die Personen die sowohl Kinder oder oft Kinder haben und im sozialen Arbeitsumfeld arbeiten sind überwiegend und häufig von Armut betroffen das finde ich können wir an sozialen gesellschaftlichen Grundgedanken gar nicht leisten deswegen fordere ich uns auch auf nicht nur gegen Kinderarmut und sozial gerechte Teilhabe zu engagieren sondern auch soziale Arbeit und Sorgerechtsarbeit aufzuwerten denn der soziale Aspekt in unserer Gesellschaft trägt maßgeblich dazu bei wie Kinder aufwachsen und welche Chancen sie in unserer Gesellschaft haben ich freue mich sehr über diesen Antrag über diesen wichtigen Antrag den wir heute eingebracht haben denn wir setzen uns damit ein für eine Gesellschaft wo Kinder und Frauen eine radikal soziale Zukunft erhalten können Dankeschön Vielen Dank und Hanna Einfacher eine Krankheit vorzutäuschen als ein Geschenk zu finanzieren das ist die materielle Seite von Kinderarmut doch was brauchen Kinder die in Armut leben neben materiellen Dingen sind das vor allen Orte wo sich Kinder aufgehoben fühlen wo sie Kind sein können und die Sorgen die Armut mit sich bringt hinter sich lassen können auf unserer Kinderarmut Tour haben wir Kinder und Jugend Zentren kennengelernt die genau das leisten Herr Baumann hat vorhin schon sehr eindrücklich von Bolle berichtet wo wir waren eine ähnliche Einrichtung ist die Manege in Köln in der Manege werden Kinder oft vom Kindergarten bis ins Studium begleitet bei unserem Besuch haben wir zum Beispiel von Tanz und Theater angeboten gehört wir waren im Tonstudio im Nähstudio es gibt Lernberatung Urban Gambling und viel viel mehr Angebote begleitet werden die Kinder dort von wunderbaren Mitarbeiter innen die Unglaubliches stemmen sie kompensieren oft was die Eltern nicht leisten können sei es aus finanziellen Gründen oder einfach aus der Situation heraus sie sind enge Bezugspersonen MotivatorInnen und das Herzstück der Einrichtung sie sind die die mit den Kindern für Klausuren lernen die die an ihre Termine erinnern die die mit ihnen im Kinder und Jugend Parlament Demokratie und Partizipation lernen das müssen wir honorieren und das muss ich meiner Meinung nach auch in den Arbeitsbedingungen widerspiegeln dazu gehört zum einen dass wir langfristige Finanzierungen haben das wurde heute schon ein paar Mal genannt wir brauchen zweitens ein verpflichtendes ein Budget für Supervision das genau nur für diesen Zweck ausgegeben werden darf deswegen bin ich sehr froh dass unser Änderungsantrag der LAG Gesundheit und Soziales übernommen wurde wir haben gehört wie anstrengend die Arbeitsbedingungen sind von welchen Chancen und welchen Herausforderungen die MitarbeiterInnen ausgesetzt sind und es braucht einen Ort wo man genau darüber auch sprechen kann zum dritten brauchen wir eine Anpassung in den Kostenblättern MitarbeiterInnen die schon länger beschäftigt sind steigen in höhere Erfahrungsstufen auf das wird für die Einrichtung teuer bis unbezahlbar jüngere MitarbeiterInnen einzustellen wäre hier billiger doch dass erfahrene MitarbeiterInnen dann häufig ihre Stunden reduzieren bei gleichbleibender Arbeit und gleichbleibender Bezahlung da müssen wir gegensteuern es ist eindeutig die MitarbeiterInnen in den Einrichtungen leisten einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft das muss sich auch in den Arbeitsbedingungen widerspiegeln vielen Dank Dankeschön Hanna vielen Dank für die Debatte wir haben keine Redebeiträge mehr deshalb würde ich jetzt die Antragskommission einmal auf die Bühne bitten um das Verfahren vorzustellen für die Änderungsanträge Ja liebe Freundinnen und Freunde ich bin Lukas aus dem Kreisverband Stegel-Zelenhof ihr habt mich vorhin freundlicherweise als Mitglied der Antragskommission bestätigt vielen Dank dafür noch der Hinweis die Synopse über alle Verfahrensvorschläge liegt vorne im Foyer aus ich hoffe es sind noch genug Exemplare da ansonsten falls ihr noch Fragen zu einzelnen Änderungsanträgen habt könnt ihr gerne auf mich zukommen wir würden euch jeweils im Verfahren immer nur die möglichen Abstimmungen und so weiter vorstellen insofern macht es mir das bei L01 relativ einfach wir haben relativ viele Änderungsanträge gehabt aber alle entweder übernommen modifiziert übernommen oder sie sind zurückgezogen worden das heißt es gibt keine Abstimmung vor der eigentlichen Abstimmung über den Antrag und ja insofern bleibt es mir mich herzlich bei euch zu bedanken und vor allen Dingen auch für die sehr angenehme und produktive Besprechung am Montag Dankeschön Vielen Dank Dann würden wir einmal über dieses vorgeschlagene Verfahren abstimmen und ich bitte um euer Handzeichen Vielen Dank Stimmt jemand gegen dieses vorgeschlagene Verfahren Enthält sich jemand Das ist nicht der Fall Vielen Dank Dann können wir über die Schlussabstimmung zu dem Antrag kommen Wer dem Antrag in der vorliegenden Form zustimmen möchte den bitte ich um das Handzeichen Vielen Dank Gibt es Gegenstimmen Gibt es Enthaltungen Das ist nicht der Fall Dann herzlichen Dank Der Antrag wurde angenommen Applaus 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 Ja Vielen Dank Eva Plonske Vielen Dank Philipp Ahrens für die tolle Moderation bislang und vielen Dank an euch für die tolle Debatte zum Thema Kinderarmut Bevor wir zum Thema und zum zweiten Leitantrag Klimaschutz kommen darf ich jemanden auf die Bühne bitten der dann auch wiederum jemanden auf die Bühne bittet über die Werner vorhin gesagt hat hätte man auf sie damals gehört und sie nicht Ökospinner oder Staatsfeinde genannt dann werden wir heute ein Stück weiter warum das werden sie euch gleich selber erklären wir als Grüne sind ja noch eine relativ junge Partei aber wir üben wie wir unsere Leute auch gut verabschieden und gut ehren und wie man das jetzt macht das macht jemand den ich nicht weiter vorstellen muss sondern Wolfgang Wieland bitteschön Ja vielen Dank lieber Bene ich muss das auch sagen insbesondere zu Nina und Werner dass dieser Landesvorstand in besonderer Weise Ereignisse wie 40 Jahre AL zu würdigen wusste das war nicht selbstverständlich zumal von Personen die ja damals nicht dabei gewesen sind also eine Partei braucht auch viele Anträge und vieles anderes und Machtwillen aber sie hat auch sowas wie eine Seele und die muss manchmal gestreichelt werden deswegen meine ich und habe auch gleich gesagt auf die Frage redest du ein paar Worte zu Michael Kramer natürlich ich werde normalerweise selten mit jemand verwechselt da gibt es eine Ausnahme ich habe unheimlich oft gehört ach Herr Kramer wie schön dass Sie mal wieder in Berlin sind wie läuft es denn so in Brandenburg und dann sage ich das ist eine richtig nette Nachfrage ich bin jetzt schon lange wieder in Berlin ich bin Wolfgang Wieland und Herr Kramer geht es gut in Brüssel so viel ich weiß da machen Sie sich mal keine Sorgen und ich habe mich natürlich gefragt woher kommt das und ein Grund ist sicherlich dass wir eine Weile im Plenarsaal nebeneinander gesessen haben und Michael Kramer war immer der strickende Mann und jede Kamera fing ihn ein und ich war der Beifang daneben und wurde mit eingefangen und das steigerte sich dann noch als an der anderen Seite neben mir Janett Martins anfing zu sticken Tischdecken zu sticken da kam ich mir erstens völlig untätig vor habe überlegt mit dem Häkeln anzufangen dachte dann meine Topflappen braucht wirklich niemand werden Löcher zu groß sein werden aber Michael konnte stricken und konzentriert sein sein das ist ja unerhört das habe ich immer noch im Ohr und ich kannte ihn ja wirklich auch schon lange ich habe über ihn gehört als ich noch nicht wusste wer ist das eigentlich da hat der Vater von Antje Frank mal eine schwungvolle Rede zur Verkehrspolitik gehalten das war 1987 und dann kam der Senator damals und sagte Herr Kapek alles was Sie gesagt haben habe ich schon mal gelesen bei Michael Kramer dem Sprecher der verkehrspolitischen Initiativen in Frank sagte oh Scheiße das haben die jetzt gelesen ich sagte es ist doch entscheidend bei wem man klaut ob man beim richtigen klaut und dann war mein Interesse geweckt wer ist denn dieser Michael Kramer und da kam als nächstes sein Vorschlag Stadtöffnung des Grenzüberganges Schischau Weg das war damals ein Riesenthema im Süden von Berlin die alten Übergänge wieder zu öffnen und da kam schon zusammen was Michael im Grunde über die ganze Zeit ausgezeichnet hat was sie sozusagen zur Marke gemacht hat eine progressive ökologische Verkehrspolitik in allen Facetten und gleichzeitig die Frage der deutschen Einheit der europäischen Einheit und der Verbindung der Räume seine beiden Leib- und Magen-Themen hat er dann kongenzial wie wir alle wissen sowohl beim Berliner Mauerradweg aber dann in Europa bei dem Iron Curtain Trail durchgesetzt hat das Europaparlament dazu gebracht diesen Radweg vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer sozusagen auszubauen auszuzeichnen mich ja sagt immer Deutschland hinkt wieder mal hinterher was das angeht und er hat ihn weitestgehend auch selber abgeradelt Michael ist fit wie ein Turnschuh das war er schon immer ein Senator Herr Klemann meinte mal er müsse sagen den Kramer überhole ich doch auf dem Fahrrad rechts und links dann hat ihn Michael zu einem Wettrennen aufgefordert auf der Havel Chaussee das Büro des Senators sagte zu die Kameras waren da Michael war auch da der Senator Kniff Michael besiegte sich dann selber und wurde Sieger dieses Phantom Rennens und ja und er radelt bis zum heutigen Tage und wird es auch die nächsten 15 Jahre tun Michael ist immer in 15 Jahres Abständen er war 15 Jahre Lehrer in Berlin Neukölln wo denn sonst er war dann 15 Jahre ja Neukölln stand auch immer für eine auf weiß nicht ob ihr das noch wisst auf einer auf einer deutschlandpolitischen Linie die sagte es kann auch mal die Möglichkeit der Wiedervereinigung geben das waren damals so 10% der Mitglieder auf einer Landesdelegierten Konferenz aber es war die sogenannte Neuköllner Option deswegen war Michael Neukölln immer sehr gut aufgehoben und die Bezirksgruppe hat ihn auch vorgeschlagen in das Abgeordnetenhaus zu kommen und als er dann in das Abgeordnetenhaus kam da ging es nun wirklich Schlag auf Schlag ich muss jetzt aufpassen Werner guckt mich so an ja dass ich nichts falsches sage aber aber Dinge wie Busspur bei der BVG einschließlich Busspur Betreuer die Sperrung der Havel Chaussee Tempo 100 auf der Avus Einführung eines Umwelttickets übertragbar mit Fahrrad Mitnahme das alles wurde nicht innerhalb von Jahren nicht innerhalb von Monaten das wurde innerhalb von Wochen und Tagen eingeführt im Jahre 1989 89 so so ein Tempo legte man vor und es war ein rechter Sozialdemokrat der als Verkehrssenator dazu angetrieben werden musste aber siehe da es ging und natürlich wusste im April Mai 89 nun niemand so sicher dass im November die Mauer fallen würde aber als sie dann fiel musste dieses Tempo beibehalten werden Geister Bahnhöfe mussten wieder geöffnet werden Umsteigepunkte von der S-Bahn in die U-Bahn Janowitzbrücke mussten hergestellt werden und das innerhalb auch wieder weniger Tage und siehe da es war möglich es war nun früher nicht alles besser da sage ich ganz deutlich besser geworden ist zum Beispiel dass sich heute Landesvorsitzende wie die Löwen vor ihre Senatorin stellen damals hatten wir eine Situation dass der Delegierten Rat der den internen Namen Wohlfahrtsausschuss hatte bei jeder Sitzung als Tagesordnungspunkt eins Regierungskrise hatte und zwar nach drei Wochen nach drei Wochen ja es ist wirklich kein Witz Monika und wer am meisten darauf beharrte war immer die Bezirksgruppe Neukölln dass dieser Tagesordnungspunkt auch ausführlich dann erörtert wurde so war damals die Situation so schwierig war für die Fraktion das Politik machen aber es hat Maßstäbe tatsächlich gesetzt Michael ihr wisst es hat dann unermüdlich unermüdlich für Dinge wie Straßenbahn in den Westteil führen Renaissance der Straßenbahn überhaupt geworben gekämpft wir saßen gemeinsam er war da nicht isoliert wir saßen gemeinsam vor dem Brandenburger Tor machten eine öffentliche Fraktionssitzung morgens ab sieben dachten eigentlich nach zwei Stunden wird das vorbei sein dann werden sie uns da weggetragen haben sie trauten sich nicht wir mussten zwölf Stunden dort sitzen ja ja ohne dass es damals diese Apparate gab nein wir haben gesungen im Kanon und sonst was wir haben debattiert miteinander und dann endlich fasste sich die Polizei ein Herz muss man sagen ja sie haben dann noch wochenlang darüber diskutiert ob es richtig ist dass Polizeibeamte Volksvertreter wegtragen das ist auch für die Polizei ein Thema gewesen und das Bild wie Renate von zwei Beamten getragen wird als Fraktionsvorsitzende schaffte es auf die Titelseite der BZ und auf die Händlerschürze und führte dazu dass sie monatelang nicht Vorsitzende der Enquete Kommission neue Berliner Verfassung werden durfte so heiß gehandelt wurde damals die Verkehrspolitik und das war auch völlig berechtigt ich will mal daran erinnern dass wir 1985 mit dem Programmpunkt Modellprojekt autofreie Stadt in den Wahlkampf gestartet waren da bekamen wir auch viele Briefe von Bürgern wenn ich aus Westdeutschland zurückkomme wo soll ich dann mein Auto hinstellen wollt ihr Wiesen und Äcker von der DDR ankaufen also ganz ganz praktische Fragen und die damalige Fraktionsvorsitzende musste sie noch alle beantworten wie gesagt es gab noch keine E-Mails oder sowas sie beantwortete wirklich noch Briefe so diese Utopie hätte uns wirklich nicht geholfen wenn unsere Verkehrspolitiker und vorneweg Michael Kramer sie immer wieder in reale Schritte umgesetzt hätten und wenn die Menschen nicht gemerkt hätten es verbessert sich für sie das was erreicht wird hilft ihnen es ist eine positive Utopie zu sagen wir drängen die Autos zurück wir haben Michael manchmal stoppen müssen bitte nicht solche Begriffe wie lackierte Kampfhunde nach außen verwenden und anderes so war nicht ganz einfach nun ist Michael nie ein Fachidiot der Verkehrspolitik gewesen er hatte ein breites Spektrum man konnte ihn eigentlich hinschicken wo man wollte er machte immer bella figura er war unser Robert Lewandowski egal egal in welcher Zusammensetzung gespielt wurde ob grüne Fußballmannschaft ob Abgeordnetenhaus Fußballmannschaft Micha schoss die entscheidenden Tore zuverlässig wie ein Uhrwerk das war so und zu Beginn jeder Haushaltsenddebatte spielten die Berliner Symphoniker im Treppenhaus das Abgeordnetenhaus sie spielten sozusagen um ihr Leben um Geld für ihre ja um sorry das war so um Geld für ihre Finanzierung für das nächste Jahr und irgendwann als wir dann nicht mehr da waren hat man ihnen dann auch wirklich kein Geld mehr gegeben so und zum Schluss wurde Wiener Walzer gespielt und dann sind die CDU zornierten Herren auf die grünen Frauen zugestürzt die dann gerne mit ihnen tanzten wir grünen Männer gingen immer so ein paar Schritte zurück und taten so als ob wir nun mit dem arbeiten beginnen nur Micha war die große Ausnahme er forderte Jutta Limbach auf und machte einen schwungvollen Wiener Walzer mit ihr über die Steinplatten im Parterre und hinterher sagte sie zu ihm ach Herr Kramer war das schön mein Mann tanzt ja nie mit mir auch sowas schafft Verbindung Jutta Limbach kam dann zu unserem Abschied den die Fraktion auf der Hoppetosse machte sah zu wie wir da zusammen auf die Spree gerudert sind in einem knapp sitzenden T-Shirt mit Berliner Bären drauf und deswegen jetzt zum Abschied Micha will ich nun nicht eigene Worte machen sondern habe was mitgebracht was dir mal Wolf Biermann geschrieben hat das ist handschriftlich deswegen muss ich vorlesen also zehn Minuten hat man mir Lied verbindet uns und deine schöne Rede zeigt mir dass uns noch mehr verbindet die Ermutigung war gewiss nicht gedacht als grüne Hymne aber es freut mich doch dass sie es wurde Wolf und er hat dann handschriftlich sein Lied Ermutigung hinzugefügt die meisten werden es kennen du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit die allzu hart sind brechen die allzu spit stechen und brechen ab zugleich die letzte Strophe lautet wir wollen es nicht verschweigen in dieser schweige Zeit das grün bricht aus den Zweigen wir wollen das alles zeigen dann wissen sie bescheid man kann es als grüne Hymne tatsächlich lesen warum hat Micha diesen Brief bekommen weil er Wolf Biermann seine nicht gehaltene Rede geschickt hat aus Anlass der Nationalpreis Verleihung an Wolf Biermann die SPD hat verhindert dass er diese Rede halten kann bei manchen reden ist das sogar besser wenn sie nicht gehalten werden bei dieser war es wirklich schade und Micha hat diese Rede geschlossen mit dem Satz bleib der du bist nur wer sich ändert bleibt sich treu und so will ich auch enden Micha ändert bleibt sich treu denn er bleibt derselbe und er bleibt seinen Themen treu und nun komm mal bitte raus sch 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 Ihr Lieben, wir würden gerne ganz kurz auch noch was sagen. Ja, Micha, du siehst, du wirst uns sehr fehlen. Wir freuen uns, dass du trotzdem natürlich noch im Landesverband bist. Du bist nach wie vor aktiv. Du radelst, glaube ich, immer noch oder bist gerade den Iron Curtain Trail. Das letzte Stück wolltest du noch fahren, was du noch nicht hattest. Hast du gerade geschafft, genau. Also wir freuen uns sehr, dass du weiterhin so aktiv bist und uns auch noch nicht verloren gehst, sondern jetzt eben quasi in anderer Funktion. Aber wir wollen dir natürlich auch noch was mit auf den Weg geben. Wolfgang hat es eben schon gesagt, du hast früher immer gestrickt. Und es gibt einen Pullover, den kennen viele schon. Wir haben jetzt hier nochmal nach dem berühmten Strickmuster von Michael Kramer diesen wunderschönen Pulli stricken lassen. Dass du uns nicht vergisst, du bist ja inzwischen irgendwie etwas anders angezogen. Du trägst nicht mehr so oft Wallpulli, finde ich sehr schade. Aber vielleicht ist das ja jetzt ein Anlass, dass du es wieder tust. Und dazu kommt noch was anderes. Das ist auch ein Gutschein, weil du, wir wissen ja, du fährst den Radweg immer, Mauerstreifen entlang. Wir sind ja auch dir zu verdanken, dass wir den haben. Und der Ende traditionell im Parlament der Bäume mit Ben Vargin, den du ja auch immer sehr unterstützt hast, dass das es auch gibt. Und wir waren mit Ben Vargin im Gespräch und wir werden dort für dich einen Baum pflanzen Anfang des Jahres. Er hat sich auch schon einen ganz tollen ausgesucht. Das wird ein Kirschbaum, der irgendwie Aprikosen, große Früchte hat. Das ist was ganz Seltenes, was du da hinbekommst. Und dann bist du in Zukunft auch im Parlament der Bäume vertreten. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja, lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank. Das war sehr bewegend, dass ich jetzt auch noch reden muss. Das ist schon gar nicht mehr so einfach. Also das hat seltener gegeben, aber ich mache es gerne. Also vielen, vielen Dank. Und wir haben gut zusammengearbeitet. Und die Partei hat mich auch immer unterstützt. Und gerade das, was ich in Berlin gelernt habe, das war natürlich auch eine gute Voraussetzung für das, was in Europa passierte. Denn nicht nur Berlin und Deutschland war gespalten, auch Europa. Und hier in Berlin habe ich gelernt, wie eine gespaltene Stadt zusammenwächst. Und dasselbe in Europa. Das war im Grunde dasselbe. Nur der Horizont war ein bisschen größer. Aber die Probleme sind dieselben. Denn das Schienennetz in Europa, nach 30 Jahren, wo Milliarden investiert wurden, ist immer noch gespalten. Und die Lücken sind exakt da, wo die Grenzen sind. Und in Berlin, es gab acht Wändeschleifen der Straßenbahn vor der Mauer. Nach 30 Jahren haben wir es an drei Stellen geschafft, dass sie über die ehemalige Grenze kommt. Ich sage, da könnte ich mich drüber ärgern. Aber ich bin glücklich. Ich hätte denen zugetraut, die hätten es nirgendwo gemacht. Auf jeden Fall, das war ganz toll. Und dann sagte Wolfgang, ja, 15 Jahre spielt eine große Rolle. Ich war 15 Jahre im Europäischen Parlament, 15 Jahre im Abgeordnetenhaus und 15 Jahre Lehrer. Und die Frage war immer, na, wo war es denn besser? Da sage ich, nein. Diese Kategorie verbietet sich. Alles war anders. Und ich war gerne Lehrer am Gymnasium in Neukölln. Ich war gerne im Abgeordnetenhaus und war gerne im Europaparlament. Und das finde ich ein Privileg, was ich in meinem Leben gehabt habe. Und vielleicht noch eine Sache aus meiner Familiengeschichte, weil die mich sehr bewegt. Meine Großeltern, die haben schon in den 20er und 30er Jahren, meine Eltern waren Nachbarskinder, ihren Kindern gegen den Antisemitismus jüdischen Namen gegeben. Hannah, Tabea, Rahel, Samuel. Und wir wissen, dass Kaiser Wilhelm ein ganz schlimmer Antisemitist war und auch alles noch vor der Nazizeit. Dann waren die in der Nazizeit nicht als Protestanten bei den deutschen Christen, die ja zusammen mit SA und SS in die Kirche gegangen sind, sondern bei der bekennenden Kirche im Widerstand. Und sie wurden als 50-Jährige dann noch eingezogen und sollten im Grunde an der Front sterben. Nein, Gott sei Dank war der Krieg da vorbei und ich habe meine Großeltern noch kennengelernt, sonst wäre das alles nicht gewesen. Deshalb war die politische Diskussion, die war bei uns immer da, auch in der Familie. Ich war als Grundschüler, war ich schon Klassensprecher und am Gymnasium war ich dann Schülersprecher. Und in der 68er-Bewegung, da konnte man ja gar nicht unpolitisch sein. Aber ich war nie, also meine Familie war nie in irgendeiner Partei. Aber was mir dann wichtig war, als ich studierte, und ich habe Sport und Musik studiert, eine seltene Kombination, die hing damit zusammen. Mein Vater war nicht nur Lehrer, sondern einer, der nicht nur alles wusste, sondern alles besser wusste. Nur von Sport und Musik hat er keine Ahnung. Das war meine gewaltige Emanzipation. Und eigentlich, eigentlich wollte ich Musiker werden, aber damals in diesen politischen Zeiten, ich hatte mich auf Klassik spezialisiert, in diesen politischen Zeiten war das natürlich klar, wir wollten die Welt verändern und nicht die Spießer beglücken. Ich stand auch in dem Taz-Interview mit Stefan Alberti. Auf jeden Fall, dann bin ich, habe studiert, aber bin dann eben Lehrer geworden. Aber die Musik war auch nicht weg. Und jetzt habe ich eben gefunden, eine Aufnahme, und weil wir jetzt in der Weihnachtszeit sind, vom Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Ich hatte mich auf Trompete spezialisiert, und da war ich der Solotrompeter. Und die habe ich gefunden. 46 Jahre ist diese Aufnahme alt. Die ist jetzt da. Und deshalb habe ich auch für euch alle ein besonderes Geschenk heute. Einmal vom Mauerweg wurde geredet. Da gibt es das Buch. Und vielleicht auch da, nee, das habe ich, viele haben das, einige haben es nicht, die es nicht haben, die können es gleich bekommen. Und da steht eben drauf, weil du Jutta Limbach erwähnt hast, nachdem sie uns verabschiedet hatte, dann habe ich ihr das Buch auch geschenkt und habe gesagt, Frau Limbach, auf diesem Foto, da steht, Jutta, für dich überwinde ich jede Mauer. Und ich bin heute davon überzeugt, da kann nur Jutta Limbach gemeint. Auf jeden Fall, dieses Buch bekommt er, dann den Schleier von dem Europaratweg 13, also der an der Westgrenze der Warschau-Paktstaaten entlang führt. 10.400 Kilometer durch 20 Länder, 15 sind heute Mitgliedstaaten der EU. Und wenn ich das vor 30 Jahren gesagt hätte, hätten wir alle für bekloppt erklärt. Aber das haben wir erlebt, und das ist toll, da kann man Geschichte, Politik, Natur und Kultur im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und ihr bekommt diese wunderbare Aufnahme, wer sie haben will. Also, ihr könnt euch entscheiden, ein Buch oder eine Aufnahme, irgendwie kriegt ihr das schon hin. Ich bedanke mich nochmal für die Unterstützung, auch bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Einige sind ja heute da. Und vor allen Dingen für die Unterstützung hier in Berlin, die ich auch in Europa permanent erfahren habe. Nochmal herzlichen Dankeschön und vor allen Dingen an Wolfgang Wieland, meinen lieben Freund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Worte und auch nochmal von uns. Micha, herzlichen Dank für deine Arbeit und für deinen großen Einsatz. Ich habe jetzt die Aufgabe, euch durch das nächste Highlight zu führen, und zwar durch die Debatte und die Abstimmung über den Leitantrag 02 zum Thema Klimaschutz. Dazu stelle ich euch als erstes mal das Verfahren vor. Das kommt euch jetzt bestimmt bekannt vor. Wir machen im Prinzip genau dasselbe wie bei L01 zum Thema Kinderarmut. Und zwar werden wir wieder eine Einbringungsrede von zehn Minuten hören. Danach 16 geloste Beiträge mit jeweils drei Minuten Redezeit. Und das wird wieder so in Blöcken passieren. Und dazwischen drei gesetzte Redebeiträge mit fünf Minuten Zeit. Ihr könnt euch wieder, wie eben, hier vorne in die Boxen einwerfen, in die Boxen Frauen und Boxen offen. Die Antragskommission wird danach, nach der Debatte, das Verfahren für die Änderungsanträge vorstellen. Für die Änderungsanträge würden wir vorschlagen, dass es immer einen Pro- und einen Kontrabeitrag gibt und dann jeweils drei Minuten Redezeit auch wieder eingeplant sind. Wenn ihr diesem Verfahren zustimmt, dann bitte ich euch um euer Kartenzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist das Verfahren einstimmig angenommen. Sehr schön. Aber bevor wir anfangen mit der Einbringungsrede, haben wir noch was Besonderes für euch. Und zwar haben einige Leute in mühevoller Arbeit ein Video für euch produziert zum Thema Klimaschutz. Und wenn die Technik bereit ist, ist die Technik bereit? Kann ich kurz einen Daumen oder sowas? Die Technik ist so mittelbereit, sagt sie. Aber wir machen jetzt erstmal wieder das Licht an und versuchen das mit dem Ton nochmal hinzukriegen. Und wenn es geklappt hat, dann könnt ihr das Video nochmal in voller Länge und mit Ton und allen tollen Aussagen sehen und hören. Hoffentlich. Deswegen geht jetzt hoffentlich gleich das Licht wieder an. Ja. Kommt ihr wieder? Nee, wir machen das gleich. Wir versuchen uns auch nochmal zurück. Okay, Eva, bist du bereit? Soll ich? Eine Sekunde noch. So, wir sind bereit. Ja, der Einstieg muss anders sein. Wie ihr eben gerade nicht gesehen habt, unser Planet ist in Gefahr. In Brasilien steht die Lunge der Welt immer wieder in Flammen. Wüsten breiten sich immer weiter aus. Am Nordpol bricht das Eis weg. Und nicht nur der Eisbär kämpft im Augenblick um das Überleben. Die Folgen der Klimakrise sind weltweit verheerend. Aber all das passiert nicht mehr irgendwo. Es passiert nicht mehr weit weg von uns. All das passiert mehr und mehr direkt vor unserer Haustür. 800 ältere Menschen sind laut Robert-Koch-Institut im Hitzesommer 2018 nur in Berlin und Brandenburg gestorben. 800 Menschen. Auch unsere Bäume leiden massiv unter dieser Hitze. Dieses Jahr werden wir so viele fällen müssen wie noch nie zuvor. Die Wetterextremen nehmen hier weiter immer mehr zu. 2018 war das heißeste und das trockenste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Uns rennt die Zeit davon. Und das Eis, es wird verdammt dünn. Was wir zurzeit in Deutschland und auch hier in Berlin erleben, ist eine Jugend, die um ihre Zukunft kämpft. Und eine Jugend, die uns ein Zeugnis ausstellt, dass wir eben nicht genug getan haben. Und diese Jugend hat Recht. Wir können mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir immer die Kraft waren, die schon gegen die Klimakrise gekämpft hat. Wir haben 2016 in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen werden. Und von den vier Kohlekraftwerken, die es 2016 noch gab, haben wir bereits zwei abgeschaltet. Das ist ein Riesenerfolg. Wir haben in den Koalitionsvertrag die Mobilitätswende hineingeschrieben und es bereits in Gesetz gegossen. Und wir haben in den Koalitionsvertrag die Ernährungswende hineingeschrieben. Und die Kantine der Zukunft hat bereits ihre Pforten offen. Das ist sehr, sehr gut. Aber es ist ein Koalitionsvertrag. Es ist ein Kompromiss. Und es ist klar, geht es nach uns, geht es nach Bündnis 90, die Grünen, dann können wir auch in Berlin beim Klimaschutz eine deutliche Schippe drauflegen. Ich weiß, wir diskutieren zurzeit viel über Zielzahlen, viel wann bis was eingetreten werden soll und was wir nicht erreichen wollen. Das ist gut und das ist auch richtig, denn das erzeugt Druck. Aber entscheidend werden am Ende nicht die Diskussionen über die Zielzahl sein, sondern entscheidend wird sein, dass wir für die konkreten Maßnahmen, diese konkreten Maßnahmen Unterstützung bekommen, dafür Mehrheiten organisieren und sie am Ende auch umsetzen. Und dass wir auch für diese konkreten Maßnahmen uns in den Wind stellen. Denn dieser Wind, der wird noch zum Sturm werden. Das muss uns klar sein. Deshalb ist es auch so entscheidend, dass das, was wir vorhaben, wir auch deutlich benennen. Ja, das mag den einen oder anderen vielleicht verschrecken. Es hilft aber nichts, wenn am Ende alle für das Pariser Klimaabkommen sind. Aber wenn wir die Parkplätze wegnehmen, wenn wir Autos mehr und mehr aus der Stadt verbannen oder wenn wir vegetarisches essen. Nee, nee, verbannen. Ja, ich habe meine Kreuzberg Politik gemacht. Oder wenn wir vegetarisches Essen in den Kantinen einführen. Wenn wir das tun, brauchen wir die Unterstützung der Gesellschaft und dann hilft es uns nichts, wenn keiner mehr da ist und nur unsere Gegnerinnen und Gegner über uns herfallen. Also machen wir uns bitte nichts vor. Sehr, sehr viele Menschen sind zurzeit für den Klimaschutz. Aber viel weniger sind bereit, den Preis dafür zu zahlen. Es steht auch schon in den Zeitungen, genau zu unseren Vorschlägen, die wir heute vorlegen. Da steht, dass grünen Politiker mehr gegen Klimawandel tun wollen, klingt nicht sonderlich überraschend. Im Detail haben es die Vorschläge der Parteispitze aber in sich. Und das schreibt kein Kampfblatt. Das schreibt die dpa. Und natürlich haben es unsere Vorschläge in sich. Aber heute mit einem Beschluss, mit diesem Beschluss wird es nicht zu Ende sein. Im Gegenteil, mit diesem Beschluss fängt unsere Arbeit erst an. Und für diese Arbeit brauchen wir euch alle. Das beste Beispiel, das beste Beispiel dafür ist die Karl-Marx-Allee. Wir wollen in der Karl-Marx-Allee 162 Parkplätze wegnehmen, damit ein grüner Mittelstreifen kommt. Und das ist richtig. Wir wollen keine Autoparkplätze. Wir wollen Bienenparkplätze. Wir wollen Raum schaffen, der nicht mehr für Blechlawinen da ist, sondern damit Wasser versickern kann. Aber der Aufschrei, der Aufschrei auch bei der Karl-Marx-Allee, er ist doch schon da. Die Unterschriften für die Parkplätze werden schon gesammelt. Und genau da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir hin, für den Klimaschutz zu werben. Da müssen wir hin, damit Berlin entziegelt wird. Dass wir den Beton rausreißen und dass alles grün aufwächst. Und es ist doch völlig absurd, wenn da mit dem Denkmalschutz argumentiert wird. Wenn da argumentiert wird mit dem Denkmalschutz, wir müssen die Dominanz des Autoverkehrs auf der Karl-Marx-Allee bewahren. Ja, wo sind wir denn? Das kann doch nicht Ihnen ernst sein. Wenn das Klimaschutz ist, Entschuldigung, jetzt ist ein Witz verkauft. Wenn das Denkmalschutz ist, dann will ich Klimaschutz und der hat Vorrang. Liebe Freundinnen und Freunde, mit unserem Antrag beschreiben wir nicht nur kleinteilige Einzelmaßnahmen. Ja, davon stehen sehr, sehr viele in unserem Antrag drin. Die Umstellung der städtischen und bezirklichen Fuhrparks auf Elektro-, Wasserstoff-, Lastenräder- und Dienstfahrräder. Die Förderung und der Ausbau von Solarthermie und Photovoltaik. Mehr Spielstraßen, mehr Schulstraßen. Aber damit werden wir uns nicht zufrieden geben. Denn wir meinen es mit dem Klimaschutz verdammt ernst. Und deshalb ist es auch entscheidend, dass wir an die Strukturen rangehen. Deshalb müssen wir systematisch daran arbeiten, dass Strukturen, die den Klimaschutz behindern, abgeschafft werden. Und dass wir Strukturen schaffen, die dauerhaft dafür arbeiten, dass Klimaschutz auch belohnt wird. Deshalb brauchen wir einen Klimavorbehalt. Deshalb brauchen wir ein Klimamonitoring und ein Klimabudgeting. Das klingt vielleicht sperrig, aber es garantiert uns, dass in Zukunft alle getroffenen Maßnahmen auf ihre Klimawirkung hin abgeklopft werden. Dass die negativen Auswirkungen dafür alternativer erarbeitet werden müssen. Und es garantiert uns, dass endlich alle Ressorts sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen müssen. Wir brauchen deshalb strukturell und dauerhaft mehr Geld in den Bezirken. Denn die Bezirke sind entscheidend, um die Maßnahmen vor Ort, die konkreten auch umzusetzen. Deshalb ist es großartig und deshalb einen großen Dank an die Fraktion auch, dass ihr bei den grünen Produkten für die Bezirke so viel draufgesetzt habt. 2020 25 Millionen mehr. 2021 sogar 35 Millionen mehr für die Pflege von Grünflächen, von Parks und für die Bäume. Und dann kommt noch jährlich 5 Millionen mehr für die Berliner Wälder dazu. Das ist großartig. Vielen Dank. Und wir brauchen ein Bauinformationszentrum, damit die Bauherren und Bauherren auch informiert werden, wie man ökologisch nachhaltig bauen kann. Wir müssen die Kostenleistungsrechnung der Bezirke endlich in Angriff nehmen, damit die Bezirke, die ökologisch nachhaltig arbeiten, nicht länger bestraft werden. Es darf einfach nicht sein, dass Bezirke, die ökologische Modernisierung durchführen, am Ende weniger Geld in der Kasse haben. Und wir müssen die Mobilitätswende mit aller Kraft vorantreiben und brauchen deshalb auch eine City-Maut. Und wir brauchen eine dritte solidarische Finanzierungssäule für den ÖPNV. Entscheidend wird auch sein, dass wir dafür kämpfen, das Stromnetz, das Gasnetz und die Fernwärmenetze wieder zurückzubekommen. Aber so oder so, ob wir das schaffen oder nicht, es wird entscheidend sein, dass wir diejenigen, die erneuerbare Wärme in das Fernnetz einspeisen, auch ordentlich vergüten und faire Preise zahlen, damit die endlich verdienen und nicht Watten fallen und wir so das Klima retten. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt noch viel zu sagen, was wir vorschlagen. Kantine der Zukunft, keine Wirtschaftlichkeitsprüfung mehr bei den Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden, verpflichtende Fassadenbegrünung bei Häusern, die über acht Stockwerke sind, Klimaschutzmanagerin in den Bezirken und, und, und. Aber ich habe schon die rote Karte. Ich kann leider nicht mehr alle Maßnahmen aufzählen. Aber was wir hier und heute vorlegen, ist ein großer Schritt für einen besseren Klimaschutz. Aber es ist nur der Anfang. Denn Beschlüsse reichen uns nicht mehr. Kommst du bitte zum Schluss? Ja, Beschlüsse reichen uns nicht mehr. Wir wollen die Klimaschutzmetropole der Zukunft bauen. Darunter machen wir es nicht mehr. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Danke. Vielen Dank, Werner. Als nächstes ist Klara Herrmann aus dem KV Friedrichshain-Kreuzberg dran. Und schon mal bereit machen können sich Stefan Taschener aus dem KV Lichtenberg, Ramona Popp aus dem KV Mitte und Georg Köstler aus dem KV Neukölln. Und ihr könnt euch weiterhin in die Boxen einwerfen natürlich. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Umweltstadträtin. Ich darf Umweltstadträtin von Friedrichshain-Kreuzberg sein. Friedrichshain-Kreuzberg ist der dicht besiedelte Bezirk Berlins. Und damit könnt ihr euch vorstellen, dass das für so eine Umweltstadträtin nicht immer ein leichter Job ist. Wir reden viel über Klimaschutz. Und aktuell die Debatte um den Klimanotstand, die Klimanotlage, ich persönlich finde sie absurd. Unser Planet befindet sich längst im Klimanotstand und damit auch wir. Und deshalb danke, Regine, dass du diese Debatte führst und für mich unverständlich, warum wir das nicht endlich so sehen. Wie gesagt, wir befinden uns im Klimanotstand und das muss aus meiner Sicht auch bei allen anderen ankommen. Wir haben in Berlin die Regierung aufgenommen. Da gab es fast keine Strukturen für das Thema Klimaschutz. Und so ein Aufbau von Strukturen ist immer zäh und dauert lange. Das erleben wir in den Bezirken auch. Und deshalb kann man auch verstehen, dass wir alle gemeinsam, auch ich und viele hier im Raum, nicht zufrieden sind mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Und dass wir verdammt nochmal, wenn wir diesen Planeten retten wollen, an Fahrt aufgewinnen müssen. Und das werden wir gemeinsam. Es ist doch nicht klimagerecht, dass eine Jahreskarte der BVG über 760 Euro kostet und ein Parkplatz im Jahr und ein Parkplatz nicht mal elf. Und auch nur dann, wenn man in einer parkraumbewirtschafteten Zone lebt und viele Bereiche in Berlin sind, haben noch überhaupt keine Parkraumbewirtschaftung. Das ist nicht klimagerecht. Wir in Friedrichshain-Kreuzberg machen schon viel. Und Klimaschutz fängt vor Ort, fängt in den Bezirken an. Wir sanieren Gebäude, wir reden mit den Stadtwerken über Photovoltaikanlagen, wir bauen die Radverkehrsinfrastruktur aus, man kann sich bei uns kostenfrei Lastenfahrräder ausleihen. Wir machen den Volkspark Friedrichshain zu einem naturnahen Wald, wir bauen Trinkbrunnen und international renaturieren wir eine Fläche in San Rafael del Sur in Nicaragua, die so groß ist wie alle unsere Grünen, lang zusammen. Und trotzdem reicht es nicht, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen und deshalb müssen wir mehr machen und wir brauchen konsequentere und mutigere Ansätze. Und da möchte ich euch bitten, lest euch den Antrag durch, da sind super viele dringend notwendige Dinge dabei. Kein Neubau mehr ohne Klimaneutralität, ohne grüne Dächer, ohne Photovoltaik. Wir in Friedrichshain-Kreuzberg haben die Situation, dass zwei Drittel der Wege zurückgelegt werden, nicht mit dem Auto. Die öffentliche Infrastruktur aber zu zwei Dritteln der Fläche aufs Auto ausgerichtet ist. Das ist nicht gerecht. Wir bauen die öffentliche Infrastruktur um. Mehr Grün, mehr Fahrrad. Und konsequenter und mutigere Ansätze heißt auch, dass wir in Berlin keine Grünanlagen, keine Friedhöfe mehr bebauen dürfen. Dass wir die Baumschutzverordnung andrehen müssen. Es kann nicht sein, dass Bäume so gefällt werden und so wenig geschützt sind. Du wirst ja schon deutlich über der Zeit und es wäre gut, wenn du zum Schluss kommen würdest. Dafür möchte ich mich bedanken, dass dieser Antrag da ist und vor allen Dingen bei der Fraktion im Abgeordnetenhaus, die mit 50 Millionen noch mal deutlich nachgelegt hat. Und jetzt kriegen wir auch endlich die 80 Euro pro Baum, damit wir unsere Bäume ordentlich pflegen können. Danke schön, Clara. Vielen Dank. So, dann ist jetzt Stefan Taschner dran. Und du hast auch drei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Klimakrise schreitet ungebrochen voran. Die beiden letzten Hitzesommer haben, glaube ich, jeden von uns deutlich spüren lassen, was auf uns zukommt, wenn wir nichts tun. Denn schon in etwa 50 Jahren werden diese heißen Sommer, die uns so geplagt haben, vollkommen normal sein. Deswegen ist es klar, dass egal ob Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände oder auch die vielen anderen Menschen, die wir bei den Klimademos in den letzten Wochen getroffen haben, sie machen uns deswegen Druck und das zu Recht. Und sie erwarten von uns als Politik jetzt nicht schöne Reden, die wir ja trotzdem halten, sondern sie erwarten von uns vor allem konsequentes Handeln. Und deswegen kann für uns der Grüne die Anerkennung der Klimanotlage nicht nur reine Symbolpolitik bleiben. Wir sind jetzt aufgefordert, noch mal eine ordentliche Schippe auf unsere Anstrengungen draufzulegen. Und ich finde, der Leitantrag L02 macht da sehr gute Vorschläge. Aus meiner Sicht liegt vor allem der Schlüssel in Berlin in der Verkehrs- und der Wärmewende. Beides, da sind wir uns, glaube ich, einig, sind dicke Bretter, die wir bohren müssen. Doch sowohl Regine Günther, als auch wir im Abgeordnetenhaus, als auch viele von euch in den BVV und in den KVV haben sich bereits an die Arbeit gemacht, diese dicken Bretter auch durchzubohren. Ja, und wir müssen auch selbstkritisch sagen, nicht alles läuft wirklich rund. Die Umsetzung des BEK lässt zum Beispiel länger warten, als wir uns das alles erhofft haben. Doch wir müssen auch sagen, es gibt doch einige Erfolge. Zum Beispiel die Machbarkeitsstudie zum Kohleausstieg. Sie hat gezeigt, wir können wirklich bis spätestens 2030 aus den verbleibenden zwei Kohlekraftwerken noch aussteigen. Aber diese Machbarkeitsstudie, so wichtig, ist der erste Schritt wahr. Es darf nicht der letzte Schritt bleiben. Es ist doch klar, dass jetzt nach dem Kohleausstieg eigentlich der Gasausstieg zu folgen hat. Denn wir brauchen doch Lösungen, Lösungen für die Wärmewende in unserer Stadt, die nicht darauf basieren, dass irgendwann einmal grünes, erneuerbares Erdgas zur Verfügung steht. Davon sind wir doch meilenweit entfernt, auch dank dieser Bundesregierung, die die Energiewende mehr bekämpft, als sie sie fördert. Wir brauchen aber auch, und wer hat es schon angesprochen, endlich eine Öffnung der Fernwärmenetze von Wattenfall. Ja, ich will da Dritteinspeise haben, die ihre erneuerbare Energie in dieses Fernwärmenetz reingeben können, um es grüner zu machen. Und ja, natürlich muss Wattenfall diese Wärme auch ordentlich vergüten. Aber die Wärme findet eben auch in den Häusern statt und wird da entschieden. Auch hier brauchen wir Lösungen, die sinnvolle energetische Sanierung deutlich voranbringen. Noch die Kosten dafür, und das ist uns alle klar, dürfen wohl nicht nur die zu Mieten Wohnenden tragen. Nein, wir brauchen endlich eine faire Verteilung. Wir müssen endlich auch die Immobilienbesitzenden in die Pflicht nehmen. Deswegen setzen wir uns als Grüne auch für das Drittelmodell ein. Aber auch der Staat ist gefordert. Wir als Land sind gefordert. Und ich bin froh, dass im Zuge der Mietendeckel-Diskussion das Förderprogramm für energetische Sanierung in Zukunft unter grüner Hand verwaltet wird. Denn dann bleiben die 50 Millionen hoffentlich nicht unterliegen, sondern gehen dahin, wo wir sie brauchen, in sinnvolle energetische Sanierung. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, dann müssen wir jetzt entschlossen handeln. Denn die Bewältigung der Klimakrise lässt keine weiteren verlorenen Jahre zu. Vielen Dank. Jetzt ist Ramona Popp dran. Liebe Freunde, liebe Freunde, der Kampf für den Klimaschutz und gegen die Klimakrise steht heute im Mittelpunkt dieser LDK. Ich füge hinzu und auch für die Energiewende, die wir ja im gleichen Atemzug natürlich mit nennen müssen. Und wir Grüne stehen, haben wir auf der BDK gesehen, sehen wir heute auch wieder, stehen wie keine andere Partei für Entschlossenheit und Mut beim Klimaschutz. Und das braucht Ideen und das braucht Mut. Das braucht vor allem uns alle, damit wir auch tatsächlich vorankommen. Ich bin seit 20 Jahren bei den Grünen Mitglied. Ich bin seit 20 Jahren Mache für die Grünen-Politik. Und ich habe mehr denn je das Gefühl jetzt, dass heute unsere Zeit auch gekommen ist. Jahrzehntelang hieß es ja, na ja, die Ökos, die Grünen mit ihrem Klimaschutz. Na ja. Und heute ist das einfach ein Thema für die gesamte Gesellschaft. Und soweit haben wir es auch geschafft. Das ganze Land ist auf dem besten Weg zu verstehen, wie bedrohlich die Klimakrise tatsächlich ist. Wie sehr sie unsere Art zu leben, zu arbeiten und zu wirtschaften auch auf die Probe stellt. Aber eben auch, dass man sie mit konsequenter Politik auch eindermen kann, die Klimakrise. Und aus diesem Weg machen wir uns aber. Wie selbstverständlich unterhalten sich Menschen, da wo ich unterwegs bin, Unternehmer, Unternehmerinnen, mit mir darüber, wie der Verbrauch von Fahrzeugen, wie aber auch der Verbrauch von Landwirtschaft, der Flächenverbrauch, der CO2-Ausstoß unserer Art auch zu uns zu ernähren ist. Das ist ganz normal geworden, dass Menschen darüber reden. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Und heute diskutieren wir ja darüber, welche Ziele wir uns setzen und welche Maßnahmen wir ergreifen wollen, um weiter auch konsequent in der Klimapolitik voranzukommen. Und dieser Zusammenhang von Zielen und Maßnahmen ist ja nicht ganz trivial. Weil natürlich ist es radikal und auch vernünftig, sich Ziele zu setzen, die mutig sind und anspruchsvoll sind. Man darf aber nicht vergessen, dass die Maßnahmen dazu ja auch noch kommen müssen. Und ihr wisst es ja, 2016, als wir in die Regierung kamen, haben wir in Sachen Klimaschutz und Energiepolitik fast nichts vorgefunden in den Verwaltungen. Wir bauen diese Verwaltung gerade auf, Regine und ich. Wir arbeiten vom Masterplan SolarCity über das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm. Ihr kennt die Themen an all diesen Themen. Aber vor uns war faktisch nichts da. Wir haben ja damit bei null angefangen und sind ganz schön weit gekommen, finde ich, in den letzten Jahren. Was mich aber tatsächlich umtreibt, ist genau dieser Zusammenhang von Zielen, Maßnahmen und Instrumente. Weil ja, mutige Ziele sind wichtig, damit man weiß, wo man hinkommt und hinkommen muss, auch im Leben und vor allem in der Politik. Und deswegen formulieren wir mutige Ziele. Aber ich will da hinweisen, nicht nur auf die Machbarkeit, die Regine und ich ja gut kennen und ihr alle anderen auch, sondern was mich tatsächlich umtreibt, ist, dass wir eine doppelte Verantwortung haben. Wir haben die Verantwortung für die Klimaschutzpolitik, weil kein anderer sie sonst betreibt, außer uns. Wir haben aber auch eine Verantwortung für Mehrheiten zu bekommen in der Gesellschaft. Weil wenn wir vorne wegrennen, weil unsere Ziele ganz weit vorne sind und dann irgendwann merken, dass irgendwie keiner mehr da ist, der uns folgt bei diesen Zielen, dann ist uns auch nicht geholfen. Und deswegen sage ich, wir haben eine doppelte Verantwortung für die Klimaschutz, für eine konsequente Klimaschutzpolitik und aber auch dafür, die Instrumente so zu schärfen, die Menschen so mitzunehmen, dass wir wirklich erfolgreich damit sind. Denn ganz bildlich gesagt, es nützt mir nichts, die BVG-Busflotte auf E-Busse in fünf Jahren umzustellen. Kommst du bitte zum Schluss? Und da stelle ich fest, dass der Busfahrer gar nicht einsteigen will in diesen Bus und den nicht fahren will. Wir müssen alle mitnehmen auf diesem Weg. Das ist auch unsere Verantwortung, weil wir die Einzigen sind, die das ernst meinen mit dem Klimaschutz. Und wir sind die Einzigen, die das ernst meinen damit, dass wir den Menschen mitnehmen auf diesem Weg und keinen zurücklassen wollen. Und deswegen diese doppelte Verantwortung, die haben wir im Blick, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen machen wir heute das, was wir am besten tun können. Konsequent Klimaschutz und Energiewendepolitik. Kommst du bitte zum Schluss? Vielen Dank. Dankeschön. Dann ist jetzt Georg Kößler dran und danach hören wir unseren ersten Gesetzenredebeitrag von Regine Günther. Danke dir. Warum seid ihr eigentlich hier? Warum seid ihr bei den Grünen? Ich bin bei den Grünen, weil ich das Klima schützen will. Und die meisten von euch auch. Und so hat jeder, sei es das Klima oder ein anderes Thema, wofür er oder sie richtig brennt. Wo man keine Lust hat auf Kompromisse. Und wo man sagt, schön, dass wir hier was machen, aber es reicht mir nicht. Und als ich letztes Wochenende bei Ende Gelände saß, da konnte ich den Leuten natürlich sagen, hey, schön, dass ihr hier blockiert, wir in Berlin, wir machen den Kohleausstieg bis 2030. Und da sagen die, super, aber geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt hier viele tolle Redebeiträge und noch ganz viele Gesetze und die werden euch erzählen, was wir alles toll machen. Und ich finde es richtig, mit uns bewegt sich in dieser Stadt endlich mal was in Sachen Klimaschutz. Aber mit diesem Antrag zeigen wir, wir sind erst ein Prozent des Weges gegangen. Der lange Weg liegt noch vor uns und heute dieser Antrag wird der Staatsschluss dafür sein. Wir müssen mehr. Wir können nicht einfach nur den Koalitionsvertrag abarbeiten. Und so richtig ist es, dass wir angesichts der Mietenkrise auch noch einen Mietendeckel beschließen werden. So wichtig ist es, dass wir angesichts der Klimakrise auch einen draufsetzen und ein Klimanotlagenpaket beschließen. Und das ist eben mehr. Es ist super, dass wir das BEK haben. Es ist super, dass wir das Mobilitätsgesetz haben. Es ist super, dass wir den Kohleausstieg beschlossen haben. Aber wir müssen jetzt nachlegen. Die Machbarkeitsstudie Kohleausstieg hat erklärt uns, wie das der Kohleausstieg funktioniert. Wie genau, das müssen wir jetzt beschließen. Und wir werden uns nicht darauf verlassen, dass Vattenfall uns vorrechnet. Ab 2030 kommt ein fossiles Gaskraftwerk. Und dem haben wir sogar schon vorgesorgt. Kollege Taschner und ich haben nämlich schon im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir ein Landeswärmegesetz machen wollen mit CO2-Grenzwerten. Vertrauen ist gut, aber gerade bei Vattenfall ist Kontrolle besser. Und deshalb werden wir das noch an dieser Legislatur beschließen. Wir müssen aber jetzt endlich uns mal trauen, an die Strukturen zu gehen. Immer weiter, immer noch eine kleine Maßnahme, ein bisschen CO2-Grenzwerte abwägen. Wir müssen mal die Strukturen ändern, wie Politik in diesem Land gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass wir für jede Solaranlage auf jeder Schule hier ewig viel Aufwand brauchen, um die raufzumachen. Wir brauchen nur Solarpflicht für alle Häuser. Wir können doch nicht bei jedem Gesetz fragen, hinterher, hm, Mist, das bringt jetzt nichts fürs Klima, müssen wir ein bisschen mehr Fördergeld bereitstellen. Wir müssen von Anfang an Gesetze und Maßnahmen des Senats überprüfen, welche CO2-Auswirkungen haben sie. Und ganz ehrlich, eigentlich müssten wir auch alle bestehenden Gesetze in diesem Land mal überprüfen. Wir müssen den Bezirken nicht nur mehr Geld geben, sondern wir müssen die Logik, nach der die Bezirke wirtschaften, die sogenannte KLR, die müssen wir grundsätzlich ökologisieren. Und wir können uns gerne über das Ziel 2035, 2036, 2040 unterhalten. Immer diese Jahreszahlen, die kommen ganz durcheinander. Leute, es gibt die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, wir haben CO2-Budget. Eigentlich müsste diese ganze Klimalogik umgestellt werden auf ein CO2-Budget. Das sind die Aufgaben. Lasst uns radikal denken. Denkt daran, wofür seid ihr in die Politik gegangen? Wofür brennt ihr? Brennt, habt neue Ideen. Wir müssen die Politik nicht einfach nur weitermachen, ein bisschen radikaler. Wir müssen sie komplett verändern, gerade in der Klimafrage. Danke. Und jetzt hören wir unseren ersten gesetzten Redebeitrag von Regine Günther, unserer Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die globale Klimakrise ist auch in Deutschland, ist in Berlin angekommen. Wir haben das gesehen, der letzte Sommer 2019 war der heißeste hier in Berlin seit 130 Jahren. Der Indikator dafür, dass es mit verheerenden Folgen einhergeht, wir haben es heute schon gehört, das ist der Waldzustand. Nur 8% der Bäume sind noch gesund. Insgesamt 36% sind schwer geschädigt. Das ist eine massive Zunahme gegenüber dem, was wir noch im letzten Jahr gesehen haben. Es gibt also zwei Dinge für uns zu tun. Das Gebot der Stunde ist erstens, dass wir grundlegend umsteuern müssen. Wir müssen schnell die klimaschädlichen Treibhausgase reduzieren. Aber wir müssen auch zweitens unser Handeln so auslegen, dass es international zum Vorbild werden kann. Nur wenn andere uns auf dem Weg folgen, den wir gehen, werden wir den globalen Kraftakt bewältigen, die Klimaerhitzung noch auf ein trägliches Maß zu reduzieren. Nur wenn wir beide Herausforderungen annehmen, dann werden wir Leuchtturm in dieser Klimakrise sein können. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen in der Mitte der Legislaturperiode. Und natürlich, ein bisschen habe ich schon gehört, es ist dann auch für jeden von uns, natürlich auch die, die in der Verantwortung stehen, Zeit zurückzuschauen. Was haben wir geschafft? Und ich meine, nach drei Jahren Regierungsbeteiligung können wir Grünen selbstbewusst sagen, wir haben sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Wir haben sehr viele neue Pflöcke eingeschlagen. Lass mich das an fünf Themen ganz kurz illustrieren, weil ich oft gefragt werde, was ist denn jetzt verändert worden? Und all das, wo wir wirklich andere Wegmarken gesetzt haben, nicht mehr zur Kenntnis genommen wird. Das ist natürlich einerseits die Mobilitätswende mit dem Mobilitätsgesetz. Und hier haben wir ein anderes Mindset etabliert. Im Zentrum all unserer Bemühungen, all unserer Verkehrsplanung, steht der Mensch, die Natur und nicht mehr das Auto. Und wir schließen beim ÖPNV die Elektrifizierung ab. Wir sind die Stadt, die Vorreiter ist bei der Elektromobilität bei Bussen. Heute fahren 30 Busse, im Jahr 2020 130. Und wenn alles gut geht, Ende der Legislatur 225. Wir haben den Kohleausstieg geschafft. Zumindest, also wir haben den Kohleausstieg bis 2030, werden wir ihn schaffen. Wir haben jetzt vier Kraftwerke schon abgeschaltet. Und richtig ist natürlich, wir müssen den Blick darauf erweitern, was kommt nach dem Kohleausstieg. Wir werden natürlich die Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen, so auslegen, dass sie auch für wasserstofftauglich ist. Dass wir sofort das Gas, wenn Wasserstoff zur Verfügung steht, dann substituieren können. Weil natürlich wollen wir die Energieversorgung so schnell wie möglich CO2-frei gestalten. Wir haben das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm verabschiedet mit 100 Maßnahmen. Und hier auch noch mal mein persönlicher Dank an die Fraktionsvorsitzenden, an die beiden, an die Fraktion, die es geschafft hat, noch mal in einem Husarenritt Millionen für die grüne Infrastruktur, für die Straßenbäume und für den Wald zu organisieren. Vielen Dank euch noch mal. Liebe Freundinnen und Freunde, das sind nur einige Schlaglichter. Wir wissen das. Aber diese Schlaglichter zeigen, Klimaschutz hat für uns Grüne in Berlin oberste Priorität. Aber auch das ist richtig. Die Früchte einiger großer und wichtiger Weichenstellungen werden wir erst in den kommenden Jahren ernten. Vielleicht auch in zehn Jahren erst. Deshalb brauchen wir einen langen Atem und wir brauchen Beharrlichkeit, diese dicken Bretter zu bohren. Und wir dürfen vor unbequemen Entscheidungen nicht zurückschrecken. Wir machen das nicht. Das neueste Beispiel hier ist die Karl-Marx-Allee. Und ich möchte mich bei allen von euch bedanken für die große Unterstützung. Liebe Freundinnen und Freunde, noch ein Wort zur Klimanotlage. Ja, es ist klar, wir stecken in einer Klimanotlage. Und deshalb ist es richtig, dass sich jetzt auch der Senat auf meine Initiative damit beschäftigt. Kommst du bitte zum Schluss? Ja, es geht darum, jetzt auf das ambitionierte Programm nochmals draufzusatteln. Dafür liegen Ideen vor. Dafür sind wir in den Diskussionen, damit es nicht dabei bleibt, wo wir jetzt stehen. Wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Das werden wir. Und wir werden zeigen, dass wir die Klimaschutzpartei sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Regine. Dann ist jetzt als nächstes Alexander Kass-Elias aus Charlottenburg-Wilmersdorf dran. Danach Maja Richter aus San Hellersdorf. Clemens Grisorp aus dem KV Pankow. Und dann Lisa Paus aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Schöne Grüße aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir haben bereits den Klimanotstand in unserem Bezirk beschlossen. Und wir wollen, dass alle Vorlagen des Bezirksamtes und der BVV zukünftig auf ihre Klimawirksamkeit überprüft werden. Insofern, liebes Land Berlin, den Schritt, den wir gegangen sind, den könnt ihr auch gehen. Und insofern freue ich mich, wenn das Land Berlin demnächst auch die Klimanotlage beschließt. Insbesondere begrüße ich sehr, dass wir in diesem Antrag auch die Bezirke berücksichtigen. Weil nur wenn die Arbeit vor Ort geschieht, wenn die Kostenleistungsrechnung eben auch wirklich Ökologie und so weiter mitdenkt, dann können wir auch unsere Projekte umsetzen. Und liebe Freundinnen und Freunde, machen wir uns nichts vor. Wenn wir die besten Leute haben wollen vor Ort, dann müssen wir sie auch gut bezahlen. Und da sehe ich noch ein großes Problem, wie wir in den Bezirken eben wirklich die guten Leute bekommen. Ich glaube, alle Bezirksverordneten und Stadträte können euch ein Liedchen davon singen, wie schwierig es ist, gutes Personal für die Arbeit vor Ort zu bekommen. Und diese ganzen ehrgeizigen Ziele, da gibt es eigentlich auch ein paar Beispiele. Regine, du hast jetzt schön die Karl-Marx-Allee genannt. Ich möchte dir gerne mal den Bundesplatz nennen, den Adenauerplatz und die Bundesallee. Da möchte ich mir auch demnächst wünschen, dass dieses Voranschreiten, dass ihr in Senu 4K an den Tag gelegt habt, dass ihr das auch dort an den Tag legt. Weil das sind teilweise noch richtig Autobahnen mitten in der Stadt, auch wenn das eigentlich schon Stadtstraßen sind. London macht es vor. Wir haben eine City-Maut. Und ich kann euch sagen, da wir den Vorteil haben, dass das Land Berlin zugleich Land und Stadt ist, können wir mit einem City-Maut-Gesetz zumindest auf den Landesstraßen auch eine City-Maut gut umsetzen. Insofern hoffe ich, dass mit unseren Partnern Linke und SPD überzeugt werden können, dieses umzusetzen. Ein Ding muss ich aber hier noch mal an den Tag legen. Ihr kriegt es ja vielleicht mit. Wir diskutieren momentan das Autobahndreieck-Funktum. Die DEGIS plant, weiterhin 250.000 Kfz pro Tag in die Stadt führen zu lassen. Ich glaube, das ist nicht die Verkehrswende, die wir haben wollen. Ich hoffe noch mal sehr, dass wir uns auf Landesebene dafür einsetzen können, dass wir hier eine andere Planung bekommen, und die BVV hat vorgelegt, wir können uns eine Bahn-Offensive vorstellen. Meine Vision ist kein Autobahndreieck-Funktum, sondern ein Regionalbahnhof-Westkreuz. Ich glaube, in die Richtung muss es gehen, da das Ziel zu erreichen. Insofern danke für eure Aufmerksamkeit und ich bitte, dass wir da weiter forsch vorangehen, um unsere Ziele zu erreichen. Dankeschön. Dann ist jetzt die amtierende Sprecherin der Grün-Jugend Berlin, Maja Richter, dran. Ja, genau, das wollte ich auch noch mal sagen. Ich bin die frisch gewählte Sprecherin der Grün-Jugend Berlin und darf jetzt zu euch zu einem sehr wichtigen Thema, und zwar Klimaschutz. 2020 halten sowohl Berlin als auch Deutschland als auch die EU die Klimaziele nicht ein, die in Paris 2015 auf der Weltklimakonferenz vereinbart wurden, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Jedes zehntel Grad globale Erdaufheizung bedeutet Zerstörung der Lebensgrundlage tausender Menschen und das Aussterben von vielen Tierarten. Während Fridays for Future mittlerweile seit über einem Jahr für eine klimagerechte Welt auf die Straße geht, ist politisch viel zu wenig passiert. Wir werden diese Untätigkeit nicht länger akzeptieren. 2020 werden wir unseren Protest in alle Klassenzimmer, in jeden Arbeitsplatz, auf die Straße bringen, bis allen klar ist, warum wir drastisch die Treibhausgasemissionen sofort senken müssen. Die globale Temperatur muss so niedrig wie möglich gehalten werden. Die Kohlekommission hat über unsere Zukunft entschieden, ohne dass wir am Verhandlungstisch saßen. Und das müssen wir in Berlin ändern. Deshalb fordern wir das Wahlleiter 14, damit auch wir mitentscheiden können. Als Grüne Jugend Berlin haben wir die Aufgabe, der Stachel der Grünen zu sein. Und diese Aufgabe haben wir ernst genommen und in langen Verhandlungen mit den Grünen über diesen Antrag diskutiert und haben über 50 Änderungsanträge eingereicht und waren am Ende so fertig, dass wir aus Versehen sogar einen als Landesvorstand der Grünen Berlin eingereicht haben. Beim Thema Kohleausstieg haben wir gefordert, dass wir nicht nur Kohle abschaffen, sondern auch den kompletten fossilen Ausstieg einleiten wollen. Es ist uns wichtig, dass wir nicht mit fossilen Gasen kompensieren, sondern dass die Potenziale der dezentralen Bürgerenergie gefördert werden. Landeseigene Unternehmen sollen Konzepte aufstellen, wie sie bis 2035 das Netto-Null erreichen, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Außerdem sollen sie sich an den CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne CO2 halten. Außerdem haben wir mitverhandelt, dass für jeden gefällten Baum vier neue Bäume gepflanzt werden. Gerade für uns als Jugendliche ist ein weiteres wichtiges Thema, dass man abends gut nach Hause kommt. Und wie macht man das? Mit dem Nachtbus. Und genau deswegen haben wir gefordert, dass mehr Nachtbusse eingeführt werden. Außerdem fordern wir als grüne Jugend schon lange Klimagerechtigkeit. Ein gerechtes Klima für alle ist eines der grundlegenden Ziele der grünen Jugend. Vor diesem Hintergrund sehen wir ein massives Voranschreiten der Klimakrise. Gleichzeitig leisten wir insbesondere Staaten des globalen Nordens einen viel zu geringen Beitrag, wenn es um den Umgang mit der Klimakrise geht. Insbesondere bei Emotionsreduktion und Klimafinanzierung ist zu beobachten, dass Staaten ihre Zusagen und Versprechen nicht halten. Und genau deswegen müssen wir jetzt handeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist Clemens Grisehop dran. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich hatte einen Volkswirtschaftslehre-Professor, der hat nicht nur die ökonomischen Theorien, sondern auch den ersten Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums behandelt. Der Bericht enthielt drei Szenarien, die das Ergebnis hatten. Es gibt einen Point of no return, der liegt zwischen 2040 und 2050. Jetzt müssen wir feststellen, der Kipppunkt ist bereits erreicht. Jetzt befinden wir uns bereits nach neuesten Klimastudien bei 1,5 Grad derzeit und auf dem 3 bis 5 Grad Ziel mit katastrophalen Folgen, wenn wir nicht sofort handeln. Im Pariser Klimaabkommen wurden 1,5 Grad vereinbart. Zur Jugend von heute. Vor einigen Jahren wurde die Jugend noch in den Medien mit Null Bock und Partyjugend bezeichnet. Jetzt kämpft die Fridays for Future Bewegung für uns alle, für das globale Klima weltweit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grünen müssen Greta Thunberg und der Fridays for Future Bewegung danken für diese globale Klimabewegung. Ihr unterstützt uns und habt das Thema Klima auf den ersten Platz der Tagesordnung gesetzt. Danke. Applaus Die Fridays for Future Bewegung vertritt genau unsere Ziele. Wir gehören zusammen. Wir wollen euch nicht vereinnahmen, sondern gemeinsam mit euch für das Klima kämpfen. Was heißt das für Berlin? Windkraft geht nicht viel, es sei denn auf dem Alex-Turm oder dem Teufelsberg, wo die Abhölanlage der Amis stand. Das Mittel der Wahl für Berlin ist Solaranlagen auf allen Dächern. Es ist ein Skandal, dass zum Beispiel bei Schulneubauten nicht von Anfang an Solaranlagen eingeplant wurden. Applaus Ich habe zum Beispiel auf unserer Schule schon vor vielen Jahren eine Solaranlage installiert mit vielen Leuten. Im Antrag steht die Solarpflicht für alle Neubauten. Wir brauchen auch Solaranlagen auf allen Altbauten. Im ersten Schritt auf öffentlichen Bauten und Bauten auf Wohnungsbaugesellschaften. Wir brauchen auch Solarebellanlagen an allen privaten Sonnenbalkonen, die sogar ins Netz einspeisen. Der Stromzähler läuft rückwärts beim niedrigen Stromverbrauch. Das Geld kann dafür vom Kapitalmarkt aufgenommen. Wir verwandeln Betongold der Immobilienhaie in Solargold. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben die Verantwortung, die Initiative von Fridays for Future aufzugreifen. Und wir versprechen, Fridays for Future in Berlin alles dran anzusetzen, die Ziele von Paris einzuhalten. Berlin war mal Leuchtturm der Freiheit. Jetzt muss Berlin Leuchtturm der Solarenergie werden. Danke. Applaus Als nächstes ist Lisa Paus dran und danach hören wir unseren zweiten gesetzten Redebeitrag von Prof. Dr. Bernd Hirschel. Und es wäre nett, wenn ihr weiterhin die Nebengespräche draußen führt und hier drin leise seid und den Redner Ihnen gut zuhört. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich finde diesen Antrag großartig und vor allen Dingen finde ich großartig, was ich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, wie viele neue Mitglieder wir haben und wie aktiv die sich auch insbesondere in diese Debatte um das Thema Klimaschutz einbringen. Und das hat man ja auch an diesem Antrag und an den vielen Änderungsanträgen gesehen. Was ich nicht großartig finde, ist, was tatsächlich die Bundesregierung beschlossen hat. So, und das wollte ich einfach nochmal in Erinnerung rufen. Wir alle haben es mitbekommen. Es sind halt 10 Euro pro Tonne und nicht 40 und auch nicht 60 Euro pro Tonne. So, das ist jetzt auch tatsächlich schon beschlossen worden. Da ist es auch gar nichts mehr dran zu löten. Aber wir wissen ja, dass heute nicht nur unser Parteitag stattfindet, sondern da in der Citycube-Halle noch ein anderer Parteitag stattfindet. Und da haben ja zwei neue Parteivorsitzende gesagt, sie finden das auch falsch. Das finde ich gut, dass sie das gesagt haben. Und sie wollen nachbessern, haben sie gesagt. Das finde ich auch gut. Weil es ist tatsächlich deutlich zu wenig, was bisher von der Bundesregierung beschlossen worden ist. So, aber damit Sie auch wissen, worüber wir reden, wollte ich einfach nochmal sagen, morgen, nee, nicht morgen, Montag, fängt der Vermittlungsausschuss an zu dem kleinen Teil dieses Klimaschutzpäckchens, nämlich zu den Steuergesetzen. Da geht es um 1,3 Milliarden Euro. Das ist immerhin eine ganze Menge Geld. Da könnte man ja denken, da könnte was mit passieren. So, leider muss ich euch sagen, die Bundesregierung war nicht in der Lage zu sagen, wie viel CO2-Einsparung in ihr Gesetz bringt. Dazu verweigert sie bisher jede Aussage. Also, es sollen 1,3 Milliarden Euro ausgegeben werden, ohne dass man weiß, dass irgendwas davon etwas bringt. So, auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass die Hälfte von dem Geld, 500 Millionen, bestenfalls nichts bringt fürs Klima, schlechtestenfalls sogar schlechter wird, weil 500 Millionen Euro davon sind die Pendlerpauschale. So. Dann sind noch 500 Millionen davon für die Senkung der Mehrwertsteuer für die Bahn. Das begrüßen wir, das finden wir gut. Ja. So, aber es sind ganze 250 Millionen Euro für energetische Sanierung. So, das ist, da sieht man, und das ist im Großen auch nicht anders, das ist ein kleiner Teil von dem kleinen Klimapäckchen dieser Bundesregierung. Darüber wird am Montag gestritten werden und da seht ihr, wie viel da eigentlich nachverhandelt werden muss, wie dringend das ist, dass sich da etwas ändert und von daher auch noch mal hier das Signal an diesen anderen Parteitag, wenn ihr es ernst meint, dann müsst ihr am Montag auch entsprechend stehen und tatsächlich anfangen zu verhandeln für ein richtiges Klimapaket und wir sollten beim Steuerpaket anfangen. Und der Bund kann ansonsten auch weitergucken von Berlin lernen. Einiges beschließen wir jetzt neu. Es wurde darauf hingewiesen, hier ist auch noch nicht alles toll, aber was es hier schon gibt, das ist der Index des Landes Berlin für die Versorgungsrücklagen. So, das sind gut eine Milliarde Euro des Landes Berlin, die derzeit jetzt schon nachhaltig investiert werden und das ist nicht nur gut, weil es eben nachhaltig ist und nicht mehr in Fossile investiert, sondern derzeit ist es auch so, dass das Land Berlin damit eine bessere Rendite macht für die Altersvorsorge seiner Beschäftigten als der Bund. Und da finde ich, auch in diesem Punkt kann Berlin Vorreiter sein mit vielen anderen Dingen, die wir heute beschließen, kann Berlin Vorreiter sein, sollte es auch tun, damit der Bund sich auch eine Scheibe von Berlin abschneiden kann. Wir sollten alle nachhaltig investieren, die Kapitalmärkte müssen auch endlich grün werden. Vielen Dank. Ich begrüße ganz herzlich Prof. Dr. Bernd Hirschel. Prof. Bernd Hirschel ist Leiter des Forschungsfelds nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz beim gemeinnützigen Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, dem IÜW. Dort leitet er eine Vielzahl interdisziplinärer Forschungs- und Beratungsprojekte. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Entwicklung, Analyse und Bewertung von Strategien und Instrumenten in den Bereichen Energie, Energiewirtschaft, Energiepolitik und Klimaschutz. Und dabei sucht er vor allem umweltfreundliche und sozialverträgliche Lösungen für die Energiewende und forscht aktuell beispielsweise zu Themen wie Klimaneutralität in Großstädten und zur Stärkung der aktiven Beteiligung von Bürgerinnen in der Energiewende. Vielen Dank, dass Sie da sind. Liebe Bündnisgrüne, Freundinnen und Freunde, ich bin ja mit vielen Fachleuten von euch in verschiedenen Rollen im engen Austausch und insofern freue ich mich, dass ich heute mal zu euch allen sprechen darf, zur gesamten Partei. Ich glaube, was meine wichtigste Rolle hier in Berlin ist, dass ich Energie- und Klimapolitik seit einigen Jahren eben begleite, das BEK 2015 mit verabschiedet habe und dem Regierenden überreicht habe. Und insofern 2015 ist schon eine Weile her. Ich bin vor dem Hintergrund, dass es schon so lange her ist, etwas unruhig. Und insofern freut es mich, dass ihr jetzt mit so vielen Stimmen betont habt, dass ihr noch mal eine Schippe drauflegen wollt, weil das ist absolut notwendig. Insofern, eure Rolle ist es radikal zu sein. Deswegen ist dieses Wörtchen da durchaus wichtig. Mir hätte es im Grunde gereicht, wenn dort steht, wer Klimaschutz will, der handelt, drei Ausrufezeichen. Weil genau das ist der Punkt, der jetzt ansteht. Wir müssen tatsächlich in die Umsetzung kommen. Und ich weiß, dass es realpolitisch schwierig ist, aber das ist der Lackmustest, die bestehenden Gesetze überhaupt in die Umsetzung zu bringen und in die Anwendung zu bringen. Und damit meine ich natürlich, dass das BEK intensiviert werden muss. Das Berliner Energiewende-Gesetz schreibt eine Vorreiterrolle vor, die muss intensiviert werden. Aber es gibt auch so unangenehme Gesetze wie eine Energieeinsparverordnung, die da ist und die nicht vollzogen wird. Wenn wir bestehende Gesetze nicht vollziehen, es gibt auch natürlich Planungen für Neubaugebiete, die Instrumente sind da. Wenn wir die nicht anwenden, die Instrumente, die da sind, dann fehlt uns die Glaubwürdigkeit, neue Instrumente und neue Ziele vorzuschlagen. Wir müssen also das Bestehende tatsächlich ernsthaft einfordern. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und in diesem Zusammenhang, der Kohleausstieg, ja, es ist gut, dass wir ihn haben, aber natürlich hat der Betreiber das auch selber aus Schweden quasi angeordnet. Das heißt also, das Stichwort, was bei euch steht, raus aus der Kohle. Der zweite Teil ist wichtig, rein in die Erneuerbaren. Der ist die große Herausforderung. Wir müssen die erneuerbaren Energien viel stärker unterstützen. Und da sind sehr viele gute Punkte im Antrag drin. Ich glaube, dass wir ohne ein Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz in diesem Bereich nicht vorankommen. Die Erneuerbaren in die Bestandsgebäude zu kriegen und in die Netze zu kriegen, das ist die Herausforderung. Der Kohleausstieg nicht, sondern die Erneuerbaren da rein zu kriegen. Das ist der Punkt. Und insofern glaube ich, wir brauchen tatsächlich einen Mix aus verschiedensten Pilotvorhaben und Fördervorhaben, um diese verschiedenen Erneuerbaren, die es wahnsinnig schwer haben, hier reinzukriegen. Der siamesische Zwillinge für die Erneuerbaren ist die energetische Sanierung, weil all die Potenziale, die wir haben, sind Niedertemperaturpotenziale und die funktionieren nur dann effizient, wenn die Gebäude saniert sind. Und ihr wisst, das ist der große Haken. Wir kriegen die energetische Gebäudesanierung nicht voran. Und das ist aber der siamesische Zwilling auf der einen Seite energetisch mit den erneuerbaren Energien, auf der anderen Seite mit der Sozialverträglichkeit. Energetische Sanierung und Sozialverträglichkeit sind zwei Dinge, die zusammen diskutiert werden müssen. Und ihr seid diejenige Partei, die das zusammenbringen muss, weil andere machen das nicht. Insofern, ich glaube, dass wenn ihr euch dieser Problematik mit dem Mietendeckel nicht annehmt und dafür Lösungen vorschlagt, dann wird es niemand anders machen. Und ich glaube, es ist nicht erfolgsversprechend, tatsächlich nur für das Thema Klimaschutz zu stehen und die anderen die Sozialverträglichkeit machen zu lassen. Und dann wird es irgendwie den Kompromiss geben. Den wird es nicht geben. Ihr müsst die Lösung dafür entwickeln und vorschlagen. Und ich glaube, man wird in diesem Thema nicht um Ordnungsrecht herumkommen. Und das steht in eurem Antrag so nicht drin. Ich glaube, man kann sich nur noch kurze Zeit angucken, das mit weichen Instrumenten, mit Anreizen zu versuchen. Wir hatten eine elfprozentige Umlage, da ist nichts passiert. Es passiert immer weniger und jetzt kommt der Mietendeckel. Die logische Folge ist für uns, auch aus der Wissenschaft, man muss es so hinbekommen, dass es wirtschaftlich zumutbar ist. Und wenn es wirtschaftlich zumutbar ist, dann muss man es auch verlangen können. Und der Mietendeckel, da eine nächste Brücke. Ich glaube, völlig richtig, wir haben eine Klimanotlage und Klimanotstand ist ein wichtiges Instrument, um die anderen Ressorts zwingend mitzukriegen. Ich glaube, noch ein bisschen besser wäre es, eine sektorale Verpflichtung einzuführen. Das, was der Bund jetzt macht. Dieses Paket ist ziemlicher Mist und reicht hinten und vorne nicht. Ein Punkt ist gut, die sektorale Verpflichtung. Bundesländer können das auch. Die Hamburger werden das jetzt einführen. Nehmt euch das in Berlin vor. Sektorale Verpflichtung verpflichtet, die Senatsverwaltung in allen Ebenen da mitzumachen. Und mit dem Mietendeckel habt ihr jetzt ein erstes Anwendungsbeispiel. Auch bevor ihr das einschließt, versucht es hinzubekommen, beide Ziele zu erfüllen und den Zielkonflikt aufzulösen. Das ist sozusagen der Lackmustest für einen Klimavorbehalt, wenn man das hinbekommt. Letzter inhaltlicher Punkt. Die Mobilität. Habt ihr viele wunderbare Sachen drin? Ich will nur einen Punkt erwähnen, der mir im Moment ein wichtiger Lösungsbaustein sein kann. Wir haben riesige Probleme mit der Elektromobilität. Und in eurem Antrag liest man auch die Skepsis, weil es an vielen Ecken kneift und Probleme und Hemmnisse gibt, die Ladesäulen, die Reichweite und so weiter. Es sind alles keine Wunderlösungen durch die Elektromobilität. Ich glaube, da fehlt ein Missing Link und zwar Wechselakkusysteme. Die kommen jetzt gerade frisch nach Berlin. Die würde ich euch gerne ans Herz legen, dass ihr die im Rahmen von Förderungen nach vorne bringt. Elektromobilität braucht Strom. Und insofern möchte ich als letzten inhaltlichen Punkt einmal den Blick auf Brandenburg werfen. Diesen Strom werden wir nicht nur aus Solaranlagen kriegen, sondern wir brauchen ihn aus Windenergie. Und wenn ich mir angucke, was die Bundesregierung gerade macht, eine Bundesregierung, die die Windenergie gegen die Wand fährt, darf das Wort Wasserstoff nicht in den Mund nehmen. Insofern mein Appell intensiviert die Zusammenarbeit mit Brandenburg, weil wir brauchen die Energie, die um uns herum wächst. Zum Schluss, ihr schreibt am Ende, wann, wenn nicht jetzt. Ich würde sagen, wer, wenn nicht ihr soll das Ganze lösen, weil wir brauchen im Grunde diejenigen, die radikal sind, die aber auch den Blick dafür haben, wie man das umsetzt und dass die Zielkonflikte gelöst werden müssen. Und ihr müsst diese Zielkonflikte mitlösen, vor allen Dingen dann, wenn ihr in Regierungsverantwortung bleiben wollt und eventuell sogar eine Führungsrolle einnehmen wollt. Dann seid ihr dafür verantwortlich, dass die Dinge zusammengehen. Insofern gerne etwas weniger radikal, aber dafür konsequent. In diesem Sinne viel Glück. Vielen, vielen Dank für die Rede. Vielen Dank für das, was Sie uns in unser Buch reingeschrieben haben. Und ich kann sagen, das im Ordnungsrecht steht jetzt dann im Antrag mit drin. Das hat die König-Jugend einverhandelt. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Bernd Hirschel vom Leiter des Forschungsfelds Nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz und viel Erfolg weiterhin. Wir kommen jetzt weiter zu vier gelosten Redebeiträgen. Als erstes wird zu uns sprechen Daniela Billig vom Kreisverband Pankow und danach kommen Michael-Sebastian Schneis, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus dem KV Frieke, Anja Engelmoor, KV Pankow und dann von Turgut-Altu, KV Frieke. Daniela, bitte. Ja, danke, Bene. Liebe Freundinnen und Freunde, irgendwie ist Klimaschutz jetzt einigermaßen schon gesellschaftlicher Konsens, aber trotzdem hören wir an ganz vielen Stellen immer noch, was uns das ganz konkret an Geld kostet, an Ressourcen, an Lebensqualität. Lebensqualität, das heißt, Klimaschutz wird immer noch eher mit Verzicht gleichgesetzt und verbunden. Die Wahrheit aber liegt in vielen Bereichen im genauen Gegenteil. Denn gerade in der Stadtentwicklung zum Beispiel, da schafft Klimaschutz Lebensqualität. Wenn wir jetzt ganz viele neue Stadtquartiere planen, dann brauchen wir natürlich Grün- und Freiflächen. Wernhard hat es eben schon gesagt, Parkplätze sind toter, versiegelter Raum. Den können wir sehr viel besser nutzen. Und wir brauchen den als Versickerungsfläche zum Wassermanagement. Andererseits ist dieser Raum dann eben grünfrei und bietet Platz für Menschen, Pflanzen und für unser Leben. Also tatsächlich einfach ein Stück mehr Lebensqualität in unseren neuen Stadtquartieren. Und gleichzeitig planen wir auch die Stadt der kurzen Wege. Wenn die Kita, die Schule, der Club, die Bäckerei und der Arbeitsplatz ganz leicht erreichbar sind, doch ohne Auto oder vielleicht sogar um die Ecke liegen, dann verstehen tatsächlich alle Berlinerinnen und Berliner, dass wir hier in der Stadt einfach überhaupt kein eigenes Auto brauchen, dass das absolut überflüssig ist. Und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung. In meiner Familie hier besaßen wir auch mal dieses blecherne Relikt, das man Auto nennt. Irgendwann waren wir es dann endlich los. Und wir stellten fest, wir sind nicht nur das Auto los, sondern es geht uns tatsächlich viel besser. Wir leben günstiger. Wir bewegen uns mehr. Wir sehen viel mehr von unserer Stadt, von unserer Umwelt. Also wir haben ein riesiges Stück Lebensqualität dazu gewonnen, einfach nur, weil wir losgelassen haben vom Auto. Das Thema Denkmalschutz wurde eben angesprochen. Ich bin Denkmalschützerin von Beruf. Mir ist Denkmalschutz tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und trotzdem ärgert es mich maßlos, dass Denkmalschutz ganz oft als Entschuldigung, als Feigenblatt hergenommen wird, dass Klimaschutz nicht geht. So geht es nicht, denn es nützt uns kein Denkmal, wenn das Klima verrückt spielt. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Klimaschutz und Denkmalschutz zusammengehen, dass sie vereinbar sind. Wir haben jetzt hier glücklicherweise in Berlin einen neuen Landesdenkmalpfleger, der einfach moderner ist, moderner denkt. Und mit ihm zusammen bereiten wir jetzt für den nächsten Doppelhaushalt eine Stelle vor im Landesdenkmalamt, die sich genau mit diesem Problemfeld beschäftigt, die Konzepte entwickelt und die uns dann endlich auch zum Umdenken hilft. Zurück zum Planen, Bauen, Wohnen der neuen Stadtquartiere. Gebäude sind die größten CO2-Erzeuger hier in Berlin. Die Häuser stehen lange. 50, 100 Jahre sind normal, manchmal sogar länger. Wir brauchen also jetzt die ökologischen und nachhaltigen Gebäude der Zukunft. Ich mache es einfach kurz, denn die drei Minuten sind einfach immer ganz schnell vorbei. Klimaschutz ist ein Gewinn, nicht nur fürs Klima, sondern für alle. Danke. Liebe Daniela, vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Michael. Ja, liebe Freundinnen, ich komme aus Friedrichshain-Kreuzberg und eigentlich ist klar, was jetzt kommt, denn ich möchte die von Werner vorhin noch angezündeten Autos jetzt auch noch enteignen. Ich stehe im Ernst hier, um noch mal einen Punkt zu unterstreichen, der mir ganz wichtig ist, denn wenn wir es mit der Bekämpfung der Klimakrise ernst meinen, dann müssen wir es auch ernst meinen mit einer Diskussion über unser Wirtschaftssystem. Für alle diejenigen, die jetzt erwarten, ich mache hier billige Kapitalismuskritik, nein, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Wir Grüne sollten uns auch nicht aufhalten an der Definition. Ist das jetzt Kapitalismus, Sozialismus, sozial-ökologisch oder ökologisch-soziale Marktwirtschaft? Das kann Kevin Kühnert gerne mit Saskia Eskin und Anne Will und Christian Lindner diskutieren. Das hat uns nicht zu interessieren. Was wir brauchen, ist ein Wirtschaftssystem, das sich nicht am Namen, sondern an den Zielen orientiert. Und die Ziele sind doch klar. Menschenwürde, Chancengleichheit, Erhalt unserer natürlichen Lebensressourcen. Was wir nicht brauchen, ist ein Wirtschaftssystem, das diese Ziele einschränkt. Und das es ermöglicht, dass sich selbstgefährdige Menschen in ihren Profitstreben aufgeilen und einen Fick darauf geben, welche ökologischen und sozialen Folgen ihre individuelle Bereicherung für den Rest der Menschheit hat. Versteht mich nicht falsch. Ich habe kein Problem mit reichen Menschen. Aber wenn wir über die Bekämpfung der Klimakrise reden, müssen wir notwendigerweise darüber sprechen, mit welchen Konsequenzen wir in unserem Wirtschaftssystem hier unseren Wohlstand erwirtschaftet haben. Deswegen freue ich mich, dass wir heute auch in diesem Leitantrag Beispiele für eine Öffnung im wirtschaftlichen Denken setzen. Denn uns allen muss klar sein, eine ökologisch angestrichene soziale Marktwirtschaft wird uns nicht helfen, die Klimakrise zu bewältigen. Wir können nicht hingehen wie die SPD und sagen, wir machen mal eben ein neues Logo und alles wird besser. Wenn wir zugeben, und die Wissenschaft zeigt uns das doch gerade wieder und wieder auf, dass unsere Wirtschaftsweise zu dieser Klimakatastrophe geführt hat, dann müssen wir auch dafür bereit sein, diese Wirtschaftsweise zu hinterfragen und entscheiden zu verändern. Und nein, das ist keine Drohung. Das sehe ich genau wie Werner. Das ist ein Zukunftsoptimismus. Das sind Chancen, die hier entstehen. Und ich bin froh, heute hier zu stehen und sagen zu können, in diesem Antrag steckt total viel Mut, total viel Optimismus, total viel positive Gestaltungshinsucht. Unser Berlin zu einer besseren Stadt zu machen. Dass ich mir sicher bin, wir zusammen kriegen das hin. Ja, unsere Lebensweise wird sich in den nächsten Jahren radikal verändern. Ja, wir haben eine Menge Aufgaben für uns. Und ja, wir werden diese Aufgaben nur lösen, wenn wir unser wirtschaftliches Denken vom Kopf auf die Füße stellen. Es geht darum, das Ziel der Profitmaximierung gegen die Gemeinwohlorientierung auszutauschen, nicht mehr die Mittel wie Geld, Wachstum, Innovationen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Ziele. Menschenwürde, Lebensqualität, Erhalt unserer Erde. Und ich sage das gerne jetzt auch ganz laut nochmal, weil ich denke, das muss auch Inhalt grüner Wirtschaftspolitik auf Landes- und auf Bundenebene sein. Was wir brauchen, ist nicht Innovation als Wirtschaftstreiber. Was wir brauchen, ist Innovation im ökonomischen Denken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael. Als nächstes hat das Wort Anja. Wer vernünftig ist, handelt radikal. Genau so haben wir unseren Leitern Kark überschrieben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, dass die vor uns liegenden Aufgaben keinen Ausschub dulden und dass wir handeln müssen. Allein schon aus rein egoistischen Gründen. Und radikal handeln muss dabei nicht zwingend gedankenlos und laut sein. Im Gegenteil. Radikal handeln bedeutet gesellschaftliche und politische Herausforderungen, die Probleme unserer Zeit, die Klimakrise, da zu greifen, wo sie liegen, um von dort aus sozial und nachhaltig zu lösen. Auf allen Ebenen. Jetzt am Montag hat ja auch die Weltklimakonferenz in Madrid begonnen. Das ist übrigens Nummer 25. Radikal vernünftig. Das erscheint zuweilen mutig und die zu lösenden Aufgaben riesengroß. Und dann auf der anderen Seite sind die Schritte, die wir gehen, klein und wirken belanglos. Aber das ist nicht richtig. Und Bange machen geht schließlich nicht. Das sollte übrigens auch für unsere Koalitionspartner gelten. Denn nicht nur die Bundesregierung mit ihrem so gar kein bisschen ambitionierten Klimapaket erschwert den Ausbau der erneuerbaren Energien mit vollkommen schwachsinnigen Ideen wie der Abstandsregel in der Windenergie oder ihrer nicht mehr als Ankündigungspolitik beim Mieterstrom. Auch die Berliner SPD und auch die Linkspartei hier müssen sich ehrlich machen. Denn wenn wir wirklich die oder ambitioniertere Klimaschutzziele wie im Berliner Energiewendegesetz zuverlässig und glaubwürdig erreichen wollen, müssen unsere Anstrengungen nicht nur beim Ausbau der Erneuerbaren, sondern auch insbesondere bei der energetischen Modernisierung verstärkt werden. Deswegen müssen wir von unseren Partnern einfordern, nicht nur medienöffentlich oder in Ausschüssen im Abgeordnetenhaus nach Klimaschutz zu rufen, sondern konstruktiv mit uns zusammenzuarbeiten und dann eben nicht letztendlich dann doch die Bedenkenträger zu geben. So mag die Solarpflicht beispielsweise erst einmal radikal anmuten. Aber letztendlich ist sie einfach schlichtweg vernünftig. Meine lieben Freundinnen und Freunde, Berlin hat die Versäumnisse von zwei Jahrzehnten des Nichtstums beim Ausbau der erneuerbaren Energien nachzuholen. Und das sind eine Menge Jahre. Um den Ausbau nach diesen traurigen Jahren überhaupt anzureißen, mussten wir 2016 beginnen, erst einmal wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. Und wir sind auf einem gar nicht so schlechten Weg. Letzte Woche wurde von der Agentur für Erneuerbare Energien der Bundesländervergleich zu den erneuerbaren Energien veröffentlicht und vorgestellt. In diesem Bericht schneidet Berlin bei den Inputindikatoren, also in der Energiepolitik, überwiegend gut und sehr gut ab. Da machen wir in den Einzelwertungen auch mehrmals den ersten Platz. Ich hätte jetzt noch was Negatives gesagt, aber da mir jetzt die Zeit abgeschnitten worden ist, lasse ich das mal. Ich möchte mich nur noch einmal bedanken, und zwar bei all den Aktiven und Klimabewegten aus den Bezirken, die diesen Antrag mitgeschrieben haben. Weil erst durch euch ist er tatsächlich so fundiert geworden und die Maßnahmen so konkret geworden, wie sie jetzt tatsächlich drinstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Anja. Und ich wollte mich auch noch einmal bei euch bedanken. Man hat eben gerade sehr gut gemerkt, dass hier die Aufmerksamkeit sehr hoch ist, dass man auch, wenn es nicht so laut ist im Saal, gut zuhören kann. Und die wenigen, die hier getuschelt haben und für ein bisschen Geräuschpegel gesorgt haben, kriegen es bei den nächsten Reden auch noch hin, dass diese Stimmung so konzentriert und gut bleibt. Vielen Dank. Und als Nächste spricht Thurgut, den ich aber da sehe. Und herzlich, du bist dran. Liebe Freundinnen und Freunde, der Klimawandel schreitet voran. Daher ist der Klimaschutz das zentrale Thema unserer Zeit. Wir Grüne haben das bereits vor langer Zeit erkannt und uns immer dafür eingesetzt. Seit ich ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde, arbeite ich daran, dass es für Berlins Stadtgrün mehr Haushaltsmittel gibt. Mit diesem Haushalt setzen wir das um. Und das ist revolutionär, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr seht, es geht Grün voran. In Zukunft gilt für Berlin, kein Baum wird kaputtgespart, liebe Freundinnen und Freunde. Mit uns wird Berlin grüner. Und nicht nur für Menschen, sondern auch für Bienen und ihre Freundinnen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben heute auch über Stadtgrün geredet. Aber über die Landwirtschaft bzw. deren Folgen haben wir kaum geredet. Und da spielt auch noch viel Musik. Da müssen wir noch viel, viel tun, damit wir unser Klima besser schützen können. Ein Agrarsystem, in dem das Kilo Fleisch für zwei bis drei Euro in Plastik in der Kühltheke landet, in dem die Produzenten in Geiselhaft- und Agrarkonzernen gehalten werden, in dem Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden und die Massentierhaltung Normalität ist und die Natur nur noch als Deponie von Gülle dient, ist ein System, welches abgeschafft werden gehört, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Ernährungswende daher beginnt hier bei uns in der Stadt, auch für den Klimaschutz. Immer mehr Berlinerinnen und Berliner entscheiden jeden Tag mit ihren Gabeln und Messern, wie Renate es sagt, dafür, vegetarisch oder vegan zu leben. Sie achten immer stärker darauf, dass die Lebensmittel biologisch, sozial, ohne Massentierhaltung und regional produziert werden. Für diese Menschen sind wir Grünen das politische Sprachrohr. Heute verleihen wir mit diesem Antrag unseren Forderungen Nachdrück. Liebe Freunde, wir sind in Berlin bereits auf einem guten Weg. Wir entwickeln mit der Zivilgesellschaft eine bundesweit einmalige Ernährungsstrategie. Und das ist einmalig, ich sage das, ich betone das. Es gibt einen V-Antrag heute dazu mit Nummer 11, da werden wir oder haben ja noch mehr Forderungen gestellt. Liebe Freundinnen und Freunde, die Zukunft ist grün. Sie ist bio, sie ist sozial, regional und natürlich gerne vegetarisch und vegan. Danke. Wunderbar, Togut. Vielen Dank. Als nächstes ist dran unsere Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Antje Kabeck. Bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir spüren es tatsächlich alle. Unsere Welt, und unsere Welt ist Berlin, steckt tief in der Krise. Neben der Wohnungskrise trifft auch die Klimakrise Berlin und Brandenburg immer härter. Wir haben es allein in den letzten zwei Jahren gemerkt, es schneit nicht mehr, Rekordhitze, überflutete Straßen, Baumsterben und Waldbrände. Und erstmals, erstmals in der Geschichte geht eine gesamte Generation auf die Straße und protestiert für mehr Klimaschutz. Und sie werden immer mehr und sie werden immer lauter und ja, sie werden auch immer radikaler. Und ich glaube, es ist die erste Generation seit 50 Jahren, die erste Generation seit den 68ern, die wirklich auch die Chance haben, die Verhältnisse umzukehren. Sie haben nämlich eine Kraft, die es vorher nicht gab. Eine Kraft, die da heißt, uns geht es nicht um eine pauschale Klimaschutzpolitik. Nein, uns geht es um unsere Zukunft. Es geht um unser Überleben. Es geht überhaupt um eine Perspektive, die wir haben oder nicht. Und deshalb, liebe PolitikerInnen, hört auf zu quatschen. Macht endlich, habt den Mut, es geht um unsere Zukunft. Und Zukunft wird aus Mut gemacht. Das war unser Slogan im Bundestagswahlkampf 2017. Und was heißt das denn eigentlich genau? Zukunft, Mut, machen. Ich bin davon überzeugt, in einer Krisensituation wird das Radikale zum Vernünftigen. Und ja, das Radikale muss machbar sein. Aber es muss auch radikal konsequent erkämpft werden. Und darum geht es, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb, könnt ihr auch gerne klatschen. Und deshalb brauchen wir einen radikalen Kohleausstieg. Die ersten Schritte haben wir gemacht. Die Braunkohle ist besiegt. Aber jetzt geht es darum, konsequent auch der Steinkohle den Garaus zu machen. Und genau deshalb brauchen wir ein radikales Wärmegesetz. Und zwar eines mit einer verpflichtenden Solarpflicht, mit einer Perspektive für einen Steinkohleausstieg vor 2030 und noch viele mehr. Wir brauchen eine radikale Umsetzung der Verkehrswende. Wir brauchen eine radikale Förderung vom Nahverkehr. Wir brauchen einen radikalen Umbau unserer Stadt zu autofreien Kiezen und einer Erweiterung von Zero Emission Zones. Denn diese Menschen auf der Straße, sie haben recht, wenn sie fordern, nehmt die Verantwortung. Ihr müsst uns die Antwort geben auf die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und diese Antwort müssen wir ihnen geben. Und ja, das heißt auch, dass wir beim Mietendeckel dafür sorgen müssen, dass es radikale energetische Gebäudesanierung gibt. Es haben jetzt einige gesagt, wir haben im Abgeordnetenhaus was geschafft. Wir haben ordentlich was raufgepackt. Nee, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben überhaupt nichts raufgepackt. Wir haben einen großen Wurf gemacht. Wir haben das erste Ökopaket, das erste, die erste Investitionsoffensive aller Zeiten in das Berliner Stadtgrün gestartet. Und das ist etwas Besonderes. Und dafür können wir deutlich stolz sein. Und das hat noch eine zweite Komponente. Nämlich, wir haben keine Wahlkreisgeschenke gemacht, sondern wir haben gesagt, unser grüner Wahlkreis, das sind die Bezirke. Denn in den Bezirken kommt das Geld da an, wo es die Menschen wirklich spüren. Und deshalb wird mit uns Berlin auch grüner. Und ich möchte deshalb auch mal was ganz klar Allgemeinpolitisches sagen. Wer den Anspruch hat, diese Stadt zu führen, und darauf hat Professor Hirschel gerade schon verwiesen, Wer den Anspruch hat, die Stadt zu führen, der muss dies mit Mut und Tatendrang und auch mit Verantwortung tun. Wenn also der regierende Bürgermeister im Abgeordnetenhaus unseren Stadtrat Florian Schmidt als ein Mini-Robinhood beschimpft, dann kann man nur sagen, mir sind zehn Mini-Robinhoods, die vielleicht auch mal mit Pfeil und Bogen übers Ziel hinausschießen, die aber mit Energie und Leidenschaft und mit Mut dafür kämpfen, dass sich in dieser Stadt was zum Besseren verändert. Zehnmal lieber als jemand, der nur mit dem Finger auf andere zeigt und ansonsten die Hände in den Schoß legt. Eine Stadt wie Berlin, eine Stadt wie Berlin, die regiert man nur mit Mut, Haltung und Verantwortung. Eine Stadt wie Berlin, die regiert man nicht, wenn man Angst davor hat, Fehler zu machen oder sich gar selbst die Hände schmutzig zu machen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sage ich zu euch, bitte lasst uns kämpfen, jeden Tag und überall. Lasst uns unsere Hände schmutzig machen. Machbar ist wichtig, aber machbar alleine reicht nicht. Wir sind angetreten als Partei, um die Welt zu retten. Und es geht um nicht mehr oder weniger als genau das. Deshalb lasst uns Pfeil und Bogen spannen. Robinhood war ein Grüner. Und deshalb gilt eins ganz klar. Mehr Klimaschutz gibt es nur mit mehr Grün. Und genau das ist unser Auftrag. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank, liebe Antje. Wir haben noch mal vier geloste Redebeiträge für euch. Und zwar als erstes Hans-Christian Höppke aus dem KV Pankow, dann Renate Künast aus dem KV Tempelhof-Schöneberg, Ruben Joachim aus dem KV Pankow und dann Franziska Eichstätt-Bohlig aus dem KV Charlottenburg-Wilmersdorf. Also als erstes Hans-Christian Höppke, bitteschön. Da ist er. Vor kurzem haben wir 1.000 neue Mitglieder in Berlin gefeiert. Von 8.000 auf 9.000. Ein großer Erfolg. Und auch bei uns im Kreisverband in Pankow haben wir das Glück, viel Zulauf zu bekommen. Und da frage ich die Leute immer bei den neuen Treffen, die wir machen, warum seid ihr hier? Und ich kriege zwei häufige Anliegen. Das erste ist, wir wollen das Klima retten. Und das haben wir heute schon gehört. Georg hat es sehr schön gesagt, wir wollen das Klima retten. Aber der zweite Punkt ist dann schwieriger. Sie fragen, warum es im Verkehrsbereich nicht vorangeht bei uns im Bezirk. Sie wollen wissen, wo die angekündigten Fahrradstraßen bleiben, wo Sie mit Ihren Kindern sicher Fahrrad fahren können. Sie wollen wissen, warum es auf der Schönhauser Allee, die meistbefahrenste Fahrradstraße im Prenzhauer Berg, immer noch keine vernünftigen Radwege gibt, obwohl da Tausende jeden Morgen langfahren. Sie loben aber auch die grün markierten Radwege, fragen dann aber auch im gleichen Anzug, warum gibt es nicht mehr davon? Warum sind nicht alle Radwege grün und erkennbar? Und auch wenn ich den Volksanscheid Fahrrad mit aufgebaut habe, Jahre in der Mobilitätspolitik bin, habe ich immer noch Schwierigkeiten, das zu erklären, warum. Ich verstehe, was in der Verwaltung passiert und welche Unwägbarkeiten und Herausforderungen es gibt, aber die Antwort fällt mir immer noch schwer. Gestern haben wir bei der Veranstaltung von Stadt für Menschen Grüne aus Tübingen und aus Hamburg da gehabt. Sie haben erzählt, was passiert, wenn man autofreie Kieze schafft, was passiert, wenn man die wichtigste Straße in der Innenstadt für den privaten Autoverkehr schließt. Ja, es gab Bedenken, ja, es gab Widerstand, aber nach kurzer Zeit der Umsetzung waren die Stimmen andere. Die Leute waren glücklich, die Leute wollten die Lösung nicht wiederhergeben. Die Presse war eine andere. Und auch sogar die Gewerbetreibenden, die am Anfang wirklich dagegen gewettert haben, waren von den steigenden Umsätzen überzeugt und haben gesagt, wir wollen es behalten. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen Mut. Den Mut, der in Tübingen, der in Hamburg gezeigt worden ist, obwohl auch da nicht immer alles einfach ist. Wir brauchen Mut, Sachen umzusetzen. Wir brauchen Mut, unseren Vorbildern in Amsterdam und Kopenhagen nachzueifern, auch wenn es dort länger gedauert hat mit der Verkehrswende. Auch wenn es nicht immer einfach ist, wir brauchen den Mut, Erfolgskonzepte aus anderen Städten zu kopieren. Weil Zeit, jahrelang, jahrzehntelang Sachen umzubauen und langsam anzugehen, die haben wir nicht mehr. Wir haben die Klimakrise jetzt. Wir müssen jetzt handeln und der Verkehrsbereich ist der, wo die CO2-Emissionen nicht drunter gehen. Wir müssen jetzt was tun und wir müssen jetzt autofreie Superblocks schaffen. Wir müssen jetzt Parkspuren umwandeln in geschützte Radwege. Und wir müssen gemeinsam und mutig Erfolgskonzepte in anderen Städten umsetzen. In anderen Städten hier umsetzen. Danke. Vielen Dank, Hans Christian. Und jetzt Renate, bitte. Lasst mich mal ganz anders anfangen. Nämlich mit 19, 20 und dem Hinweis darauf, dass Groß-Berlin nächstes Jahr 100 Jahre alt wird. Groß-Berlin ist dies gebildet, das die Spandauer immer noch nicht akzeptieren, weil sie immer noch sagen, wir fahren nach Berlin. So. Und warum komme ich auf diese 100 Jahre? Wisst ihr, weil mir aufgefallen ist, ich habe es ja mal nachgelesen, dass man sich im Preußen, im preußischen Landtag damals Gedanken gemacht hat. Also Köln mit C geschrieben, Berlin und viele Landgüter, Kuhdörfer, Städte und, und, und bildeten eine immer größere Metropolenregion. Und Sie haben sich gefragt, wie man diese Region eigentlich verkehrstechnisch bearbeitet, wie man sie mit Lebensmitteln versorgt und, und, und. Und wie die ganze Infrastruktur geht. Das war damals eine Riesenhürde, dass selbstständige Städte ihre Selbstständigkeit aufgeben müssten. Deshalb haben wir heute noch diese Struktur, die wir haben. Und sich einbinden lassen müssen. Der Preußische Landtag hat drei Angänge gebraucht, um beim dritten Mal endlich mit einer ganz, ganz knappen Mehrheit dazu zu kommen, Groß-Berlin zu gründen, um die Aufgaben zu erledigen. Warum mich erinnere ich euch daran? Weil ich glaube, dass vor uns mit dem Antrag, über den wir hier reden und dem, was wir vorhaben, nichts weniger als das liegt. Und wir werden wahrscheinlich mehr als drei Anläufe brauchen, um das Jahr, in dem Berlin 100 Jahre alt wird, Groß-Berlin 100 Jahre alt wird, tatsächlich zu einem Jahr zu machen, in dem wir die Debatte in dieser Stadt bestimmen und dafür sorgen, dass was losgeht und bewegt wird. So wie vor 100 Jahren müssen jetzt die Infrastrukturen, die Art, wie wir produzieren, transportieren, wie wir leben, wie wir uns ernähren, grundlegend verändert werden. Und das ist, Werner hat ja vorhin gesagt, wir wollen die Klimaschutzmetropole der Welt sein. Das ist, das hört sich ja noch relativ einfach an, weil alle jetzt über Klimaschutz reden. Aber wir werden mindestens diese drei Anläufe brauchen. Und wir werden sie auch mit Brandenburg zusammentun müssen, logischerweise, weil diese Metropolenregion jetzt noch, denklogisch, noch größer geworden ist. Wir werden, und das ist unsere Aufgabe, da kann ich euch nur sagen, wer, wenn nicht wir und wer, wenn nicht Berlin und wann, wenn nicht jetzt. Diese Sätze kann man allen benutzen. Auf uns liegt die Verantwortung. Und ich bin mir sicher, dass wir da jede Menge Nerven brauchen. Noch mehr Nerven, als wir brauchen werden, dass jetzt die Anwohner an der Karl-Marx-Allee frustriert sind, dass Klimaschutz da tatsächlich stattfindet. Der wichtigste Punkt an der Stelle ist, nicht nur die einzelnen Maßnahmen durchzugreifen, der wichtigste Punkt sind die Gegenargumente. Das Wort, die soziale Frage. Und ich sage euch eines, wir werden im nächsten Jahr und jetzt nicht akzeptieren, dass manche das Wort soziale Frage zu einem Totschlagsargument machen. Wir werden es nicht akzeptieren. Wir werden uns darum mühen, die Vorschläge so zu machen, und das tun wir längst, dass sie sozial sind. Und ich will noch eines sagen. Mit der sozialen Frage kann man nicht begründen, nichts zu tun. Weil heute ist es schon so, dass die Reichen sich die Klimaanlage leisten können oder in die Fressabteilung eines großen Kaufhauses gehen können, wo es kühl ist. Die Armen können es aber nicht und die Alten auch nicht, die früher sterben. Also lasst es uns anpacken. Übersetzt von Greta Thunberg heißt es ja, die Hütte brennt. Wir sind diejenigen, die die 100 Jahre Feier Berlins bestimmen können damit, auf der Landesebene, auf der Bezirksebene wirklich die Metropole der Zukunft zu bauen und zu zeigen, wie man Klima, Jobs, Gesundheit und eine Stadt für alle zusammenbringt. Danke. Danke, Renate. Und jetzt Ruben, bitte. Danke für das Wasser erst mal. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich auch mal vor so einer großen Menge hier zu reden. Ich bin hier zum einen als Mitglied im KV Pankow, sehe mich aber auch ein bisschen hier als Teil des Sprecherinnenteams von der BAG Mobilität und will deswegen was zu dem Mobilitätsteil sagen. Man nimmt Menschen nicht mit, wenn man sich bei den Verzagten hinten anstellt. Wir müssen auch vorangehen. Einige von euch werden das kürzlich schon gehört haben. Das hat Winfried Kretschmann auf dem Bundesparteitag gesagt. Und ich glaube, wir gehen hier in Berlin voran mit dem Mobilitätsgesetz, mit unserer grünen Senatorin und sind auf dem Weg, diese Stadt umzubauen. In diesem Prozess geht es auch darum, dass wir irgendwann den motorisierten Individualverkehr aus dieser Stadt verbannen wollen. Und genau zu dem Thema gibt es nachher zwei Änderungsanträge von der Grünen Jugend. Einmal dazu, dass wir bis 2025 keine Autos in den Individualbesitz mehr in der Innenstadt haben wollen. Und einmal zu dem Thema, dass wir bis 2030 den MIV, den motorisierten Individualverkehr, komplett aus Berlin vertreiben wollen. Ich will mich jetzt unbeliebt machen und möchte euch bitten, diesen Änderungsanträgen nicht zuzustimmen, sondern für die Version des LAFOs zu stimmen. Warum, will ich auch noch kurz erklären. Einerseits geht es mir da um die Umsatzbarkeit, wo sicher nachher auch noch was dazu gesagt werden wird. Ich glaube, die Umsatzbarkeit sehe ich nicht als realistisch an. Aber es gibt noch einen ganz anderen Teil. Und zwar, wir nehmen Menschen nicht mit, wenn wir uns hinten bei den Verzagten anstellen. Aber wie Tarak Al-Wazir den Satz dann fortgeführt hat, wir nehmen sie auch nicht mit, wenn wir ihnen davonrennen, nach vorne. Und ich glaube, diese Wende, vor der wir stehen, das ist so eine große Herausforderung für uns alle. Wir können die nur gemeinsam schaffen. Und wir können die nur schaffen, wenn wir diese gesellschaftliche Bewegung zusammenfinden und nicht als radikale Splittergruppe vorantreiben. Sondern wir müssen die realistischen Optionen voranbringen, um den Klimawandel zu bekämpfen, um die Verkehrswende in unserer Stadt zu schaffen und unseren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen. Deswegen bitte ich euch noch einmal darum, geht nachher mit den Vorschlägen des Landesvorstands mit. Danke. Vielen Dank, Ruben. Franziska. Liebe grüne Freundinnen und Freunde, ich will was sagen zu einem Änderungsantrag, den Nina Starr, KV Steglitz, Zehlendorf, unter Zeile 280 gestellt hat. Und eigentlich ja, das ist ja okay, das ist ja manchmal bei Anträgen auch gut und wichtig. Und eigentlich richtet sich mein Beitrag gar nicht so sehr auf diesen Antrag selbst, sondern an die Eigentümer und an die CDU und FDP, die ständig also sich gegen den Mietendeckel streuen und dazu Veranstaltungen und Ähnliches organisieren. Und ich glaube, der Zusammenhang zu dem, was wir hier diskutieren, ist sehr wichtig, denn die fortgesetzte Kritik am Mietendeckel, die ist wirklich fadenscheinig, denn die Eigentümer, die spekulativ arbeiten, ich sage nicht alle Eigentümer, aber die Spekulation ist Teil des Problems, denn es sind ja die Mieten und Kaufpreise in den letzten zehn Jahren so extrem hochgetrieben worden, dass Löhne und Gehälter nicht mithalten können. Deswegen haben wir einen Teil der sozialen Problematik. Und gleichzeitig wird durch diese Abschöpfung, der spekulative Abschöpfung von Geld, wird das Geld, das wir dringend für die energetische Erneuerung der Gebäude brauchen, eigentlich in Taschen gesteckt, wo sie nicht hingehören, statt der Gesellschaft für diese Erneuerungsaufgaben gegeben. Und ich möchte eins deutlich sagen, warum ich die Argumentation, die ich jeden Tag entweder in den Zeitungen lesen kann oder in der Elektronik finde, dass es wirklich fadenscheinige Argumente sind. Denn würden praktisch die Mieten und Preise, auch Kaufpreise weiter so steigen, kommt es irgendwann zum berühmten Crash und zur Finanzkrise, wie wir es 2008 ja schon erlebt haben, die das ja alles mit ausgelöst hat. Gleichzeitig würden die Eigentümer es als ein ganz normales Schicksal hinnehmen, wenn praktisch Frau Lagarde oder wie auch immer die Zinsen erhöht würden und dadurch sie mit ihrer Finanzierung nicht mehr klarkommen. Das würde alles als Naturgesetz genommen werden. Aber wenn die Politik endlich den Mut hat, diese Spekulation durch ein Dämpfungs- und Deckelungsinstrument neu zu steuern und auszutarieren, dann ist das auf einmal der Sündenfall hoch drei und der wird also täglich durch die Medien gejagt. Leute, lasst uns davon nicht irre machen, denn es ist wichtig, dass die Politik dieser Spekulation eben wirklich ihre Dämpfung und ihre Deckelung entgegensetzt. Wenn diese Notbremse nicht gezogen wird, dann sonst kriegen wir nämlich nicht mehr Ausgleich zwischen den Einkommen und praktisch den Gewinnen auf der anderen Seite und es fehlt uns das Geld, das wir dringend brauchen für die bauliche Erneuerung an den Gebäuden. Also von daher hängen beide Themen miteinander zusammen. Danke auch noch einmal, Herr Professor Hirschel, dass Sie zumindest indirekt darauf auch hingewiesen haben. Und ich werbe dafür und ich glaube auch, da sind wir uns alle einig, dass wir das beides gemeinsam zusammen sehen und auch dafür weiter streiten. Applaus Vielen Dank, Franziska. Und das war der letzte Beitrag zur Debatte. Also danke auch noch einmal an euch alle, die sich eingeworfen haben, auch an die, die jetzt nicht rangekommen sind, an alle, die so gut zugehört haben. Und wir kommen jetzt weiter zu den Änderungsanträgen. Und dazu würde ich mal die Antragskommission auf die Bühne bitten. Ja, vielen Dank, Jana. Es gab zum L02 fast 200 Änderungsanträge. Entschuldige, Daniela, bitte ganz kurz. Leute, wir sind jetzt im Änderungsantragsverfahren. Okay, das wäre ganz toll, wenn da Konzentration im Saal herrscht. Danke. Ja, es ist tatsächlich bei L02 auch nicht ganz unkompliziert. Es gab nämlich fast 200 Änderungsanträge, was bestimmt daran liegt, dass es einfach ein Querschnittsthema ist, was hier jeden interessiert. Es gab natürlich dementsprechend auch sehr intensive Verhandlungen die ganze Woche zwischen den Antragstellerinnen. Ich will hier noch einmal Danke sagen für die konstruktive Zusammenarbeit an alle Antragstellerinnen. Denn am Ende konnten für fast alle Änderungsanträge Lösungen gefunden werden, übernahm, modifizierte Übernahmen. Einige wenige Abstimmungen haben wir aber noch. Den ersten Block findet ihr in der Anlage zu L02. Das ist Tischvorlage 3. Es gab einen Block in Zeile 298 bis 307. Alleine zu diesen neun Zeilen gab es 20 Änderungsanträge. Also man sieht, genau an der Stelle geht es so richtig ins Eingemachte. Ganz viele davon konnten auch übernommen oder modifiziert übernommen werden. Wir haben aber noch drei Abstimmungen. In der ersten Abstimmung geht es um die verbrennefreie Innenstadt. Da schlägt der LAFO eine modifizierte Übernahme vor. Dagegen steht der Änderungsantrag der Grünen Jugend. In einer zweiten Abstimmung geht es um den U-Bahn-Ausbau. Auch da schlägt der LAFO eine modifizierte Übernahme vor. Dagegen steht der Änderungsantrag von Matthias Ohmen. Im dritten Block wird es noch ein bisschen komplizierter. Es geht hier um die internationale Automobilausstellung. Ein spannendes Thema. Und hier gibt es drei Möglichkeiten zur Abstimmung. Es gibt eine von Vassili, eine vom Landesvorstand mit einer modifizierten Übernahme und eine von Matthias Ohmen. Das ist so der größere, etwas komplexe Block. Es gibt für den L02 noch eine vierte Abstimmung. Und zwar in der Zeile 348, Antrag L02 348 2. Da geht es um die Autofreistatt. Da steht der Ursprungsantrag gegen die grüne Jugend. Was? Das tut mir total leid. Es steht so jetzt bei mir in der Vorlage. Aber im Zweifelsfall werden die Antragstellerinnen noch einmal genau sagen, worum es wirklich geht. Also glaubt lieber denen als mir. Danke. Danke. Vielen Dank, Daniela. Und vielleicht an der Stelle auch noch einmal Danke dafür, dass wir nach hunderten Änderungsanträgen jetzt so ein übersichtliches Verfahren haben, das ihr erarbeitet habt in der Antragskommission, die wir jetzt abstimmen dürfen. So, und wir kommen jetzt zum ersten Änderungsantrag. Achso, Entschuldigung. Natürlich dürft ihr jetzt auch noch darüber abstimmen, ob ihr das Verfahren so gut findet und dem zustimmt. Stimmt ihr diesem Verfahren zu? Dann geht bitte das Kartenzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist das Verfahren angenommen. Und jetzt kommen wir zum ersten Änderungsantrag von der grünen Jugend. Und da bitte ich eine Person von der grünen Jugend auf die Bühne. Alexander. Und es handelt sich um den Änderungsantrag in den Zeilen 298 bis 307. Liebe Freundinnen und Freunde, als ich vor wenigen Wochen bei der Bundesdelegiertenkonferenz war, standen dort vor dem Eingang Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, Extinction Rebellion und Greenpeace, die uns aufgefordert haben, mutig zu sein und das Klima zu retten. Und warum wenden Sie sich an uns? Das Klimapaket, das Klimapäckchen der Bundesregierung ist keine Antwort auf die Klimakrise, auf die wir zusteuern. Gerade deshalb müssen wir als Grüne mutig vorangehen. Als die HoffnungsträgerInnen der jungen Generation müssen wir ihnen eine Lösung bieten. Und nicht eine Lösung, die auf Kante genäht ist, sondern eine wirkliche Lösung. Wie sollen wir Menschen im ländlichen Raum 2035 als Ziel für Klimaneutralität verkaufen, wenn wir in Berlin uns dieses Ziel als gerade so erreichbar setzen? Wir sind in einer viel komfortableren Situation. Wir haben einen guten ÖPNV. Wir haben die Möglichkeit, autofrei zu leben. Ich kann verstehen, dass es in den Außenbezirken Bedenken gibt gegenüber einer autofreien Stadt. Aber eine autofreie Stadt bedeutet nicht, dass alles bleibt so, wie es ist. Wenn der Busverkehr aktuell unattraktiv ist, liegt es vor allem daran, dass Busse von Autos blockiert werden, wenn einzelne Leute im Auto sitzen und dafür sorgen, dass der Bus mit 20 oder 80 Personen nicht durchkommt, dann ist das einfach nicht sozial verträglich. Das ist eine Minderheit, die sich über die Mehrheit der Menschen stellt. Aber auch eine Taktung, auch die Taktung von den Bussen muss erhöht werden. Die Außenbezirke müssen besser angebunden werden. Beides ist möglich und beides fordern wir. Eine autofreie Stadt bedeutet auch nicht, dass Krankenwägen oder Feuerwehr oder vielleicht auch Polizei nicht durchkommen, sondern die können weiterhin fahren. Es geht allein darum, dass allen Menschen Mobilität ermöglicht wird und nicht nur eine Minderheit. Werner hat vorhin gesagt, dass wir radikal handeln müssen. Und dass, wenn man früher auf diese vermeintlichen Spinner gehört hätte, wir heute diese Krise nicht hätten. Wolfgang hat gesagt, dass gerade diese VorstreiterInnen bereits in den 80ern die autofreie Stadt gefordert haben. Deshalb lasst uns radikal handeln, das Klima retten und dafür sorgen, dass die SchülerInnen und zukünftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft haben. Danke. Okay. Vielen Dank, Alex. Herr Werner, du hast jetzt auch drei Minuten für die Gegenrede. Liebe Leute, ja, lasst uns radikal handeln. Und deshalb stehen wir auch als Grüne Partei wie keine andere dafür, dass wir ganz Berlin autofrei hinbekommen wollen und dass wir den mobilisierten Individualverkehr auch rausbekommen. Aber Leute, lasst uns auch ehrlich bleiben. Lasst uns den Leuten draußen nicht verarschen. Auch wenn wir in Berlin sind, brauchen wir keinen Bären aufbinden. Bis 2030 den Autoverkehr komplett aus Berlin, aus ganz Berlin rauszukriegen, das werden wir nicht schaffen. Und zwar nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil die Regierungen vor uns es verpennt haben. Wir gehen rein mit dem Nahverkehrsplan. Wir investieren 28 Milliarden, weil die Regierungen davor das nicht getan haben. Wir müssen Wägen für die S-Bahn nachbestellen, wie immer schon jetzt schon voll ist. In den ganzen Zeiten, in den Hochdruckzeiten, da passt doch gar kein Mensch mehr rein. Da drücken Sie die mit den Leuten rein. Wie soll denn das funktionieren? Wir müssen das hinbekommen, aber wir müssen die Menschen auch mitnehmen für diese Veränderung und sie nicht auf den Kopf schlagen. Die Leute drehen doch schon durch, wenn wir Punkte auf dem Boden malen. Das müssen wir trotzdem weiter hinkriegen, dass sie uns... Applaus Und wir werden diese Punkte weiter malen. Wir werden die Autos rausdrängen. Aber lasst es uns vernünftig machen, sodass wir es auch hinbekommen, dass uns die Leute nicht von der Stange gehen. Wir gehen rein mit dem Nahverkehrsplan. 28 Milliarden. Aber das heißt auch, wir brauchen Planer. Wir brauchen Architekten. Wir brauchen Bauarbeiter, die das auch umsetzen und bauen. Und das schaffen wir gerade mal mit den vielen Trams, die wir vorhaben, dass wir 2035 mit denen zum Bauen anfangen. Das sind nicht nur Geldfragen, das sind auch Ressourcenfragen von Man- und Womanpower. Und wir müssen die Außenbezirke auch anbinden und ihnen Möglichkeiten schaffen, dass sie auch den ÖPMV nutzen können, bevor wir ihnen das Auto wegnehmen. Ein Schritt nach dem anderen. 2030 bekommen wir nicht hin. Lügen wir die Leute nicht an. Das wird nicht funktionieren. Lasst uns ehrlich sein. Lasst uns radikale Forderungen aufstellen, dass wir Berlin von dem Auto befreien wollen. Das will ich. Aber lasst sie uns nicht verarschen. Danke. Vielen Dank, Werner. Dann stimmen wir jetzt über diesen Änderungsantrag ab. Wer stimmt für den Änderungsantrag der Grün-Jugend? Wer stimmt dagegen? Wir fragen jetzt nicht die Enthaltungen ab, sondern würden die eine Person von der AntragstellerInnen und eine Person vom Landesvorstand nach vorne bitten, damit wir das nochmal abfragen können. Wir machen das gleich mit Aufstehen. Also bitte von der Grün-Jugend und vom Landesvorstand Leute nach vorne. Und jetzt stehen bitte einmal alle auf und zeigen deutlicher Zeichen, die dafür sind. Für den Änderungsantrag der Grün-Jugend. So, dann jetzt bitte alle Leute aufstehen oder sehr deutlich melden, die da gegen den Änderungsantrag stimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr könnt euch auch wieder hinsetzen, falls ihr jetzt die ganze Zeit gestanden habt. So, wir haben ein Ergebnis über diesen Änderungsantrag. Und zwar wurde der Änderungsantrag abgelehnt mit 57 Ja-Stimmen, 70 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. Dann kommen wir zum nächsten Änderungsantrag. Es gibt noch viele sehr spannende Änderungsanträge und es wäre gut, wenn ihr zuhört. Ruhe bitte, sonst muss ich diese Glocke benutzen und das wäre irgendwie komisch. Ruhe im Gerichtssaal. Okay, dann kommen wir zum zweiten Änderungsantrag, über den wir abstimmen. Und zwar geht es um den Änderungsantrag in Zeile 298. Und der ist von Matthias Ohmen. Und Matthias, du hast drei Minuten Zeit, ihn vorzustellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vor zehn Jahren haben wir zusammen gemeinsam ein Verkehrskonzept beschlossen, das ganz viele wichtige Sachen auf den Weg gebracht hat und unter anderem auch zwei Punkte hatte. Nämlich zum einen, wir wollen prioritär zukünftig die Straßenbahn ausbauen. Und zweitens, wir wollen nie wieder irgendeinen Cent für die U-Bahn ausgeben, der nicht irgendwie sein muss. Das war vor zehn Jahren eine sehr richtige Sache und ich habe auch eine Pro-Rede gehalten. Und mittlerweile ist in zehn Jahren vergangen. Und wenn man sich in dieser Stadt nach neuer Straßenbahn umschaut, dann muss man feststellen, das ist eher unterwältigend. So, gleichzeitig gibt es immer wieder Diskussionen um U-Bahn-Ausbau, um Schließungen von Lücken, um tatsächlich neue Strecken. Und wir haben immer noch den Beschluss zu sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wenn man sich das komplette Schienennetz in der Stadt anguckt, dann ist das komplette Schienennetz, also von der kleinen Straßenbahn bis zur großen Vollbahn, in den letzten zehn Jahren sogar geschrumpft. Liebe Freundinnen und Freunde, gleichzeitig sind auch noch Einwohner hinzugekommen in der Dimension von einer kompletten Großstadt. Heute lebt eine Großstadt zusätzlich in Berlin wie vor zehn Jahren. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch einfach bitten, dass wir zukünftig sagen, jawohl, unsere Priorität liegt bei der Straßenbahn ganz klar, aber wir sagen zur U-Bahn nicht mehr kategorisch nein, sondern wir rechnen erst mal nach, ob sich das überhaupt verkehrlich lohnt und wie sich das ökonomisch darstellt. Das ist eine sehr vernünftige Sache und wird auch den Anforderungen der Stadt deutlich mehr gerecht als ein Nein. Und mir persönlich ist es übrigens auch so, dass ich lieber eine U-Bahn unter der Erde dieser Stadt habe, als eine Straßenbahn im Aktenordner. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias Ohm. Für die Gegenrede hat das Wort Stefan Gelbhaben. Lieber Matthias, liebe Freundinnen und Freunde, niemand sagt nie wieder U-Bahn. Wir haben eine U-Bahn, die ist in vollkommen in Ordnung, ihr sollt sie gerne nutzen. Die Frage ist aber eine andere. Die Frage ist, sind wir umsonst im Straßenbahnbündnis, sind wir umsonst in dieser Koalition mit dem Koalitionsvertrag, wo wir ganz klar gesagt haben, die Straßenbahn muss die nächsten Jahre die Priorität haben. Haben wir umsonst ein Wahlprogramm beschlossen, wo wir gesagt haben, die Straßenbahn braucht jetzt die Priorität. Ich glaube, nein, wir haben das zu Recht gesagt. Nun kann man immer sagen, wir haben das da beschlossen, da beschlossen, da beschlossen. So what, jetzt aber heute. Und ich finde dieses Argument, dass wir uns auch immer wieder überlegen, ist das noch richtig, vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt immer noch richtig. Wir haben gerade keine Verkehrsverwaltung, die sagt, hey, schickt uns mal noch eine Straßenbahnstrecke oder eine U-Bahnstrecke oder noch mal fünf Radwege rein, machen wir mal. Wir haben die Kapazitäten. Das ist nicht so. Es ist vielmehr so, dass wir eine Verwaltung haben, die schon die Straßenbahnprojekte nicht ordentlich hinbekommt. Und deswegen müssen wir priorisieren. Wir müssen sagen, wir brauchen jetzt einen Straßenbahnausbau. Und wir können nicht sagen, hey, lasst uns noch mal irgendwas zusätzlich machen. Politik heißt entscheiden. Und wir haben hier auch heute wieder diese Entscheidung, wollen wir etwas machen oder wollen wir uns wieder mal was zusätzlich aufschreiben, was da nicht passiert. Und deswegen steht es weiter, ist es weiter richtig, dass wir sagen, die Straßenbahn hat Priorität. Wir sind zu Recht in dieser Koalition. Wir sind zu Recht in dem Straßenbahnbündnis. Wir werden da nicht rausgehen. Und wir haben mit richtigen Argumenten unser Wahlprogramm beschlossen. Das sind die Argumente, die jetzt quasi politisch dafür sprechen. Ich möchte auch noch ein paar technische Argumente euch mal nahe bringen. Wir hatten mal ein Straßenbahnnetz in Berlin, das hatte 600 Kilometer Länge. Das ist 50, 60 Jahre her. Damals hat die Straßenbahn alleine eine Milliarde Menschen pro Jahr befördert. Die BVG schafft heute mit Straßenbahn, mit der Reststraßenbahn, will ich sie mal nennen, mit der U-Bahn und mit den Bussen auch eine Milliarde. Die Straßenbahn ist ein extremst leistungsfähiges Transportmittel. Punkt eins. Punkt zwei. Kosten. Ich finde, man muss sich immer wieder auch über Kosten mal einen Gedankenpunkt machen. Die Straßenbahn kostet ein Zehntel von U-Bahn. Oder mal anders formuliert, wenn man die U10 von hier, vom Alexanderplatz zum Antonplatz im Weißen See bauen würde, das wollen einige, insbesondere Weißensee, ich verstehe das. Das kostet 60, 70 Milliarden, so schlimm ist es nicht, 60 bis 70 Millionen Euro. Davon kann man auch ganz Reinigendorf eine Straßenbahn bauen. Ganz Reinigendorf. Das war jetzt schlauer, als ich dachte. Okay. Und dann will ich noch einen ökologischen Punkt bringen. Eine Straßenbahn zu bauen, dauert auch eine ganze Zeit lang. Aber eine U-Bahn jetzt anzufangen, heißt, dass wir 2040, 2050 das Ding vielleicht haben. 2040, 2050 müssen wir unsere Ökoziele längst erreicht haben. Das heißt, die U-Bahn wird uns keinen Zentimeter dabei helfen, diese Ökoziele zu erreichen. Und deswegen, lasst uns bei unserer Beschlusslage bleiben, lasst uns bei dem Antrag des Landesvorstandes bleiben, Priorität für die Straßenbahn in dieser Legislatur. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Stefan. Dann stimmen wir jetzt über den Änderungsantrag ab. Wer für den Änderungsantrag stimmt, möge jetzt bitte die Karte heben. Den, den Matthias gerade vorgestellt hat und den wir gerade diskutiert haben. Okay, vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Gibt es Enthaltungen? Dann ist der Antrag bei einigen Ja und einigen Enthaltungen deutlich abgelehnt. Bevor wir jetzt zum nächsten Änderungsantrag kommen, hätte ich bitte kurz eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und zwar müssen wir jetzt, bevor wir den nächsten Änderungsantrag behandeln, noch einen Platz in der C-Kommission nachwählen und zwar den Frauenplatz. Gibt es da eine Person, die bereit wäre, diesen Platz, für den wir vorher Lea gewählt hatten, zu besetzen? Dann können wir die Person jetzt einfach gleich nachwählen. C-Kommission. Hat sich irgendwer gemeldet? Ja. Dann komm am besten ganz kurz hierher, damit wir deinen Namen verkünden können und dann wählen wir dich. Oder auch nicht. Okay, es gibt eine Bewerbung von Stefanie Wesch. Wer dafür stimmt, dass Stefanie in die C-Kommission aufgenommen wird, möge jetzt bitte die Karte heben. Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Super, dann bist du einstimmig gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Leute, dann geht es weiter. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, aber auch das kriegen wir hin. Es geht um die internationale Automobilausstellung. Da liegen euch vor drei Alternativen. Die Antragstellerinnen und Antragsteller und auch die Antragskommission haben vorgeschlagen und ihr habt das auch schon beschlossen, ein Meinungsbildungsverfahren zu machen und ein Meinungsbild darüber zu erstellen und am Ende die beiden Alternativen, die die meisten Stimmen bekommen haben, gegeneinander abzustimmen. Wir haben also ein zweistufiges Verfahren. Ich würde euch vorschlagen, dass es jeweils eine Rede gibt für jede Alternative. Die erste, die weitestgehende ist, die würde dann quasi die Franco halten, die zweite Matthias Ohmen und die dritte jemand vom Landesvorstand Silke, genau. Oder für den Landesvorstand Silke. Und ihr habt dann für das Meinungsbild maximal drei Stimmen. So ist das bei Meinungsbildern, weil es drei mögliche Meinungen gibt. Überlegt euch selbst, ob das sinnvoll ist, aber es ist möglich, bis zu drei Stimmen abzugeben bei einem Meinungsbild. Okay, dann steigen wir jetzt ein ins Thema IAA. Das stimmt, das ist richtig, auf den Unterlagen, aber die Antragstellerinnen und Antragsteller plus der LARF und die Antragskommission haben sich darauf geeint zu tauschen, weil Matthias Ohmen sozusagen die mittlere Variante inhaltlich vorstellt. Und deswegen stellen wir jetzt erstens vor, die weitestgehende, das war sie, die Franco. Dann Matthias Ohmen, eine detailliertere und die dritte dann, Silke, für den bestehenden Antrag. Okay? Gut. Dann sehe ich keine Widerrede. Dann steigen wir jetzt ein mit Vasili, bitte. Also, Vasili, Alternative 1. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Ramona, ich muss sagen, ich war etwas irritiert, als ich vor kurzem auf Twitter gelesen habe, eine moderne IAA wäre ein Gewinn für Berlin. Denn selbst wenn du die Transformation zu einer Mobilitätsmesse gefordert hast, IAA und modern, das passt einfach nicht zusammen. Denn wenn die Dinosaurier der Autoindustrie eine Messe veranstalten, dann kann dabei nur ein Relikt der Vergangenheit herauskommen. Und das, das ist kein Gewinn für Berlin. Und wer mir jetzt nicht glaubt, der kann ja einfach auf die Homepage der IAA gehen, denn dort steht zur möglichen Neuausrichtung. Natürlich steht für uns weiterhin das Automobil im Mittelpunkt. Aber wir werden für die kommende IAA auch die Verbindung mit anderen Verkehrsträgern suchen. Ernsthaft? Also, wir brauchen in Berlin doch keine Messe, bei der das Automobil im Mittelpunkt steht. Eine Messe ohne Autos. Das wäre ein Gewinn für Berlin. Na klar, wir werden auch in Zukunft noch Autos brauchen. Die Frage ist, wie lange unser Landesvorsitzender Werner, du hast es gesagt, es geht uns darum, den Autoverkehr auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist auch richtig. Wir haben in Berlin 1,2 Millionen Autos. 60 Prozent der Verkehrsflächen gehören dem Auto. Also, wenn wir was brauchen, dann ist das nicht mehr Autos, das sind weniger Autos. Und daher von mir aus auch ein Wandel der IAA zu einer internationalen Mobilitätsmesse, das wäre cool. Aber jetzt mal ganz realistisch, das ist einfach nicht zu erwarten. Denn selbst wenn die Antriebe Elektro- und Wasserstoff sind, brauchen wir keine Präsentation von irgendwelchen klimaneutralen G-Klassen oder tonnenschweren Teslas mit Panzerglas. Wir wollen doch kein weiter so mit grünem Anstrich. Wo wir hinwollen, wo wir hinwollen, das steht in diesem Leitantrag. Wir wollen autofreie Kieze, wir wollen mehr ÖPNV, wir wollen moderne Mobilitätskonzepte, mehr Platz für Radverkehr und FußgängerInnen. Und deshalb haben wir in unserem Ursprungsänderungsantrag eigentlich auch schon geschrieben, wir brauchen neue Mobilitätskonzepte weg vom motorisierten Individualverkehr. Und das steht jetzt auch in diesem Mot-Ü schon längst drin. Aber wenn das drinsteht, dann lasst uns auch den logischen Schluss ziehen. Wir Grüne lehnen Berlin als Standort für die IAA ab. Liebe Freundinnen und Freunde, Berlin war noch nie Automobilstandort und Berlin soll es einfach auch nicht werden. Die hessischen Grünen zum Beispiel, die wollen die IAA umgestalten zu einer Mobilitätsmesse. Und ganz ehrlich, von mir auch viel Erfolg dabei. Aber wir in Berlin, wir sind doch schon längst einen Schritt weiter. Das zeigen wir mit diesem Leitantrag raus aus der Vergangenheit, in der das Auto wichtiger war als die Menschen. Stimmt daher für unseren Änderungsantrag. Lasst das Auto stehen, denn erst dann nimmt die Verkehrswende richtig Fahrt auf. Vielen Dank, Herr Vasili. Wir kommen jetzt zum zweiten Redebeitrag, zu der Alternative 3, die in der Tischvorlage hier noch Alternative 3 heißt. Matthias Ohmen zu L02-466. Matthias. Liebe Freundinnen und Freunde, die IAA ist der Motor der Verkehrswende. Die IAA steht für gelebten Umweltschutz. Entschuldigung. Die IAA ist das Schaufenster der Mobilität von morgen. Liebe Freundinnen und Freunde, manchmal frage ich mich, was Marketingleute alles sich ausdenken können. Wenn man sich da mit der IAA beschäftigt, hat man viel Spaß. Liebe Freundinnen und Freunde, Sand in Getriebe, das ist das, was die IAA dazu gebracht hat, sich zu rechtfertigen. Das sind die Sätze, die dabei rausgekommen sind. Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich ist es aber auch so, dass es tatsächlich einen Bedarf für diese Ausstellung gibt. Sie wird auch in Deutschland nach wie vor stattfinden. Die Frage ist, findet sie in Berlin statt oder findet sie in Köln statt? Das ist die Frage, die sich steckt. Und liebe Freundinnen und Freunde, wenn sie bei uns in Berlin stattfinden sollte, dann sollten wir das nicht irgendwie unkonditioniert machen, sondern wir sollten tatsächlich hingehen und sagen, dass diese Werbesprüche uns nicht genügen, sondern feste Vorgaben machen. Das heißt, ganz klar benennen, wie hoch die Anteile an erneuerbaren Energien sein sollen, die zukünftig für die Antriebe dieser Fahrzeuge zu gebrauchen sind. Ansonsten sagen wir nein. Vielen Dank. Ja, liebe Leute, wenn ich euch so zuhöre, dann finde ich, kann man schon mal eins sagen, weil das ist ziemlich klar geworden. Wir sind uns nämlich eigentlich ziemlich einig. Die Berliner Grünen, die Berliner Grünen sagen ganz klar Nein zur Frankfurter IAA. Denn das Gebot der Stunde ist Klimaschutz. Und wer Klimaschutz sagt, muss auch Verkehrswende sagen. Und Verkehrswende heißt Mobilitätswende. Und das heißt dann am Ende auch, dass es weniger Platz für das private Auto geben wird. Aber, und das ist das Zentrale, dass die Berlinerinnen und Berliner trotzdem schneller und sicherer ans Ziel kommen. Und das ist nämlich das, wo es in der Mobilität, wo es in der Verkehrspolitik eigentlich nicht geben muss. Und das ist die Stadt der Zukunft, die Berlin werden muss. Und dafür brauchen wir alle Kräfte. Und ja, so wie die IAA, die Frankfurter IAA jetzt ist, ist sie das absolute Gegenteil der Berliner Verkehrswende. Da wurde jetzt ja schon genug vorgelesen. Und deshalb habe ich ehrlich gesagt auch mehr als Fragezeichen, um nicht zu sagen Bauchschmerzen, wenn ich lese, dass sich Michael Müller für die Frankfurter IAA beworben hat und sie nach Berlin holen möchte. Denn, liebe Leute, ihr wisst doch alle, wie sehr die SPD an den alten Zöpfen, wie sehr die SPD an ihrem heißgeliebten Auto hängt. Aber die neue Zeit, die neue Zeit, die gibt es nicht mit alten Zöpfen. Und deshalb kommt es eben wieder mal auf uns Grüne an, dass Müller eben nicht die Frankfurter IAA nach Berlin holt, sondern dass Berlin eine Messe bekommt, wo es ehrlich um klimaneutrale Mobilität der Zukunft geht. Und solch eine Messe braucht mehr Firmen und Akteure, als sich bei der Frankfurter IAA tummeln. Aber solch eine Messe kann auch dafür sorgen, dass sich die deutsche Automobilindustrie radikal verändert. Und das ist längst überfällig. Und ich will das mal an ein paar Beispielen deutlich machen. Denn das ist auch etwas, was uns in Berlin Probleme bereitet. Als wir E-Busse kaufen wollten, Regine hat vorhin gesagt, 30 Stück fahren hier in Berlin rum. 30 Stück. Als wir E-Busse kaufen wollten, da konnte die deutsche Automobilindustrie uns keine liefern. Als wir ein Förderprogramm für E-Taxis auflegen wollten und für Pflegedienste, da konnte die deutsche Automobilindustrie uns keine Elektroautos liefern. Als wir ein neues Lastenförderprogramm aufgelegt haben, da war sehr schnell Schicht im Schacht, weil die mit den Lieferungen nicht hinterher kamen. Als wir LKWs mit Abbiegeassistenten wollten, da war das ein mehr als steiniger Weg. Und auch heute haben nicht alle LKWs mit Abbiegeassistenten. Die Liste, sie ist endlos weiterzuführen. Und all diese Fragen und noch viel mehr möchte ich auf einer internationalen Mobilitätsmesse diskutiert haben. Und ich möchte damit die Verkehrswende nach vorne bringen. Und ja, das könnte in Berlin gehen, verdammt nochmal. Und dafür muss sich die Frankfurter IAA eben radikal ändern. Und in diesem Sinne bitte ich euch, den Vorschlag vom Landesvorstand anzunehmen. Wir müssen der Frankfurter IAA ein ganz klares Nein entgegenschleudern. Aber wir müssen ein klares Ja für eine internationale Mobilitätsmesse entwickeln, weil wir nur so den Druck auf Michael Müller aufrechterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Silke. Ich denke, durch die Einbringungsreden ist klar geworden, über welche drei Alternativen wir jetzt gleich abstimmen werden. Alternative 1 war die, die Vasily Franco gerade eben als erstes vorgestellt hat. Und ich bitte euch um das Handzeichen. Sorry, bevor ihr das macht, ihr habt bis zu drei Möglichkeiten, eine Stimme abzugeben. Und jetzt stimmen wir ab über die Alternative 1, eingebracht von Vasily Franco. Wer für diese ist, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Okay, vielen Dank. Jetzt Alternative 2, eingebracht von Matthias Ohmen. Haben wir vorhin erklärt, ursprünglich Alternative 3 eben vorgestellt, Alternative 2, eingebracht von Matthias Ohmen. Okay, danke schön. Jetzt Alternative neu 3, die die Silke gerade eben vorgestellt hat. So, wir haben ganz schnell und fix nicht alles durchgezählt, aber sind doch eindeutig zu dem Ergebnis gekommen, dass Alternative 1, Vasily und Alternative 3, Silke, Lafu, hier die Mehrheit haben und deswegen gegeneinander abgestimmt werden sollten. Gibt es dazu Widerspruch? Nee? Okay. Alles klar, dann machen wir das jetzt. Und vielleicht können wir jetzt gleich schon, das könnte so werden, die Leute bitten, aufzustehen bei der Stimmabgabe, weil es sich doch vielleicht um ein knappes Ergebnis handeln könnte. Deswegen machen wir das gleich mit aufstehen. Und wenn die Antragstellerin hochkommen wollen oder uns Leute noch überprüfen wollen, dann gerne. Wir stimmen jetzt gleich ab, Alternative 1, Vasily Franco und danach Lafu, vorgestellt von Silke. Wer für die Änderung von Vasily Franco ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen und aufstehen bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Jetzt die Frage, wer ist für die Version Landesvorstand, vorgestellt durch Silke Gebel. Bitte jetzt aufstehen, Handzeichen. Bitte jetzt aufstehen, Handzeichen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Und drei Leute sich enthalten haben. Damit ist dieser Änderungsantrag, diese Alternative von Vasily, so wie vorgestellt, beschlossen. Danke. Vielen Dank. 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 Wenn ich an eine Stadt denke, dann denke ich an Parks, in denen wir unsere Freizeit verbringen können. Oder an eine Stadt, in der wir alle selbstbestimmt und sicher uns bewegen können. Ich denke nicht an laute, dreckige Autostraßen oder so kurze Ampelphasen für FußgängerInnen, dass selbst fitte Leute teilweise nicht über die Straße kommen. Niemand von uns will das. Deshalb haben wir das erste Mobilitätsgesetz initiiert, in dem es nicht um das Auto, sondern um den Nachverkehr, Fahrrad und die FußgängerInnen geht. Oft wird in diesem Kontext gesagt, wir leiten die Verkehrswende ein. Und auch wenn im Mobilitätsgesetz gute Maßnahmen stehen und wir endlich die ehemalige Autostadt Stück für Stück umbauen, eine Verkehrswende weg vom Auto sieht anders aus. Dass ein Drittel der BerlinerInnen, denen ein Auto gehört, mindestens zwei Drittel der Wege zusteht, ist ein Skandal. Und das wollen wir ändern. Deswegen stellen wir als Grüne Jugend hier den Änderungsantrag, dass bis 2035 innerhalb des S-Bandrings keine privaten Autos mehr fahren. Jetzt geht der Antrag nicht darum, dass der Landesvorstand für Autos ist und die Grüne Jugend gegen Autos. Es geht halt um ein konkretes Datum. Man kann jetzt argumentieren, es ist nicht viel wichtiger, dass die Maßnahmen umgesetzt werden, als sich um ein konkretes Datum zu schreiten. Warum wir trotzdem dafür kämpfen, ist, weil wir keine Zeit mehr haben. Jedes zehntel Grad globale Erderwärmung bedeutet die Zerstörung der Lebensgrundlage tausender Menschen und Tiere. Gerade wird auf der UN-Klimakonferenz darüber diskutiert, wie man die in Paris vereinbarte 1,5 Grad Grenze global nicht überschreitet. Paris ist vier Jahre her und es ist fast gar nichts passiert. Wir wollen jetzt radikal handeln. Und das bedeutet, dass wir so schnell wie möglich unsere CO2-Emissionen auf ein Netto nur reduzieren. Aus historischer Verantwortung. Und weil wir die Möglichkeit als Stadt haben, lasst uns unsere Stadt so schnell wie möglich autofrei machen. Ja, viele BerlinerInnen werden diese Maßnahme nicht bejubeln. Aber wir müssen gerade den Kritikern klarmachen, dass es nicht darum geht, grundlos ihnen ihr Auto wegzunehmen, sondern dass wir um den Erhalt unserer Lebensgrundlage, den Nachfolgen der Generation und der von Menschen im globalen Süden kämpfen. Das ist eine enorme Kommunikationsaufgabe, klar. Aber wir können ihnen aufzeigen, welche Vorteile eine autofreie Stadt für uns alle hat. Wir müssen die Bedürfnisse der Leute ernst nehmen und gemeinsam weiter an Alternativen arbeiten. Aber wenn selbst wir Grüne nicht das Mindeste fordern, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten, was soll ich den MitstreiterInnen von Fridays for Future bitte sagen, oder wie soll ich ihn glaubhaft machen, dass wir die Klimakrise über den parlamentarischen Weg noch stoppen können? Lasst uns ihnen hier heute die Botschaft senden, dass wir alles dafür tun werden, ihre Zukunft zu retten und gemeinsam ein lebenswertes Berlin schaffen für Parks statt Autoparkplätze. Vielen Dank, Anka. Die Gegenrede dazu hält Ingmar Strese. Ja, liebe Ann-Kathrin, liebe Freundinnen und Freunde, im Grundziel einer Grundausrichtung und Null-Emissionsziel vollkommen d'accord. Auch 2030 ist schon sehr ambitioniert. Ich komme gleich im Spätere noch mal drauf. Trotzdem, jedes Jahr, das wir vielleicht früher schaffen, wäre klasse. Ich habe aber Zweifel, ob wir viel schneller sein können. Wir als Landesregierung, als Koalition machen schon total viel, haben echte Ärmel hochgekrempelt. Wir, in unserem eigenen Bereich, die E-Busse, versuchen wir und werden wir bis 2030 elektrisch haben. Wir haben durch Velmo die Ladeinfrastruktur für kommunale Unternehmen. Wir bauen die Ladeinfrastruktur aus auf 2.500 Ladepunkte im nächsten, übernächsten Jahr. Wir werden die E-Mobilität in vielen Bereichen weiter fördern. Und wir haben sehr viel gestartet, was jahrzehntelang einfach nicht gedacht wurde. Der Ausbau des ÖPNV, der Ausbau der Straßenbahn. Als wir ankamen mit der Koalition, waren die Schubladen leer. Das heißt, wir mussten alle Planungen neu beginnen. Darum dauert es leider ein bisschen länger bei den Straßenbahnen. Und das Netz I-2030 Regionalzüge, das braucht auch einige Jahre. Das ist nicht 2025 fertig. Insofern Radschnellweg, Radschnellverbindungen mit Planfeststellungsverfahren, auch die brauchen ein paar Jahre. Wir hoffen aber erst, dass wir die ersten doch in den nächsten Jahren bekommen. Insofern ist es total viel in der Pipeline. Aber leider zu 2025, wo wir den großen, massiven Umbau dann hätten mit dem Änderungsantrag, werden wir leider noch nicht so weit sein können. Faktor Zeit, auch Planungskompetenzen wurde auch schon mal angesprochen. In den Behörden, in den Bezirken, aber auch bei uns und auch bei ausführenden Firmen. Anderer Aspekt, finde ich, sollte man auch mit bedenken, wurde vorhin auch schon mal angesprochen, wir sollten die Leute nicht verlieren. Wir haben so viel gesellschaftliche Unterstützung für das Thema Klimaschutz, für Verkehrswende, dass wir vorsichtig sein müssen, dass vielleicht das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Ein Auto hat eine Lebensdauer von 10 bis 12 Jahren. Das heißt, wer sich jetzt in diesem Jahr ein Auto angeschafft hat, der will das 2025 nicht verlieren. Und mit diesem Antrag heißt es ja letztlich, im Jahr 2025 wird das nicht mehr gehen. Das heißt, wir sollten die Leute mitnehmen, den Übergang planbar machen und 2030 null Emissionszone zu haben. Der kleine Nebenaspekt, dass kein Individualverkehr wahrscheinlich dann bedeuten würde, Carsharing würde ich noch ein bisschen vorwarnen. Denn wenn wir Carsharing als Mobilität für alle im Innenstadtbereich öffnen, wird der ÖPNV wahrscheinlich leiden. Es gibt ja einige Studien, die sagen, Carsharing trägt nicht unbedingt dazu bei, dass der ÖPNV reüssiert. Insofern würde ich euch bitten, unterstütz den Landesvorstandsantrag 2030 ist schon sehr ambitioniert. Aber wenn wir alle die Ärmel hochkrempeln und die Sache anpacken, dann werden wir das auch als sehr realistisches Ziel schaffen. Dankeschön. Applaus Gut, vielen Dank. Wir wurden gebeten, nochmal den Änderungsantrag genau vorzulesen, beziehungsweise den Gegeneinander zu halten. Bisher steht im Leitantrag ... und bis 2030 die Innenstadt zu einer Null-Emissionszone umgestalten, in der kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr fahren darf. Und der Änderungsantrag würde lauten ... und bis 2025 die Innenstadt zu einer Null-Emissionszone umgestalten, in der kein Auto in Individualbesitz mehr fahren darf. Wir machen das jetzt ausnahmsweise mal so und kommen gleich in die Abstimmung. Wer für den Änderungsantrag ist, das ist das Zweite, was ich vorgelesen habe, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Gut, dann müssen jetzt aber alle nochmal schnell die Hände runternehmen, weil wir eigentlich im Abstimmungsverfahren waren. Und nochmal vielleicht ruhig sein und ich gebe mir Mühe, noch lauter zu sprechen. Also, wir haben im jetzigen Leitantrag die Formulierung Zeile 348 bis 349 und bis 2030 die Innenstadt zu einer Null-Emissionszone umgestalten, in der kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr fahren darf. Das ist jetzt der Leitantrag. Die Änderung, die Anker gerade vorgestellt hat, soll lauten auf und bis 2025 die Innenstadt zu einer Null-Emissionszone umgestalten, in der kein Auto in Individualbesitz mehr fahren darf. So war das laut genug, deutlich verstanden angekommen. Dann stimmen wir jetzt ab. Wer für die Änderung ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Gut, vielen Dank. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Bitte jetzt. Okay, alles klar. Vielen Dank. Enthaltungen? Also, wir sind uns einig, dass eine deutliche Mehrheit gegen den Änderungsantrag war und damit ist er abgelehnt. So, und damit wären wir auch schon bei der Schlussabstimmung zu diesem Leitantrag 02, mehr Klimaschutz. Dann würde ich euch alle nochmal bitten, wenn es keine weiteren Anmerkungen mehr gibt. Gut, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich euch jetzt um das Handzeichen, Kartenzeichen, wer für diesen so geänderten Leitantrag 02 ist, bitte. Also, wir warten jetzt auch nur so lange wegen der Fotos und so. Und, dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Philipp, vielen Dank. Gegenprobe? Die Gegenprobe, das müssen wir jetzt auch nicht länger warten. Vielen Dank. Enthaltungen? Alles klar, bei einer Enthaltung ist dieser Leitantrag 02 angenommen. Herzlichen Dank euch. Applaus Vielen Dank auch für die Debatte. Ich wollte mich noch bei Eva, die ist schon los, bei Philipp, bei Jana. Es hat Spaß gemacht. Wir wechseln jetzt hier auf dem Präsidium. Bevor wir das tun noch... Ja, Leute, das mit den Videos, das kriegen wir noch vielleicht irgendwann hin. So, wir haben es heute ja schon ein paar Mal gesagt. Wir sind ziemlich gewachsen. Als Nina und ich angefangen haben, oder als ihr uns das erste Mal die Ehre gehabt, uns zu wählen als Landesvorsitzende, da waren wir damals noch 5.500 Mitglieder. Das war 2016. Jetzt, kurz vor der LDK, haben wir die 9.000 geknackt. Und das ist, glaube ich, hier wirklich phänomenal. Ich verspricht jetzt mal lieber keine Party ab 10.000, weil wir haben nächstes Jahr so viel zu tun mit dem Wahlprogramm. Aber irgendwo kriegen wir das dann schon noch unter. Aber es ist auch toll. Also das heißt, wir haben 2.000 Mitglieder im letzten Jahr reingekommen. Das heißt, 26 Prozent unserer Mitglieder sind im letzten Jahr eingetreten, in den letzten zwölf Monaten. Das ist echt heftig. Das heißt auch für uns Parteien eine große Herausforderung. Ihr kriegt das in den Kreisverbänden ja immer wieder mit. Aber das Schöne ist auch, wir sind deutlich jünger geworden. Und wir sind deutlich weiblicher geworden. Und wir sind nach wie vor die weiblichste Partei in Deutschland. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und auch in den Kreisverbänden nochmal, nehmt das ernst mit den neuen Mitgliedern. Wir müssen diesen Schatz heben, dass so viele jetzt aktiv sein wollen für uns. Und das ist eine große Herausforderung. Wir sind da auch mit den Kreisverbänden eng in Kontakt. Aber das ist wunderbar und muss wunderbar aktiviert werden. Und wir möchten jetzt die Gelegenheit nutzen, wenn wir so viele neue haben und die, die wir auch herzlich begrüßen wollen, möchten wir die Gelegenheit trotzdem nutzen, ein Mitglied, was den Landesverband wechselt. Wir machen das jetzt nicht, wenn ihr das in Zukunft alle macht. Aber es gibt einen Mitglied, das wechselt den Landesverband. Und deswegen wollen wir hier nicht groß mit Laudatio oder sonst was. Denn die Arbeit wird ja fortgesetzt nur an einem anderen Landesverband. Aber deswegen wollen wir das hier trotzdem einmal erwähnen und gebührend Tschüss sagen sozusagen. Denn lieber Reinhard, Reinhard Bütikofer, du, es geht ein Raunen durch die Menge. Reinhard ist schon vor einer Weile ganz unbemerkt, er hat es uns aber mitgeteilt, gewechselt in den Landesverband Thüringen. Was wir natürlich sehr, sehr, sehr bedauern. Reinhard, du warst hier bei uns im Berliner Landesverband länger als in deiner eigentlichen Heimat Mitglied. Du wirst jetzt in Thüringen wahrscheinlich noch länger Mitglied sein. Aber erstmal freuen wir uns, dass du so lange bei uns warst, dass du so toll für uns immer, uns im Europaparlament vertreten hast, dass du auch uns unterstützt hast. Es sind neue Freundschaften entstanden, habe ich gehört, während der Koalitionsverhandlungen 2016. Und wir freuen uns einfach, dass du so lange bei uns warst und würden gerne die Gelegenheit nutzen, hier dir einmal auf Wiedersehen zu sagen und dir auch die Gelegenheit geben, uns auf Wiedersehen zu sagen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn du einmal kurz zu uns kommst. Applaus Lieber Reinhard, vielen, vielen Dank. Ich gebe dir die einfach gleich, weil du wirst bestimmt selber was sagen wollen, gehe ich von aus. Ich habe noch nie erlebt, dass du sprachlos warst, deswegen wirst du bestimmt was sagen wollen. Und dann kriegst du die Blumen im Anschluss, okay? Verabschiedet wird man ja normalerweise nur, wenn man ganz geht. Aber warum nicht auch bei dieser Gelegenheit? Ich habe tatsächlich dem Landesvorstand vor einiger Zeit schon mitgeteilt, dass ich jetzt nach Thüringen wechsle. Warum? Ich meine, hier gibt es Rot-Rot-Grün, in Thüringen gibt es Rot-Rot-Grün. Das macht jetzt den Kohl nicht fett. Aber die Thüringer, glaube ich, brauchen Unterstützung ganz besonders stark. Die versuchen, grüne Politik zu entwickeln unter außerordentlich schwierigen Bedingungen. Zum Beispiel waren bei der letzten Landtagswahl mehr als 50 Prozent der Wähler über 60 Jahre. Noch keine 200.000 waren unter 30 Jahre. Es gibt in dem ganzen Land nur zwei Städte, die über 100.000 Einwohner haben. 50 Prozent der grünen Mitglieder leben im ländlichen Raum. Das sind ganz andere Voraussetzungen und Herausforderungen, als ihr sie habt. Aber ich habe mir gedacht, ihr habt jetzt so viele Europaabgeordnete, jetzt sollen die auch mal einen haben. Ich bin seit 1984 bei den Grünen und jetzt tatsächlich 20 Jahre in Berlin, kann es immer noch nicht glauben. Und habe in der Zeit hier sogar, was in der Politik selten vorkommt, einige Freunde gefunden. Es gab Tiefpunkte. Für mich war das Wahlergebnis 2011 ein solcher Tiefpunkt. Es gab Höhepunkte. 2016 wurde schon angesprochen und ganz besonders gut hat mir gefallen, jetzt in diesem Jahr im Mai, dass auf der Publikation des Landeswahlleiters, auf der die Grafik drauf war, wo welche Farbe vorherrscht, die Karte von Berlin außerordentlich grün gewesen ist. Also, ich danke Nina und Werner, dass sie mir die Gelegenheit geben, paar Sätze zu sagen, will euch nicht lange strapazieren. Aber ich glaube, dass wir immer wieder in unserer Politik zwischen den Begriffen, die da oben stehen oder auch anderen Begriffen die richtige Balance finden müssen. Auf der einen Seite sind wir so stark bundesweit und auch europaweit, wie wir noch nicht waren, haben auch erheblichen Anteil an Exekutivverantwortung. Auf der anderen Seite kann man den Eindruck nicht loswerden, dass der Abstand zu dem, was nötig wäre, nicht verlässlich kleiner wird, sondern eher noch zu wachsen droht. Und in der Situation hilft es aber nichts, glaube ich jedenfalls, wenn man am Gras zieht, damit es schneller wächst. Man muss es düngen. Und ich glaube, dazu gehört es, dass wir politisch verschiedene Fähigkeiten zusammenbinden. Die Bereitschaft zu einer rückhaltlosen und radikalen Analyse dessen, was nicht in Ordnung ist und dessen, was sich ändern muss. Die Bereitschaft und die Fähigkeit zu visionären Perspektiven und die erforderliche revolutionäre Geduld für ein pragmatisches Herangehen. Und ich glaube, dass das, worauf wir am allerwenigsten verzichten können, die Fähigkeit ist, ständig den Dialog mit unserer ganzen Gesellschaft zu führen, um zu lernen, wo wir noch besser werden müssen. Und letztlich gilt für mich bei aller grüner Politik der Satz, der erste Satz des Grundsatzprogramms von 2002 im Mittelpunkt unserer Politik, heißt es dort, steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit. Das ist der Kern und deswegen, glaube ich, müssen wir auch eine Politik machen, die auf die Hoffnungen der Menschen auf Realisierung ihrer Würde und ihrer Freiheit setzt. Nicht eine Politik mit der schwarzen Zukunft, nicht eine Politik des Schreckens, nicht eine Politik der Bedrohung, nicht eine Politik des Untergangs, sondern eine Politik der Hoffnung, dass wir als Grüne und dass unsere Gesellschaft in der Lage ist, diese Herausforderungen zu meistern. Ich wünsche euch, ich wünsche diesem Landesverband, dass es 2021 eine grüne regierende Bürgermeisterin gibt. Ich weiß, das wird nicht einfach. Ich habe mir kürzlich den Spaß gemacht und habe mir euren verehrten Kultursenator beim BDI mal angehört. Das ist durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz. Und Frau Giffey wird wahrscheinlich auch eine ernstzunehmende Konkurrenz sein. Und trotzdem, glaube ich, können wir das schaffen als Grüne, dass Berlin als grüne Hauptstadt strahlt. Und ich hoffe auch, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, dass ihr dabei immer auch Berlin in seinen europäischen Bezügen, Berlin als Hauptstadt auch einer europäischen grünen Bewegung mit in den Blick fasst, dass wir uns nicht verengen in unserer grünen Perspektive, sondern die Brüderschaft und Schwesterschaft, die Kooperation mit allen unseren Freunden insgesamt immer ins Zentrum rücken. Dankeschön. Also Reinhard, vielen, vielen Dank, haben wir eben schon gesagt. Wir beneiden die Thüringer, dass sie dich jetzt haben. Wir wünschen dir ganz viel Kraft und Erfolg in Thüringen. Ich glaube, das ist wirklich gut, dass du da bist. Und ich finde das sehr selbstlos. Wir lassen dich jetzt selbstlos einfach gehen. Vielen, vielen Dank und vielen Dank für alles, was du für uns geleistet hast. Danke. Und beim Dünger immer Bio-Dünger nehmen. Ja, herzlichen Dank, lieber Reinhard, auch von uns alles Gute in Thüringen. Wir haben hier derweil das Präsidium übernommen. Herzlichen Dank auch nochmal an die erste Schicht von uns. Und wir werden versuchen, euch jetzt auch stringent durch den zweiten Teil des heutigen Tages zu geleiten. Und wir kommen jetzt zu den Satzungsänderungsanträgen. Ihr wisst, wir haben vier Satzungsänderungsanträge. Und ich würde euch auch bitten, da weiter konzentriert mitzuarbeiten. Wir würden euch jetzt das Verfahren vorschlagen. Und wir würden das Verfahren für alle vier Satzungsänderungsanträge euch am Anfang vorstellen. Und dann auch abstimmen wollen. Zunächst mal wisst ihr, Satzungsänderungsanträge brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Änderungsanträge brauchen natürlich nur eine einfache Mehrheit. Wir würden euch vorschlagen, dass es bei den Satzungsänderungsanträgen jeweils eine Einbringung und gegebenenfalls dann eine Gegenrede mit jeweils drei Minuten gibt. Und das ist bei den Änderungsanträgen, die sich nicht durch Übernahme oder modifizierte Übernahme erledigt haben. Dazu wird gleich die Antragskommission euch den Sachstand vorstellen. Ebenfalls eine Redezeit von drei Minuten für die Einbringung des Änderungsantrags und dann auch für die Gegenrede geben wird. Und damit würde ich die Antragskommission bitten, den Stand des Verfahrens aus Sicht der Antragskommission vorzustellen. Ja, ich tue es ja nur ungern. Ich muss dem Präsidium kurz widersprechen. Es sind fünf Satzungsänderungsanträge, über die ihr abstimmen dürft. Und ich stelle euch jetzt gemeinsam das vorgeschlagene Verfahren vor. Der erste Satzungsänderungsantrag, da geht es um die Einladungsfrist zur Landesmitgliederversammlung mit dem Titel Besondere Dringlichkeit. Dort gab es keine Änderungsanträge, das heißt, ihr werdet nur über den Satzungsänderungsantrag abstimmen. Der zweite Satzungsänderungsantrag, dort geht es um die Frage, wer und wenn ja, wie viele antragsberechtigt sind. Hier gab es einige Erledigungen und modifizierten Übernahmen. Der Änderungsantrag 0044 von Clemens Grisehopp, das war ein Änderungsantrag, der im Text des Änderungsantrags zurückgehen möchte zum ursprünglichen Text der Satzung. Das ist ja nun so, dass über genau diese Frage ihr bei der Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag bereits abstimmt. Insofern hatten wir schon am Montag beim AntragstellerInnen-Treffen unsere Zweifel ausgedrückt, inwieweit dieser Änderungsantrag überhaupt zulässig ist. In der Zwischenzeit ist dies geprüft worden und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass ein solcher Änderungsantrag nicht zulässig ist. Und insofern ist dieser Änderungsantrag für erledigt erklärt worden durch die Abstimmung, die ihr am Ende über diesen Satzungsänderungsantrag macht. Ihr werdet davor allerdings noch eine Abstimmung machen dürfen. Und zwar werden gegeneinander abgestimmt die Satzungsänderungsanträge 007 von Daniela Ehlers, Kreisverband Lichtenberg. Dort wird eine modifizierte Übernahme des Änderungsantrags vorgeschlagen, wodurch der Text verändert wird im Rahmen ihrer Aufgaben. Und mindestens fünf Mitglieder, die gemeinschaftlich einen Antrag stellen, darunter mindestens drei Frauen. Dieses wird abgestimmt gegen den Änderungsantrag 0075 von Tobias Barke, Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf, der weiterhin die Möglichkeit schaffen möchte, dass jedes einzelne Mitglied einzeln oder gemeinsam mit anderen Mitgliedern antragsberechtigt ist. Beim Satzungsänderungsantrag 3 geht es um die Antragskommission, deren Teil ich ja nun bin. Vorgeschlagen wird, dass in der Satzung nun festgeschrieben wird, dass diese Antragskommission von euch gewählt wird ab kommendem Jahr. Hier gibt es ebenfalls eine Abstimmung, und zwar wird abgestimmt über den Änderungsantrag 013.3 von Enard Altawehl, Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Hier gibt es eine vorgeschlagene modifizierte Übernahme, nach der Mitglieder in der Antragskommission sein dürfen. Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Wahl keine Regierungsmitglieder sind und maximal zur Hälfte dem Abgeordnetenhaus, dem Bundestag oder dem Europaparlament angehören dürfen. Abgestimmt wird dies gegen die ursprüngliche Form dieses Änderungsantrages, in der es heißt, dass die zu wählenden Mitglieder zum Zeitpunkt der Wahl keine Parlamentarierinnen oder Senatsmitglieder sind. Das heißt, um das nochmal kurz runterzubrechen, es geht darum, entweder sollen gar keine Mitglieder der Regierung, da sind sich beide Versionen einig, oder auch gar keine ParlamentarierInnen Teil der Antragskommission sein dürfen, in der Form der modifizierten Übernahme dürfte bis zu die Hälfte der Antragskommission mit Mitgliedern von Parlamenten besetzt sein. Der vierte und fünfte Satzungsänderungsantrag, beim vierten geht es um die Einladungsfristen zum Landesausschuss. Hier gab es einen zurückgezogenen Änderungsantrag, ihr stimmt also nur über den eigentlichen Satzungsänderungsantrag ab und ebenso beim fünften Satzungsänderungsantrag, wo es darum geht, dass die Landesvorsitzenden qua Amt Mitglied im Parteirat sind. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank auch für die Vorstellung des Verfahrens und die Korrektur, dass es fünf Satzungsänderungsanträge sind. Wir würden euch, was die Reihenfolge angeht, ebenfalls noch einen Vorschlag machen, nämlich, dass wir den Satzungsänderungsantrag 3 vor dem Satzungsänderungsantrag 2 abstimmen, weil die aufeinander aufbauen. So, es gibt eine Gegenrede zum von uns und der Antragskommission vorgeschlagenen Verfahren. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich sehe mich doch jetzt ausnahmsweise mal gezwungen, gegen so einen Verfahrensvorschlag zu sprechen. Also, ich war ja am Montag auf der Antragskommission und dort muss ich hin und her springen zwischen Klimaantragskommission und der Satzungskommission etc. Und ich bin zuletzt nochmal reingegangen und habe gesagt, ich möchte diese 50-50-Abstimmung hier. Und ich bin nach Hause gegangen mit dem Ergebnis, dass auch die alte Regelung hier zur Abstimmung steht. Tut sie ja nicht. Sie steht ganz am Ende. Darf ich bitte ausreden? Ich würde ganz gerne ausreden, ja. Ich bin also mit der Information nach Hause gegangen. Es gibt also ein faires Verfahren, wäre jetzt genauso wie bei der IAA-Abstimmung, dass man hier jetzt drei Alternativen zur Abstimmung stellt. Erste Alternative, alte Regelung, es bleibt wie es ist. Zweite Alternative, LAFU und Grüne Jugend, 5-3. Dritte Alternative, Tobias Barke, jedes Mitglied einzeln und gemeinsam als Gruppe. Es wäre ein Akt der Fairness, diese drei Alternativen den Delegierten hier zur Abstimmung zu stellen und hier jetzt Satzungstricks einzufügen. Ja, das ist leider so. Darf ich bitte ausreden? Also ich kenne das ja auch von der Studentinenschaft. Da haben wir uns drei Tage mit Satzungsdebatten geprügelt und Nächte, bevor wir uns auf eine Tagesordnung verständigt hatten. Also ich bitte darum, dass hier eine faire Abstimmung stattfindet und dass die drei Alternativen zur Abstimmung stehen. Ich würde die Delegierten hier bitten, dem zu folgen. Danke. Danke, Klemens. Damit kommen wir zur Abstimmung über das von uns und der Antragskommission vorgeschlagene Verfahren. Wer diesem Verfahrensvorschlag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Kann man die Enthaltungen nochmal bitte haben? Bei einer Gegenstimme und acht Enthaltungen ist das Verfahren so angenommen. Wir kommen damit zur Einbringung des Satzungsänderungsantrags 1 für den LAFO. Bitte schön. Genau. Liebe Freundinnen und Freunde, warum brauchen wir in besonderen Dringlichkeitsfällen eine verkürzte Einladungsfrist? Die Antwort ist ganz einfach. Ja, es könnte irgendeine Partei, wir wollen keinen Namen nennen, einen Parteitagveranstalten beschließen, aus einer Koalition auszusteigen. Wir haben Neuwahlen und dann müssen wir relativ Zeit eine Bundestagsliste aufstellen. Dazu würde unsere bisherige Antragsfrist nicht ausreichen. Deswegen wollen wir genauso wie bei der LDK die Antragsfrist so ändern, dass wir bei besonderer Dringlichkeit, das wäre zum Beispiel diese Situation, auch als Landesvorstand beschließen können, mit einer kürzeren Frist eine Landesmitgliederversammlung einzuladen. Ist ein bisschen dem hinterhergezogen, wie wir es bei der LDK auch schon haben. Ja, also die Änderung haben wir da beim letzten Mal schon gemacht. Wir würden das gerne einfach hier für die LMV auch nachziehen. Und dafür bitte ich euch einfach um eure Unterstützung. Herzlichen Dank. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 1. Wer diesem Satzungsänderungsantrag seine Zustimmung oder Ihre Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Kartenzeichen. Ihr macht es schon vorher, das macht ihr super. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Bei zwei Enthaltungen ist dieser Satzungsänderungsantrag einstimmig, bei zwei Enthaltungen angenommen, mit überwältigender Mehrheit und ohne Gegenstimmen angenommen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Satzungsänderungsantrag 3, also nicht 2, sondern 3 zur Antragskommission. Und Nina stellt diesen Antrag vor. Genau, ihr habt heute gesehen, wir hatten 507 Änderungsanträge. Wir haben das von vier Leuten, die wir irgendwie relativ kurz vorher informiert haben, ob sie bereit wären, das als Antragskommission für uns zu verhandeln, verhandeln lassen. Und haben dieses Mal und auch die letzten Male schon festgestellt, dass das eine ziemliche Zumutung für diese vier Leute ist. Und auch für alle Antragstellerinnen und Antragsteller teilweise schwierig ist, weil sie vor dem Antragstellerinnen treffen ja noch gar keine Ansprechpersonen haben, wenn sie mit ihren Anträgen schon was machen wollen. Viele Anträge liegen ja auch schon früher vor. Man hätte vieles schon im Voraus verhandeln können. Dann dauern die Treffen am Montagabend auch nicht immer bis 1 Uhr morgens oder noch länger. Deswegen würden wir gerne analog zur Bundesebene eine ständige Antragskommission wählen. Die würden wir dann beim nächsten Mal wählen lassen. Wichtig ist dafür zu wissen, es gab da Änderungsvorschläge zum Beispiel, dass wir auch ermöglichen, da noch zusätzliche Leute hinzuzuziehen. Das heißt, wenn wir sagen, da ist jemand fachlich besonders kompetent, können wir auf einer LDK auch noch mal bestätigen. Der darf auch noch mit in die Antragskommission. Aber es gäbe eben acht Leute, die sich beim nächsten Mal wählen lassen würden, die ständig auf zwei Jahre gewählt in dieser Antragskommission wären und dafür einfach Ansprechpartner wären. Ich glaube, bei der Fülle der Änderungsanträge, die wir haben, würde uns das Verfahren sehr erleichtern. Und deswegen würde ich euch bitten, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Danke. Vielen Dank, Nina. Zu diesem Satzungsänderungsantrag gibt es einen Änderungsantrag von Enard Alterwehl, den 013.3. Ich weiß nicht, wer ihn vorstellt. Dann hast du drei Minuten für die Vorstellung. Danke, liebe Paula. Verfahren sind Macht und deshalb ist es gut, dass wir die Satzungsänderungsanträge auch nicht ganz am Ende der LDK machen, sondern jetzt bei vollgefüllten Reihen. Und auch, dass es überhaupt Änderungsanträge gibt und hier spannend ist und ihr alle nicht rausrennt, euch Kaffee holt, ist es wichtig. Die Antragskommission, dass die gewählt wird, dass es eine Professionalisierung gibt, ist genau richtig. Und unabhängig, wie die Abstimmung jetzt ausgeht, stimmt für diesen Änderungsantrag. Weil in dieser Kommission liegt Verfahrensmacht und das muss demokratisch legitimiert werden. Man sieht das gerade zum Beispiel in einer modifizierten Übernahme, die jetzt gegen den Antrag, für den ich hier rede, steht. Die ja eigentlich so ein Entgegenkommen ist zu unserem Antrag, dass es Verfahrensmacht. Verfahrensmacht, Clemens, der gerade gegen das Verfahren reden musste, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz gerafft, worum es alles geht. Es ist kompliziert, dass es Verfahrensmacht, jemand gegen das Verfahren reden zu lassen. Das ist so, die Leute sollten gewählt werden. Ich finde aber, und ich bin Abgeordneter für euch, wir Abgeordnete haben eine Sonderposition. Wir haben Macht von euch bekommen. Wir haben verdammt viel, wir haben Einfluss, wenn wir hier oben stehen. Die Frage ist, muss es jetzt diese Verfahrensmacht noch oben drauf sein? Und das ist nicht bös gemeint gegen Silke, die das seit Jahren macht, dann jeder, die das gemacht hat, die das super machen, die das ehrlich machen. Aber in der Satzung müssen wir Sachen so regeln, dass das Schlimmstdenkbare vermieden wird. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und deshalb möchte ich nicht, dass Leute, die schon Abgeordnete sind, dass die auch noch diese Verfahrensmacht haben. Ich habe jahrelang auf Bundesebene Anträge verhandelt mit einer Antragskommission, wo Abgeordnete drinnen saßen und habe da auch ganz krumme Sachen erlebt. Das ist, wie gesagt, nicht negativ gemeint. Und ja, es ist eine Arschvoll Arbeit. Und ob Abgeordnete jetzt mehr Energie und Zeit haben als Basismitglieder, sei dahingestellt. Ihr Büro dürfen sie ja nicht benutzen, das ist formal getrennt. Aber die Hürden setzen wir jetzt hoch für Anträge. Es gibt mehr Antragstellerinnen, die unterschreiben müssen. Es gibt eine Antragskommission von acht Leuten. Und es wurde der Änderungsantrag von André Schulze übernommen, dass das noch erweitert werden kann, wenn wirklich viel Arbeit ist. Zum Beispiel bei Wahlprogrammen noch mal viel dazu. Also diese zusätzliche Arbeit, das Argument zählt irgendwie nicht so. Ich finde die Professionalisierung absolut richtig. Ich finde, unser Landesverband hat nur eine große Tradition, kritisch zu sein. Stichwort Trennung, Amt und Mandat. Kritisch zu sein gegenüber zu viel Machtakkumulation bei einzelnen Positionen. Ich bin Abgeordneter, ich habe genug zu tun. Ich will diese zusätzliche Macht nicht. Ich würde euch bitten, dass wir das trennen. Die Partei, die Parteiverfahren, die werden von Leuten in der Partei organisiert. Und ihr sollt uns als Fraktion Druck machen. Und wir sollen nicht eure Verfahren bestimmen. Danke. Vielen Dank, Georg. Dann nehme ich an, hält dieser die Gegenrede gegen diesen Änderungsantrag. So sieht es aus, genau. Also ich bin ja Teil des Establishments. Und ich kann auch gleich sagen, ich werde auch nicht viel kandidieren für diese Antragskommission, egal wie jetzt die Setzungsänderung es beschließt. Weil ich bin jetzt seit der letzten BDK, bin ich Mitglied in der Antragskommission auf Bundesebene. Und ich habe jetzt die letzte BDK sozusagen das erstmalig erlebt, wie das da ist. Und kann euch ganz klar sagen, auch deswegen aus vollem Herzen bin ich hier für den Vorschlag, für den modifizierten Vorschlag, dass es 50-50 ist. So, erstens, die gesamte Antragskommission wird von euch gewählt. Wenn ihr die mit Mandat doof findet oder die mit Regierungsamt, dann wählt ihr sie einfach nicht. So, das ist mal das Erste, ja. Aber der zweite Punkt ist, das, was Georg jetzt hier gerade beschrieben hat, das überhöht die Aufgabe der Antragskommission. So, was soll die Antragskommission machen? Die Antragskommission soll dem Landesvorstand helfen bei der Arbeit. So, die haben jetzt selber diese 500 Änderungsanträge komplett selber bearbeiten müssen und müssen selber jeweils abstimmen, was ist derzeit Programmlage, inwieweit ändert dieser Änderungsantrag massiv oder die Programmlage. Und das zweite ist, gibt es gerade aktuelle Vorhaben der Abgeordnetenhausfraktion oder des Senates, die irgendwie da kollidieren, also inwieweit können wir das jetzt übernehmen, inwieweit können wir das leicht übernehmen, weil Sprache nicht noch nicht ganz rund ist, oder inwieweit geht es hier um einen ernsten Konflikt. So, das ist das, was die Antragskommission macht. Sie ist quasi Mediator. Sie ist Mediator zwischen den Delegierten auf der einen Seite und dem Landesvorstand und den Regierungsmitgliedern auf der anderen Seite. Und wir sorgen für klare Verfahren. Und ob etwas modifiziert übernommen wird oder nicht übernommen wird oder ganz übernommen wird, das entscheidet nicht die Antragskommission, sondern die Antragskommission fragt den Landesvorstand oder denjenigen, der den Leitantrag macht, das ist klassischerweise der Landesvorstand, wollt ihr das übernehmen oder nicht? So, und dann sagt der Landesvorstand, wir tun das oder wir tun das nicht. So, und die Antragskommission macht das Verfahren, macht es für alle einfacher und handhabbarer, das ist deren Rolle. Und dann ist es ehrlich gesagt so, das können auch Basismitglieder sein, die 20, 30 Jahre dabei sind oder auch 10, aber es ist viel einfacher für die Arbeit der Antragskommission, wenn da Leute drin sitzen, die das Programm kennen, und wenn da Leute drin sitzen, die aktuelle Konflikte in der Fraktion und im Senat kennen. So, das ist deren Job, das abzugleichen, die Dinge abzuräumen, die abzuräumen sind, die, die kritisch sind, die konfliktuös sind, nicht abzuräumen. Dafür, glaube ich, will der Landesvorstand eine Antragskommission und dafür, glaube ich, ist es gut, wenn es 50-50 ausgestattet werden kann. Wie gesagt, ihr wählt das am Ende des Tages. Bei 50-50 gilt übrigens auf Bundesebene auch immer eindeutig, es ist Konsensverfahren. Wenn es Streit in der Antragskommission gibt, dann kann auch nicht eine Person oder zwei Personen das einfach umreißen, sondern das sind gemeinsame Beschlüsse und deswegen, glaube ich, nehmt ihr euch nichts an Gestaltungsmöglichkeit, eröffnet den Raum, dass alle kandidieren dürfen und ermöglicht auch, dass Leute mit entsprechendem Wissen sozusagen gleich mitgebracht in diese Antragskommission kommen, wenn ihr hier beschließt, es darf auch 50-50 sein. Wenn euch die Leute nicht passen, wählt ihr sie einfach nicht. Gut, dann hoffe ich, dass ihr euch eine Meinung bilden konntet über den Änderungsantrag zum Änderungsantrag zur Satzung, der von Georg vorgestellt wurde. Über den stimmen wir jetzt zuerst ab. Also über den Änderungsantrag hierfür, das hat Jochen ja am Anfang gesagt, genügt erstmal eine einfache Mehrheit und dann, wenn wir über die Satzungsänderung in Gänze abstimmen, brauchen wir die Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wer für den von Georg vorgestellten Änderungsantrag stimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank erstmal. Dann alle, die gegen diesen Änderungsantrag stimmen. Gut, also es ist jetzt schon sehr knapp, deswegen machen wir es nochmal mit Aufstehen und fangen nochmal an, alle, die für den Änderungsantrag sind, stehen bitte auf und halten ihre Karte ganz hoch. Gut, also haben wir jetzt alle hoch? Dann... Dann... Gut, dann die Gegenstimmen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das jetzt, genau, gleich, weil wenn dann im Nachhinein noch Karten nach oben gehalten werden, dann werden die vielleicht übersehen. Dann... 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 Der hat das... Dann... Vielen Dank. Nein, also weil wir bei den Ja-Stimmen unterschiedliche Zahlen hatten, müssen wir es nochmal ausziehen. Wir würden bitten, dass jeweils vielleicht Georg und noch jemand vom LAFO nach vorne kommt und noch einmal mitzählt. Gut, dann jetzt nochmal alle, die für den Änderungsantrag stimmen wollen. Jetzt aufstehen und die Karte hochhalten. Und so hoch, wie es geht. Vielen Dank. Also, wir müssen es schriftlich machen, weil es nämlich 5758 zu 5758 ist. Und dann müssen wir, gut, dann müsst ihr jetzt alle euren Stimmzettel oder den Stimmblock nehmen. Wir brauchen noch ein paar HelferInnen für die Zählkommission. Ich würde euch bitten, euch zu melden. Okay, kommt ihr einfach mit nach vorne und helft einfach mit. Dankeschön. So, also haben alle ihren Stimmzettel. Dann. Dann. Brauchen wir noch ein Stimmblock? Gut. Gibt es jemanden, der den Stimmzettel Nummer 1 nicht mehr hat? Ich frage jetzt noch einmal, ich hoffe, alle hören zu. Gibt es jemanden, der den Stimmzettel Nummer 1 nicht mehr hat? Einfach nur Bescheid sagen. Weil, gut, wenn jemand den Stimmzettel 1 nicht mehr hat, dann nehmen wir den Stimmzettel Nummer 2. Also eigentlich müsste jeder Delegierte und jede Delegierte einen Stimmblock bekommen haben. Gut, also fangen wir noch einmal an. Gibt es jemanden, der den Stimmzettel Nummer 1 nicht hat? Das sieht nicht so aus. Dann stimmen wir auf Stimmzettel Nummer 1 ab. Und ihr könnt auf diesen Stimmzettel raufschreiben, ja, also für den Änderungsantrag, nein, gegen den Änderungsantrag oder Enthaltung. Und dann eröffnen wir den Wahlgang. Und das ist immer gut, wenn ihr mit euren Stimmkarten ein bisschen anzeigt, wo ihr seid, damit die Personen, die auszählen, euch sehen und die Stimmzettel einsammeln können. Und dann, wenn ihr mit euren Stimmzettel ein bisschen ansehen, euch sehen und die Stimmzettel ein bisschen ansehen. Und dann, wenn ihr mit euren Stimmzettel ein bisschen ansehen, euch sehen und die Stimmzettel ein bisschen ansehen. Und dann, wenn ihr mit euren Stimmzettel ein bisschen ansehen, euch sehen und die Stimmzettel ein bisschen ansehen. Sind noch irgendwo Stimmzettel? Haben alle ihren Stimmzettel abgegeben? Nein, da ist noch jemand? Haben jetzt alle ihren Stimmzettel abgegeben? Das sieht so aus, dann ist der Wahlgang geschlossen und wir bitten die Zählkommission, das auszuzählen. Und unser Vorschlag wäre, weil wir jetzt ja warten müssen, dass wir die Satzungsänderungsanträge 4 und 5 vorziehen und die schon mal besprechen und abstimmen. Und wenn wir das Ergebnis zu dem Änderungsantrag haben, dann dort weitermachen. Genau, und ich würde euch um etwas Ruhe bitten. Dankeschön. Da ich keine Gegenrede dazu sehe, würden wir dann mit dem Satzungsänderungsantrag 4 jetzt weitermachen. Und ich würde jemandem vom Landesvorstand bitten, die Einladungsfristen. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn es nicht so ruhig ist, ist es nicht so kompliziert. Unser Landesausschuss, der LA, tagt sechsmal im Jahr. Bisher haben wir in der Satzung nicht festgelegt, mit welcher Frist eingeladen wird. Diese Lücke würden wir gerne schließen, indem wir eine Frist von zehn Tagen festschreiben, zu dem der LA eingeladen wird. Ist gar nicht mehr. Vielen Dank. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Satzungsänderungsantrag? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer diesem Satzungsänderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Gegenprobe. Enthaltungen? Kann ich noch mal Nein stimmen? Wir waren uns nicht sicher, ob die zu spät runtergenommen wurden. Wenn es keine Nein stimmen gab, dann ist dieser Satzungsänderungsantrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen damit zum Satzungsänderungsantrag 5. Mitglieder im Landesparteirat. Werner, du hast drei Minuten. Danke. Ja, ganz kurz, um was geht es? Es geht darum, wir haben ja einen Landesparteirat, da sind die beiden Landesvorsitzenden automatisch mit drin. In der Satzung ist es ein bisschen komisch geregelt, weil in der Satzung nicht klar ist, ob die dann automatisch geboren drin sind oder nochmal nachgewählt werden. Wir würden euch mit diesem Vorschlag vorschlagen, weil das sind die einzigen, die ja auch direkt als LDK oder LMV wählt, dass sie durch diese Wahl auch automatisch geboren im Parteirat drin sind. Das heißt, auch wenn das wechselt, würde das dann gleich mit wechseln. Und wir würden uns einfach auch bei den Parteiratswahlen nochmal zwei Reden ersparen. Ihr wisst, ich rede sehr gerne, also insofern ist es jetzt nichts, was ich euch nur super gerne anbiete. Ich würde euch da anbieten, dass ihr mich einmal weniger hören müsst, sollte ich nochmal als Landesvorsitzender gewählt werden dürfen. Aber ich denke, das macht das einfacher vom Verfahren. Die sollen eh drin sein, das macht Sinn, dass die mit dabei sind, da schreibt die Satzung vor. Und da müssen wir uns auf der LDK nicht jedes Mal wieder da eine Viertelstunde mit beschäftigen. Und ihr müsst uns nicht so oft hören. Danke. Vielen Dank, Werner. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer für den Satzungsänderungsantrag stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Das sind Nein-Stimmen, die ihr da hochhaltet, oder? Okay, das sieht jetzt williger aus. Also nochmal, wer mit Nein stimmt, den bitte ich um ein klar erkennbares Kartenzeichen. Danke. Enthaltungen? Bei einer Enthaltung angenommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter. Also, ihr Lieben, wir hoffen, dass wir das Abstimmungsergebnis gleich bekommen, um diesen Job-Satzungsänderungen auch abschließen zu können. Wir würden deswegen erstmal versuchen, etwas Zeit zu schinden. Und das verbinden mit einer Ankündigung zum Thema Diversitätsrat. Und ich bitte Hanna dazu, ein paar Sätze zu sagen. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist ziemlich genau zwei Jahre her. Bei der LDK im Dezember 2017 haben wir mit dem Beschluss Plural nach vorne Neuland betreten. Als erster Grüner Landesverband haben wir umfassende Maßnahmen beschlossen, um unserem Anspruch einer möglichst vielfältigen Partei näher zu kommen. Einer Partei, die die Vielfalt der Berliner Stadtgesellschaft in ihrem Inneren abbildet und in der sich alle Berliner Bevölkerungsgruppen wohl und willkommen fühlen. Sei es als einfache Mitglieder oder als FunktionsträgerInnen. So, soviel zum Formalen. Jetzt die Frage, was ist seitdem eigentlich passiert? Kleiner Infoblock für euch. Wir haben zum einen eine ehrenamtliche Antidiskriminierungsstelle an ihn gerichtet. Wir haben zwei Antidiskriminierungsbeauftragten, Sebastian Walter und Lilian Seffert. An der Stelle auch schon mal herzlichen Dank. An die könnt ihr euch jederzeit wenden. Und die hatten in den vergangenen zwei Jahren auch durchaus Fälle. Das heißt, wir haben hier ein Thema. Wir müssen hier weiterhin aktiv sein. Im nächsten Jahr 2020 wird es Neuwahlen geben. Von daher macht euch gern auch darüber Gedanken. Was haben wir noch gemacht? Wir haben zweitens einen Diversity-Rat geschaffen. Dem Diversity-Rat gehören ungefähr 20 Mitglieder an. Wir treffen uns drei bis vier mehr im Jahr. Und wir diskutieren innerparteiliche Diversity-Fragen. Wir schlagen Maßnahmen vor. Es gibt ein Budget von im ersten Jahr 5.000 Euro letztes Jahr, also dieses Jahr sogar 7.500 Euro, mit dem wir Diversity-Maßnahmen fördern. Und der Diversity-Rat entwickelt auch gemeinsam mit dem Landesvorstand einen Bericht über den Status quo der Diversität in unserer Partei. Dazu sage ich gleich noch mal mehr. Genau. Das ist auch die dritte Maßnahme, dass wir dieses Budget haben. Was machen wir mit diesem Geld? Wir haben beispielsweise drei Mitglieder eine Weiterbildung zum Diversity-TrainerInnen finanziert. Oder sie sind gerade dabei. Als Gegenleistung, und jetzt wird es für euch interessant, werden sie selbst im Landesverband Diversity-Trainings anbieten. Das ging schon mal über diverse Mailinglisten. Aber wenn ihr es jetzt zum allerersten Mal hört und sagt, stimmt, gute Idee, meine LRG, mein Kreisverband könnte eigentlich so ein Diversity-Training gut gebrauchen, dann meldet euch gerne in der Landesgeschäftsstelle bei Anja Veth, unserer Referentin für Frauen- und Gesellschaftspolitik. Dann vermittelt sie euch die Kontakte. Was haben wir noch mit dem Geld gemacht? Wir haben schon einmal ein Rhetorik-Training für Frauen of Color initiiert und nächste Woche wird es noch eins stattfinden. Und die Grüne Jugend organisiert zum Beispiel gerade einen Workshop zur innerparteilichen Vernetzung von jungen POC. Also jede Menge Möglichkeiten. Wer da Fragen hat, meldet euch gerne. Wir haben außerdem in der Landesgeschäftsstelle mehr Stunden bei Anja eingerichtet, damit das Thema auch besser bearbeitet werden können. Und wir haben in Planung nächstes Jahr den Leitfaden diskriminierungssensible Sprache zu veröffentlichen. Der ist jetzt schon ein ganzes Jahr durch verschiedene Gremien zirkuliert, ist fast fertig, wird nächstes Jahr kommen. Die sechste Maßnahme. Wir starten in Kürze mit der geplanten Umfrage zur Frage von Vielfalt in unseren grünen Strukturen. Jetzt wird es nochmal sehr interessant. Also, wir haben beschlossen, wir wollen, dass unsere Mitglieder auch ungefähr der Stadtgesellschaft entsprechen. Wir wissen aber gar nicht, wie vielfältig wir sind. Und deswegen wollen wir eine Umfrage machen. Da sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Wir werden eine Papierumfrage haben, die wir in eure Gremien geben, in eure Kreisverbände, also in die Kreisvorstände, in die BVV-Fraktion, in die A-Haus-Fraktion, in alle Stellen, wo grüne FunktionsträgerInnen zusammenkommen. Und wir bitten euch inständig, dass ihr diese Umfrage auch ausfüllt. Wir haben sonst eine Verzerrung. Wenn nur die, die das Thema besonders wichtig finden, und das sind meistens leider die, die von Diskriminierung betroffen sind, die Minderheiten sind, nur die das ausfüllen, dann haben wir, also verzieht sich das, dann haben wir statistisch viel mehr oder sind wir viel diverser, als wir eigentlich sind. Und das wollen wir gerne verhindern. Von daher macht gerne ein bisschen sozialen Druck, dass wir auch möglichst vielen Menschen an dieser Umfrage teilnehmen. Wir sind im Diversity-Rat 20 Menschen. Wir werden jeweils in eure Gremien kommen, werden diese Zettel mitbringen, werden euch das nochmal ausführlich erklären. Aber ich möchte eindeutig dafür werben, dass ihr diese Umfrage ausfüllt und dass wir damit dann auch belastbaren Zahlen haben, wie es mit der Diversität bei uns aussieht. Die Auswertung ist für Februar geplant und die Präsentation wird dann vorauslich im März passieren. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch gern. Vielen Dank, Hanna. Ja, und gibt es ein Ergebnis von der Auszählung? Wunderbar, dann kannst du das gerne vorstellen. Und wir haben ein Ergebnis für den Änderungsantrag zur Satzungsänderung. Es wurden 138 Stimmen abgegeben. Alle Stimmen waren gültig. Für Ja haben gestimmt 61 Personen, mit Nein haben 71 gestimmt, Enthaltungen 6. Damit wurde der Änderungsantrag abgelehnt. Damit wurde der Änderungsantrag abgelehnt. Gut, vielen Dank. Es war irgendwie mit dem Zählen vorher anders. Aber wir werden nochmal üben. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Satzungsänderungsantrag 3, der die Antragskommission in der Satzung festschreiben möchte. Der von Georg eingebrachte Änderungsantrag wurde nicht angenommen, sodass wir jetzt über den Änderungsantrag in der modifizierten Version, wie er von der jetzigen Antragskommission vorgestellt wurde, abstimmen. Genau. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit einer allgemeinen Gegenrede gegen diesen Antrag. Möchte jemand dagegen sprechen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Und nochmal der Hinweis, jetzt ist quasi die Satzungsänderung, für die wir die Zweidrittelmehrheit brauchen. Und ich bitte alle, die für die Änderung sind, die Karte jetzt hochzuhalten. Vielen Dank. Dann schauen wir mal, wer dagegen ist. Also alle, die gegen die Satzungsänderung sind, bitte einmal die Karte hochheben. Und alle, die sich enthalten. Gut, dann ist dieser Satzungsänderungsantrag bei sieben Enthaltungen und kein Nein-Stimmen angenommen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Satzungsänderungsantrag 2 zu den Antragsberechtigungen. Und ich würde den LAFO bitten, Werner, ihn vorzustellen. Ja, um was geht es? Wir als LAFO schlagen euch vor, ähnlich wie bei anderen, wie ihr es vielleicht bei der BDK auch schon kennt, aber mit deutlich geringeren Zahlen, dass wir wollen, dass Anträge und Änderungsanträge in Zukunft von mindestens fünf Personen eingebracht werden müssen, darunter mindestens drei Frauen. Des Weiteren sollen die Bezirksverbände, die LAGen, die Grüne Jugend auch weiterhin antragsberechtigt sein. Auch natürlich der Landesvorstand, auch in den Gruppen, damit wir dann auch hier als Gruppe mit weiter reinkommen. Aber ich möchte es euch aus zwei Gründen sagen, warum ich das möchte. Einmal formal und einmal inhaltlich. Formal, wir wachsen extremst. Wir hatten 507 Änderungsanträge. Das ist wunderbar, aber wir müssen das auch irgendwie handhaben. Wir haben 19 V-Anträge, vier Dringlichkeitsanträge. Wir müssen überhaupt gucken, ob wir das heute überhaupt alles durchbekommen. Wir müssen schauen, im Augenblick, wenn wir dann anfangen, mit zwei Personen alleine am Freitag die Änderungsanträge, die nur nichts anderes gemacht haben, als die nur online zu stellen, zu prüfen, wer ist da alles mit dabei. Wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Und dann hat man zweieinhalb Tage bis zum Montag, wo das Antragstellerentreffen ist, um Verfahren vorzuschlagen. Das ist alles extrem komprimiert. Und je lebendiger die Partei wird und je mehr wir uns auch freuen, dass sie lebendiger wird, desto schwieriger wird das. Und darum nun zum inhaltlichen Argument. Ich finde es richtig, dass die Menschen mit ihren Texten auch mit anderen Leuten einmal darüber sprechen müssen, dass nicht der Parteitag der Ort ist, wo einzelne Leute ihre Anträge einbringen und davor noch nie mit jemandem in der Partei darüber gesprochen haben. Ich finde es richtig, dass wir durch die Satzung sagen, bildet Banden, weil wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen die Orte vor dem Parteitag organisieren, wo man miteinander redet, wo man die Argumente austauscht, wo man die Anträge auch besser macht. Und es ist gut, sich zu vernetzen. Und das führt auch dazu, dass man sich vernetzt, wenn man mit anderen Leuten einmal sprechen muss. Und ehrlich gesagt, fünf ist keine große Zahl und drei Frauen darunter auch nicht. Wer es noch nicht mal schafft, fünf Leute zu organisieren und zu motivieren, dass sie unter Ihrem Antrag gehen, der sollte sich mal nachdenken, was mit dem Antrag überhaupt los ist, dass das nicht geklappt hat. Und eines noch, wie gesagt, ich finde, jeder Text wird besser, wenn ein zweite oder eine dritte Person ihn mal drauf schaut. Und ich kann euch ein Geheimnis verraten, das ist selbst bei meinen Texten so. Danke. Vielen Dank, Werner. Zu diesem Satzungsantrag gibt es einen Änderungsantrag von Tobias Balke, den ich bitten würde, ihn vorzustellen. Auch du hast drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich rede dafür, dass, wie bisher, jedes Mitglied einzeln oder gemeinsam mit anderen Mitgliedern Anträge stellen darf. Das ist vernünftig. Das hat sich bewährt. Unsere Beschlüsse halten jeden Vergleich mit anderen Landesverbänden aus, obwohl andere Landesverbände Quoren haben. Und was jetzt aufgebaut wird als Hürde, das ist erstens überflüssig und zweitens schädlich. Was die Antragsbegründung dazu sagt, die schriftliche, ist nicht mehr als ein Vorwand, selbstverständlich. Werden die meisten selbstständigen Anträge arbeitsteilig erstellt? Selbstverständlich gibt es im Vorfeld einen intensiven Diskussionsprozess zu den meisten Anträgen. Wir hatten aber auch schon sehr gute Anträge und haben sie heute, die von einer einzigen Person ausgearbeitet wurden. Das geht dann, wenn es sich um überschaubare Fragen handelt, dass Aufzüge fahren sollen, dass Shisha-Bars entlüftet werden sollen. Das kann nun wirklich eine erfahrene Grüne leicht zu Papier bringen, ohne fremde Hilfe. Es geht vor allem um diese vielen Änderungsanträge, wo ein einzelner Satz, wenige Worte zur Ergänzung vorgeschlagen werden sollen oder zur Ersetzung. Das können einzelne Grüne sehr wohl überblicken. Von daher ist es überflüssig, was uns jetzt hier vom Landesvorstand zugemutet wird. Es ist schädlich. Hier im Saal, die meisten könnten eine Hürde von 5 plus 3 relativ leicht nehmen. Das ist offensichtlich. Aber von den übrigen 9000 Mitgliedern in Berlin hätten die meisten erhebliche Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten, es würden viele an dieser Hürde scheitern. Besonders die neuen Mitglieder, die aus kleinen Kreisverbänden, die in einer einzigen NRG aktiv sind, hätten akut Schwierigkeiten. Und viele von ihnen würden sich auch nur Zähne knirschend oder gar nicht daran machen, denn es ist Schikane. Es ist Schikane etwas, was man wirklich alleine genauso gut tun kann wie 100 zusammen dafür, sich nun mühsam Leute zu suchen. Ich bitte euch, lasst uns in dieser Frage bei der bisherigen Regelung bleiben. Sie hat sich bewährt. Sie ist gut. Sie ist basisfreundlich. Sie ist mitgliederfreundlich. Stimmt für meinen Änderungsantrag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir müssen auch noch folgenden RednerInnen aufzeigen können, dass sie nur noch 30 Sekunden Zeit haben. Aber jetzt gibt es eine Gegenrede von Daniela. Liebe FreundInnen, die Hälfte der Macht den Frauen, das ist schon immer einer unserer Leitsätze von Anfang an. Denn wir sind die feministische Partei in diesem Land. Aber wie sieht das eigentlich bei uns intern aus? Wie sieht das bei unseren Änderungsanträgen aus? Ich habe nachgezählt. Von allen Änderungsanträgen, die von einer einzelnen Person gestellt worden sind für diese LDK, sind über 81 Prozent von Männern gestellt worden. Das ist bei weitem nicht die Hälfte. Wir müssen es hinkriegen, mehr Frauen dazu zu empowern, Anträge zu stellen. Wir müssen es hinbekommen, gerade auch neue Frauen dazu zu empowern. Wir müssen es hinbekommen, Menschen aus Kleinkreisverwänden dazu zu empowern. Und das geht eben häufig auch leichter, wenn man es nicht alleine macht, sondern wenn man es mit anderen Menschen zusammentut. Wir schaffen mit diesem Satzungsänderungsantrag in der Form, wie er jetzt modifiziert ist, die Möglichkeit, dass wir uns zusammentun, um Änderungsanträge und Anträge zu schreiben. Wir schaffen aber eben auch die Möglichkeit dazu, dass wir eben auch in Kleinkreisverbänden nicht die Hürde haben, dass wir eine KMV einberufen müssen, um ein AntragsstellerInnen-Treffen zu machen, um uns mit den Anträgen zu beschäftigen, sondern ein ganz normales Treffen einberufen können. Denn fünf Personen, von denen drei Frauen sind, schaffen wir auch problemlos, in Kleinkreisverbänden zusammenzubekommen. Frauen wählen uns immer noch deutlich häufiger, als uns Männer wählen. Das heißt, wir wollen mit unseren Inhalten Frauen überzeugen. Dann lasst uns doch auch so mutig sein und sagen, wir schaffen es, mit unseren Anträgen mindestens drei Frauen in dieser Partei zu überzeugen. Das sind bei über 9.000 Mitgliedern wirklich nicht viele Personen. Und wir leben zum Glück eben auch nicht mehr in einer Zeit, in der wir Leute nur noch per Brief dazu animieren können, auf unsere Anträge zu gehen. Nein, wir haben, glaube ich, alle so schöne Dinge, die sich ein Mobiltelefon nennen, mit denen man Leute anrufen kann, ihnen schreiben kann, auf Social Media für seine Anträge werben. All das können wir doch machen. Und wenn wir es dabei nicht hinbekommen, vier weitere Personen, von denen drei weiblich sind, davon zu überzeugen, auf unsere Anträge drauf zu gehen, dann müssen wir vielleicht uns überlegen, wie wir unsere Anträge in Zukunft anders verfassen können. Bitte stimmt gegen den Änderungsantrag von Tobias und stimmt dafür, dass wir diesen Antrag insgesamt annehmen, damit die Hälfte der Macht den Frauen auch bei unseren Anträgen gilt. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela. Wir kommen damit zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag. Wer dem Änderungsantrag die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank, die Gegenprobe. Vielen Dank. Bei sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen ist dieser Änderungsantrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Damit besteht jetzt noch die Möglichkeit zu einer Gegenrede gegen diesen Satzungsänderungsantrag. Clemens, ich sehe eine Meldung von Clemens. Insofern, Clemens, hast du das Wort und auch drei Minuten Zeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich wollte ja alles beim Alten lassen und deswegen nehme ich jetzt diese Gelegenheit wahr. Liebe Freundinnen und Freunde, wir reden jetzt über die Grundwerte unserer Partei, über die Basisdemokratie und die sollten wir nicht ohne Not aufgeben. Wir sind Mitmachtpartei. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal bei den Grünen in Berlin. Und dazu gehört, dass ein Mensch auch einen Änderungsantrag stellen kann. Stellt euch mal vor, ihr seid Neumitglied. Davon haben wir ja viele. Sie hat eine Stelle im Klimaantrag entdeckt mit zu viel Lyrik. Sie möchte das konkretisieren und einen Änderungsantrag stellen. Erstmal hat sie es schwer, einen Änderungsantrag zu schreiben. Man muss ja trennen zwischen Antragstext und Begründung. Hat es geschafft, hat aber gedauert, weil sie Vollzeit arbeitet. Jetzt soll sie noch Unterstützerinnen sammeln, kennt aber noch niemand so richtig. Es ist für sie schlicht unmöglich, noch Unterstützerinnen zu bekommen, die das Anliegen teilen. Es entsteht großer Frust. Der Elan ist futsch. Ich habe selbst von langjährigen Mitgliedern der Partei gehört. Oh, wo bekomme ich denn die Unterschriften her? Also hier muss erstmal Bürokratie auch von den einzelnen Mitgliedern aufgebaut werden. Ihr müsst also auch erstmal sammeln, wer schon lange dabei ist. Außer ihr seid in einer LAG oder so. Das Gegenargument hatte ich schon vorher mir überlegt, was kommen wird. Über 500 Änderungsanträge sind zu viel für den LAFO. Kann ich ja verstehen, dass das viel sind. Aber dieses Argument gilt nicht. Der LAFO sollte sich darüber freuen, dass so viel Basisbeteiligung unserer Partei vorhanden ist. Bildet einfach mehr Antragskommissionen, dann gibt es nicht so viel Stress. Das nennt man in der Betriebswirtschaftslehre Arbeitsteilung im Unternehmen. Wir Berliner Grünen leben innerparteiliche Demokratie. Andere Parteien können sich davon eine riesengroße Scheibe abschneiden. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst es so, wie es ist. Jeder kann sich einfach beteiligen. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal der Berliner Grünen, was wir nicht aufgeben sollten. John F. Kennedy hat in Berlin einmal gesagt, ich bin ein Berliner. Wir sind die Berliner Grünen und jedes neue Mitglied sollte ohne Hürden mitmachen können. Kommt zu uns, zur Mitmachpartei. Diese Freiheit sollten wir uns nehmen. Unterstützt also meine Ablehnung. Lasst es beim Alten. Danke. Vielen Dank. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag. Ich möchte euch bitten, wer dem Satzungsänderungsantrag in der vorgestellten Version die Zustimmung geben möchte, um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Bei sechs Gegenstimmen und fünf Enthaltungen ist die notwendige Mehrheit erreicht. Und damit ist dieser Satzungsänderungsantrag angenommen. Und wir sind damit auch am Ende des Blocks der Satzungsänderungsanträge. Danke, dass ihr da so konstruktiv mitgearbeitet habt. Und damit kommen wir zu den V-Anträgen. So ist es. Liebe Leute, wir kommen zu Top 6 mit dem vermeintlich harmlosen Titel Weitere Anträge. Dahinter verbirgt sich ein ganzes Feuerwerk an V wie Verschiedenes Anträgen. Oder abgestimmt auf diesen Ort ein Kesselbuntes mit euren diversen Anträgen zu den unterschiedlichsten Themen. Fristgerecht eingegangen sind 19 Anträge. Nach der regulären Antragsfrist sind weitere vier Anträge eingegangen, denen ihr heute Vormittag auch die Dringlichkeit gegeben habt. Und die dementsprechend auch zusätzlich auf der Tagesordnung stehen. Wir schlagen euch als Präsidium folgendes Verfahren vor. Wir würden vorschlagen, dass jeder Antrag mit drei Minuten begründet werden kann. Und dass es dementsprechend auch eine Gegenrede von bis zu drei Minuten geben kann. Bei Änderungsanträgen zu diesen V-Anträgen würden wir analog verfahren. Also Begründung der Änderung zum V-Antrag mit bis zu drei Minuten. Und einer Gegenrede zu eben diesem Änderungsantrag bis zu ebenfalls drei Minuten. Ich kann euch jetzt schon mal mitteilen, dass wir vier Änderungsanträge zu V-Anträgen abzustimmen haben, soweit ich informiert bin. Und zwar ist das einmal zum V-02, ein Änderungsantrag, dann gibt es zum V-03, zwei Änderungsanträge. Und dann ist anders als in euren Übersichten festgehalten, zwischenzeitlich nur noch ein Änderungsantrag zum V-10 abzustimmen. Bezüglich der Dringlichkeitsanträge müssten wir noch mal etwas nachholen, was heute Vormittag offenbar versäumt wurde. Wir müssten nämlich eine Änderungsantragsfrist hier beschließen. Und ich würde euch nahelegen, dass diese Änderungsantragsfrist genau jetzt endet. Widerspruch sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ja, das sind so die alten Tricks. Naja, das wird jetzt ein bisschen knapp mit zusätzlichen Änderungsanträgen. Ich sehe keinen Widerspruch zu einem Verfahren, wie eben vorgestellt, würde das aber gerne formal abstimmen lassen. Wer dafür ist, der hebe bitte jetzt sein Kartenzeichen. Dankeschön, Gegenprobe. Vielen Dank. Und dann würden wir einsteigen mit dem V-01, Gesundheitsschutz in Shisha-Bars. Die Antragsbegründung macht Lisa Paus. Lisa, du hast drei Minuten. Und vielleicht für eure weitere Zeitplanung. Ich kann euch mitteilen, wir hinken insgesamt 25 Minuten hinter dem Zeitplan des Landesvorstands hinterher. Wenn wir bis 20 Uhr fertig werden wollen, dann müssen wir einen kleinen Zahn zulegen. Lisa, du hast das Wort. Danke. Also das Thema hat im Vorfeld durchaus die andere Emotion ausgelöst. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ganz klar am Anfang sagen, wenn ich hier den Antrag stelle, dann ist völlig klar, in leichter Abwandlung des Zitats, der Islam gehört zu Deutschland, Shisha-Bars gehören definitiv zu Berlin. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass ich es da auch gut finde, dass wir Grünen es hundertprozentig mit dem alten Fritz halten. Jeder soll aus seiner Fasson glücklich werden. Und das Dritte ist, dass wir alle miteinander wissen, dass Rauchen schädlich ist. Aber darum geht es bei diesem Antrag überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass Rauchen schädlich ist. Das wissen wir alle miteinander. Deswegen gibt es nicht Raucherschutz, aber deswegen ist Rauchen nicht verboten. Und deswegen ist auch Pfeife und Wasserpfeife rauchen nicht verboten. Worum es aber geht, ist, dass es zusätzlich derzeit Gesundheitsgefahren gibt in Shisha-Bars, einfach weil es geschlossene Räume sind und weil dort Kohlen offen glühen. Und dadurch entsteht Kohlenmonoxid. Und das merkt man einfach nicht, wenn man da ist. Und das Problem ist, dass man sich deswegen auch nicht dagegen schützen kann. Und leider, und deswegen möchte ich einfach mit Zahlen konfrontieren, ist es so, nicht in Shisha-Bars, aber grundsätzlich in Deutschland sterben jedes Jahr 3.000 bis 4.000 Menschen daran, dass sie es eben nicht mitbekommen haben, dass sie mit Kohlenmonoxid vergiftet worden sind. Dafür gibt es ja auch extra Schornstein, schädlicher Brandschutz und so weiter. Das ist eigentlich nicht passiert. Trotzdem passiert es. So, und es ist eben leider auch derzeit in Shisha-Bars in Berlin so, dass sie eben nicht vernünftig kontrolliert werden. Christiane Heiß musste allein in Tempelhof-Schöneberg 30 Shisha-Bars schließen, weil sie da mal Kontrollen durchgeführt hat. Und dort vor Ort die Konzentrationen, dass fünf- bis zehnfache höher waren als das, was erlaubt ist. So, und deswegen ist es so, dass dieses Thema schon länger auch im Abgeordnetenhaus Thema ist. Es gab dazu auch eine Anhörung im Abgeordnetenhaus. Es gibt dazu auch einen Gesetzesvorschlag im Abgeordnetenhaus. Aber das Abgeordnetenhaus hat bis heute dieses Gesetz nicht beschlossen. Und damit das im nächsten Jahr mal was wird, deswegen habe ich hier den Antrag eingebracht, damit es im nächsten Jahr endlich besser wird mit dem Gesundheitsschutz. Wenn man große Sorge hat, was kann da passieren? In Hamburg gibt es bereits ein geltendes Gesetz, das hat das Nichtraucherschutzgesetz ergänzt, was eben tatsächlich diese höheren Sicherheitsstandards ermöglicht. Was vorsieht, dass eben klar in jeder Shisha-Bahn Entlüftungsanlagen drin sein müssen, die dann auch dafür sorgen, dass der Kohlenmonoxid-Ehalt nicht zu hoch ist, sondern entsprechend der Grenzwerte ist bei 30 ppm. Und dass auch entsprechende Alarmanlagen eingebaut werden, wenn dieser Grenzwert überschritten wird. Und das Gleiche möchten wir eben auch für Berlin. Und das steht in dem Antrag. Und damit, wie gesagt, das Ganze seinen Schwung bekommt, deswegen bitte ich euch, dem zuzustimmen. Ich bin sehr dankbar, dass Christian Heiß den Antrag unterstützt, dass Katharina Pirot, die im Abgeordnetenhaus dafür zuständig ist, den Antrag mit unterstützt, dass Monika Herrmann ihn unterstützt, dass Urban Eikal den Antrag unterstützt. Und damit ihr noch mal kurz auch sozusagen als Verbraucherinformationen... Lisa, du müsstest jetzt zum Ende kommen. Ja, schade. Also, danke. Stimmt Ihnen bitte zu. Ich habe hier noch genug Verbraucherinformationen. Und wenn ihr euch schwindelig fühlt und so weiter und so weiter, wann es tatsächlich kritisch wird. Aber achtet drauf, Kohlenmonoxid, das merkt ihr nicht. Passt drauf auf. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, dann kann es auch daran liegen, dass die Umgebung zu viel Kohlenmonoxid hat. Passt miteinander auf. Und lasst uns gemeinsam diesen Shisha-Bah-Antrag beschließen, damit wir endlich vernünftiges Gesetz in Berlin bekommen. Danke. Danke, Lisa. Gibt es den Wunsch nach einer Gegenrede? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich um das Kartenzeichen derjenigen, die diesem Antrag zustimmen wollen. Dankeschön. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen. Vielen Dank. Dann ist dieser Antrag mit deutlicher Mehrheit, einer Gegenstimme und einigen Enthaltungen angenommen worden. Auch von mir. Schönen guten Abend allerseits. Wir kommen zu V-Antrag 2, Demokratisierung der E-Mobilität. Und dazu haben wir einen Änderungsantrag. Aber erst mal den Antrag von Frank Schmunz. Ja, hallo. Ich kann ja schon fast sagen, schönen guten Abend mittlerweile. Hallo. Also mittlerweile kann man ja schon sagen, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier stehen kann. Das erste Mal. Ich möchte mit dem Antrag eigentlich auch noch mal an den Leitantrag zur Verkehrswende, dass es Klimawende ist, anknüpfen. Und wir haben gesagt, dass klimafreundliche Mobilität braucht, dass wir neue Mobilität brauchen, die komfortabel ist, dass wir verbrennungsfreie Innenstädte haben wollen, ist für uns eine ganz klare gesetzte Sache. Und was wir schon machen, haben wir vorhin auch schon ein paar Mal gehört, wir unterstützen Unternehmen jetzt schon mit dem Belmo-Programm, damit sie einfacher in die Elektromobilität einsteigen wollen. Was wir allerdings möchten, ist, dass wir einen Schritt weiter gehen und nicht nur die Unternehmen unterstützen, sondern eben auch alle Berliner Bürgerinnen, auch gemeinnützige Vereine unterstützen, dass wir das Thema Carsharing weiter unterstützen und insofern das Ganze ausweiten. Und ich glaube, die meisten von euch hier sind alle keine Gewerbetreibenden und ihr kommt momentan nicht in den Genuss dieser Unterstützung. Und da wollen wir eigentlich dran arbeiten, das wollen wir ein bisschen verändern. Was ihr alle spürt, ist, dass Berlin wächst, dass die Stadt voller wird, dass sich immer mehr Menschen im Verkehr rumdrängen, das spürt man am meisten im Berufsverkehr, das spürt man im Einfachsverkehr. Und ja, wir haben darüber gesprochen, wir wissen, dass die BVG eine Verkehrswende durchführen will. Bis 2030 wollen wir etliche dieser misslichen Dinge abstellen. Aber 2030 ist lange hin. Das Kraftfahrtbundesamt hat aktuell gerade wieder gesagt, wir haben eine Steigerung der Pkw-Neuzulassungen im allgemeinen Pkw-Bereich bei 10 Prozent und 28 Prozent sogar verglichen zum Jahr davor bei den SUVs. Das heißt, wir wollen einfach und wir können einfach nicht warten bis 2030. Wir müssen also schon vorher was machen. Das heißt, wir müssen positive Akzente setzen, um eine Veränderung des Verhaltens im Straßenverkehr zu erreichen. Und dazu fordern wir eben auch eine Weiterförderung der Elektromobilität. Und den Anreiz eben zu schaffen, umzusteigen, das ist eben nicht nur Gewerbetreibende zu unterstützen, das ist eben alle Bürgerinnen, euch, aber auch, wie gesagt, Genossenschaften, NGOs und eben auch mehr auch für das Sharing zu tun. Und insofern heißt es für uns, dass wir eben Elektro-Leichtfahrzeuge wie E-Bikes, Lastenräder, E-Scooter und Mopeds, also E-Mopeds stützen wollen, weil wir haben eben eine Vielfalt an Bürgerinnen und nicht alle können eben ganz normal aus Muskelkraft Fahrräder fahren und da müssen wir einfach ran. Und ja, jedes Auto, was eben stehen bleiben kann, weil die Leute einfach mit den Fahrrädern, mit dem neuen Mobilitätskonzept in die Kita, zur Schule oder irgendwo hinfahren, das ist ein Fahrzeug, was stehen bleibt und jedes Fahrzeug, was stehen bleibt, bringt uns schon mal einen Schritt näher in Richtung verbrennerfreie Innenstädte. Und aus diesem Grund würde ich mich halt sehr freuen, wenn ihr unterstützt, dass wir mehr Leuten die Möglichkeit geben, das Ganze zu machen. Die Zeit ist abgelaufen, kommst du zu Ende? Ich bin fertig. Gut. So, dazu haben wir einen Änderungsantrag, den bringt Clemens Christoph. Ja, Clemens, bitte. Du hast drei Minuten Zeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin schon wieder hier. Es gibt einen zentralen Konflikt zwischen meinen Änderungsanträgen und den Antragstellerinnen des modifizierten V2, der bereits bei meinen ursprünglichen Änderungsanträgen vorhanden war. Die Antragstellerinnen wollen private Pedelecs subventionieren. Das ist nach meiner Einschätzung absolut nicht notwendig, denn es gibt bei den E-Pedelecs einen wahren Absatzboom. 2009 gab es Absatzzahlen von 150.000, jetzt sind wir bei 940.000, fast eine Million. Ich bin dafür, gemeinwohlorientierte Alternativen zu fördern, zum Beispiel durch Leihläden wie Leihler in allen Stadtteilen oder kostenlose Ausleihe von Lastenfahrrädern durch den BUND und andere. Das Geld ist nach meiner Einschätzung besser in den Ausbau des Radwegenetzes investiert. Stellt euch vor, durch die Subventionierung von E-Fahrzeugen steigt der Verkehr auf den viel zu schmalen Radwegen massiv an. Es entsteht dort Chaos. Ich bin für Anschubfinanzierung, aber nicht für die Subventionierung eines Boom-Marktes und eben in diesem Fall auch gegen die Privatisierung von öffentlichen Mitteln. Ich habe im Ursprungsantrag diese Passagen gestrichen. In der aktuellen Fassung steht es wieder drin. Es ist also alter Wein in neuen Schläuchen. Bis einschließlich gestern habe ich versucht, eine glütliche Einigung war nicht möglich. Deshalb muss ich leider auf Abstimmung bestehen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr entscheidet jetzt über die private Finanzierung von E-Pedelecs oder gemeinwohlorientierte Finanzierung der Infrastruktur von Fahrradwegen, kostenlosen Leihläden in allen Stadtteilen und Ausleihmodellen. Deshalb bitte ich euch um Ablehnung dieses Anträges. Man müsste ja nur die Zweihalbsätze zu privaten E-Pedelecs streichen. Dann würde ich mit drunter stehen. Aber unter diesen Bedingungen lehne ich diesen Antrag ab und bitte euch, das auch zu tun. Danke. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Änderungsantrag? Den gibt es nicht. Doch, doch, doch. Das war ein Änderungsantrag. Darf ich? Aber ja. Ja, danke, Clemens. Also, klar, ich bin eigentlich auch froh, dass es mittlerweile schon 180.000 E-Bikes verkauft wurden bei 3,3 Millionen Fahrrädern, die insgesamt verkauft wurden. Wenn man jetzt guckt, ich möchte euch nicht mit Zahlen nerven, aber es sind 61 Prozent von diesen Fahrrädern geländegängige E-Mountainbikes und Trekkingräder gewesen, die überwiegend im ländlichen Raum in Süddeutschland und Mitteldeutschland als Sportgeräte verkauft wurden. Und nur 33 Prozent waren E-City-E-Bikes und nur 4,5 Prozent waren Lastenräder, E-Lastenräder. Also, ja, Boom, aber da, wo wir hinwollen mit dem Boom, also das, was wir hier unterstützen wollen, schwerpunktmäßig, das ist in diesem Boom eigentlich gar nicht so drin. Und wenn man von diesem süddeutschen ländlichen Raum weggeht und geht eigentlich mal irgendwo zum Beispiel nach Dänemark und guckt in Kopenhagen an, wie es da gelaufen ist, Kopenhagen hat nicht, die Fahrräder, die Leute sind nicht rein nur aus grüner Motivation aufs Rad gestiegen. Die Leute in Kopenhagen sind aufs Rad gestiegen, weil sie die Vorteile der Nutzung eines Fahrrades gesehen haben darin. Das ist Zeit, Prestige, soziale Akzeptanz und das sind Faktoren, die eigentlich geholfen haben, dass viel mehr Leute dort aufs Fahrrad gegangen sind. Und eben durch das Attraktivieren von Elektro-Leichtfahrzeugen sehen wir in Berlin auch die Chance, dass wir viel mehr Leute noch aufs Rad kriegen können. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt, mehr Leute, die zur Kita, zum Baumarkt oder irgendwas mit dem Rad fahren, desto mehr Leute lassen das Auto stehen und desto mehr entlastet das unsere Straßen. Und das möchten wir allen Leuten ermöglichen. Klar haben wir den Fokus auf Sharing und wir möchten natürlich auch Genossenschaften und alle auch unterstützen, aber wir möchten auch niemanden ausgrenzen, weil das ist auch nicht unsere Politik. Und deswegen möchten wir einfach auch, dass private Leute das nutzen dürfen. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr gegen diese Änderung stimmt und wenn ihr und auch eben unsere neu geründete Fahrrad AG, die wir in Tempelhof-Schöneberg haben, unterstützt und dem Antrag zustimmt. Danke. So, wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag V02-023 ab. Wer ist für diesen Änderungsantrag? Wer ist gegen diesen Änderungsantrag? Wer enthält sich? Das zweite war deutlich besser, damit ist deutlich mehr. Und damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Antrag. Gibt es dazu eine Gegenrede? Gibt es nicht. Also stimmen wir jetzt über V02 ab. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Dagegen? Gut. Enthaltungen? Damit ist der Antrag angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir kommen zu V03 mit dem Titel Zukunft vergünstigen, Vergangenheit verteuern. Die Einbringung wird Matthias Dittmer machen. Da ist er schon. Bereithalten kann sich schon mal Harald Moritz, der den ersten Änderungsantrag begründen wird. Matthias. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Fliegen ist das klimaschädlichste und am stärksten subventionierteste Art, sich fortzubewegen. Die Klimawirksamkeit von Flugreisen beruht nicht nur auf dem Ausstoß von Kohlendioxid. Auch andere bei der Verbrennung von Kerosin entstehenden Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf tragen zur Erderwärmung entscheidend bei. Die verschiedenen Effekte summieren sich derart, dass die Treibhauswirkung des Fliegens bis zu achtmal höher ist als die Wirkung des ausgestoßenen Kohlendioxids. Liebe Freundinnen und Freunde, im Frühling letzten Jahres wurden Absenkungen der Entgeltordnung abgesegnet, um den Berliner Flughafen für die Airlines attraktiver zu machen. Die LAG Mobilität möchte euch heute vorschlagen, diese Entgeltordnung in Richtung Klimaschutz zu korrigieren und verlorengegangenes Vertrauen von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen zurückzugewinnen. Zukunft vergünstigen Vergangenheit verteuern. Wir haben einen Antrag formuliert, der vorsieht, dass Berlin die Bestrebungen, eine ehrliche Bepreisung des Flugverkehrs zu erreichen, mit einer Entgeltordnung substantiiert. Diese Entgeltordnung muss sich an den Emissionen und an dem erzeugten Lärm orientieren, wenn sie Lenkungswirkung erzielen will. Diese haben wir in Punkt 1 formuliert und dabei die Änderungsvorschläge von Harald übernommen. Danke, Harald. Wo ist er? Gut, da. In Punkt 2 findet ihr die Absage an die Erweiterung des BER über die im Bau befindlichen Terminals hinaus. Bündnis 90 Grünen wollen den Flugverkehr nicht weiter ausbauen, sondern ihn auf ein klimaverträgliches Maß eindämmen. Bei Punkt 3 handelt es sich um das Zurückdrängen des innerdeutschen Flugverkehrs, wo wir den Vorschlag gern aufgegriffen haben, der die Dienstreisen der Berliner Verwaltung in Vorbildfunktion auf die Bahn umlenken will. Danke, Harald, für diesen Vorschlag. Im Punkt 4 geht es um die Frage des Nachtflugverbotes. Dieses würden wir gern weiterfassen. Aber das könnt ihr gleich selbst abstimmen, denn dazu gibt es einen Änderungsantrag. Danke, ich bin gleich soweit. Auch in Punkt 5 unseres Antrags ist die Weisheit unserer Versammlung heute noch einmal gefordert. Denn da gibt es einen Änderungsantrag, um den ich Ruben selbst gebeten hatte. Denn unser wichtigstes Anliegen, das geht da um die Exit-Strategie für den Fall, dass der Flughafen jetzt wieder nicht fertig wird zum genannten Termin. Und das würde Druck auslösen. Also, unser wichtigstes Anliegen ist die Entgeltordnung. Deswegen gibt es diesen Änderungsantrag. Ihr seid jetzt gefordert. Ihr habt die Wahl. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke schön, Matthias. Und wir kommen jetzt zu der Begründung des ersten Änderungsantrags, der gestellt wurde und der noch offen geblieben ist. Und zwar handelt es sich um den Änderungsantrag V03-034. Begründen wird ihn Harald Moritz. Und der Axel Schwipps kann sich schon für die Gegenrede, da ist er, bereithalten. Du hast drei Minuten, Harald. Ja, danke. Liebe Freundinnen und Freunde, zu dem Änderungsantrag, zu der Entgeltordnung kann ich euch sagen, dass diese Punkte, die da jetzt in diesem Änderungsantrag sind, auch Gegenstand von einem Beschluss des abgeordneten Hauses sind. Dann harren wir auf deren Umsetzung. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht für weniger, sondern für mehr Lärmschutz und Nachtruhe stehe. Trotzdem hier dieser Änderungsantrag. Ich will mal ein paar Fakten zusammentragen. 22 bis 6 Uhr ist die gesetzliche Nachtruhe nach dem Emissionsschutzgesetz. Leider gilt das Emissionsschutzrecht im Luftverkehr nicht. Deswegen müsste man die Gesetze eben auf der Bundesebene da auch noch ändern. 22 bis 6 Uhr fordern alle BIs und Verbände, die sich mit Fluglärm und der Nachtruhe beschäftigen. Auch das Umweltbundesamt fordert an stadtnahen Flughäfen 22 bis 6 Uhr. Wir hatten in Berlin nicht ganz erfolgreichen, in Brandenburg erfolgreichen Volksbegehren zu 22 bis 6 Uhr. Der Brandenburger Landtag hat dieses angenommen und versuchte zu erarbeiten. Auch bei uns ist es Beschlusslage 22 bis 6 Uhr im Wahlprogramm. Im Koalitionsvertrag konnten wir uns leider nicht wirklich durchsetzen. Da steht nur drin, dass wir sieben Stunden Lärmpausen haben wollen. Da arbeiten wir dran, dass wir wenigstens diese durchgesetzt bekommen. Wenn wir hier nun im Antrag haben 21 bis 7 Uhr, ist es ja sicherlich viel besser. Aber ich glaube, wir scheren mit diesem Beschluss oder mit dieser Forderung aus der Linie der vielen BIs und der Verbände aus. Und die Zielsetzung ist, glaube ich, auch nicht realistischer als 22 bis 6 Uhr. Und wir schwächen eher den gemeinsamen Kampf, dass wir 22 bis 6 Uhr hinbekommen. Deswegen bin ich dafür, dass wir bei diesen Zeiten 22 bis 6 Uhr bleiben und nicht das noch erweitern. Ich glaube, wenn wir 22 bis 6 Uhr durchgesetzt bekommen, sind wir radikal vernünftig. Vielen Dank, Harald und Axel Schwipps hat drei Minuten für die Gegenrede. Ja, Axel Schwipps, Mitglied in der LAG Mobilität. Liebe Freundinnen und Freunde, der Flughafen BR liegt ungünstig. 40.000 umliegende Anwohner sind direkt betroffen. Hinzu kommen die Flugroten. In Sperenberg und Jüterburg wäre das anders gewesen, 2.000, 3.000 Betroffene. Jetzt ist es so, Lärmschutzwände kann man nicht bauen. Und man muss sehen, dass man sogar mehr Langstreckenflüge bekommen wird. Und diese sind dann vollgetankt pro Flugzeug mit 70 Tonnen Kerosin. Sie kommen langsamer hoch, machen noch mehr Lärm. Und im Übrigen werden Nachtflugverbote auch noch durchlöchert. In Tegel merken wir es, da haben wir bis zu 30, 35 Flüge pro Nacht im Nachtflugverbot. Da werden immer wieder Ausnahmen genehmigt. Ich möchte nicht den Anwohnern vorschreiben, wann sie zu schlafen haben. Ich bin als Student gerne um 3 Uhr morgens ins Bett gegangen. Und nun zu sagen, ihr müsst um 22 Uhr schlafen, das passt mir auch nicht so in die Zeit. Und überhaupt wollen wir ja Flüge dämpfen, nicht fördern. Das einzige Argument für ein kurzes Nachtflugverbot ist die Wirtschaftlichkeit für die Fluggesellschaften. Sie kriegen mehr Rendite, aber danach müssen wir uns nicht richten. Vattenfall macht auch große Rendite mit Braunkohlenkraftwerke, aber deswegen lassen wir sie nicht laufen. Also ich bin für Ausweitung der Nachtflugverbote für die Anwohner und zur Dämpfung des Flugverkehrs. Danke. Ganz herzlichen Dank. Dann treten wir in die Abstimmung ein. Es geht, wie gesagt, um den Änderungsantrag V0334 und die Dauer eines strikten Nachtflugverbots. Wer möchte gerne dem Änderungsantrag von Harald Moritz und anderen folgen? Der und die hebe bitte jetzt die Karte. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Vielen Dank. Dann ist dieser Änderungsantrag mit deutlicher Mehrheit angenommen worden. Ich komme zum zweiten Änderungsantrag. Das ist der V0336. Einbringen und begründen wird Ihnen Ruben Joachim. Ruben, wo bist du? Harald macht das. Harald, dann mach das mal. Und für die Gegenrede, ich hoffe, das ist zumindest richtig, kann sich Frank Gerritz schon mal bereit machen. Harald, du hast wieder drei Minuten. Danke. Ja, ich habe ja in diesem Antrag viele Änderungsanträge gestellt, konnte aber bei diesem Abschnitt eigentlich keinen sinnvollen Änderungsantrag schreiben. Einmal geht es um die Berechnung volkswirtschaftlicher Schäden. wird hier mit drei Milliarden beziffert. Also, ich habe noch keine Rechnung für volkswirtschaftliche Schäden durch den BER gesehen. Aber natürlich, die finanzielle Lage der Flughafengesellschaft ist alles andere als rosig und das wird sich in den nächsten Jahren ganz sicherlich auch nicht ändern. Und das bleibt ein Problem. Da hilft aber eine Exit-Strategie eben nicht. Das Land Berlin hat Bürgschaften für Kredite gegeben. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen mit dem Projekt gar nichts mehr zu tun haben, haben wir die Bürgschaft trotzdem und müssten im Zweifelsfall trotzdem zahlen. Was heißt eigentlich Exit-Strategie? Wollen wir jetzt nur aus dem BER-Projekt oder von der FBB nichts mehr wissen? In der letzten Konsequenz hieße das, dass wir aus der Koalition austreten müssen. Denn wir können uns ja nicht einzelne Sachen rauspicken, die wir haben wollen oder andere, die wir nicht verantwortlich sind. Das muss schon zusammengedacht werden. Und wenn man auch vom BER sozusagen zurücktreten will, dann kommt das Tegel-Problem wieder auf uns zu. Und ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass Tegel schnellstmöglich geschlossen werden soll. Jetzt haben wir ja auch wieder mal einen Inbetriebnahmetermin genannt bekommen. 31. Oktober 2020. Ich bin weiterhin sehr skeptisch. Das habe ich auch öfter schon öffentlich gesagt. Aber wir müssen, denke ich, damit jetzt erst mal umgehen. Und wenn endlich der Flughafen fertig wäre, wäre es ja auch nicht schlecht. Der Flughafen wird weiter Probleme haben. Und da brauchen wir Lösungen oder vielleicht den berühmten Plan B, aber keinen Ausstieg. Und das kann ich euch auch sagen, da arbeiten sowohl von der Bundesebene aus Brandenburg als auch von Berliner Seite regelmäßig treffen sich dort Leute, die sich überlegen, wie können wir die Probleme angehen und wie finden wir da Verbündete, dass wir die Probleme eben nicht hochkochen lassen. Aber wir brauchen da eben keinen Exit. Das hilft uns eben überhaupt nicht weiter. Wir müssen die Probleme angehen. Und deswegen hilft uns dieser Abschnitt hier, dieser Abschnitt des Antrags nicht. Und deswegen bitte ich euch, diesen zu streichen. Danke. Danke schön, Harald. Das war eine Punktlandung. Und jetzt ist Frank mit der Gegenrede dran. Frank, bitte komm hoch. Ja, hallo. Stellt euch vor, vor zehn Jahren hätte jemand beantragt, die Baustelle des verspäteten Flughafen WER mindestens zehn Jahre in Milliardenhöhe zu bezahlen, bevor er dann vielleicht in Betrieb geht. Der Antrag wäre einstimmig abgelehnt worden. Seit zehn Jahren wird dieser Flughafen in zwei Jahren fertig. Es wird immer auf zwei Jahre gerechnet, damit nach Salami-Taktik immer die Situation ist, die jetzt auch wieder ist. Eine Exit-Strategie bedeutet ja, einen Plan B zu haben. Und wer einen Plan B hat, der glaubt an Plan A nicht. So, fragt man nach einer Alternative zu diesem Vorgehen, hört man oft, wer einen Plan B hat, glaubt nicht an Plan A. Aber Alternativlosigkeit ist immer falsch. Schon mal gerade, wenn es um so viel Geld geht. Wie könnte so ein Plan B-Exit-Strategie aufsehen? Wohlgemerkt, es ist nicht so, dass wir beantragen, den Flughafenbau zu beenden, sondern dass wir sagen, für den Fall, dass wie immer die Eröffnung verschoben wird, müssen wir endlich mal einen Plan B in der Schublade haben, damit wir uns wirklich entscheiden können. So ein Plan B könnte folgendermaßen aussehen. BER-Baustelle beenden, als Schönefeld weiter betreiben, Tegel verteuern und die Fernbahn verbilligen. Innerdeutsche Strecken auf die Schiene verlagern, sofort die Flüge verbieten, auf denen die Bahn schneller ist, zum Beispiel Berlin-Frankfurt und Berlin-München. Durch die neue Schnellstrecke nach München hat zwar der Bahnverkehr sich verdoppelt, aber der Flugverkehr ist weitergewachsen. Also hilft da auch aus sozialen Gründen eher ein Verbot. Das wäre sogar eine Win-Win-Situation für die Lufthansa, weil die mit Kurzstreckenflügen rote Zahlen schreiben. Warum macht die Lufthansa überhaupt Kurzstreckenflüge? Um ihre Langstreckenflüge zu befüllen, weil sie Angst hat, dass eine Konkurrenzgesellschaft die Kurzstrecken-Slots übernimmt. Also als Schönefeld und auch durchaus Leipzig könnten kurzfristig Tegel entlasten. Mittelfristig könnte man Folgendes machen. Tegel schließen, die verbleibenden Flüge via Alt-Schönefeld und Leipzig abwickeln und Leipzig noch ein Stück weit zu optimieren. Schon zur Zeit ist es so, der Leipziger Flughafen hat einen perfekten ICE-Bahnhof. Rund um den Leipziger Flughafen ist jede Menge Platz, viel mehr Platz als im BER und Tegel. Und das Ganze hat sogar Nachtflugerlaubnis. Was man noch an Feinheiten machen könnte, wäre eine Kurve zu bauen, die kurz vor Leipzig rechts abbiegt. Damit könnte man die Reisezeit auf unter eine Stunde begrenzen. Wenn man dann noch den Check-in in den Zug verlegt, dann hat man ähnlich kurze Anreisezeiten wie bei dem Berliner Flughafen jetzt. Interessant wäre die Nachnutzung. Der schnelle Brüter in Kalkar, da ist jetzt ein Vergnügungspark. Beim Cargo-Lifter ist Tropical Island. Und der BER fängt schon damit an. Bereits heute ist der Zwischenlager für Tausende von unverkäuflichen Volkswagen mit Dieselmotor. Deswegen werbe ich darum, lasst uns einen Plan B entwerfen, für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass Plan A nicht funktioniert, damit wir im Frühjahr nächsten Jahres für den Fall, dass wiedergemeldet wird, leider ist der Flughafeneröffnung erst in zwei Jahren, zwei Möglichkeiten haben zu reagieren. Ja, ich bin gleich fertig. Zwei Möglichkeiten haben zu reagieren, nämlich die Beendigung oder Weiterführung der BER-Baustelle. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich komme zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag. Wer möchte der Änderung hier vorgestellt von Harald Moritz zustimmen? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Vielen Dank. Ersteres war eine deutliche Mehrheit. Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. Und wir könnten jetzt in die Abstimmung über den V02, Entschuldigung, V03 einsteigen, es sei denn, es gibt noch eine Gegenrede zu dem jetzt geänderten Antrag als solche. Das sehe ich aber nicht. Insofern lasse ich jetzt abstimmen über den Antrag V03 in der Version der Antragskommission inklusive der beiden Änderungen, die wir gerade noch beschlossen haben. Wer möchte dem zustimmen? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Danke sehr. Dann war das eine deutliche Mehrheit für diesen Antrag. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. So, wir kommen zu V04. Klimafreundliche Mobilität in Europa stärken. Alternativen zum Flugverkehr ausbauen. Für LAG Europa spricht? Laura. Du hast drei Minuten Zeit. Hallo, ich bin Laura, Sprecherin der LAG Europa und stelle euch jetzt unseren Antrag Klimafreundliche Mobilität in Europa stärken vor. Wir als LAG Europa wollen die europäische Vernetzung, gerade unter uns European Greens. Diese Vernetzung braucht auch Begegnung, um Freundschaften und Partnerschaften zu pflegen. Aber sie darf nicht zulasten des Klimas erfolgen. Damit wir aber nicht mehr, sondern weniger und am besten überhaupt nicht mehr fliegen, brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen europäische Nachtzüge. Und zweitens in Berlin eine neue Reisekostenregelung für unsere Landesbediensteten, damit klimafreundliche Dienstreisen zum Standard werden. Zum ersten Punkt, den Nachtzügen. Die brauchen wir in alle Hauptstädte unserer europäischen Nachbarländer. Vor ziemlich genau drei Jahren hat die DB einen Riesenfehler gemacht und ihre verbliebene Nachzugverbindungen eingestellt. Dieses Werbemittel hat mir meine Tochter heute mitgegeben, hat sie aber nicht aus dem Sortiment genommen. Das ist ein Nachzug. Und weil sie nämlich genau weiß, wie toll Nachzugfahren mit Kindern ist. Ja? Aber sie fährt nicht mehr Nachzug, sondern die Einzigen, die das noch hinbekommen, Gott sei Dank, die das auch rentabel machen, ist die ÖBB. Und in viele, also es gibt noch einige Verbindungen, aber wir brauchen unbedingt noch Verbindungen nach Paris, Brüssel, Amsterdam, Kopenhagen und Warschau. Und ganz besonders, also wir reden immer darüber, wie viele Leute pendeln zwischen Berlin und Bonn, aber auch zwischen Berlin und Brüssel, also unsere armen Emmi Pieler, wir haben ja super viele aus Berlin geschickt, die können ein Lied davon singen, dass es richtig bescheuert ist, wenn man keinen Nachzug hat. Und in diesem Sinne möchte ich auch noch mal kurz auf Hannah Neumanns Petition auf change.org hinweisen, die zusammen mit anderen Parlamentarierinnen dafür wirbt, dass es endlich wieder Nachzug Berlin-Brüssel gibt. Genau. So, Anträge, also Anträge, die mehr Nachtzüge fordern, gibt es ja en masse bei uns Grünen und auch zu Recht. Aber jetzt ist so ein bisschen die Frage, was können wir konkret in Berlin dafür tun? Und wir müssen uns über eine Bundesratsinitiative dafür einsetzen, dass der Bund neue Nachzugverbindungen ausschreibt. Und wir müssen die Vergabe von Förderkrediten für neue eigenwirtschaftliche Nachzugverbindungen ab Berlin durch die Investitionsbank Berlin und die KfW prüfen. Zu den Reisekostenregelungen für Beamtinnen und Mitarbeiterinnen des Landes, die wollen wir auch ändern und auch die der Unis, und zwar so, dass klimafreundliches Reisen der neue Standard wird. Georg und Harald haben da auch schon einen guten AGH-Antrag zu ausgearbeitet, wo auch ganz viel von unseren Punkten eingeflossen ist. Deswegen ist das auf einem guten Weg. Kommen Sie zu Ende? Genau. Aber es ist sozusagen mit der Reisekostenregelung nicht getan, sondern wir brauchen insgesamt mehr Videokonferenzen. Wir brauchen die besten E-Conferencing-Tools. Reisezeit muss als Arbeitszeit anerkannt werden. Laura, kommst du zum Schluss? Ja, ich hoffe auf eure Unterstützung. Vielen Dank. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Antrag? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist es einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Antrag V05. Hartz-IV-Sanktionen vermeiden. Jobcenter-Termine auf Augenhöhe vergeben. Und ich gehe davon aus, dass Teilan Kurt die Einbringung macht. Teilan, wo bist du? Ah, hier vorne. Und vielleicht kann mir der Mensch, der gerne dagegen reden würde, dann gleich mal signalisieren, ob er das denn tun möchte. Teilan, du hast das Wort. Drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, immer wenn ein Monat neu anfängt, ist es in Berlins Sparkassen besonders voll. Denn dann stehen schon morgens zahlreiche Berlinerinnen und Berliner Schlange, meistens mit einem Einkaufswagen dabei und heben Geld ab. Sie stehen Schlange, weil sie Hartz IV beziehen. Und der Satz so knapp bemessen ist, dass so gut wie niemand es schafft, davon auskömmlich einen ganzen Monat über die Runden zu kommen. Wieder einmal ging der vorherige Monat langsamer zu Ende als der Kontostand Stmolz. Von Hartz IV zu leben bedeutet, zahlreiche Entbehrungen auf sich nehmen zu müssen und die eigenen Ansprüche in der Eingangszone des Jobcenters abzugeben. Denn Hartz IV, das ist ein Leben in Armut. Das ist das ständige Jonglieren mit dem wenigen Geld und das ist das permanente Herunterschrauben der eigenen Bedürfnisse. Unsere ganz normalen Bedürfnisse, die wir alle haben. Mal ins Kino zu gehen, mal ein Eis zu essen oder ein neues Buch zu kaufen. Das ist in diesem Satz nicht vorgesehen. Sage und schreibe 1,12 Euro. Gönnt das Land der Dichter und Denker Hartz IV Beziehenden, um sich zu bilden. Dafür kriegt man zwar auf Amazon ein gebrauchtes Buch, kann aber dann wahrscheinlich die Versandkosten gar nicht bezahlen. Das ist doch absurd. Das alles ist aber kein Zufall. Denn der Hartz IV-Satz wird künstlich kleingerechnet und die Armen werden dadurch noch ärmer und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Diese Rechentricks haben Methode. Der Staat ist gnädig zu denen, die haben und knallhart zu denen, die nichts haben. So wird dieses spärliche Existenzminimum weiterhin gekürzt. Und das ist auch der Grund für die vielen Schlangen vor den Berliner Tafeln. 14 Jahre hat es gedauert, ehe das Bundesverfassungsgericht jetzt vor dem letzten Monat eine Deckelung der Hartz-IV-Sanktion beschlossen hat. Tags darauf waren die Schlagzeilen der Sprengerpresse aber voll mit Sprüchen wie, wird Faulheit jetzt nicht mehr bestraft, beziehungsweise jetzt gibt es Hartz IV auf dem Silbertablett. Diese billige Polemik der Bild-Zeitung, das ist genau der Humus für die Rohrstockpädagogik in den Jobcentern. Und das ist genau das, worüber die Leute seit 14 Jahren die Geld, die Hartz IV bekommen, kotzen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den Ärmsten umgeht. Und gerade wir müssen nicht nur dafür kämpfen, alle Sanktionen abzuschaffen, was wir in diesem Antrag auch noch einmal betonen. Wir müssen auch jetzt uns überlegen, wie eine neue Grundsicherung aussehen könnte auf Bundesebene, denn irgendwann werden wir da regieren. Bis es jedoch soweit ist, müssen wir doch alles unternehmen, um insbesondere die Anzahl der Hartz IV-Sanktionen zu reduzieren. Und das ist der Wesenkern dieses Antrags. Im Wissen, dass die Sanktionen nur durch die Bundesregierung abgeschafft werden können, wagen wir kreativ. Wir, das sind ich, das sind Hannah, das sind Tabea, Nina, viele andere. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Ich habe hier so einen gelben Zettel bekommen. Und wir fordern deshalb mit diesem Antrag ein neues Verfahren der Terminvergabe in den Jobcentern. Denn die Terminsanktionen, das sind 81 Prozent aller Sanktionen in Berlin, das ist der Großteil und das wollen wir nicht hinnehmen. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch eine andere Praxis der Terminvergabe auf Augenhöhe mit den Betroffenen ausgehend von ihrem Lebensalltag erreichen können, dass ein Großteil dieser Sanktionen verhindert werden kann. Das freut die Betroffenen und das freut auch die Jobcenter. Danke. Ganz herzlichen Dank, Thailan. Und auch in der Zwischenzeit hat sich niemand gemeldet, hat niemand signalisiert, dass er oder sie gegen diesen Antrag sprechen möchte. Ja, das scheint so zu sein. Deswegen kommen wir zur Abstimmung. Wer möchte gerne diesem Antrag seine Zustimmung geben? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe bitte. Dankeschön. Enthaltungen? Vielen Dank. Das nennt sich der Antrag mit großer Mehrheit einer Gegenstimme und etwa vier bis fünf, konnte ich nicht so richtig sehen in der Kölner Ecke, vier bis fünf Enthaltungen angenommen. Herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen zu V06. Neu Klimawandel ist tödlich, Flugwerbung in Berlin verbieten und CO2-Kennzeichen von Flügen einführen. Dafür Oliver Pofala, bitte. Ja, hallo. Das ist jetzt schon der dritte Antrag zum Thema Fliegen. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn wir in Zukunft da ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden. Ich glaube, das würde allen helfen, würde auch ein bisschen Zeit sparen. Die meisten Dinge ergänzen sich auch. Aber zwei Sachen will ich euch noch vorstellen, die noch nicht gesagt würden, die auch noch unbedingt beschlossen werden müssen heute. Denn mittlerweile ist es ja so, viele von uns empfinden auch Flugscham, auch viele Grüne. Nur die Flugbranche, die strotzt weiter so vor Flugstolz, als hätte es den Klimawandel nicht gegeben oder als würde er nicht Richtung Klimakatastrophe laufen. Und wir erleben gerade nichts anderes als die größte Werbeoffensive in der Geschichte der Luftfahrt für grünes Kerosin und CO2-freie Flüge. Deswegen ist das Verbot für Flugwerbung, was ich hier fordere, nicht nur eine symbolische oder kleine Maßnahme. Denn wenn sich jemand ernsthaft schämen sollte fürs Fliegen, dann sind es nicht die einzelnen Passagiere, finde ich. Wirklich beschämend finde ich es, wenn der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft vom CO2-neutralen Fliegen spricht und die Nicht-CO2-Effekte einfach verschweigt, wenn er nicht sagt, dass der Klimawandel auch durch Ruß, Wasserdampf und Feinstaub befeuert wird. Und wirklich beschämend finde ich es auch, wenn die Fluggesellschaften sich als grün und klimafreundlich inszenieren und so das Wachstum des Luftverkehrs, den Massentourismus und die Klimakatastrophe weiter anheizen. Und wirklich unverschämend finde ich es, wenn die hochsubventionierte Branche Luftverkehr auf ihren Privilegien behalten will und Zertifikate zum Spottpreis erwerben will, so wie das EasyJet jetzt tut. Ich denke, wir sollten mal ganz klar sagen, wenn sich jemand schämen sollte fürs Fliegen, dann sind es die Fluggesellschaften und nicht wir. Und wenn EasyJet, Ryanair und Co., die überall in der Stadt prangen mit ihren günstigen Angeboten, sollten wir sagen, wir wollen euer Greenwashing nicht mehr sehen, wir wollen eure Discount-Angebote nicht mehr in der Stadt haben. Was wir dringend nötig haben, das sind weniger Flugreisen und deswegen machen wir Schluss mit Flugwerbung in Berlin. Und es gab noch in dem Antrag eine gute Klarstellung von Bund-Grün, denn auch wenn wir für Slow Travel sind, das ist nicht für jeden und jede eine Option, denn es gibt natürlich Familien, beste Freunde, Liebespaare, die über die ganze Welt verstreut leben und die sind dringend angewiesen auf Flugreisen. Muss man ehrlicherweise sagen, für diese Flugreisen gibt es menschliche Gründe, aber die werden auch gebucht ohne Flugwerbung. Und das ist auch klar, ich denke, eine deutsch-indisch-US-amerikanische Familie braucht für ihren Zusammenhalt keine Sonderangebote von EasyJet. Und noch einen Punkt will ich hier machen, jeder muss nur auf das Bier am Abend gucken, überall steht der Alkoholgehalt drin, aber auf keinem Flugticket stehen die CO2-Emissionen, sie sind nirgendwo zu finden. Deswegen will ich, dass wenn der BER eröffnet, auf jedem Check-in-Schalter und auf jedem Bordticket die volle Klimawirkung des Fluges lesbar ist, nicht um jemanden bloßzustellen, sondern damit die echte Verbrauchertransparenz einzieht. Denn es macht einen Unterschied, ob ich für eine Tonne CO2 nach Island fliege zur Gletscherexpedition oder für neun Tonnen nach Chile, nach Feuerland. Beides ist zu viel, aber gegen die Klimakatastrophe hilft jede eingesparte Tonne CO2. Und deswegen möchte ich, dass der BER zum ersten Flughafen der Welt mit voller Klimatransparenz wird. Vielen Dank. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Antrag? Gibt es nicht? Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Dann ist es ein Antrag angenommen. Und wir kommen zum Antrag V07 für ein solidarisches Europa, Geflüchtete von griechischen Inseln aufnehmen. Und begründen wird den Antrag Bettina Jarasch. Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Antrag wirft genau genommen seinen Schatten voraus oder sein Licht voraus. Vielleicht habt ihr es gelesen. Der regierende Bürgermeister hat gestern erklärt, dass Berlin bereit ist, immerhin 70 unbegleitete Minderjährige von den griechischen Inseln aufzunehmen. Das ist ein guter erster Schritt. Ich bin sehr und ein wichtiges Signal. Ich bin aber bei diesem Antrag und dem Thema, das er sich vorgenommen hat, demütig, ganz ehrlich. Und zwar aus mehreren Gründen. Das Erste ist, wir haben das nicht alleine geschafft. Dass überhaupt dieser politische Druck schon mal entstanden ist, der jetzt hoffentlich an Bundesminister Seehofer weitergereicht wird, das haben wir ganz viel auch der Zivilgesellschaft zu verdanken. Respekt für Griechenland, Xenion und viele andere Verbände, die einen offenen Brief geschrieben haben, Seebrücke e.V. und der Solidarity City-Bewegung, die schon seit Monaten versuchen, Druck zu machen für einen anderen Umgang in Europa und an den europäischen Außengrenzen. Das bedeutet einfach, wir schaffen es nur gemeinsam. Wir sind nicht allein. Das ist die gute Nachricht da rein. Ich bin auch nicht allein. Ich danke den vielen Unterstützerinnen für diesen Antrag und ich danke auch den Änderungsantragstellerinnen. Es waren nicht nur super Verhandlungen, sondern eigentlich wollten alle immer noch mehr und das ist natürlich noch mehr von diesem Anliegen und das stärkt uns und mich auch in meiner Arbeit. Insofern vielen Dank. Aber ich bin auch vor allem demütig, weil die Aufgabe so groß ist und weil die Not so groß ist. Auf den griechischen Inseln gibt es inzwischen über 4.000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Es gibt aber nur 1.000 halbwegs adäquate Plätze für unbegleitete minderjährige Geflüchtete und sie sind in den Lagern zum Teil auf der Straße sexueller Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt. Manche von ihnen sind sogar in Schutzhaft, weil es keine adäquaten Plätze für sie gibt. Und das mitten in Europa. Es gibt aber auch nicht nur Not in Griechenland, sondern es gibt an den osteuropäischen Grenzen ähnliche Lager. Es gibt eine Müllhalde, das Lager Wutschak, wo Leute wirklich seit Monaten auf einer Müllhalde ausharren. Auch das übrigens wollen wir mit diesem Antrag ändern. Und die Solidarität, die wir einfordern, ist nicht nur eine mit den Geflüchteten, sondern die Solidarität ist für die EU selbst ein Überlebensprinzip. Und schade ist nur, dass die EU selbst die Mitgliedstaaten das nicht erkennen. Ohne Solidarität untereinander zerfällt die EU, ohne die Solidarität mit den Menschen zerbröselt das Wertefundament, auf dem die EU überhaupt existiert. Und ohne Solidarität auch mit den Nachbarstaaten, Stichwort Moldawien oder anderen Herkunftsländern. Und die Solidarität bedeutet eben nicht Geld für Erdogan, damit er uns Flüchtlinge vom Leib hält oder Geld für das libysche Regime, damit sie dasselbe tun, sondern Nachbarschaftspolitik und echte Fluchtursachenbekämpfung. Ohne all das scheitert die EU an ihrem eigenen Anspruch. Demut zuletzt, weil natürlich Berlin dieses Problem nicht alleine lösen kann. Aber wir können einen Beitrag leisten. Wir wollen mit diesem Antrag nicht nur, dass die Bundesregierung sofort Geflüchtete aufnimmt und wir einen Teil davon nehmen, und zwar, da geht auch noch mehr als 70, sondern wir wollen, dass Berlin endlich auch selbstständig ein Landesaufnahmeprogramm machen kann. Du musst weiter zum Schluss kommen mit Ihnen. Und selber Leute aufnehmen kann. Ich bitte euch sehr, diesen Antrag zu unterstützen, damit wir diesen Weg weitergehen können. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ist eine Gegenrede gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann können wir über diesen Antrag abstimmen. Wer möchte gerne diesem Antrag V07 seine, ihre Stimme geben? Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Dann ist dieser Antrag mit sehr deutlicher Mehrheit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu V08. Und den bringt uns Walter Otte ein. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es geht gleich weiter mit dem Obertitel Internationale Solidarität. Gehört eigentlich zur Grundausstattung von Grünen und auch früher von der alternativen Liste. Aber was mir auffiel, war ein betörendes Schweigen zu den Ereignissen, die sich in Nordsyrien, in Hochhava abgespielt haben und immer noch abspielen. Deshalb dieser Antrag und deshalb auch Anträge auf der BDK. Der Antrag zielt darauf ab, auch von Berlin, von unserer Landespartei aus, eine klare Verurteilung des völkerrechtswidrigen Einmarsches der Aggression türkischer Truppen in Nordsyrien zu erreichen, es zu verurteilen und auch die Solidarität mit den Menschen in Hochhava, mit den Menschen in Nordsyrien auszusprechen. Wir haben eine Situation, in der ein Gebilde, sage ich einmal, ein Territorium mit einer Verwaltung kaputt gemacht werden soll, das sich aus meiner Sicht jedenfalls aus Sicht vieler als das Demokratischste erwiesen hat, was es in der Region gibt, als das, was auf Bildung breiter Schichten gesetzt hat, was auf Frauenrechte und auf Frauenförderung gesetzt hat. Dieses soll kaputt gemacht werden, es ist in Teilen schon kaputt und was droht, ist dasselbe wie in der Region Afrin, nämlich die terroristischen Islamisten, die von der Türkei gesponsert werden, haben dort ein Regime errichtet, ein totalitäres Regime ohne Menschen, ohne Frauenrechte, ohne auch nur ein bisschen Demokratie, um wenigstens so zu tun. Nichts davon ist dort vorhanden. Wir haben mittlerweile etwa 300.000 Vertriebene und Geflüchtete, die sich weiter im Norden aufhalten, aber außerhalb der Gebiete, in die die türkischen Truppen und ihre Hilfstruppen einmarschiert sind. Wir haben eine Zerstörung der Infrastruktur, der tatsächlichen, der physischen Infrastruktur als auch der geistigen, in dem Schulen, Universitäten und so weiter vernichtet werden. Dagegen sollten wir klar einschreiten und uns die Solidarität mit den Menschen dort erklären. Wenn ihr euch den Antrag angesehen habt, werdet ihr bemerkt haben, dass dieser sich jetzt wesentlich von dem Ursprungsantrag entscheidet. Absprache auch mit dem Landesvorstand sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es wenig sinnvoll ist, hier in einer Art Hau-Hoch-Aktion über die Fragen europäischer Armee, Flugverbotszonen und Sicherheitszonen zu reden. Und diese Entscheidung, das nicht weiter hier zu verfolgen, ist auch dadurch erleichtert worden, dass der Bundesvorstand für das kommende Jahr einen breiten innerparteilichen Prozess zu diesen Fragen zugesagt hat. Ich muss zum Schluss kommen, also lange Rede, kurzer Sinn, ich bitte um Zustimmung zu dem Antrag. Danke. Möchte jemand dagegen sprechen? Sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen ist diesen Antrag angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir kommen zum V09. Keine Klimagerechtigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit. Vorstellen wird Ihnen Anka, Anka Esser. Wo ist sie? Anka? Ich gehe mal davon aus, dass das ein... Ah, da, super. Anka, du hast drei Minuten. Klimagerechtigkeit geht nicht ohne Feminismus. Die Klimakrise verschärft soziale Ungerechtigkeit und so sind weltweit Frauen am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Trotz der stärkeren Betroffenheit werden sie meist gar nicht in Entscheidungsprozesse über Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen eingebunden. Und das, obwohl gerade indigene Frauen in vorderster Reihe gegen die fossilen Energien kämpfen. Aus Geschlechtergerechtigkeitsperspektive müssen wir deshalb die 1,5-Grad-Grenze umso dringender einhalten. Berlin soll sich zu der Verantwortung für die Klimakrise bekennen und sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass gerade Frauen, die aufgrund unserer Lebensweise ihr Zuhause verlieren, durch einen Klimapass eine europäische Staatsangehörigkeit bekommen. Wir sehen uns in der Pflicht, dass die AktivistInnen aus diesen Ländern und ihre Forderungen immer wieder Sichtbarkeit bekommen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es in Berlin eine Konferenz zum Thema Klimagerechtigkeit und Feminismus gibt und dort Frauen aus den betroffenen Ländern darüber berichten können, was es bedeutet, wenn wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. Auch in Ländern des globalen Nordens, wie Deutschland, haben Frauen aufgrund von stereotypischen Verhaltensweisen, Stichwort wer fährt die dicken Autos und die Blumenmaß Fleisch, also ist Blumenmaß Fleisch oder geringerer finanzieller Mittel oft die kleineren CO2-Fußabdrücke. Wir fordern, dass endlich klimaschädliches Verhalten konsequent bepreist wird. Auch in Deutschland wird Klimaschutz in den meisten Fällen von Männern für Männer gemacht. Das Klimakabinett war zum Beispiel aus einem Drittel nur aus weiblichen Mitgliedern besetzt. Im Umweltausschuss, im Abgeordnetenhaus sind lediglich 4 der 22 Mitglieder weiblich. Wenn nur männliche Perspektiven in die Entscheidungsprozesse einfließen, werden Tätigkeiten, die eher männlich konnotiert sind, stärker berücksichtigt und gefördert. Eine E-Auto-Förderung zum Beispiel kommt vor allem den Menschen zugute, die sich ein E-Auto überhaupt leisten können und das sind eben weiße Akademiker in einem fortgeschrittenen Alter. Um unsere Gesellschaft klimagerecht umzubauen, brauchen wir aber das Wissen und die Perspektive von Frauen. Also müssen wir Frauen in Entscheidungsprozesse über Klimaschutz einbinden. Und da reicht es nicht, wenn wir bestehende Entscheidungsprozesse mit mindestens 50% Frauen besetzen. Das wollen wir natürlich auch. Aber es müssen auch stärker die Perspektiven mit eingebracht werden. Und deswegen fordern wir einen gendergerechten Klimavorbehalt, dass Maßnahmen darauf geprüft werden, wem sie zugutekommen. Unsere Grünherzesthemen sind Feminismus und Klima. Lasst uns diese Themen stärker zusammendenken. Dieser Antrag steht für einen Anfang, den wir mit dieser Debatte machen. Und genau, wenn ihr Lust habt, weiter mit uns klimagerechte, feministische Klimapolitik zu machen, dann meldet euch bei uns. Vielen Dank, Anka. Gibt es den Wunsch nach einer Gegenrede? Susanne kommt nur auf mich zu, aber biegt ab. Dann gibt es diesen Wunsch offenbar nicht. Und damit kann ich über den Antrag abstimmen lassen. Wer möchte dem Antrag V09 seine, ihre Zustimmung geben? Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Vielen Dank. Dann ist dieser Antrag mit einer sehr großen Mehrheit, keinen Gegenstimmen und einer einstelligen Zahl von Enthaltungen angenommen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kommen wir zu V010. Neue Besetzung der VG-Vorstandsvorsitz transparent gestalten und im neuen Vertrag die Verkehrswende verankern. Vorneweg, wir haben eigentlich zwei Änderungsanträge, die wir heute abstimmen wollten. Die Änderungsantrag V10.023 würde übernommen. Deshalb haben wir nur noch den Änderungsantrag V10.021 abzustimmen. Den eigentlichen Antrag bringt jetzt erstmal Axel Schwipps ein. Ja, hallo nochmal. Wir haben ja heute mehrfach gehört, wie wichtig die nachhaltige Mobilität ist für die Klimaproblematik. Wir bringen jetzt einen Antrag, einige Mitwirkende der LAG Mobilität, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Hier wird am 1. Januar 2020 eine sehr, sehr wichtige Stelle in Berlin frei und die müsste schnell besetzt werden. Und zwar der Vorstandsvorsitz der BVG. Die BVG hat für die Verkehrswende eine elementare Schlüsselrolle. Wenn man sich mal am Stammtisch umhört, bei den Sportsfreunden, im Wahlkampf, dann hört man immer wieder, wir würden ja das Auto stehen lassen, aber Busse und Bahnen sind zu voll in der Hauptverkehrszeit. Wir kommen ja gar nicht mit. Und der Zustand der Bahn, beschmiert, dreckig, immer wieder Zugausfälle. Also ehrlich gesagt, die BVG ist nach drei Jahren im grünen Verkehrssenat nicht in dem Zustand, wie es sein sollte. Und hier ist dringender Handlungsbedarf. Frau Nikutta hat sich nicht ganz so ums Brot- und Buttergeschäft gekümmert. Da wurden dann mal über U-Bahn-Planungen philosophiert oder der Berlkönig hat viele Ressourcen bekommen. Aber dass man in mehr Schichten in der U-Bahn-Werkstatt arbeitet, dass man mehr Züge auf die Strecke kriegt, wie man mit dem Wachstum umgeht, das sind die schwierigen Fragen. Jetzt wird diese Stelle frei, die müssen wir schnell neu besitzen. Wir hörten aus dem Senat, ach, da können wir uns Zeit lassen. Dem ist nicht so, das sehen wir anders. Hinzu kommt, dass Frau Nikutta in Personalunion auch noch den Betriebsvorstand mitgemacht hat. Und da hat es ja auch gehapert, Straßenbahnlinien sind ausgefallen, Kurse sind ausgefallen. Und um die Leute mitzunehmen, um die Alternative ÖPNV nach vorne zu bringen, wollen wir, dass die Stelle schnell wieder besetzt wird. Dankeschön. Applaus Den Änderungsantrag V10.021, da argumentiert nicht Matthias Oben, sondern Werner. So. Ja, lieben, wir stimmen jetzt ab den 10.021 und da geht es darum, dass in dem Antrag gefordert wird, dass die neue Vorstandsvorsitzende nicht mehr verdienen darf als der regierende Bürgermeister. Und ich halte das für eine populistische Forderung, die nicht richtig ist. Applaus Wir haben eben, wurde gerade gesagt, das ist eine sehr zentrale Stelle für die Verkehrs- und Mobilitätswende. Und genau so ist das. Das ist aber nicht alleine nur die Kuta zuzurechnen, dass da nichts passiert ist. Ich finde, sie hat in vielen Punkten auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber es hinkt auch in dem Senat und die Senate davor, die Jahrzehnte keine Trams, keine U-Bahn-Wägen und dann auch keine S-Bahn. Das hat mit der BVG nichts zu tun. Aber alles nicht bestellt haben, auch keine Busse nicht. Das muss jetzt nachgeliefert werden und das muss schnell gehen. Und dafür, dass wir das auch gut hinbekommen, auch mit der BVG, brauchen wir gute Personen an der vorderen Spitze. Und da können wir nicht auf einmal sagen, wir zahlen da keine branchenüblichen Gelder mehr. Das ist nicht sinnvoll. Und ja, ich bin sogar bei Michael, der gesagt hat, dass wir anders wirtschaften müssen. Und das sollten wir auch ausprobieren. Aber da haben wir viele Institutionen in Berlin, wo wir was anfangen können, noch nicht bei der BVG. Wir müssen hier versuchen, dass wir wirklich die beste Person mit reinzubringen. Und das jetzt einfach an den Politikergehältern zu messen, ist total absurd. Politiker sind Volksvertreter. Da sollte man auch eine Deckelung machen. Die kann man doch nicht einfach mit den Wirtschaftsgehältern vergleichen. Da müssen wir nochmal deutlich reingehen. Und es steht auch drin, dass wir das deutlich an der Leistung machen wollen, in dem Änderungsantrag, den wir reinbringen. Aber wir brauchen mit die beste Person für diesen Job, die wir da finden können. Und da sollten wir das nicht einfach sagen, dass wir gucken, was verdient ein Politiker bei uns. Und das ist die Obergrenze. Das ist gefährlich für die Verkehrswende. Das ist auch nicht sinnvoll. Wir müssen da Leute finden, die große Betriebe managen können. Nicht Leute, die mal anfangen und sich denken, ich mag das jetzt mal probieren. Das ist entscheidend. Das sind Tausende von Mitarbeitern. Da können wir keinen Neuling irgendwo hinsetzen. Und deshalb finde ich das richtig, dass wir da vorangehen. Und dass wir da auch so raussuchen, dass wir eine Person bekommen, die auch das dann am Ende kann. Wir sagen nicht, dass wir total extrem bezahlen wollen. Es ist auch nicht so, dass die BVG gerade dafür bekannt ist, dass hier ein Vorstandsvorsitzende super groß bezahlt. Aber wir müssen das trotzdem vorangehen. Viele wandern da auch ab. Die Deutsche Bahn zahlt deutlich besser nur als Hintergrund. Und wenn wir da die Besten brauchen, dann müssen wir auch in die Verhandlungen gut mit reingehen. Und noch etwas für mich sehr Entscheidendes. Wir kämpfen dafür, dass das eine Frau wird, weil wir es wichtig finden, dass Frauen bei uns vorne in den Vorstandsvorsitzendenposten mit drin sind. Aber dann können wir doch nicht sagen, ach, wenn es eine Frau ist, dann zahlen wir nicht üblich. Dann kriegt die halt ein kleineres Gehalt. Bei der Frau ist das doch möglich. Was ist denn das für eine grüne Position? Ja, das ist ein Managerposten. Und dafür brauchen wir eine Managerin, die es auch gut kann. Und dann sollten wir sie auch einsprechend zahlen, wie man Manager zahlt. Und wenn wir die Wirtschaft umkrempeln wollen und das Wirtschaftssystem haben wollen, dann müssen wir das anders lösen, indem wir die Wirtschaft lösen und nicht indem wir die BVG da einfach in Zwangslage legen. Danke. So, ich gehe davon aus, dass Matthias jetzt gegen diese Änderungsantrag... Ja, den Gegenrede wollte eigentlich Frank halten, der ist vorzeitig gegangen. Ich mache das jetzt aber trotzdem, auch wenn du jetzt hier schon den Saal in Begeisterung gebracht hast. Er hat mir die Fakten kurz genannt. Das ist nicht der Teil meines Antrags. Bei uns geht es um die Boni, die sind ja auch drin. Die sind ja unstrittig. Dass die Boni sich an der Verkehrswende orientieren und nicht nur an der schwarzen Null. Das ist ja einstimmig. So, jetzt aber nochmal zu der Deckelung. Wir diskutieren im Bund über die mögliche Deckelung von Spitzengehältern. In der BVG können wir das tun. Das hat nichts damit zu tun, ob das eine Frau oder ein Mann bekommt. Ich sage jetzt mal, Arbeitslosengeld 2 Empfänger kriegt 250 im Monat. Mindestlohn ist 1.500. 12.000 bis 15.000 kriegt der regierende Bürgermeister. Und die Vorstandsvorsitzende von der BVG 45.000. Das ist ein Faktor 3 und gegenüber dem Mindestlohn von 30. In Kanada gibt es eine Begrenzung auf 20. Wir wollen damit was anfangen. Aber da, wo wir Einfluss haben, wollen wir es nicht tun. Das finde ich also überlegenswert. Überlegt euch das. Das ist die Weisheit der Versammlung, die das entscheidet. Einen verifizierbaren Zusammenhang zwischen Qualifikation und überdimensionierter Bezahlung gibt es nicht. Da gibt es von der Konzernstrategie Deutsche Bahn, deswegen wollte Frank das drinnen haben, der ist aber gegangen, gibt es eindeutige Untersuchungen. Die gibt es nicht. Du kannst auch für ein 15.000-Euro-Gehalt Spitzenkräfte kriegen. Das ist eine Vorstellung, die nicht der Zeit entspricht. Also, im Bundesprogramm machen wir das. Wenn wir es decken können, wo wir die Möglichkeit haben, sollten wir damit anfangen, ob das Oberbürgermeister oder das Doppelte, aber das Zehnfache, nein, es ist das Dreifache, Entschuldigung, das sollten wir uns überlegen. Ich denke, ein Deckel wäre angebracht. Die Weisheit der Versammlung entscheidet das. Der Antrag ist davon nicht betroffen. Danke. Applaus Okay, wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag V10 021 ab. Wer ist für diesen Änderungsantrag? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen und ein paar Gegenstimmen ist dieser Änderungsantrag angenommen. Jetzt kommen wir zum Antrag. Und zwar mit dem angenommenen Änderungsantrag, was hier gerade abgestimmt hat. Wer ist für den V10? Wer stimmt für den Antrag? So. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Das Erste war eindeutig mehr. Damit ist der Antrag angenommen. Jetzt wird es abstimmungstechnisch wieder etwas einfacher. Wir kommen zu dem Antrag V11 für eine Ernährungs- und Agrarwende in Berlin. Und ich sehe einen Vertreter der AG Ernährung und Landwirtschaft. So ist es. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich riesig, dass ich heute zum ersten Mal auf einem Parteitag sprechen darf und dann noch zu einem so wichtigen Thema. Und ich freue mich auch, dass ich, glaube ich, der Einzige bin, der sich über drei Euro für einen Kaffee da draußen freut. Und ich glaube, wir müssen irgendwann dazu kommen, dass beim nächsten Parteitag ein Kaffee da ist, der fair gehandelt wurde und mit Bio-Milch aus Brandenburg ist. Und dafür wollen wir kämpfen. Gemeinsam mit Turgut, mit Katharina, mit Renate haben wir von der AG Ernährung diesen Antrag geschrieben und unsere Ideen für eine Agrar- und Ernährungswende dargestellt. Zwei Dinge sind uns besonders wichtig und die möchte ich hier kurz darstellen. Zum einen die Zusammenarbeit mit Brandenburg und zum anderen ein breites Angebot an regionalen und ökologischen Lebensmitteln. Erstens wollen wir mit Brandenburg vor allen Dingen in Ernährungs- und Agrarfragen enger zusammenarbeiten. Die Ernährungswende und die Agrarwende gehören genauso zusammen wie Stadt und Land. Nur gemeinsam mit Brandenburg haben wir die Chance, unser Ernährungssystem konsequent klimafreundlicher, ökologischer, gesunder und auch fairer zu machen. Deshalb fordern wir eine gemeinsame Beauftragte für regionale Wertschöpfungsketten und regionale Lebensmittel. Eine Stelle, die die Herausforderungen der Bäuerinnen und Bauern in Brandenburg, die Herausforderungen der Produzentinnen und Produzenten in Brandenburg kennt und die die Wünsche der Konsumentinnen in Berlin kennt und die Landesaktivitäten, Fördermaßnahmen und Unterstützung ländergreifend zwischen Berlin und Brandenburg koordiniert. Gleichzeitig, und das ist besonders wichtig, wollen wir einen sicheren Absatzmarkt für ökologische Produkte aus der Region schaffen. Mit der Ernährungsstrategie, dem Ziel 50% Bioprodukte in Schulmensen und mit der Kantine Zukunft, haben wir Grünen schon gezeigt, dass grüne Politik in Berlin wirkt. Und das im Abgeordnetenhaus und im Senat. Aber 50% Bio ist erst der halbe Weg. Wir fordern, dass in der Gemeinschaftsverpflegung überall, in Schulen und in Krankenhäusern bis 2030 100% Bio ist. Erst dann können wir den Bäuerinnen und Bäuern in Brandenburg auch einen sicheren Absatzmarkt bieten. Zweitens wollen wir niemandem vorschreiben, was sie oder was er zu essen hat. Wir wollen aber auch, dass die ökologische und die regionale Konsumentscheidung immer die einfachste ist. Und das ist heute nicht so. Um das zu ändern, ist die Politik gefragt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass regionale Produkte mit Hilfe eines Regionalsiegels klar bevorzugt werden können. Und wir fordern ein Förderprogramm, welches die Verdrängung von handwerklicher Lebensmittelproduktion entgegenwirkt. Und wir unterstützen auch die Lebensmittelpunkte aus der Ernährungsstrategie, in denen Konsumenten Lebensmittel lagern, handeln und verarbeiten können. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns die Chance jetzt nutzen, gemeinsam mit Brandenburg die Ernährungswende und die Agrarwende umzusetzen. Als AG Ernährung und Landwirtschaft möchten wir aktiv daran mitarbeiten und hoffen auf eure Zustimmung für diesen Antrag. Vielen Dank. Bisher ist uns kein Wunsch nach einer Gegenrede angezeigt worden. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Und damit treten wir in die Abstimmung ein. Wer möchte diesem Antrag seine, ihre Zustimmung geben? Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Dann scheint mir das einstimmig zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Damit sind wir auch schon bei V12 für eine Ernährungs-, ne, V12, Entschuldigung, das haben wir ja schon abgestimmt. V12, Sonntagseröffnungen, der Wert der langen Wochenende für Beschäftigte der Einzelhandel sichern. Dazu Matthias Ohmann. Und wer die Gegenrede halten oder nicht halten möchte? Liebe Freundinnen und Freunde, im Jahr 2009 gab es in Berlin mal so eine experimentelle Phase, wo an jedem Sonntag die Geschäfte geöffnet waren. Der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch daran. Dem hat das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, generelle Sonntagsöffnungszeit ist nicht in Ordnung und seither ist Sonntagsöffnungszeit nur noch in gut begründeten Ausnahmen gestattet. Gut begründete Ausnahmen sind beispielsweise religiöse Feste oder eine Messe oder eine sonstige Großveranstaltung. Seither kommt es regelmäßig vor, regelmäßig vor oder nach Feiertagen vor, dass in Berlin Geschäfte am Sonntag geöffnet sind. Das hat dann die Folge, dass für die Beschäftigten im Einzelhandel der Wert des langen Wochenendes einfach weg ist. Liebe Freundinnen und Freunde, das stellt die Beschäftigten für große Probleme, aber das stellt auch insbesondere den kleinen Einzelhandel vor große Probleme. Kleine Fachgeschäfte müssen mitziehen, die haben dann auch sonntags geöffnet, aber für die stellt das an den entsprechenden Wochenenden ein ganz großes Problem dar. Familien leiden besonders darunter, natürlich insbesondere auch dann, wenn die Familie im Wesentlichen aus dem Modell der Alleinerziehenden besteht. Und das Ganze ist also ein großes Ärgernis und es gibt auch immer wieder Klagen. Jetzt ist es auch so, dass das eine Branche betrifft, in der immer weniger Menschen, die darin arbeiten, in Gewerkschaften organisiert sind. Das heißt, es gibt hier tatsächlich eine politische Verantwortung, hier eine Regelung zu treffen. Und ganz ehrlich, liebe Freundinnen und Freunde, einmal die Woche kann das Geschäft auch zu sein. Das heißt, wir haben sonst immer genug Gelegenheiten einzukaufen zu gehen. Das heißt, niemand wird irgendwie durch eine generelle Sonntagsschließung tatsächlich beeinträchtigt. Natürlich hat der Einzelhandel insbesondere auch durch den Wettbewerb mit dem Internet großes Interesse daran, seine Jahresumsätze zu sichern. Deswegen steht der Antrag vor, dass im Dezember, wo ein Großteil der Jahresgewinne eingestrichen werden, natürlich entsprechende Regelungen zulässig sind. Das heißt also, auf das Roh des Einzelhandels wird tatsächlich mit einer Augenmaß Rücksicht genommen. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist eine politische Entscheidung, ob und wann Sonntagsöffnung stattfindet. Und ich finde, wir brauchen hier eine bessere Lösung. Und ich bitte euch deswegen um die Unterstützung. Vielen Dank. Eine Gegenrede hat sich bisher noch keiner gemeldet. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Wir müssen noch einmal abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Frage ich jetzt noch einmal. Zweiter war mehr. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und damit kommen wir zu dem Antrag V13. Wir digitalisieren belehnt Schulen nachhaltig, ökologisch und frei. Und vorstellen wird ihn uns Jeli Saveta. Liebe Freundinnen und Freunde, Fridays for Future hat uns eine Hausaufgabe gegeben. Transformiert unsere Welt zu einer klimaneutralen, nachhaltigen und besseren. Und diese Aufgabe nehmen wir uns als Grüne natürlich an. Wir haben ein Problem. Der Betrieb internetfähiger Geräte produziert in Deutschland mehr als 33 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht einem Kohlekraftwerk. Und ich finde, das ist zu viel. Deshalb wollen wir mit der ökologischen und nachhaltigen Digitalisierung bei denen anfangen, die eine Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft einnehmen, unseren Berliner Schulen. Sie beherbergen die Jüngsten unserer Gesellschaft, die später selbst unsere Welt gestalten, formen und auch nach uns in ihr Leben werden. Unsere Grundlage soll die Versorgung mit Ökostrom und eine flächendeckende Anbindung aller Berliner Schulen sein. Netzanbindung natürlich. Dafür beschaffen, installieren und konfigurieren wir zukünftig nach ökologischen Kriterien. Mit Hardware, die lange nutzbar und modularisierbar ist. Mit Software, die effizient geschrieben und in Schnittstellen offen gestaltet ist. Und durch Transparenz, die wir durch die Nutzung von Open Source Software schaffen. Liebe Freundinnen, mit diesem Antrag machen wir uns auf den Weg zum klimafreundlichen Computer. Und das ist die Aufgabe, die uns Fridays for Future mitgegeben hat. Dafür brauchen wir ein Recycling, das die Stoffkreisläufe schließt. Und ein Recht auf Reparatur für alle Nutzerinnen. Wenn wir unsere Schulen digitalisieren, dann sollten wir nicht die gesamte Kontrolle über unsere Daten abgeben, sondern durch eine Haushaltheilerin in jeder Schule die Kontrolle erhalten, unsere Lehrkräfte entlassen und eine eigene AnsprechpartnerIn in jeder digitalen Frage bereitstellen. Denn das Internet ist ein digitaler und schützenswerter Lebensraum, in dem Menschen aus der ganzen Welt miteinander verbunden sind. Uns treibt der Drang nach freien Informationen und freiem Wissen an. 2001 wurde mit dem Release der Online-Enzyklopädie Wikipedia hier ein bedeutender Fortschritt erreicht. Dieses freie Wissen hat das Potenzial, allen Schülerinnen unabhängig ihrer sozialen Herkunft Bildung zu ermöglichen, wenn wir ihnen beibringen, damit umzugehen. Wir wollen jeder Schülerin in Berlin ermöglichen, ein Computerset zusammenzubauen, zu konfigurieren und damit zu arbeiten. Denn ich will, dass die klügsten Köpfe aus Berlin kommen, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, wie wir es heute Morgen auch schon beschlossen haben. Applaus Ein Bewusstsein für Daten, IT-Sicherheit und den gemeinsamen sozialen Umgang im Netz können wir nur entwickeln, wenn wir unseren Schülerinnen das nötige Grundlagenwissen mitgeben. Wir wollen, dass die Schülerinnen Berlins über den sozialen Umgang im Netz und mit Technik sprechen. Unsere Schülerinnen werden in einem demokratischen Abstimmungsprozess an jeder Schule Umgangsregeln erarbeiten und abstimmen. Denn Demokratie und Internet, das ist für einige vielleicht ein Neuland, aber gehört für uns Grüne untrennbar zusammen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Ist eine Gegenrede gewünscht? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich um das Kartenzeichen für diesen Antrag. Vielen Dank. Wer lehnt diesen Antrag ab? Dankeschön, Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag mit großer Mehrheit und wenigen Enthaltungen angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind schon bei V14. Vorsorgeprinzip stärken. Dazu bitte Rebekka Kräfin, Österreich. Ja, fast drei Minuten. Danke. Wow. Okay, das ist für mich das erste Mal. Und mich kennen nicht so viele, deswegen sage ich einfach mal, ich heiße Rebekka. Ich bin seit neun Jahren bei den Grünen. Ich bin LDK-Deliquierte der LAG Wirtschaft und Finanzen und kooptiertes Mitglied der BAG Wirtschaft. Es geht in diesem Antrag um 5G, eine komplett neue Mobilfunktechnik. Und um das Vorsorgeprinzip. Ich freue mich über die Ergänzungen meines Antrags durch den Landesvorstand und Bianca Denfeld. Der BDK-Beschluss vom November in Bielefeld zum Thema 5G ist auch eingeflossen. Jetzt wird es für mich irgendwie neu. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass weitere Frequenzvergaben in den kommenden Jahren folgen werden. Bei diesen höheren Frequenzen gibt es aber enorme Wissenslücken. Mein Antrag zur Vorsorge fordert deswegen auf, zu erforschen, wie diese hohen Frequenzen auf Menschen, Tiere und Pflanzen wirken. Danke. Der Lancet, die weltweit renommierteste medizinische Fachzeitschrift, schrieb kürzlich, es gibt neben der Erhitzung 5 weitere Wirkmechanismen auf den Körper durch Mobilfunk. Dieses Ergebnis stimmt nicht mit dem Credo des industrienahen Vereins IGNIRP überein, dass das Bundesamt für Strahlenschutz maßgeblich berät. Das sagt, die neue 5G-Technik verursache außer Hitze keine gesundheitlichen Probleme. Die Mobilfunkindustrie spielt mit gezinkten Karten. Der Skandal PhoneGate, vielleicht hat da schon jemand was von gehört, in Frankreich und in den USA belegt dies anschaulich. Hier wurden im August diesen Jahres veröffentlicht, dass die meisten aktuellen Handys direkt am Ohr die ohnehin hohen Grenzwerte erheblich überschreiten. Der Mobilfunkindustrie ist also die Gesundheit ziemlich egal, stattdessen Haftungsausschluss. Denn keine Versicherung auf der Welt ist bereit, gesundheitliche Risiken der Verbraucher zu versichern. Das allein sollte stutzig machen. Gesundheit ist das höchste Gut, sagt man. Die WHO sagt seit 2011, dass elektromagnetische Strahlen möglicherweise Krebs erzeugt. Ganz ehrlich, wir sind eine Umweltpartei, wir stellen Fragen. Das hat nichts mit Technologiefeindlichkeit zu tun, sondern mit Vorsorge. Das ist ein Gesundheitsantrag und gerade wir hier in Berlin als Testgebiet haben ein Recht auf Transparenz und Forschung. Wir können es uns nicht leisten, unbeantwortete Fragen offen zu lassen. Bitte stimmt für diesen Antrag. Danke. So, gibt es eine Gegenrede? Ja, das macht Laura-Sophie. Jetzt wartet doch mal, liebe Freundinnen und Freunde. Digitalisierung first, bedenken second. Ihr erinnert euch an diesen idiotischen Spruch der FDP und zu Recht ist die FDP aktuell ziemlich irrelevant. Ich bin Sprecherin unserer LAG Digitalisierung und Netzpolitik und ich bin bei Weitem nicht technikunkritisch. Ich würde mir nie im Leben eine Serie oder eine Lexa nach Hause stellen, die meinen kompletten Alltag mithört, die Daten an Großkonzerne ermittelt mit irgendwelchen Algorithmen, die intransparent sind. Ich will, dass wir grüne Digitalisierung konstruktiv mitgestalten. Ich will nicht, dass wir diffuse Ängste schüren, die unter anderem von Verschwörungstheoretikern verbreitet werden. Es soll ja um Fakten gehen. In dem Antrag steht, dass 5G eine weitgehend unerforschte Technologie ist. Das ist einfach falsch. Das Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit der RWTH Aachen allein listet über 100 Studien zu 5G allein. Es gibt Langzeitstudien zu allen Mobilfunkstrahlenarten, die insgesamt über anderthalb Millionen Menschen umfassen. Wir haben ein Bundesamt für Strahlungsschutz, das nun wirklich nicht von der Industrie gekauft ist. Die EU-Kommission selbst hat erneut eine Studie zu 5G und den Risiken in Auftrag gegeben. Alle diese Studien eint, dass sie keinerlei wissenschaftliche Belege für gesundheitsgefährdende Schäden durch die aktuellen Mobilfunknetze und Mobilfunkfrequenzen belegen können. Die im Antrag zitierten Studien werden von seriösen Wissenschaftlern methodisch als fragwürdig bezeichnet. Es gibt zum Beispiel eine Studie, in der Ratten den ganzen Tag lang einer Strahlung ausgesetzt werden. Das ist A, einmal unrealistisch und B, entstehen dadurch einfach auch ganz, ganz viele andere Belastungen, die zu möglichen Gesundheitsschäden führen können. Diese Studien werden unter anderem von Quellen wie Russia Today verbreitet, was mich allein schon sehr, sehr skeptisch macht. Es sind die gleichen diffusen Ängste, die wir hatten, als das erste Mobilfunknetz eingeführt wurde, bei 3G, bei WLAN, auch beim Radio und beim Farbfilm und beim Tonfilm. Ich frage mich, geht es wirklich nur um 5G? In der Begründung geht es dann nämlich auch um die Energie, die die Digitalisierung verbraucht, um WLAN, Schulen, um Netflix und um Pornos, um Internet. Alles Probleme, keins davon lösen wir mit einem 5G-Verbot oder einer 5G-Infragestellung. Fun Fact, 5G reduziert die Strahlenbelastung von einzelnen Menschen, weil es nämlich mehr Sender mit deutlich geringerer Leistung einsetzen wird. Ich bitte euch also, lasst uns diesen Antrag ablehnen. Wir brauchen kein 5G-Verbot. Lasst uns mehr Digitalpolitik behandeln auf unseren LDK, in unserer Partei, aber lasst uns Schluss machen mit dieser Technikfeindlichkeit. Danke. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das zweite war deutlich mehr und damit ist der Antrag abgelehnt. Wir sind bei V15, das Berliner Hochschulgesetz für moderne, nachhaltige Lehre und Forschung neu aufstellen. Dazu Brigitte, bitte. Danke. Brigitte Reich mit Heidi Zusammensprecherin, Abteilung Wissenschaft. Nicht nur Wolfgang Wieland, auch ich erinnere mich an die Rotgrüte-Zeit vor 30 Jahren. Da haben sich nämlich Menschen zusammengesetzt aus Koalitionen und Fraktionen und selbst ein neues Berliner Hochschulgesetz geschrieben. Und das war ein tolles, ein zukunftsorientiertes Hochschulgesetz. Da wurden zum Beispiel das erste Mal die zentralen Frauenbeauftragten verankert, die dazu beigetragen haben, dass wir in Berlin die höchste Rate an Frauenberufungen bei Professoren haben. Da wurden Kuratorien eingeführt, in denen die gesellschaftlichen Interessen von Frauen und Umwelt vertreten sein sollten und noch andere schöne Dinge. Inzwischen ist aber die Zeit vergangen und jetzt ist das Berliner Hochschulgesetz überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit, sondern ziemlich veraltet und steht auch im bundesweiten Durchschnitt und Vergleich nicht so besonders fortschrittlich da. Weil es auch mehrere Gesetzesnovellen unter Rot-Schwarz und Rot-Rot gegeben hat. In den Koalitionsverhandlungen konnten wir uns leider mit unserer Forderung nach Erneuerung des Berliner Hochschulgesetzes nicht so richtig durchsetzen. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass vor etwa anderthalb Jahren der Staatssekretär für Wissenschaft uns eingeladen hat und gesagt hat, er will doch, sie wollen jetzt doch an ein Berliner Hochschulgesetz gehen. Wir haben daraufhin in unserer Co-Aruppe ein einmaliges Verfahren und sehr offen und transparent verabredet. Wir haben gemeinsam Fragestellungen erarbeitet und öffentliche, sehr gut besuchte Veranstaltungen durchgeführt und alle an den Hochschulen Beteiligten und Betroffenen eingeladen, uns ihre Positionen darzustellen. Es gab fünf sehr gut besuchte Veranstaltungen und es waren Hochschulleitungen genauso wie Astenstudierende und alle an Hochschulvertretenden beteiligt. Wir haben dann diese Anhörung ausgewertet und Eckpunkte verabredet, die auch weitestgehend im Konsens. Umso erstaunter waren wir dann aber, dass der Staatssekretär uns verkündete, damit könnte er nun überhaupt nicht mehr mitgehen und das Verfahren hätte nicht das gebracht, was er sich so vorgestellt hat. Aber so ist es, wenn man die Beteiligten fragt. Zurzeit sind wir deshalb in einer Situation, dass wir sagen, wir wollen auf jeden Fall ein neues Berliner Hochschulgesetz und mit starken grünen Akzenten und Schwerpunkten. Die haben wir auch in unserem Antrag dargestellt und wir brauchen eine Rückendeckung durch diesen Antrag, weil wir noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Wir sind aber der Meinung, wir brauchen ein neues Berliner Hochschulgesetz, weil es kennt zum Beispiel noch nicht so etwas wie Nachhaltigkeit und Diversity und es ist in Richtung Enddemokratisierung gelaufen. Deshalb wollen wir unsere Positionen hier festhalten und erbitten eure Zustimmung zu unserem Antrag. Danke. Bisher hat sich noch niemand gemeldet. Spricht jemand gegen diesen Antrag? Nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für den Antrag? Dagegen? Enthaltungen? Bei weniger Enthaltungen ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Und wir sind damit beim V16, Hilfe statt Stigmatisierung, Überschuldet unterstützen, Schuldenberatung stärken und den wird uns ein weiteres Mal Thailan vorstellen. Du hast drei Minuten, Thailan. Ja, ich habe heute ein Abo hier. Liebe Freundinnen und Freunde, über Geld spricht man nicht, sagt man. Aber genau deshalb stehe ich hier, um dieses Tabu zu brechen. Denn in unserer Welt gibt es genügend Gelegenheiten, Geld auszugeben. Hier im Hotel für die Wucherpreise für unsere Verpflegung während der LDK, letzte Woche beim Black Friday oder bei den ganzen verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin, die der Senat ermöglicht und die ja gerade auch schon hier Thema waren. Über Geld soll man nicht sprechen, aber Geld soll man haben. Und diejenigen, die eben kein Geld haben, die haben das Nachsehen. Denn die Teilhabe in unserer Gesellschaft funktioniert in großen Teilen über den Konsum. Und wer nicht hat, der kann auch nicht teilhaben. Jeder Achte der Berlinerinnen und Berliner ist überschuldet und kann seine beziehungsweise ihre Rechnung über einen längeren Zeitraum nicht mehr bezahlen. Wer kennt sie nicht? Die Briefe aus den unterschiedlichen Inkassobüros, die einem ins Haus flattern, bis irgendwann die gelben Briefe kommen. Und wir merken, dass es jetzt doch ernst wird. Sehr ernst, denn Überschuldung ist zwar im Kapitalismus gewollt, mit den Folgen muss aber jede und jeder allein klarkommen. Und im Zweifel räumt der Gerichtsvollzieher die Wohnung leer. Das erzeugt Angst, Druck und Verzweiflung. Und genau deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ist es endlich an der Zeit, dass auch wir als Partei den 371.000 überschuldeten Berlinerinnen und Berliner sagen, dass sie nicht allein sind und dass wir an ihrer Seite stehen. Die Überschuldung ist eben kein individuelles Versagen, sondern sie ist systemisch bedingt. Es sind nicht einige wenige, die überschuldet sind. Es sind so viele. Und um Überschuldeten zu helfen, das ist ein Thema, was leider bisher sehr tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Brauchen wir dreierlei. Wir brauchen erstens einen Ausbau der Schuldnerberatung in den Bezirken, um möglichst viele Berlinerinnen und Berliner zu erreichen. Denn heute wird nur ein Bruchteil dieser Person erreicht. Wir brauchen zweitens mehr Angebote wie die Onlineberatung, durch die man sich auch anonym beraten lassen kann, um dadurch Hemmschwellen abzubauen. Denn viele Überschuldete schämen sich, Hilfe anzunehmen. Und schließlich brauchen wir drittens auch eine engere Verknüpfung der Schuldnerberatung mit anderen Hilfsangeboten, wie zum Beispiel der Suchtberatung, wie zum Beispiel der Sozialberatung oder der sozialen Wohnhilfe in den Bezirken. Denn Überschuldung macht krank und sie führt auch zu Wohnungslosigkeit. Dagegen müssen wir etwas unternehmen, denn wir haben hier eine Verantwortung. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist die soziale Herkunft, die über das Erlernen des bewussten Umgangs mit Geld entscheidet. Während Kinder und Jugendliche aus Wohlhaben im Hause diesen Umgang von zu Hause aus lernen, haben Kinder aus nicht privilegiertem Hause hier das Nachsehen. Um dagegen vorzugehen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Präventionsangebote in Schulen, in Jugendeinrichtungen und auch in Nachbarschaftszentren. Ich bedanke mich und bitte euch um Unterstützung des Antrags. Vielen Dank, Thailan. Das war eine Punktlandung. Mit drei Minuten gibt es den Wunsch nach einer Gegenrede. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann stimmen wir über diesen Antrag ab. Wer möchte diesem Antrag seine, ihre Zustimmung geben? Den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Die Gegenprobe. Vielen Dank. Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Dann scheint mir das einstimmig zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Und wir gehen weiter mit V17, Know-how der U5. US? U5. Ich brauche eine Brille. U5 Projektgesellschaft für die Zukunft sichern. Stefan Gelper. Also US-Projektgesellschaft wäre auch etwas Witziges. Aber nein, es geht um die U5-Projektgesellschaft. Ich habe mir erlaubt, einen sehr kurzen Antrag zu schreiben. Der hat nämlich nur fünf, sechs Zeilen. Hat den netten Nebeneffekt, dass man nicht so viele Änderungsanträge bekommt. Auch eine Empfehlung an den Landesvorstand. Alternativ ändert man die Satzung. Okay, zurück zu dem Thema U5-Projektgesellschaft. Was macht die? Die verlängert gerade die U5 und verbindet quasi diesen kleinen Ast, den wir kennen, da so rund ums Brandenburger Tor bis zum Hauptbahnhof, mit dem Ast, der hier vom Alex losgeht und verbindet das. Und das schafft die auch relativ erfolgreich. Das heißt, wird termingerechtfertigt aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir sind in Berlin mit dem BER immer so am Banken, ob das alles so klappt. Wahrscheinlich wird es auch finanziell nicht so viel teurer werden und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, dann sind die fertig. Und das sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dieses Know-how sollten wir als Berlin halten. Und darum geht es in diesem Antrag. Weil es wurde schon viel spekuliert, was passiert dann? Wandern die nach Hamburg ab? Oder, oder, oder. Und deswegen schlage ich euch vor, dass wir hier ein ganz klares Bekenntnis formulieren. Wir wollen diese Projektgesellschaft erhalten. Wir wollen diese 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin halten. Aber die sollen nicht irgendeine neue U-Bahn-Strecke sich ausdenken und dann bauen, weil das passiert. Wir haben vorhin doch schon mal darüber geredet, erst in vielen, vielen Jahren. Sondern die können ÖPNV. Die können Projekte vollenden. Die können umsetzen. Und deswegen können die auch Straßenbahnen. Die können auch die U-Bahn sanieren. Die können auch eine U-Bahn digitalisieren. Sowas können die. Und dafür setzt sich dieser Änderungsantrag ein. Ich sage auch noch, dieser Antrag ein. Ich sage auch noch einen Satz mehr. Auf Bundesebene wird gerade der Fördertopf für ÖPNV richtig breit gezogen. Und diese Mittel auch für Berlin zu sichern, und das heißt zu beantragen, das heißt förderfähige, förderfertige Projekte zu haben, all das muss kommen. Und wir haben vorhin auch schon darüber geredet, wie sehr auch unsere Senatsverwaltungen schon mit Arbeit überschüttet sind. Und wenn wir da quasi so einen geschenkten Gaul bekommen, dann sollten wir den nutzen. Dann sollten wir den für die Verkehrswende als zusätzlichen Maschinenraum in Anschlag bringen. Das will dieser Antrag, und deswegen bitte ich euch um eure Zustimmung. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Stefan. Gibt es den Wunsch nach einer Gegenrede? Nein, das ist nur ein Glas Wasser. Dann können wir auch über diesen Antrag abstimmen. Wer möchte diesem Antrag seine, ihre Zustimmung geben? Vielen Dank. Die Gegenprobe. Da gibt es noch Diskussionen in Reineckendorf. Das war keine Gegenstimme, sondern nur ein bisschen lange den Arm in der Luft gelassen. Ja, man muss schon, Matthias, hier hinterher kommen. Die Enthaltung hätte ich gern noch. So, dann ist das offenbar auch einstimmig. Herzlichen Glückwunsch. Und wir kommen zu dem V18. Bei Start-ups das Potenzial aller Geschlechter nutzen. Vorstellungen stellen wird Ihnen Julius Hassamer. Julius. Danke. Wir glauben, dass alle Geschlechter ein gleich hohes Potenzial in unserer Wirtschaft haben. Wenn das so ist, dann sind 75% Männer in Führungspositionen und sogar 85% Männer bei Start-up-Gründungen nicht nur ungerecht, sondern dann sind sie auch wirtschaftlich gesehen Mist. Denn wir wollen für diese Positionen, die zunehmend unsere Zukunft immer mehr gestalten, nämlich einfach die bestgeeignetsten Menschen haben, egal welchen Geschlechts. Es gibt bereits Netzwerktreffen für Gründerinnen, Informationsveranstaltungen und kleine Preise. Aber, wie die Zahlen zeigen, ist das nicht ausreichend. Die Partei, die darauf reagiert, muss die Partei sein, die selbst schon gute Erfahrungen damit gemacht hat, Frauen konkret in Verantwortungspositionen zu bringen. Wir fordern ein Gründerinnenstipendium für Gründungsteams, die mehrheitlich aus Frauen bestehen. Und da wir wissen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, auch intersexuelle, transgeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Bei den Konditionen sind wir total vernünftig. Da halten wir uns an das auch in Berlin höchst erfolgreiche Exist-Stipendium. Das Gründerinnenstipendium ist komplementär angelegt zu dem Antrag zu Social Entrepreneurship unserer Fraktion im Bundestag. Denn es fördert Frauen auch außerhalb des sozialen UnternehmerInnentums, dem einzigen Bereich, in dem Frauen ohnehin stark sind. Wir wollen weibliche Role Models ganz konkret aufbauen, die beweisen, dass sie auch zum Beispiel in der IT, dem Start-up-Feld, schlechthin Firmen erfolgreich führen. Das wollen wir Mädchen und zukünftige Generationen von Menschen jedes Geschlechts vorleben. Berlin ist prädestiniert für diese Förderung, denn wir sind international nicht nur für innovative Start-ups bekannt, und da spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung als Gründer, sondern auch für Diversität und auch für Start-ups mit einer anderen Struktur, mit einer neuartigen Struktur. Im Gegenzug bekommt Berlin mit dem Gründerinnenstipendium ein frauenfreundliches Profil. Und international macht es es dadurch einzigartig und es gibt einen Wettbewerbsvorsprung um die besten Köpfe weltweit. Meine Co-Autorin Alexander Heimann und ich freuen uns über viele Unterstützerinnen von unserem KV Lichtenberg bis zum KV Spandau, von der LAG Netzpolitik bis zur Sprecherin für Wirtschaft, Forschung und Sport. Bitte stimmt für diesen Antrag, weil er Berlin ökonomisch und gesellschaftlich voranbringt, denn wer wagt, die gewinnt. Vielen Dank, Julius. Den Wunsch nach einer Gegenrede habe ich noch nicht vernommen. Ja, scheint so zu sein. Dann kommen wir in die Abstimmung. Wer möchte diesem Antrag seine Ihre Stimme geben? Vielen Dank. Die Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag bei ganz, ganz vielen Ja-Stimmen und drei Enthaltungen, wenn ich es richtig gesehen habe. Angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind beim letzten V-Antrag für heute. V-19, verlässliche Bundesförderpolitik für eine starke und plurale Zivilgesellschaft. Dazu spricht Sebastian Walter. Ja, liebe Freundinnen, wir alle spüren es. Unsere Demokratie gerät unter Druck. Hass verbreitet sich im Netz. Hass verbreitet sich in den Parlamenten. Und aus Worten werden Taten. Und das nicht erst seit Halle oder Chemnitz. Nahezu täglich erfahren wir von antisemitischen oder rassistischen Übergriffen. Wir Grüne wissen, was die Antwort darauf sein muss. Es braucht Haltung. Und es braucht mehr Solidarität, mehr Engagement, mehr Prävention und Bildungsarbeit. Kurzum, es braucht mehr Zivilgesellschaft. Nur mit einer starken Zivilgesellschaft verteidigen wir die plurale Demokratie und bauen sie weiter aus. Was aber ist die Antwort der Bundesregierung? Bei Demokratie leben, dem großen Förderungsprogramm auf Bundesebene, streicht Bundesministerin Giffey erst die Mittel und dann die Förderstrukturen zusammen. Und die Konsequenzen sind fatal. Hunderte Projekte, hunderte Projekte deutschlandweit ist die Förderung weggehauen worden. Projekte stehen plötzlich vor dem Aus, die seit Jahren den Kampf für unsere Demokratie gegen Rechts, gegen Antisemitismus und Rassismus führen. Und dabei oftmals selbst Bedrohungen ausgesetzt sind. Und ich stehe deswegen auch heute hier, um klar zu sagen, das wollen und das werden wir auf keinen Fall hinnehmen. Wir erwarten, dass Giffey eine umgehende Kurskorrektur vornimmt. Und wir werden auch nicht hinnehmen, dass gerade Berliner NGOs wie Amaro Foro, wie Transinterqueer, wie das Jüdische Forum, wie viele andere in ihrer Arbeit geschwächt oder gar in ihrer Existenz bedroht werden. Und weil Giffey es nicht hinbekommt, wollen wir daher auch, dass der rot-rot-grüne Senat voranschreitet und im Bundesrat ein eigenes Demokratiefördergesetz einbringt, um NGOs dauerhaft abzusichern. Und dieses Gesetz soll kein typisches SPD-Top-to-down-Gesetz werden, sondern ein Gesetz, das Dialog und Zusammenarbeit zwischen Politik und Zivilgesellschaft auf Augenhöhe sichert. Das ist Grün. Und Grün ist auch, sofort und nachhaltig zu handeln. In den laufenden Haushaltsberatungen haben wir einen Notfalltopf mit rund zwei Millionen Euro geschnürt zur Rettung von Berliner Demokratie-Leben-Projekten. Das ist ein verdammt großer Erfolg. Aber auch darüber hinaus werden wir das zivilgesellschaftliche Engagement in den kommenden beiden Jahren in Berlin erheblich ausbauen. Egal ob in der Antidiskriminierungsarbeit, in der Antisemitismusprävention, bei queeren Projekten, für lesbische Sichtbarkeit oder gegen antischwarzen und antimuslimischen Rassismus. Auch das ist ein großer Erfolg. Liebe Freundinnen, wir Grüne werden es nicht zulassen, dass die AfD unsere Gesellschaft spaltet. Wir sagen Diskriminierung und Rassismus entschlossen und mit allen Mitteln den Kampf an. Bitte stimmt dem vorliegenden Antrag zu. Vielen Dank. Achso, ja. Gibt es eine Gegenrede? Danke, Werner. Wir stimmen jetzt ab. Wer ist für diesen Antrag? Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. So, ganz fertig sind wir mit den V-Anträgen noch nicht, weil wir nämlich noch vier Dringlichkeitsanträge haben, die wir jetzt noch behandeln. Und der erste ist der Dringlichkeitsantrag Nummer eins, Datenskandal aufklären, sofortiger Abschiebestopp in die Türkei. Und nicht Juliana, sondern Daniela stellt ihn vor. Liebe Freundinnen, Ende letzten Monats ist bekannt geworden, dass in der Türkei zwei Anwälte festgenommen und ihre Akten beschlagnahmt worden sind. Das ist leider Gottes jetzt nichts unbedingt, was einen Dringlichkeitsantrag bedürfte in der Grundform, denn das passiert in der Türkei tagtäglich. Menschen werden festgenommen, Menschen werden in Gefängnisse gesteckt und auch GeheimnisträgerInnen sind vor der vermeintlichen Justiz in der Türkei nicht sicher. Warum aber reden wir dann heute Abend darüber? Diese Anwältinnen haben mit der Deutschen Botschaft zusammengearbeitet. Es war ihre Aufgabe zu überprüfen, ob die aus der Türkei nach Deutschland geflohenen Menschen die Storys dieser Leute der Wahrheit entsprechen. Sie hatten die Aufgabe zu überprüfen, ob Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, hier schutzberechtigt sind. Dafür hatten sie Daten, die nicht geschützt waren. Diese Daten liegen jetzt dem türkischen Regime vor. Damit sind die nach Deutschland geflohenen Menschen gefährdet. An was macht der deutsche Staat? Die deutsche Bundesregierung bekommt es nicht hin, die Menschen darüber zu informieren. Denn all diese Vorfälle sind schon vor Monaten passiert. Sie sind jetzt dadurch an die Öffentlichkeit gekommen, dass einige wenige Betroffene darüber Informationen bekommen haben, dass sie gefährdet sind und dass ihre Daten jetzt dem türkischen Staat vorliegen. Und dadurch erst hat dieser Fall überhaupt Öffentlichkeit bekommen. Das muss sich dringend ändern. Deshalb fordern wir mit diesem Antrag, dass alle von diesem Datenskandal betroffenen Menschen umgehend darüber informiert werden, dass sich ihre Gefährdungssituation deutlich verschärft hat. Und wir müssen handeln. Wir müssen die Menschen davor schützen, in die Türkei zurück abgeschoben zu werden. Denn dort droht ihnen jetzt noch viel mehr als vorher eine Verfolgung. Deshalb müssen wir einen sofortigen Abschiebestopp in die Türkei für die betroffenen Menschen durchsetzen. Wir müssen den Betroffenen auch insofern Schutz gewährleisten, dass wir ihre Familien schützen. Wir müssen die Familien, die Betroffenen, die noch in der Türkei leben, sowohl in der Türkei schützen, als auch einen Familiennachzug dringend vorantreiben. Wir müssen aber auch ihre Familienmitglieder, die in Deutschland leben und hier gegebenenfalls gefährdet sind, Schutz gewährleisten. Denn die türkische Regierung ist ein Lebensrisiko für Menschen, die in der Türkei verfolgt sind. Und die deutsche Regierung darf sich nicht länger zum Handlanger der türkischen Regierung machen. Sie muss jetzt sofort handeln und einen Abschiebestopp fordern. Bitte unterstützt diesen Antrag, damit wir, wie auch schon in anderen Landesverbänden, darüber Druck ausüben können auf die deutsche Bundesregierung. Danke. Vielen Dank, Daniela. Gibt es eine Gegenrede gegen diesen Antrag? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag stimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Oder Enthaltungen? Gut, dann ist dieser Antrag bei einer Enthaltung angenommen. Dann kommen wir zum zweiten Dringlichkeitsantrag. Tierschutz stärken, Tierversuchskommission transparent besetzen. Und Axel bringt diesen Antrag ein. Liebe Freundinnen und Freunde, um unser Wahlprogramm umzusetzen, brauchen wir einen Einstieg in den Ausstieg aus Tierversuchen. Das hört sich vielleicht für viele erstmal nicht so ambitioniert an, weil ja, wenn ihr mit Tierschutzen redet, dann geht es darum, Tierversuche sofort stoppen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können uns aktuell freuen, wenn die Tierversuche nicht mehr werden. Und aktuell ist Berlin die Hauptstadt der Tierversuche. Die Baustellen sind sehr komplex und das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und es geht um Dinge wie zum Beispiel die Validierung von Tierversuchen. Das ist nämlich nicht nur Deutschland, sondern auch die OECD. Also auf der einen Seite müssen wir gucken, wie wir Alternativmethoden entwickeln und auch wirklich einsetzen. Aber wir müssen eben auch gucken, dass wir wirklich nur die Tierversuche vergenehmigen, die wirklich unerlässlich sind. Und da gibt es ein kleines Puzzlestück. Das ist die Tierversuchskommission. Die Tierversuchskommission, die gibt es in allen Bundesländern, die ist im Tierschutzgesetz festgelegt, ist eine ehrenamtliche Kommission aus Mitgliedern unter anderem der Tierschutzverbände und von Wissenschaftlern. Die sind unterstützend. Das heißt, die haben eigentlich gar nichts zu sagen. Die können nur beraten und die Beratung wird dann angenommen oder nicht. Aber es ist eben trotzdem etwas, was man tun kann. Und wie wir wissen, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Wobei als Tierschützer würde ich natürlich auch jeden Spatz in der Hand fliegen lassen und ihm ein neues Zuhause bauen und Grünflächenpflege betreiben. Deswegen, momentan geht es um die Besetzung dieser Tierversuchskommission. Und das Verfahren war so obskur, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal feststellen, wie wir uns diese Modalitäten vorstellen. Denn bis jetzt wurden die Tierschutzverbände immer angeschrieben. Liebe Leute, habt ihr wen, wollt ihr euch melden? Und jetzt wurde das im Amtsblatt versenkt. Deswegen ist auch ein Fehler tatsächlich in der Begründung von dem Antrag. Da steht nämlich Seite 67 bis 88, weil sich derjenige, der das korrigiert hat, einfach nicht vorstellen konnte, dass es auch Seite 6.788 war. So viele Seiten habt ihr das Amtsblatt und das haben die Tierschutzverbände natürlich nicht mitbekommen. Und deswegen sagen wir, wenn diese Kommission neu besetzt wird, dann muss das so funktionieren, dass wirklich die Prüfung auf Unerlässlichkeit funktioniert. Und dafür gibt es vier Kriterien, die wir uns wünschen würden. Das erste ist, wäre es überhaupt eine Tierschutzorganisation? Das ist eigentlich ziemlich simpel, möchte man denken, aber es ist nicht weiter festgelegt. Denn es gibt so gesehen auch keine Tierschützer, weil niemand Tiere quälen will. Deswegen gibt es auch keine Umweltschützer, weil niemand in einer kaputten Umwelt leben will. Und deswegen sagen wir, Tierschutzorganisationen sollen die, die und die Kriterien erfüllen. Das ist der Punkt eins. Punkt zwei, bei mehreren Kommissionen sollen die Kommissionen wirklich zusammenarbeiten und es soll nicht verschlimmbessert werden. Der nächste Punkt ist, wir wollen eine aktive Tierversuchskommission haben. Das heißt, Mitglieder müssen informiert und weitergebildet werden. Und der letzte Punkt ist, die Landestierschutzbeauftragte soll überall eingebunden werden. Denn die steht zwar im Koalitionsvertrag, ist eingesetzt worden, aber wird leider selten informiert, noch weniger konsultiert. Und zu entscheiden hat sie auch nicht so viel. Alles Weitere demnächst im Positionspapier von uns. Aber das müssen wir jetzt wirklich einmal dem Senat mitgeben. Deswegen unterstützen wir diesen Antrag. Danke. Vielen Dank, Axel. Gibt es zu dem Antrag eine Gegenrede? Das sieht nicht so aus. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt für diesen Antrag? Vielen Dank. Wer stimmt gegen den Antrag? Gibt es Enthaltungen? Gut, dann ist dieser Antrag bei einigen Enthaltungen angenommen. Und wir kommen zum dritten Dringlichkeitsantrag. Korrektur der Wertgrenze für ökologische Beschaffung. Gudrun Pinn, drei Minuten für die Einbringung. Erstmal freue ich mich, dass ich nicht die Einzige bin, die noch da ist. Also ich glaube, wir sind schon ganz schön müde. Und mein Thema ist überhaupt kein Aufregerthema, sondern das, was wir am Anfang besprochen hatten beim Thema Klimaschutz. Das ist eigentlich ein Lackmustest. Nämlich zu sehen, was machen wir. Und haben wir genau hingeguckt und haben wir überprüft. Ihr wisst, das Vergabegesetz ist novelliert, liegt jetzt vor, seit dem 3. Dezember. Und deshalb eben auch der Dringlichkeitsantrag. So, und da ist etwas enthalten, was wir eigentlich seit 2012 so richtig unter Beobachtung haben und gesagt haben, so, wenn die Grünen regieren, dann wird das, was da als Fehler eingebaut war, in die Novellierung des Vergabegesetzes 2012 rückgängig gemacht. Und deshalb war in der Regierungserklärung auch eine Festschreibung dazu. Jetzt will ich aber nochmal zurückkommen. Um was geht es eigentlich? Also, das novellierte Gesetz hat einen Haken, nämlich die sogenannte Wertgrenze. Die ist festgesetzt auf 10.000 Euro und bei Baumaßnahmen auf 50.000 Euro. Und das bedeutet, dass alles das, was beschafft wird, was die Verwaltungen, die landeseigenen Unternehmen, alles das, was die shoppen gehen, Dienstleistungen, Produkte, dass das alles unter dieser Wertgrenze überhaupt keinen Bedingungen unterliegt. Das heißt, hinsichtlich Klimaschutz, Emissionen, Umweltschutz, sozialen Kriterien, aber mir kommt es jetzt besonders auf die Klimawirkung an, überhaupt keinen Bedingungen unterliegt. Und wir sind fest davon ausgegangen, dass wenn das in der Regierungserklärung beziehungsweise in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben ist, dass dann bei der Novellierung das auch nicht vergessen wird. Weil ich kann das, oder ich interpretiere das schlicht als nicht hingeguckt oder vergessen. Was bewirkt das? Also, wenn keine Öko-Kriterien unter 10.000 relevant sind, dann können alle Beschaffungsstellen kaufen, was sie wollen. Recyclingpapier muss nicht Recyclingpapier sein. So, sie können alles kaufen, was sie wollen. Es muss nicht energiesparend sein. Nein, überhaupt nicht. Und bei den vielen Stellen, Beschaffungsstellen, die wir haben, geht das gar nicht. Das heißt, der größte Teil, 80 Prozent aller Auftragsaufgaben, liegen unter 10.000. Das Volumen ist was ganz anderes. Das Volumen liegt natürlich weit über 10.000. Aber es geht mir um die Anzahl der Beschaffungsstellen. Und da kann ich nur sagen, was bei der Evaluation des untergesetzlichen Regelwerkes herausgekommen ist, dass ich 355 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen kann, wenn ich das wieder einführe. Vielen Dank, Gudrun. Es gibt eine Gegenrede von Ronny Wenke. Ronny, auch du hast drei Minuten. Ja, ich bin Gudrun sehr dankbar, dass wir um 7 Uhr abends am Samstag nochmal über das wichtigste Thema dieser Legislatur, nämlich das Vergabegesetz, sprechen können. Was könnte es Schöneres geben? Wir haben in der Tat ein neues Vergabegesetz vorgelegt. Das geht jetzt ins Parlament. Wir haben jetzt zwei Jahre lang über dieses Thema verhandelt. Wir können sicher sein, wir haben nichts vergessen, sondern tatsächlich wurde sehr, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen. Es war zweimal im Koalitionsausschuss. Es war, ich weiß nicht, unzählige Telefonkonferenzen und Abstimmungsrunden. Das heißt, tatsächlich ist es ein Thema, was sehr wichtig genommen wird, weil es natürlich für das, was wir an Zielen in dieser Stadt haben, extrem wichtig ist. Und Vergaben, 5 Milliarden ist ungefähr das Volumen, was wir jedes Jahr vergeben in Berlin. Und es ist ein sehr komplexes Thema, es ist auch ein trockenes Thema, aber eben extrem wichtig für alles, was wir an den Bereichen Investitionen leisten wollen in den nächsten Monaten. Das geht für den Schulbau los, das geht für alle Bereiche. Du hast Beispiele genannt sozusagen. An einer Stelle würde ich dir aber widersprechen wollen. Du hast gesagt, 80 Prozent der Vergaben wären unter der Wertgrenze. Tatsächlich sind 80 Prozent drüber. Das ist zumindest die Schätzung des Volumens. 95 Prozent sind drüber und auch die Anzahl der Vergaben ist ein sehr, sehr großer Teil. Wir schätzen 80 Prozent drüber. Wichtig ist an dieser Stelle noch mal zu sagen, wir haben jetzt ja die Wertgrenze dabei gelassen, wo sie jetzt ist. Wir haben sie nicht abgesenkt, aber wir haben eine Revisionsklausel aufgenommen. Das heißt, wir haben ganz deutlich ins Gesetz hineingeschrieben, in dem Vorschlag natürlich nur, dass wir überprüfen in einem Jahr, ob unsere These, nämlich dass über 95 Prozent des Auftragsvolumens über der Grenze liegen, stimmt. Und wenn das nicht stimmt, werden wir sie absenken. Das ist die Vereinbarung, die wir in einem sehr komplizierten Prozess gemacht haben. Ich will euch gar nicht mit diesen Details nerven, weil das natürlich tatsächlich etwas ist, was sehr, sehr komplex ist. Wo ich gerne noch mal mit euch sprechen würde wollen, was ist Vergabe? Es ist eine Quadratur des Kreises, was man zu einem Vergabegesetz machen muss. Wir wollen sozial und ökologische Ziele verfolgen. Wir wollen, dass nur zum Beispiel mit einem Mindestlohn von 12,50 gutes Geld für gute Arbeit ausgegeben wird. Wir wollen, dass ökologische Ziele verfolgt werden. Wir wollen aber gleichzeitig regionale und mittelständische Wirtschaft beteiligen, dass sie sich beteiligen können weiterhin. Das ist das Thema Bürokratieabbau. Und wir wollen Beteiligungen ermöglichen. Wir wollen, dass die Firmen sich überhaupt noch werben. Ihr habt nicht bekommen, es gab Vergaben, die gescheitert sind, weil sich niemand mehr auf unsere Bewerbung Vergaben beworben hat. Und das gilt natürlich insbesondere dort, wo es sehr kleine Aufträge gibt, also in dem Bereich 500.000 Bereichen. Dort müssen wir sozusagen so offen sein, dass trotzdem noch Menschen für uns arbeiten wollen. Ich glaube, wir haben sehr große Erfolge erreicht. Wir haben im Bereich faire Vergaben, wo es darum geht, dass wir eben zum Beispiel Steine, Computermäuse, alle diese Bereiche, wo wir sagen, da müssen wir faire Beschaffung machen. Dass wir in Zukunft nicht mehr sagen, wenn die Firmen uns unterschreiben, dann stimmt das schon, sondern da, wo es Zertifikate gibt, werden wir das eins zu eins umsetzen. Das Vergabebündnis hat in dem Fachgespräch, wo du ja auch was gesagt hast, das ist das beste Gesetz in diesem Bereich, was es deutschlandweit gibt. Das ist ein Vorreiter. Beim Mindestlohn und bei der Tariftreue sind wir weit vorne bundesweit mit, also gestern war es das Beispiel auf dem Bundesparteitag der SPD für ein vorbildliches Vergabegesetz im Bereich Soziales. Also wir haben ein Diskriminierungsverbot erstmalig aufgenommen, dass Firmen unterschreiben müssen, dass sie nicht diskriminieren. Worauf ich hinaus will, wir haben, glaube ich, in einem Gesamtpaket in diesem Vergabegesetz so viele grüne Dinge durchbekommen, dass wir 95 Prozent dessen, was wir wollten, bekommen haben. Wir können natürlich noch mal beschließen, auch die anderen fünf Prozent, die wollen wir auch. Fronni, kommst du zum Ende? Ich warne aber davor, weil dann das Gesamtpaket noch mal neu aufgemacht wird. Und deswegen würde ich euch raten, diesem Antrag nicht zuzustimmen, weil er einen einzelnen Punkt rausgreift und nicht das Gesamtpaket im Blick nimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen damit zur Abstimmung. Wer dem Dringlichkeitsantrag 3 die Zustimmung geben will, den möchte ich um das Kartenzeichen bitten. Dankeschön. Die Gegenprobe. Enthaltungen bitte. Vielen Dank. Die Gegenstimmen sind die Mehrheit. Insofern ist dieser Antrag abgelehnt. Und wir kommen zum vierten und letzten Dringlichkeitsantrag, den uns Heiko Glawe vorstellen wird, der schon bereitsteht. Lieber Heiko, du hast das Wort und drei Minuten Zeit. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. 2016 hat sich einiges geändert. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und auf das Thema Bezug auf prekäre Beschäftigung als Grüne, glaube ich, gut vorgearbeitet haben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich vorab eigentlich mich noch mal ganz herzlich bei Andreas Audritsch und Stefan Ziller bedanken, weil sie in einem langen Prozess hinbekommen haben, dass wir als Grüne uns gegen prekäre Beschäftigung in Berlin aussprechen und dass wir konkrete Forderungen benannt haben und die seit 2016 auch tatsächlich bearbeitet werden. Und da, worüber wir heute reden, da könnte man sagen, warum ist das denn eigentlich ein Dringlichkeitsantrag? Nämlich die Grundlage für diesen Antrag ist am 12. Juli 2017 im Senat beschlossen worden, nämlich die Rückführung der Charité Facility Management in den Besitz der Charité, damit die Beschäftigten dort den Lohn bekommen, den auch andere bekommen und nicht eben ein Billigtarif. Und deswegen sollte es eigentlich überhaupt keine Dringlichkeit geben, heute über dieses Thema zu reden. Aber ihr seht es in dem Antrag, im November gab es die letzte Verhandlungsrunde und wir sind leider immer noch nicht dabei, dass die Beschäftigten den Lohn bekommen, den sie verdienen und wo wir uns dafür einsetzen, dass es keine prekäre Beschäftigung gerade in diesem Bereich gibt. Und deswegen haben wir eine Solidaritätserklärung hier vorgelegt für die Beschäftigten der CFM, dass ihre Forderungen natürlich weiterhin sehr berechtigt sind und dass wir erwarten, dass das, was der Senat beschlossen hat, das, was die Koalitionsparteien beschlossen haben, wofür sie eintreten, tatsächlich jetzt auch mal Realität wird, weil in der Tat der 12. Juli 2017 liegt schon etwas zurück. Wir haben heute den 7. Dezember 2019 und es wäre schön, wenn es nicht weitere zwei Jahre dauert, bis dieser Beschluss jetzt umgesetzt ist. In diesem Sinne würde ich gerne Andreas und Stefan mit weiteren Aufgaben, zusätzlichen Aufgaben betrauen und würde dafür plädieren, dass dieses Kapitel jetzt endlich abgehakt wird und dass die Delegierten, den Beschäftigten, ihre Solidarität heute noch mal aussprechen. In diesem Sinne bitte ich um eure Zustimmung. Dankeschön. Vielen Dank, Heiko. Das hat nicht mal die gelbe Karte gebraucht. Sehr gut. Gegenrede habe ich dazu auch noch nicht gesehen. Wenn doch, bitte jetzt melden. Nein, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für diesen Dringlichkeitsantrag stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. So, und wir kommen damit zum Thema Geld und zu unserem Haushalt und damit auch zum fast letzten Tagesordnungspunkt, dem Abschluss des Haushaltes und dem Bericht der RechnungsprüferInnen. Es ist so, dass Henning Bublitz jetzt den Haushaltsabschluss 2018 vorstellen wird und anschließend Axel von Zeppelin den Bericht der Rechnungsprüfer vorstellt. Ihr habt während dieser beiden Reden die Möglichkeit, Fragen einzuwerfen hier vorne, die wir dann verlesen und den beiden noch Fragen stellen, wenn es noch Fragen gibt. So, ja, dann Henning, du hast das Wort. Vielen Dank. Wie immer das Beste zum Schluss der Haushalt. Ihr habt alle den ganzen Tag schon drauf gewartet. Ja, das Kribbeln war den ganzen Tag da. Also erst mal danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wir haben heute natürlich ein langer Tag mit vielen Inhalten. Und damit wir so viele Inhalte natürlich auch durchsetzen können, braucht es auch an der einen oder anderen Stelle Geld. 2018 haben wir einen relativ guten Haushaltsabschluss, ein relativ gutes Jahr für Grünen gehabt. Das hat sich dann auch relativ gut im Haushalt niedergeschlagen. Ein wesentlicher Grund sind die vielen Mitglieder, die natürlich auch Mitgliedsbeiträge zahlen. Und das stellt dann auch den Grund dafür dar, dass wir mit einem Überschuss von über 150.000 Euro aus dem Jahr 2018 rausgegangen sind. Auch das ist ein Applaus wert, weil es sind eure Mitgliedsbeiträge. Ja, ihr dürft euch mal selbst applaudieren an der Stelle. Ich möchte gar nicht in epischer Tiefe jetzt in die Zahlen einsteigen. Es ist schon spät. Wir haben vor allen Dingen auch schon im April, glaube ich, relativ ausführlich hier einen Blick in die Zahlen des Jahres 2018 geworfen, als wir den Haushalt 2019 beschlossen haben. An dem endgültigen Haushaltsstand hat sich auch gar nicht mehr viel getan. Deswegen erspare ich euch jetzt, dass ich das Zeile für Zeile mit euch durchgehe. Gerne stehe ich euch natürlich noch für Fragen, falls ihr sie habt, hier zur Verfügung. Schmeißt sie gerne ein. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle noch den einen oder anderen Dank aussprechen. Ich möchte ganz herzlich, sie ist zwar nicht mehr da, aber meiner Finanzreferentin oder unserer Finanzreferentin Diana den Dank aussprechen, die das wirklich mit viel Liebe macht und auch sehr erfolgreich. Die Gespräche mit unseren Wirtschaftsprüfern sind in der Regel ein nettes Kaffeetrinken und das Gespräch über das Wetter, weil es wie in den vergangenen Jahren da tatsächlich einfach bei uns nichts anzumerken gab. Das liegt unter anderem daran, dass Diana mit ihrer großen Erfahrung wirklich weiß, wie wir die Dinge zu verbuchen haben, wie wir sie sauber zu verbuchen haben, sodass dort auch der Bundestagspräsident nichts zu meckern hat. Dann möchte ich natürlich auch all denjenigen danken, die in den Kreisverbänden da an dieser ganzen Thematik beteiligt sind. Das sind eure KreisschatzmeisterInnen. Dies sind Leute, die in ihren Vorständen noch mal eine ganz besonders arbeitssame Rolle haben, weil die müssen die gesamten Belege sammeln, die müssen die Haushalte aufstellen, die müssen Abrechnungen machen, die müssen eure Reisekostenabrechnungen machen. Das ist ein Haufen Arbeit, den die alle, alle ehrenamtlich machen. Deswegen auch da an der Stelle noch mal einen herzlichen Dank. Ich habe die gelbe Karte gekriegt, beantworte gerne noch Fragen und wünsche euch sonst dann einen schönen Abend. Vielen Dank, Henning. Dann würde ich Axel bitten für den Bericht der RechnungsprüferInnen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben im Oktober und November 2019 an drei Tagen in der Landesgeschäftsstelle die Finanzunterlagen geprüft. Das Geld, das Henning ausgibt, muss ich schauen, oder Ilse und ich müssen schauen, ob er es auch richtig ausgegeben hat. Und genau das ist die Prüfung bei uns. Wir machen eine politische Prüfung. Die Wirtschaftsprüfer waren ja schon da, die haben alles für korrekt erklärt. Aber ich muss auch gucken, ob das Geld, was ihr dem Landesverband gegeben habt, auch in eurem Sinne ausgegeben wurde. Und deswegen sind unten auch die Punkte aufgeführt, was wir uns besonders angucken. Immer wenn sich Positionen ändern, zum Beispiel der Ansatz der Landesarbeitsgemeinschaften, war weniger, sie haben wieder weniger ausgegeben, als angesetzt war. Das sind die Zeilen 50 und 51, wen es interessiert. Henning hat ja schon zu den Mitgliedern gesprochen. Es sind halt mehr Mitglieder, deswegen haben wir auch mehr Einnahmen dort. Eine politische Frage wäre zum Beispiel auch, ob wir irgendwann mal den Strom von den Elektrizitätswerken Schönau zu den Berliner Stadtwerken wechseln. Das haben wir mal angeregt. Auch die Elektrizitätszwecke Schönau sind natürlich ein guter Anbieter. Aber man muss eben manchmal auch zwischen gut und noch besser abwägen. Bei der grünen Jugend gab es schon fast traditionell nicht ganz so gepflegte Bearbeitung wie bei Diana. Das liegt auch einfach daran, dass einfach die Leute dort öfter wechseln. Und das haben wir auch im letzten Jahr schon kritisiert. Und es ist halt angeregt worden, dass die Stärker noch mal in Zusammenarbeit mit Diana, der Geschäftsführer der grünen Jugend sozusagen, dort in der Landesgeschäftsstelle stärker arbeitet, was ich sehr gut finde, sodass eine Professionalisierung auch dort stattfinden kann. Und was allerdings noch eine Sache war, ist, sie haben einen Untermittvertrag dort abgeschlossen und kriegen dort Gelder. Und da ist leider keine schriftliche Form für vorliegend. Und wir müssen natürlich sehr aufpassen, dass die Gelder, die wir bekommen, auch richtig eingenommen worden sind. Insofern, es sollte schon mal ein schriftlicher Vertrag dort abgefasst werden in Zukunft. Und es gibt einige Amts- und Mandatsträgerinnen, die die Vereinbarung nicht oder nicht komplett erfüllt haben. Das sind die Zeilen 87 und 89 im Text. Da könnt ihr mal gucken. Also wir haben noch einige Außenstände. Ich bitte einfach die Amts- bzw. MandatsträgerInnen, mal mit dem Landesgeschäftsführer oder gegebenenfalls mit der Diätenkommission zu reden, wie man da eine einvernehmliche Lösung finden kann. Ich bedanke mich. Insgesamt haben wir nichts Gravierendes gefunden und beantragen dann auch von der Seite der Rechnungsprüfer aus, dass der Landesvorstand entlastet werden kann. Danke euch. Vielen Dank, Axel. Wir haben noch zwei Fragen, Henning. Und zwar einmal von Julia Dittmann aus der LAG Frauen. Bei den Personalkosten der Geschäftsstelle ist nicht ausgewiesen, in welcher Höhe die Gehälter an Frauen und Männer geflossen sind. Warum nicht? Wie sind die Zahlen? Und von Andreas Otto. Es fällt auf, dass die Sonderbeiträge von StaatssekretärInnen extrem niedrig sind. 64.000 ist 8.000. Wie kommt das? Ich beantrage, 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 Andreas' Frage als allererstes. Liegt einfach daran, dass nicht mehr gezahlt wird. Das ist die Antwort auf die Frage. Manchmal ist sie so einfach. Kann jetzt jeder mit der Antwort vielleicht was machen? Vielleicht der Hinweis auch noch bei unseren SpenderInnen. Wir weisen alle SpenderInnen über 10.000 Euro in unseren Rechenschaftsberichten aus. Ja, da kann man dann auch nachschauen. So. Ich darf leider nichts Personalisiertes sagen, wie wir es in den vergangenen Jahren immer gemacht haben. Das liegt daran, die Landesdatenschutzbeauftragte hat gesagt, das sind Daten, die können wir so nicht veröffentlichen. Ohne Einwilligung der Menschen, die dort veröffentlicht werden. Deswegen tun wir das natürlich auch nicht, weil wir uns natürlich an die grüne DSGVO auch halten. Auch wenn sie hier an der Stelle vielleicht für uns nicht eine Transparenz schaffen würde, die wir gerne hätten. Aber das ist eben so. Das gilt in gewisser Weise auch für die Gehaltshöhen bei Männern und Frauen in der LGS. Wir weisen hier immer die Prozentbeiträge aus. Sie seht hier auch, der Anteil für die Frauen liegt bei 56 Prozent und der der Männer am Gesamtgehaltskuchen liegt bei 44 Prozent. Das sind die Festangestellten, das sind nicht die gewählten LAFO-Mitglieder. Das hängt einfach damit zu tun, wenn ihr wollt, dass da eine andere Gehaltsverteilung passiert, müsst ihr andere Menschen wählen. Das könnt ihr selbst bestimmen. Bei dem Rest bestimmen wir das. Und da sieht es momentan eben so aus, oder sah es im Jahr 2018 so aus, dass wir 56 zu 54 Prozent haben. Ich kann euch sagen, wer vielleicht auch weiß, wer bei uns in der Geschäftsstelle arbeitet, dass sich das 2019 noch viel mehr Richtung Frauen verschoben hat, weil wir einfach noch viel mehr Frauen eingestellt haben. Und was die Höhen angeht, ist da, wir haben Haustarifvertrag, das heißt, da haben wir geringe Verhandlungsbasis. Also da kann man jetzt, da entscheiden wir jetzt nicht nach Geschlecht, was jemand verdient, sondern da gibt es entsprechende Vorgaben und die sind für alle Geschlechter gleich. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Henning. Weitere Fragen sind bei uns nicht eingegangen. Damit würde ich jetzt Lena Brommer das Wort geben für den Landesfinanzrat. So, ihr Lieben, vielen Dank an Henning und Diana für eure Arbeit und an Axel für die Prüfung. Ihr habt den Prüfungsbericht gehört und auch noch Nachfragen gestellt. Vielen Dank dafür. Viel gibt es nicht zu kritisieren. Wir haben uns heute früh bereits um 9 Uhr, also schon ein bisschen früher, im Landesfinanzrat getroffen, um noch einmal über die Zahlen final zu sprechen. Gut war, dass mehr Geld ausgegeben wurde für mehr Diversität, auch bei uns in den eigenen Reihen. Denn es braucht einfach auch mehr Ressourcen, um strukturelle Diskriminierung abzubauen, auch bei uns. Auch wenn wir uns hier noch einmal umschauen, brauchen wir dieses Geld auch weiterhin. Gut war auch, dass wir Weiterbildung finanziert wurden. Mehr Geld hätte vielleicht noch für Aktionen ausgegeben werden können, aber das schauen wir uns nächstes Jahr noch einmal an. Und bei der Differenz der Mitgliedsbeiträge sehen wir deutlich, wie sehr unsere Partei wächst oder explodiert sozusagen. Es gibt also weiter viel zu tun. Kurzum, lasst uns den Blick richten jetzt auf unsere Zukunft in Berlin. Ich schlage euch also vor, dem einstimmigen Votum des Landesfinanzrats zu folgen und den Landesvorstand zu entlasten, damit ihr euch nach der LDK wieder voll um unsere Zukunft kümmern könnt. Herzlichen Dank, Lena. Damit haben wir einen Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Ihr habt es vernommen. Wer diesem Antrag seine, ihre Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Bei drei Enthaltungen, vier Enthaltungen, dreieinhalb Enthaltungen mit überwältigender Mehrheit seid ihr entlastet. Wir schließen uns vom Präsidium dem Dank an und freuen uns, dass ihr euch mit Kraft der Zukunft widmen könnt. Gut, Werner und Nina stehen da schon, deswegen nehme ich an, dass es zum Punkt Sonstiges nichts weiter gibt. Ansonsten meldet euch schnell vom Präsidium von uns schon mal vielen Dank fürs lange Ausharren und dann übergeben wir an Nina und Werner für die Schlussworte. Ja, vielen Dank, Paula. Wir danken auch dem Präsidium gleich nochmal, da könnt ihr dann auch gleich nochmal klatschen. Aber bevor wir dem Präsidium danken, möchte ich hier an dieser Stelle einmal erstmal ganz, ganz herzlich dem Team der LGS danken. So eine LDK ist immer ein Kraftakt für unser Team. Wir waren heute das erste Mal in diesem Raum hier und es gab da einige Dinge, die das Team erstmal noch ausbügeln musste. Das war nicht alles einfach, deswegen sind wir wirklich froh, dass es jetzt am Ende so, so gut geklappt hat. Vielen, vielen Dank euch. Und wie eben angekündigt, möchte ich mich natürlich auch bei dem Präsidium bedanken. Golalee, Philipp, Jochen, Jana, Daniel. Daniel, der übrigens gestern Abend um halb elf, glaube ich, angerufen wurde, ob er heute einspringt, weil jemand anders kurzfristig ausgefallen ist, also auch Daniel. Bene, Eva-Marie und Paula, vielen, vielen Dank euch. Wir bedanken uns bei der Antragskommission, die auch einen anstrengenden Job hatte, Daniela, Lukas und Hanna. Wir bedanken uns auch bei der Beschlusskommission, Ina und Daniela, die dann auch nochmal Arbeit haben werden. Mandatsprüfungskommission, Giselle und Lea waren das. Bei der Wahlkommission, Philipp, und jetzt habe ich deinen Namen vergessen, wer da kurzfristig eingesprungen ist, aber vielen, vielen Dank. Dir auch nochmal. Unsere beiden Protokollantinnen, Britta und Lara, vielen, vielen Dank euch allen. Ohne euch wäre das heute nicht möglich. Wir danken natürlich auch dem ehrenamtlichen Team des Dreamteams und vor allem auch dem Koordinator Sebastian, Sebastian Steinbach, der das immer wahnsinnig gut macht. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Wir danken auch den ehrenamtlichen Onlinern, die immer so viel twittern und gucken, dass wir gut im Netz präsent sind. Wir danken den Mitarbeitern der Technik und dem ganzen Team vom Kuchen. Wir danken natürlich auch dem Team hier vom Park Inn, die, glaube ich, mit uns was ganz Neues mal hier hatten und wir mit Ihnen auch. Wir danken dem Agenturpünktchen für die tolle Kinderbetreuung und wir danken natürlich euch Delegierten, dass ihr so toll mitgemacht habt. Kommt gut in das Wochenende. Wenn ihr noch was habt, meldet euch gerne bei uns, aber nicht morgen. Wir wollen jetzt auch mal ausschlafen. Am Montag geht es wieder weiter. Alle, die wir nicht mehr sehen, kommt gut ins neue Jahr, feiert schön und dann mit voller Kraft setzen wir unsere beiden oder die vielen Beschlüsse, die wir gefasst haben, jetzt dann um. Applaus